Willkommen bei Audible. Gute Unterhaltung. Courtney Cole. Before we fall. Vollkommen verzaubert. Ins Deutsche von Rebecca Lindholm. Gelesen von Caroline Musk von Oppen und Eric Borner. Damals. Der Schlag ist am ganzen Strand zu hören. Dieses unverwechselbare, laute, klatschende Geräusch, wenn Fleisch auf Fleisch trifft. Ich schaue hoch und ich sehe ein mageres Mädchen in einem roten Badeanzug, das vor einer Sechstklässlerin namens Heather steht. Der Tyrannen des Strandes. Die Sommersonne knallt vom Himmel herab, aber meine Wangen erglühen noch mehr, als ich den hässlichen Ausdruck auf Heathers Gesicht sehe, die das kleinere Mädchen überragt. Das Mädchen kann nicht älter als neun oder zehn Jahre alt sein und es hält sich die Wange. Ich schaue mich um, aber es sind keine Erwachsenen in der Nähe. Und Heather weiß das. Ihr gehässiges Grinsen wird breiter, als sie sich zu dem jüngeren Mädchen hinabbeugt, offenbar entschlossen, mehr Schaden anzurichten, als einen Handabdruck auf deren Wange zu hinterlassen. Mehr braucht es nicht, um mich von meinem Handtuch in die Höhe zu katapultieren, und ich sprinte den Strand hinunter. Der Sand spritzt unter meinen Füßen auf, als ich auf die beiden zustürme. Ich komme gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Heather dem Mädchen Geld aus der kleinen Hand reißt. Die Mädchen läuft eine Träne über die Wange. »Geh schon und heul dich bei deiner Mama aus, Kleine«, sagt Heather, chemisch grinsend. Bei dem Anblick sehe ich rot. Entgegen jeder Logik stürze ich auf die beiden zu. Dabei vergesse ich, dass Heather mich jeden Tag eines jeden Sommers gequält hat. Und ich vergesse auch, dass ich selbst kaum älter bin als das magere Mädchen in dem roten Badeanzug. In diesem Moment spielt das alles keine Rolle. »Was zum Geier soll das, Heather?«, frage ich gebieterisch, als ich vor ihnen zum Stehen komme. Das andere Mädchen holt angesichts meines losen Mundwerks erschrocken Luft. Für sowas bekommt man Hausarrest. Aber meine Gran sitzt irgendwo weiter den Strand runter im Schatten. »Gib ihr das Geld zurück!« Heather starrt auf mich herab. Ihr feistes Kinn glänzt vor Schweiß. »Sonst noch was, du Zwerg? Was willst du denn machen, wenn ich's nicht tue?« Ich recke mein Kinn in die Höhe und schaue ihr in die Augen. »Ich werde jedem erzählen, was du vor einer Weile unter der Seebrücke mit Jamie Rawlins gemacht hast. Ich hab dich nämlich gesehen. Ich weiß, was du getan hast. Und wenn du ihr nicht das Geld zurückgibst, dann werde ich es allen erzählen. Auch deinen Freundinnen.« Heathers Augen werden erst groß und ziehen sich dann zu schmalen Schlitzen zusammen. »Das traust du dich nicht.« »Ich nicke gelassener, als ich eigentlich sein sollte.« »Und ob ich mich das traue?« Heather blickt über den See hinweg und denkt für einen Moment darüber nach, bevor sie mir den zerknitterten Geldschein vor die Füße wirft. »Ich hoffe, es war die Sache wert,« sagt sie hitzig, »denn von jetzt an werde ich dir das Leben zur Hölle machen.« »Meinetwegen«, schnaube ich, »und gebe mir alle Mühe, unbekümmert zu wirken. Ist ja nicht so, als hättest du's nicht schon versucht.« Heather starrt mich wütend an und macht sich davon. Ich bücke mich, um das Geld aufzuheben, und halte es dem mageren Mädchen lächelnd hin. »Hier, bitte.« »Tut mir leid, dass sie so gemein ist. Ich schätze, der pinkelt jemand jeden Tag in die Cornflakes.« Das Mädchen starrt mich eine Minute lang sprachlos mit seinen großen blauen Augen an, ehe es mir schüchtern eine weiße Muschel reicht. »Danke, dass du mir mein Eiscreme-Geld zurückgeholt hast,« sagt es so leise, »dass ich mich richtig anstrengen muss, um es zu verstehen. Ich sammle die hier. Die großen, schönen sind schwer im See zu finden.« Ich lächle wieder. »Stimmt, die sind wirklich schwer zu finden.« »Dankeschön.« »Ich schwimme zur Bojenbegrenzung raus.« »Machst du mit?« Das Mädchen starrt zu den ramponierten Bojen hinaus, die in einer Entfernung von rund hundert Metern in der Strömung auf- und abhüpfen. Sie wirkt unsicher, ein bisschen ängstlich. »Geht nicht,« sagt sie schließlich. »Meine Mom würde mich umbringen. Die Strömung ist zu stark.« Ich nicke, als verstünde ich tatsächlich, wie es ist, eine Mutter zu haben, die sich um einen sorgt. Meine eigene weiß nicht mal, dass ich schwimmen kann. »Okay,« sage ich zu den Mädchen. »Bis demnächst dann.« Sie sieht zu, wie ich zurückjogge und die Muschel auf mein Handtuch fallen lasse, bevor ich in die Strömung eintauche und wie ein Seehund auf den kühlen Wellen schwimme oder darunter hindurchtauche. Als ich endlich an den Bojen ankomme, halte ich mich an einer fest, klammere mich daran, während sie auf dem Wasser hüpft und streiche mir mit kalten Fingern das Haar aus dem Gesicht. Ich werfe einen Blick zurück zum Strand. Meine Augen suchen nach dem Mädchen im roten Badeanzug, aber ich kann es nirgendwo mehr entdecken. Es ist weg. Dabei weiß ich nicht mal seinen Namen. Heute Ich schaue gern zu. Ich weiß, dass ich das nicht tun sollte, aber das kümmert mich an Dreck. Ich mag das Aufblitzen von Haut, die verschwitzten Gliedmaßen, den Geruch von Sex, das Ficken. Beim Zuschauen fühle ich etwas. Und das ist so ziemlich das Einzige, wobei ich was fühle. Manche Dinge ändern sich nie, Dominique, murmelt Kira. Die gespreizten Finger ihrer Hand fahren über mein geöffnetes Hemd. Ihr langes, braunes Haar bewegt sich im leichten Wind, kitzelt meine Brust, während sie mich anschaut. Einmal Freak, immer Freak, was? Ich finde das toll. Ich gebe ihr darauf keine Antwort, denn sie hat recht. Ich bin ein verdammter Freak. Sie weiß es und ich weiß es. Und keinen von uns beiden kümmert's. Wenn überhaupt, dann gefällt es ihr. Das muss wohl so sein, denn Kira hält schon verdammt lange zu mir. Sie kennt mich besser als jeder andere. Und sie weiß definitiv, was ich mag. Aber obwohl sie wunderschön und mir so vertraut ist, ignoriere ich ihre Finger, die über meine Haut gleiten, über die Spitzen meiner Nippel streichen und zu meinem Schritt hinunterwandern. Mein Schwanz scheint allerdings nicht interessiert zu sein und macht keine Anstalten, in meiner Hose hart zu werden. Nicht etwa, weil Kira nicht heiß oder sexy ist, denn das ist sie. Aber das, was vertraut und normal ist, bringt mein Blut nicht in Wallung. Ich habe schon so ziemlich alles gesehen und es mindestens zweimal selbst getan. Normal, törnt mich nicht mehr an. Doch wenn es um verbotene, dunkle, böse Sachen geht, dann kriege ich einen Ständer. Ich starre vom Balkon hinab, vorbei an dem schimmernden Swimmingpool unten, vorbei am plätschernden Wasser, das ein blaues Licht auf alles ringsherum wirft, auf das, was ich im flackernden Blau dort sehe. Einen Mann und eine Frau, die es miteinander treiben. Ich weiß, dass ich eigentlich nicht zusehen sollte, und genau das erregt mich daran. Also wende ich meine Augen nicht von dem Paar ab, das gerade Sex am Pool meines Bruders hat. Ich nehme einen weiteren Schluck von meinem Whisky, behalte die feurige Flüssigkeit noch einen Moment in meinem Mund, bevor ich sie schlucke und spüre, wie sich die Wärme langsam in meinem Bauch ausbreitet. Während ich das Paar beobachte, lehne ich am Geländer, halbverdeckt im Schatten, von der Nacht verhüllt, so wie ich es mag. Am Pool geht es heftiger zur Sache, und mein Schwanz wird hart. Die Kleine beißt den Kerl in den Hals, flüstert ihm dann etwas ins Ohr, das ich nicht verstehen kann. Worte, die wie ein Fauchen klingen, als sie ihre Zähne über seine Haut zieht. Halt, fest, aggressiv, brutal. Selbst von hier oben kann ich die roten Spuren des Schmerzes sehen, die sie hinterlässt. »Hat sie ihn etwa gerade gebissen?«, fragt Kira amüsiert und ihre Hand an meinem Hosenbund erstarrt. Ich nicke. Das hat sie. Und mein Schwanz ist steinhart. Ich schaue mir gern den Schmerz anderer Leute an. Das lenkt von meinem eigenen ab. Der Kerl lächelt, er mag es auch. Er legt sich ihre Beine über die Schultern, während er heftig in sie hineinstößt. Dann packt er sie brutal am Hals. Seine Finger bohren sich in die empfindliche Haut, pressen sich in ihr Fleisch, hinterlassen rote Flecken, die sich bis zum Morgen in blaue verwandeln könnten. Aber es gefällt ihr. Das sagt mir die Art und Weise, wie sie ihm den Rücken zerkratzt und nach mehr stöhnt. Ihn weiter in sich hineinzieht, die Hüften hebt, damit er tiefer in sie eindringen kann. Nicht versucht, seine Hand von ihrer Kehle wegzuziehen. Es fasziniert mich immer wieder, Frauen zu sehen, die es mögen, erniedrigt zu werden. Frauen, die rauen Sex mögen, die dominiert oder gedemütigt werden wollen. Es ergibt keinen Sinn, aber ich sehe es andauernd, immer öfter. Besonders hier bei meinem Bruder Sin und seinen endlosen Partys. Am Swimmingpool, im Whirlpool, auf dem Rasen. Die Leute scheinen ihre Hemmungen zu verlieren, wenn sie durch dieses Tor treten, was genauso wenig Sinn ergibt. Die meisten von ihnen kennen Sin gar nicht richtig. Aber das hält sie nicht davon ab, sich bei ihm so richtig zu Hause zu fühlen. Ich fühle mich jedenfalls bei meinen Besuchen hier immer sehr gut unterhalten. Meinst du, die wissen, dass wir sie beobachten? Kira stellt sich auf die Zehenspitzen und murmelt mit heißem Atem in mein Ohr, während sie mir die Eier streichelt. Ich blicke wieder zu dem Paar hinunter, sehe zu, wie sich das Gesicht des Kerls verzerrt, die Kleine stöhnt und sich unter ihm krümmt. Die haben keine Ahnung, dass wir hier sind, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es ihnen egal wäre, wenn sie es wüssten. Ich glaube, dieses Mädchen da hat mir vorhin Champagner serviert, sagt Kira und beugt sich nach vorn, um genauer hinzusehen. Da hast du vermutlich recht, erwidere ich und starre auf die knappe Kellnerinnenuniform. Was ihr Boss wohl davon halten würde? Der hat bestimmt keine Ahnung, dass sie gerade am Pool mit einem Partygast vögelt. Aber das ist nicht mein Problem, sondern die Schwellung zwischen meinen Beinen. Sie wird immer stärker und mächtiger und ich verlagere das Gewicht auf mein anderes Bein und lindere dadurch den Druck der Jeans auf meinem Schwanz. Dabei streiche ich mit der Hand über den Stoff, der meinen Schritt bedeckt. Ein bisschen nur. Schnell und effizient. Ich habe nicht vor, hier draußen abzuspritzen. Die Art und Weise, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene, hat mich gelehrt, nichts im Freien zu tun. Die Presse hätte ihren großen Tag. Wenn irgendwelche Fotos von mir an die Öffentlichkeit dringen würden, die zeigen, wie ich onaniere. Kira kümmert sich darum. So wie sie es immer tut, wenn ich in der Stadt bin. Sie stößt mich in die Dunkelheit zurück und tritt vor mir aus ihren Shorts heraus. Sie trägt keine Unterwäsche. Sie hat recht. Manche Dinge ändern sich nie. Mach's mir mit der Hand, während du ihnen zusiehst, fordert sie mich leise auf und ihre grünen Augen leuchten. Komm schon, Dom. Dann darfst du auch auf meinem Gesicht kommen, so wie du es magst. Ich strecke die Hand nach ihr aus. Sie steht vor mir, den Kopf an meine Schulter gelehnt, während ich zwei Finger in sie hinein und wieder herausgleiten lasse. Ich weiß genau, wo ich sie berühren muss. Sie atmet tief ein und ich lächle. Ich kenne jeden Zentimeter ihres Körpers. Manchmal hat Vertrautheit doch etwas für sich. Sie ist bereits feucht, als hätte sie auf das hier gewartet, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Aber so ist es natürlich nicht. Kira und ich haben ein Zweckarrangement, das uns beiden gut gefällt. Wir kennen einander, wir vertrauen einander. Aber es sind keine Gefühle im Spiel. In der Hinsicht gleichen wir uns. Ich höre, wie das Mädchen am Pool lauter stöhnt und meine Finger bewegen sich schneller, fester, im Rhythmus mit den Stößen des verschwitzten Kerls. Kira stöhnt mit dem Mädchen am Pool und ich schließe die Augen und lausche den Fickgeräuschen. Mit meinen Fingern in Kiras Muschi brauche ich nicht mehr als das. Wenn ich ein anständiger Mensch wäre, würde ich vom Geländer zurückweichen, dem Paar etwas mehr Privatsphäre geben und Kira mehr Schutz in der Dunkelheit. Nur für den Fall, dass uns zufällig jemand sieht. Aber darauf scheiße ich. Ich bin kein anständiger Mensch. Nicht mehr. Nach ein paar weiteren Minuten heftigen Vögeln zieht der Kerl seinen Schwanz aus der Kellnerin, packt sie, zerrt sie von der Chaiselong und zwingt sie vor sich auf die Knie. Ich kann sehen, wie ihre Haut über die Ziegelplatten schrammt, kann von seinen Lippen lesen. Blas mir ein. Die Kleine schüttelt den Kopf. Versucht wegzukriechen, doch er hält sie an ihrem Haar fest und bringt sie dazu, seinen Schwanz in den Mund zu nehmen. Ihren eigenen Geschmack abzulutschen. Darauf steht sie ganz eindeutig nicht. Sie versucht, nach ihm zu schlagen, aber er wickelt sich ihr Haar um die Hände und weigert sich, sie loszulassen. Ein angstvoller Ausdruck erscheint auf ihrem Gesicht. Ich spüre, wie sich etwas in mir zusammenzieht. Scheiße! Kira hebt den Kopf, als meine Hand innehält. Was ist? Sie starrt mich mit glasigem Blick an. Ich nicke zum Pool hinüber, zu dem Kampf, der dort unten vonstatten geht, zu dem Mädchen, das verzweifelt im Griff dieses Arschlochs zu entkommen versucht. Verdammt Dom! Kira seufzt. Ignoriere es einfach. Ist nicht unser Problem, wir sind hier noch nicht fertig. Ich seufze ebenfalls, denn ich weiß, dass ich es nicht ignorieren kann. Das ist einfach schon zu oft passiert. Die Leute kommen hierher, geben sich die Kante und verlieren die Kontrolle. Es ist eigentlich nicht der Mühe wert, aber Sin veranstaltet diese Partys trotzdem. Er behauptet, damit bliebe er für die Leute interessant, was auch immer das bedeuten soll. Ich scheine nicht Gefahr zu laufen, für die Leute uninteressant zu werden, und ich veranstalte keine Partys. Ich schüttle Kiras Hand ab, die mein Handgelenk umfasst hält, nehme den letzten Schluck von meinem Drink und mache mich trotz ihrer Proteste auf den Weg die Treppe hinunter. Es dauert ein bisschen, mich zwischen den Gästen im Haus hindurch zu schlängeln und über den Rasen zu den Steinen zu gelangen, die zum Pool führen. Doch ich erreiche das Paar innerhalb von zwei Minuten und packe den Kerl, ohne zu zögern, von hinten und reiß ihn zurück. Er stößt ein Zischen aus, als die Zähne des Mädchens an seinem Schwanz entlang schrammen. Geschieht ihm recht. Der Scheißkerl hat mich schließlich unterbrochen. Er schreit auf. Und ich werfe ihn zu Boden, stelle zufrieden fest, dass er sich das Gesicht auf den Steinen aufschlägt, ehe er auf den Rasen rollt. Hau ab! fahre ich ihn an. Hier wird niemand gegen seinen Willen zu etwas gezwungen. Die Schlampe wollte es doch, ruft er protestierend. Ich schüttle den Kopf. Soweit ich weiß, heißt Nein immer noch Nein. Es ist keine neue Art zu sagen, ich will es doch. Also raus hier! Der Kerl sieht mich genauer an, er kennt mich offenbar und starkst davon, ohne ein weiteres Wort zu verlieren. Ich schnappe mir ein Badehandtuch und lege es der Kleinen um die Schultern. Ihre knappe Uniform, die schon vorher nur ein Fähnchen gewesen ist, wurde während der Rauferei offenbar zerrissen und hängt nun um ihre Taille. Sie scheint verlegen zu sein, aber das registriere ich ehrlich gesagt nur am Rande. Sie ist jung und hat nette Titten, aber das haben tausende anderer Frauen auch. Sie macht mich nicht besonders an, was hauptsächlich damit zu tun hat, dass sie sich mir auf einem Silbertablett präsentieren würde, wenn ich es nur wollte. Ich ziehe kurz in Erwägung, sie zu Kira und mir einzuladen, verwerfe die Idee aber gleich wieder. Auch wenn sie vermutlich zu betrunken ist, um sich daran zu erinnern, so wurde sie dennoch gerade zu einer sexuellen Handlung gezwungen. Alles in Ordnung? frage ich Barsch. Sie nickt und fängt an zu schluchzen, als ein anderes Mädchen eine hinreißende Blondine in der gleichen Kellnerinnenuniform herbeigeheilt kommt. Ach, du Schande, Kaylee, was zum Teufel ist denn mit dir passiert? Die Blondine ist offenbar erschrocken und besorgt und während Kaylee die Sache mit dem Scheißkerl erklärt, wende ich mich ab, um wieder zu verschwinden. Trotz meines Berufs versuche ich, mich aus dem Rampenlicht herauszuhalten, wenn ich gerade keinen Film drehe. Bedauerlicherweise bleibt es bei dem guten Vorsatz, denn Kayleys Hand hält mich zurück und dann schlingt sie ihre dünnen Arme um meine Taille. Danke, sagt sie mit zittriger Stimme. Sie hält mich so eng umschlungen, dass ich mich nicht so einfach aus der Umklammerung zu lösen vermag. Ich starre auf sie hinab, vorbei an ihrem von Tränen verschmierten Eyeliner in ihre panisch blickenden Augen. Schon gut, aber du solltest dich aus solchen Situationen raushalten. Es wird nicht immer jemand da sein, der einschreitet und dich rettet. Ihr schockierter Gesichtsausdruck sagt mir, dass ich vielleicht ein bisschen zu hart mit ihr umgegangen bin. Aber scheiße noch mal, Frauen müssen vorsichtiger sein. Sie kann nicht einfach in ihrer knappen Uniform herumstolzieren, eine Nummer mit einem Fremden schieben, bei der es richtig zur Sache geht und dann erwarten, dass er sich wie ein Gentleman benimmt. Männer tendieren eher dazu, Arschlöcher zu sein. Kayle starrt mich an, ist zu betrunken oder high, um etwas zu erwidern. Aber ihre Freundin ist nicht so schweigsam. Große, braune Augen funkeln mich wütend an. Die Strafpredigt kannst du dir sparen, der Typ eben hat dir Gewalt angetan, falls dir das entgangen sein sollte. Ich verdrehe die Augen. So nennst du das also? Sie hatte mit diesem Scheißkerl harten Sex unter freiem Himmel, während sie eigentlich arbeiten sollte, wenn ich das hinzufügen darf. Also für mich sah das so aus, als wäre die Sache einfach außer Kontrolle geraten und ich habe sie beendet. Gern geschehen. Die umwerfende Blondine starrt mich entgeistert an. Willst du damit etwa sagen, dass sie kein Opfer ist, sondern dass es ihre Schuld war? Ich seufze, natürlich nicht, aber sie hätte einen betrunkenen Fremden überhaupt nicht erst dazu ermutigen sollen, so grob mit ihr umzuspringen. Gute Nacht. Ich mache Anstalten, davon zu gehen, aber sie ist offenbar noch nicht fertig. Für wen hältst du dich eigentlich, verdammt nochmal? fährt sie mich an. Vielleicht hast du es noch nicht gehört, aber man sollte nicht das Opfer verantwortlich machen. Tu ich doch gar nicht, aber hebe ich an, werde ihr doch unterbrochen, weil sie so vernehmlich nach Luft schnappt, als ich ins Licht trete und sie mein Gesicht erblickt. Ach, Scheiße, entfährt es ihr. Der verfluchte Dominic Kinkade. Ich kann mir ein kleines Lächeln nicht verkneifen, gerade genug, um die Mundwinkel zu heben. Dominic reicht völlig. Das Verfluchte habe ich schon vor einer ganzen Weile abgelegt. Ihr Lächeln ist atemberaubend und sollte mich eigentlich berühren. Die Kleine hat ordentlich was in der Bluse, endlos lange Beine und kaum was an. Ihr Anblick sollte mich berühren. Tut er aber nicht. Weil mich nichts mehr berührt. Ich bin total abgestumpft. Dir eilt der Ruf voraus, dass du Ärger bedeutest, erklärt sie nüchtern und mustert mich langsam von oben bis unten. Du kannst von Glück reden, denn ich mag Herausforderungen. Klar tust du das, entgegne ich und versuche zu ignorieren, dass sie sich nun benimmt, als würde sie mich kennen. Sie benehmen sich alle so. Jeder einzelne von ihnen. Es wird auf die Dauer langweilig. Kann mich nicht ausnahmsweise mal jemand überraschen? Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich drehe mich um und gehe auf das Haus zu, aber sie hat mich mit zwei Schritten eingeholt und packt mich am Arm. Ich bleibe stehen. Aber das hast du ja nicht, sagt sie zögernd, offenbar ein wenig verunsichert. Du hast mich gar nicht kennengelernt. Mein Name ist Jacey. Ich seufze. Ist mir egal. Ich gehe weiter, ignoriere die Art und Weise, wie sie vernehmlich die Luft einzieht, mir erregt hinterherruft, dann aufgibt und ihre Niederlage einsieht. Ich bin vielleicht ein Arschloch. Aber ich lüge nicht. Ihr Name ist mir egal. Ehrlich. Ich lasse die Situation hinter mir, aus den Augen aus dem Sinn. Und innerhalb weniger Minuten stehe ich wieder vor Kira. Alles erledigt? Säuselt sie und greift nach mir. Ich nicke. Vergrabe mein Gesicht zwischen ihren schweren, nackten Titten, während sie meinen Gürtel öffnet. Fessel mir damit die Hände und komm auf meinem Gesicht. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Du bist so ein böses Mädchen, flüstere ich ihr ins Ohr. als ich sie auf das Sofa stoße und ihr die Hände über dem Kopf festbinde. Gerade fest genug, dass das Leder in ihr Fleisch schneidet. Genauso wie sie es mag. Und dann nehme ich meinen Schwanz in die Hand und hole mir einen runter. Genauso wie ich es mag. Für eine Sekunde sehe ich komischerweise das Gesicht der blonden Tussi vor mir. Sehe ihre weit aufgerissenen, braunen Augen. Keine Ahnung warum, aber ich schüttle den Kopf, um ihn wieder frei zu bekommen. Und konzentriere mich stattdessen auf das, was ich gerade tue. Ich komme innerhalb von zwei Minuten auf Kiras Gesicht, spritze in einem cremefarbenen Bogen ab, der auf ihrer gebräunten Haut landet. Sie leckt sich einen Tropfen von den Lippen und grinst mich an. Willkommen daheim, Geliebter. Nenn mich nicht so. Ich schüttle den Kopf, während ich mir die Jeans wieder hochziehe und mich neben sie fallen lasse. Sie verdreht die Augen. Wieso denn nicht? Das bist du doch. Du kommst immer zu mir zurück, Dom, das weißt du doch. Ich löse schweigend den Gürtel, werfe ihn auf den Boden. Ich komme vielleicht immer wieder zu ihr, wenn ich mal wieder in der alten Heimat bin, aber ich vögle sie nicht. Nicht richtig. Ich habe schon seit Jahren keine Frau mehr richtig gefögelt. Wäre ich dein Geliebter, würde ich meinen Schwanz in deine Möse stecken. Ich werfe ihr einen Blick zu, strecke dann den Arm aus und streiche mit dem Finger über eine ihrer Titten und lasse ihn zu ihrer Muschie hinunterwandern. Sie wölbt sich meine Berührung entgegen. Und du weißt, dass ich das nicht tun werde. Ich ziehe meine Hand unvermittelt wieder zurück und Kira blickt finsterdrein. Ja, das weiß ich. Aber was ich nicht weiß, ist der Grund dafür. Du hast doch auch deine Bedürfnisse, Dominik. Anderen Leuten dabei zuzusehen, wie sie es miteinander treiben, sich an Abwichsen oder auf meinem Gesicht zu kommen, das kann doch nicht genug sein. Sex ist nicht gleich Sex, Dom. Du brauchst auch all das Gute, das damit einhergeht. Ach, wirklich? Frage ich amüsiert. Was denn zum Beispiel? Frauen, die sich an mich klammern und hoffen, dass ich sie heirate? Oder die Angst, dass ich mir eine ansteckende Krankheit einfangen könnte? Hör auf! unterbricht mich Kira wütend. Ich kenne dich, Dom. Ich weiß, warum du dich so benimmst. Du willst niemanden mehr wirklich an dich heranlassen, willst niemandem mehr diese Art von Macht über dich geben, aber es ist Zeit, Dom. Es ist Zeit, dass du endlich über sie hinwegkommst und wieder anfängst zu leben. Erstens, sprich nie wieder über sie, sage ich mit eisiger Stimme und durchbohre Kira mit meinem Blick. Du solltest es eigentlich besser wissen. Und zweitens, willst du damit etwa sagen, dass das Leben, das ich führe, nichts wert ist? Kira, die ihre Bluse überzieht und dabei auf den Büstenhalter verzichtet und ihn in ihrer Handtasche stopft, seufzt und blickt zu mir auf. Du weißt verdammt gut, was ich damit sagen will. Seit sechs Jahren bist du eine leere Hülle, Sechs Jahre! Das ist eine verdammt lange Zeit. Ich bin geduldig gewesen. Habe all deine Bedürfnisse befriedigt, aber es kommt die Zeit, dass ein Mädchen richtig gefögelt werden will. Ich habe auch meine Bedürfnisse, Dominik. Ich muss angesichts der Vorstellung, dass ich der Einzige bin, auf den Kira angewiesen ist, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, schmunzeln. Ja, klar. Du hast ja auch niemanden, der sich um dich kümmert, wenn ich nicht hier bin, stimmt's? Sie wirft mir einen zaunigen Blick zu. Du kannst manchmal ein richtiges Arschloch sein. Ich verschwinde jetzt, muss morgen früh raus. Ruf mich doch im Laufe des Tages an, ja? Ich nicke, obwohl ich weiß, dass ich das nicht tun werde. Dann vergrabe ich mein Gesicht in den Sofa-Kissen, denn ich fühle mich mit einem Mal erschöpft und will nur noch schlafen. Ich höre nicht einmal mehr, dass Kira das Zimmer verlässt. Aber ich höre sehr wohl, als ein paar Minuten später jemand hereinkommt, als ich gerade dabei bin, ins Reich der Träume zu entschwinden. Dom, was zur Hölle machst du hier? Du solltest mich doch rechtzeitig vom Tisch wegholen, damit ich nicht mein letztes Hemd verliere. Ich öffne widerwillig ein Auge, um meinen Bruder anzusehen, und stelle fest, dass er tatsächlich sein Hemd verloren hat. Er steht mit nacktem Oberkörper vor mir. Mein Blick wandert an ihm herab, und ich zucke zurück. Offenbar hat er auch seine Hose verloren. Was soll das hin? Zieht er was über, Mann? Mein Bruder setzt dieses rotzfreche, verwegene Grinsen auf, das seine Fans so an ihm lieben, lässt sich splitterfasernackt neben mir aufs Sofa fallen und legt seine Beine auf dem Couchtisch übereinander. Darüber müsstest du dir deine Gedanken machen, wenn du mich früh genug vom Pokertisch weggeholt hättest, wie wir es vereinbart hatten, erwidert er schulterzuckend, greift nach meinem Whiskyglas und stürzt den Inhalt hinunter. Diese besoffenen Tussis wissen, wie man Poker spielt. Vielleicht hatte ich auch einfach nur Bock, meine Klamotten auszuziehen. Such dir was aus. Ich starre ihn wütend an. Ich konnte dich da nicht wegholen, weil ich eben eine Scheißsituation für dich geregelt habe. Hör endlich auf, diese Partys zu geben, verdammt nochmal. Eines Tages wird noch jemand vergewaltigt oder umgebracht und dann hast du jede Menge Klagen am Hals. Sin grinst nur unbekümmert. Tote können nicht klagen. Über eine solche Logik kann man nicht streiten. Also erzähle ich ihm lieber, was er verpasst hat. Nicht, dass es ihn irgendwie tangieren würde, schließlich sieht er so etwas ja andauernd. Danke, dass du dich darum gekümmert hast, sagt er beiläufig, so als wäre es ganz normal, wenn Leuten Gewalt angetan wird. Ich verdrehe die Augen gern geschehen. Könntest du dir jetzt bitte was überziehen? Er wackelt mit seinen dunklen Augenbrauen. Klar, wenn du beim Anblick meines Prachtstücks Minderwertigkeitskomplexe kriegst. Du magst zwar älter sein, aber ich bin besser gebaut und das ist es, was zählt. Und er macht sich auch gern zum Affen. Sein Schwanz ist nicht einen Zentimeter länger als meiner, aber das wäre reine Energieverschwendung. Er zerrt ein T-Shirt aus meinem Koffer und zieht es sich über den Kopf. Dann greift er sich auch noch eine Jeans. Da er keine Unterhose trägt, bedeutet das, dass ich die Hose demnächst verbrennen werde. Ich hab dich noch gar nicht gefragt, wie lange du eigentlich bleibst, sagte er, als er sich wieder hinsetzt, ohne auch nur den geringsten Gedanken daran zu verschwenden, dass er gerade meine Lieblingsjeans ruiniert hat. Lange genug, um dir ein Konzert von uns reinzuziehen, hoffe ich. Danken liegt mir seit Monaten damit in den Ohren, dass du es noch kein einziges Mal geschafft hast, dir deine armen kleinen Brüder auf der Bühne anzusehen. Ich verdrehe die Augen. Arme, kleine Brüder? Ich glaube, ihr beide kommt ganz gut klar. Sein gibt ein Schnauben von sich. Genauso gut wie du, großer Bruder, aber egal. Nächsten Monat haben wir einen Gig in Chicago. Wenn du nochmal herfliegen willst, können wir dir Backstage-Pässe besorgen. Ich schüttle den Kopf. Ich glaube nicht, dass ich's schaffe. In zwei Wochen geht's mit den Dreharbeiten los, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Ich will ja nicht, dass der kleine Danken traurig ist. Was ist mit mir? Mein jüngster Bruder kommt wie aufs Stichwort ins Zimmer geschlendert und lässt sich nebenshin auf das Sofa fallen. Privatsphäre ist für die beiden offenbar ein Fremdwort, und Berührungsängste scheinen sie auch keine zu haben, denn wir sitzen nun alle drei aneinander gequetscht auf einem Sofa. Für so einen Scheiß sind wir definitiv zu alt. Gar nichts, versichere ich Danken. Alles in Ordnung. Ich will nur nicht, dass unser Nesthäkchen heult, weil ich nicht zu eurem nächsten Konzert komme. Ich werde versuchen, vorbeizuschauen. Also das juckt mich im Moment überhaupt nicht, erklärt Danken und öffnet die Bierdose, die er in der Hand hält. Du kannst dir doch jederzeit ansehen, wie ich auf den Drums rumhämmere. Ich frage mich gerade, wie ich all die halbnackten Frauen heute Nacht vögeln soll, die hinter dieser Tür warten. Mann, ich liebe dein Haus, sagte er an Sin gewarnt. Oh, und da ist eine Tussi, die nach dir fragt. Sagt, sie will sicher gehen, dass du erfährst, dass dein Bruder sie gerettet hat oder irgend so einen Scheiß. Sin verdreht die Augen, aber ich stoße ihm den Ellbogen in die Rippen. Das ist bestimmt die Kleine vom Pool. Du solltest besser mit ihr reden und ihr ein Autogramm auf die Titten geben oder sonst was. Halte sie bei Laune, damit sie nicht auf die Idee kommt, die Polizei anzurufen. Die Art von Presse kannst du gerade nicht gebrauchen, Alter. Nicht nach dem, was in Amsterdam passiert ist. Die bloße Erwähnung dessen, wie vor einem Monat die Boulevardpresse Sins Band wegen einer wilden Party in Amsterdam in Stücke gerissen hatte, reicht aus, um die beiden nüchtern werden zu lassen. Zwei minderjährige Mädchen waren dabei gewesen, Groupies, die ein falsches Alter angegeben hatten. Und wenn die Gesetze dort nicht lascher gewesen wären als hier in den USA, dann wären meine Brüder am Arsch gewesen. Sin nickt. Also schön, bring mich zu ihr, sagt er zu danken. Und mir reicht er die Whiskyflasche mit den Worten, wirst es eigentlich nie leid, immer recht zu haben, Herrgott noch mal. Bis jetzt noch nicht, erwidere ich, nehme ein paar Schlucke, strecke mich wieder auf dem Sofa aus und schließe die Augen. Aber es ist schon eine verdammte Last. Meine Brüder lachen auf dem Weg nach draußen und ich entspanne mich, genieße es, wie der Whisky meine Muskeln lockert und sich die Wärme in jeden Winkel meines Körpers ausbreitet. Ich fühle mich wie betäubt und das ist mir sehr willkommen. Denn dann fühle ich mich sicher genug, die Hand in meine Tasche gleiten zu lassen. Nicht, um an meinem Schwanz herumzuspielen, auch wenn das ganz normal für mich ist. Nein, ich schlinge meine Finger um den Anhänger mit dem kühlen Stein auf der weißen, in Silber gefassten Muschel, der sich immer dort befindet. Das Letzte, was ich vor mir sehe, bevor ich einschlafe, ist Farbe. Mein Kopf ist erfüllt von Aquamarienblau. Als ich die Augen wieder öffne, sind zwei Stunden vergangen. Das sehe ich im verschwommenen grünen Licht der Uhr. Ich bin ein wenig desorientiert, als ich mich aufsetze und mich umschaue. Möbel erblicke, die mir nicht gehören, bis mir wieder einfällt, dass dies gar nicht mein Zuhause ist. Ich bin übers Wochenende bei meinem Bruder. Guten Morgen, Sonnenschein! Die weiche Stimme lässt mich zusammenfahren. Ich schaue auf und mein Blick fällt auf die hinreißende Blondine mit dem seltsamen Namen, die mir am Pool begegnet ist. Jaycee. Sie sitzt in der Dunkelheit und scrollt durch ihr Handy. Hat sie mich etwa im Schlaf beobachtet? Oder war sie einfach zu höflich, um mich aufzuwecken? Ganz egal, ich muss jedenfalls ein Knurren unterdrücken, weil meine Privatsphäre erneut gestört wurde. Was hast du hier verloren? Sie sitzt auf dem Bettrand und beobachtet mich. Sie ist sogar noch heißer, als ich sie in Erinnerung habe. Lange Beine, volle Titten, schmale Taille. Für gewöhnlich bevorzuge ich größere Frauen, aber die Kleine ist wirklich perfekt proportioniert. Und wahnsinnig sexy. Sie hat etwas an sich, das schreit, vögle mich. Sie zuckt nur mit den Schultern. Meine Reaktion scheint sie nicht zu kümmern. Ihr langes, blondes Haar fällt ihr an einer Seite über die Schulter. Dein Bruder hat mich raufgeschickt. Meine Freundin Kaylee übernachtet offenbar heute hier. Bei ihm. Na und? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Sollte ich jetzt etwa schockiert sein? Sin macht andauernd seinen Scheiß. Es kümmert ihn einen Dreck, ob die Frau, mit der er vögelt, vor ihm gerade einen anderen gefögelt hat. Dafür wurden doch die Gummis erfunden, ist sein Lieblingsspruch. Verdammte Rockstars. Die vögeln doch alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Jaycee starrt mich unverfroren an. Sie ist definitiv nicht eingeschüchtert. Ihre braunen Augen funkeln im Dunkeln. Und sie wollte mich in ihrem Auto mitnehmen. Dein Bruder sagt, es würde dir nichts ausmachen, mich nach Hause zu fahren. Ach, hat er das gesagt? Erwidere ich ungehalten. Um zwei Uhr nachts, dieser Blödmann. Sie nickt. Ja, hat er. Da du mit deinem Wagen einen Platz in seiner Garage blockierst, könntest du ihn zumindest hin und wieder mal fahren. Das hat er auch noch gesagt. Er hat dich bestimmt dazu angestiftet, es Wort für Wort zu wiederholen, stimmt's? Sie nickt wieder. Ja, er meinte, es sei besser, wenn du mich fährst, als wenn er mir ein Taxi ruft. Er will nicht, dass irgendein Taxifahrer etwas über die Party twittert. Ich gebe es nur ungern zu, aber das ist ziemlich clever. Jeder hier hört nur zu gern Neuigkeiten über Sin und King Kate. Und er gibt sich große Mühe, seine Partys geheim zu halten. Oder zumindest das, was dort geschieht. Ich stoße einen Säufzer aus, shit. Also gut, sage ich mit müder Stimme. Ich fahre dich, gib mir eine Minute, okay? Lass dir Zeit, erwidert sie gnädigerweise und lehnt sich gegen die seidenen Kopfkissen zurück. Ich kann nicht umhin, ihre knappe Uniform zu würdigen. Sie ist im Grunde kaum mehr als ein Badeanzug und ihre Titten schauen aus dem Oberteil hervor. Ich wende meinen Blick ab, will sie nicht merken lassen, dass ich durchaus zur Kenntnis nehme, was sie für einen umwerfenden Körper hat. Frauen wie sie, die können spüren, wenn man auch nur das kleinste bisschen Interesse an ihnen hat, und dann hängen sie wie Piranhas an einem. Ich habe es schon hundertmal erlebt. Auch wenn sie jetzt so desinteressiert tut, als lasse sie es völlig kalt, wer ich bin. Sie ist bloß sauer, dass ich ihr vorhin eine Abfuhr erteilt habe. Ich gehe ins Badezimmer und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Als ich wieder herauskomme, schnappe ich mir meine Schlüssel vom Nachttisch. Okay, auf geht's! Sie folgt mir zu der wummernden Musik und zu den Leuten, die tanzen oder es in dunklen Ecken miteinander treiben. Jetzt mal im Ernst. Sins Partys geraten außer Kontrolle. Ich bin unendlich dankbar, dass ich nicht so ein Leben führen muss, dass ich nicht Tag und Nacht irgendwelche Leute in meinem Haus herumhängen. Vielleicht kennt die ganze Welt meinen Namen, aber ich bin eigentlich ein verschlossener Mensch und werde nicht gern gestört. Jedes Mal, wenn ich hierherkomme, freue ich mich nach kurzer Zeit wieder auf Zuhause. Es mag unterhaltsam sein, aber es ist verdammt anstrengend, all den Leuten aus dem Weg zu gehen, die irgendwas von mir wollen. Ich führe J.C. an den sieben Stellplätzen in Sins Garage vorbei zu meinem dunkelgrauen 911er. Das ist mein Chicagoer Wagen. Ich habe ihn hier stehen, damit ich einen fahrbaren Untersatz habe, wann immer ich nach Hause komme, und etwas, womit ich eine Runde auf der Rennpiste drehen kann, wenn mir langweilig ist. Ich habe genauso einen auch zu Hause bei mir in Kalifornien stehen, denn was ist besser als ein Porsche? Zwei Porsche. J.C. betrachtet den Wagen, und ihre dunklen Augen weiten sich anerkennend, aber sie sagt kein Wort. Sie schlüpft einfach hinein. Und während sie dies tut, stelle ich fest, dass sie definitiv einen Slip trägt. Denn das Höschen ihrer Uniform ist so knapp, dass ich einen Blick auf roten Satin darunter erhasche, als sie die Beine übereinander schlägt. Ich grinse, denn sie weiß nicht, dass ich es toll finde, wenn eine Frau roten Satin trägt. Ohne sich meines stillen Beifalls für die Wahl ihrer Unterwäsche bewusst zu sein, schnallt sie sich an und schmiegt sich in den Sitz, als wäre er für sie gemacht worden. Wo wohnst du? frage ich, als der Boxermotor dröhnend zum Leben erwacht, wie es nur ein Porsche tun kann. Unten in der Nähe der 87. Straße, antwortet sie und starrt aus dem Fenster, während wir an gepflegten Rasenflächen vorbei die Auffahrt meines Bruders hinunterrollen. Kelly mit Heiz? frage ich und sehe sogleich das ältere Chicagoer Viertel vor mir. Sie nickt. Wow, du erinnerst dich also noch an deine alte Heimatstadt? Sehr beeindruckend. Ich verdrehe die Augen, bin mir nicht sicher, ob sie es sarkastisch gemeint hat oder nicht. Ich werde niemals vergessen, wo ich herkomme. Der Motor des Wagens schnurrt, als wir auf das Tor zufahren, und ich werfe einen kurzen Blick aus dem Fenster in der Erwartung, weitere Rasenflächen, Bäume und die Schatten des Anwesens meines Bruders zu sehen. Doch stattdessen erblicke ich etwas anderes und erstarre. Meine Hände packen das Lenkrad fester, als ich die Bremse durchdrehte. Was zum Teufel soll das? stößt J.C. verwirrt hervor, als sie nach vorn geschleudert wird. Aber ich bin schon aus dem Wagen heraus und marschiere mit großen Schritten auf die beiden Leute zu, die auf einer Bank zu unserer Linken sitzen. Meine Schwester Fiona und mein einst bester Freund Chris Kotzbrocken Evans schauen aus der Dunkelheit überrascht zu mir auf. Sie hat ihre Arme um seinen Hals geschlungen und noch vor 30 Sekunden steckte seine Zunge in ihrem Rachen. Was zum... bringt Chris gerade noch hervor, bevor ich ihn von der Bank zerre und zu Boden stoße. Was soll der Scheiß, Dominik? schnauzt er mich an, rappelt sich auf und stellt sich breitbeinig hin, bereit, sich auf mich zu stürzen. Ich lächle grimmig und sehe Fiona an. Was ist hier los, Fee? Sag mir, dass es nicht das ist, wonach es aussieht. Meine Schwester seufzt, steht auf und kommt langsam auf mich zu. Es ist sehr wohl das, wonach es aussieht, Dom. Chris und ich sind zusammen. Ich wollte es dir ja sagen, aber so wie die Dinge zwischen euch stehen, na ja, ich hatte Angst davor, wie du reagieren würdest. Ich ignoriere das Eiswasser, das durch mein Herz zu pumpen scheint. Und das mit Recht, erwidere ich ruhig. Nein, denn offenbar hast du dir den größten Mistkerl auf diesem Planeten ausgesucht, ganz große Klasse, Fee. Dom, Fiona seufzt erneut, ich habe keine Ahnung, was er dir getan hat, aber sechs Jahre ist eine verdammt lange Zeit, um so nachtragend zu sein, wie du es bist. Du solltest langsam mal darüber wegkommen und es hinter dir lassen. Ich liebe ihn. Und damit wirst du dich abfinden müssen. Du tust was? Die Worte fühlen sich an wie Holz auf meiner Zunge, trocken und schwer. Ich kann einfach nicht glauben, was ich da gerade gehört habe. Fiona mustert mich mit ihren grünen Augen. Ich liebe ihn. Ich höre, wie Chris vor mir atmet, sehe Jaycee am Rande meines Sichtfeldes stehen, aber alles verschwindet. Nur das nicht. Chris und Fiona sind ein Paar. Die Vorstellung, dass meine kleine Schwester mir einen solchen Stich ins Herz versetzen würde, ist einfach unfassbar für mich. Wie konntest du das tun? Herrsche ich sie an. Du weißt doch, was ich von ihm halte, Fiona. Bedeutet dir das Sprichwort Blut? Ist dicker als Wasser denn gar nichts? Du bist viel besser als er. Er hat dich nicht verdient. Und außerdem ist er sowieso zu alt für dich. Für einen kurzen Moment herrscht Schweigen. Indem Fiona ihre Hände zu ihren Hüften hinabgleiten lässt, dann explodiert sie. Herrgott noch mal, schnauzt sie mich an. Reiß dich am Riemendom. Er war mal dein bester Freund. Jemand, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Und in all den Jahren hast du von uns allen erwartet, dir zu glauben, dass er eine Art Ungeheuer ist, ohne dass du uns erklärt hättest, warum. Wenn du möchtest, dass wir dir den Rücken stärken, dann musst du uns schon einen guten Grund dafür nennen. Wenn das, was er dir angetan hat, so verflucht schlimm gewesen ist, dann musst du mir verdammt noch mal sagen, was er gemacht hat. Ich schlucke schwer. Denn die einzige Möglichkeit, um sie wirklich vor Chris zu warnen und von ihm wegzubekommen, besteht darin, ihr die Wahrheit zu sagen. Und das will ich nicht. Die Wunde ist zu tief. Und sie schmerzt wie am ersten Tag, hat sich immer noch nicht geschlossen, obwohl sie schon alt ist. Ich kann kaum daran denken, geschweige denn darüber reden. Ich atme tief durch, dann ein weiteres Mal. Während ich dies tue, bemerke ich, dass Jaycee näher gekommen ist und sich im Halbdunkel herumdrückt und uns verunsichert beobachtet. Ich wende meinen Blick von ihr ab und richte ihn wieder auf meine Schwester. Kannst du mir nicht einfach vertrauen? Frage ich schließlich gedehnt. Ich bin dein großer Bruder. Kannst du mir da nicht verdammt noch mal einfach vertrauen? Chris setzt an, um etwas zu sagen. Doch ich fauche ihn an. Meine Schwester streckt warnend eine Hand in seine Richtung, ehe sie wieder zu mir herüber sieht. Sie kennt mich gut genug, um zu wissen, dass ich bei dem Versuch, mit Chris zu reden, in die Luft gehen würde. Dominik, ich liebe dich, auch wenn du ein schrecklicher Sturkopf bist. Und ich vertraue dir. Aber wir sind mit Chris aufgewachsen und ich vertraue ihm genauso. Ich weiß, dass das Ganze irgendwie mit Emma zu tun hat, aber sie ist fortdommen. Was auch immer geschehen sein mag, hat keine Bedeutung mehr. Shit. Die bloße Erwähnung von Emmas Namen ist wie ein Schlag in die Magengrube für mich. Und ich habe das Gefühl, mich vorn überbeugen zu müssen, damit ich atmen kann. Gleichzeitig würde ich mir am liebsten meine Schwester über die Schulter werfen und sie wegtragen. Weit, weit weg von Chris. Keine Bedeutung mehr. Das stimmt nicht. Für mich wird es bis zu meinem Tod eine Bedeutung haben. Fiona starrt mich an, wartet darauf, dass ich etwas sage. Aber ich vermag die Worte nicht auszusprechen. Ich kann ihr nicht all das erzählen, was sie wissen sollte. Kann die hässlichen Worte nicht hervorbringen, da ich sie schon so lange in meiner Brust versteckt halte. Es ist besser, sie dort verborgen zu lassen. Das ist etwas, was ich im Leben gelernt habe. Warum fragst du nicht Chris, was er getan hat? Erkundige ich mich barsch und starre dabei ein Loch in die Stirn meines ehemaligen Freundes. Frag ihn doch. Mal sehen, ob er dir die Wahrheit sagen wird. Chris öffnet den Mund, aber Fiona schüttelt den Kopf. Das werden wir nicht tun, Dominik. Lass uns das besprechen, wenn wir alle ruhiger sind. Glaubst du etwa, ich hätte ihn nicht schon danach gefragt? Er hat mir geantwortet, wenn Dom irgendwann darüber reden will, wird er es tun. Was für ein Arschloch. Chris räuspert sich, und ich sehe ihn mir genauer an. Er ist ein paar Jahre weg gewesen, hat erst studiert und sich dann ein Geschäft aufgebaut. Aber er sieht immer noch so aus wie früher. Ziemlich lange, blonde Haare, blaue Augen, schlachsige Figur. Die Jahre haben ihn nicht härter gemacht, so wie mich. Was auch zu den Dingen gehört, die mir bei ihm auf den Sack gehen. Er beginnt zögerlich zu sprechen. Dom, lass uns damit aufhören. Du gibst mir seit so vielen Jahren die Schultern etwas, wofür ich nicht verantwortlich gewesen bin. Es ist an der Zeit, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Er lässt seine Hände sinken und sieht mich an, wartet auf eine Reaktion, aber ich vermag ihn nur ungläubig anzustarren. Eine Minute lang sehe ich nicht mehr den Mann vor mir, auch nicht den Jungen, mit dem ich aufgewachsen bin, mit dem ich Baseball gespielt, Forts gebaut und Frösche gefangen habe. Ich höre nur einen Namen. Seinen Namen. Aus dem Mund meiner sterbenden Freundin. Etwas zieht sich in mir zusammen, als ich mich daran erinnere, wie bleich sie war, wie sie zitterte und froh, kaum noch zu sprechen vermochte, es aber dennoch schaffte, seinen Namen zu sagen. Ich starre ihn zornig an, muss mich furchtbar zusammenreißen, um ihm nicht die Hände um seinen erbärmlichen Hals zu legen und zuzudrücken. Nicht dafür verantwortlich? Wirklich? Denn das Letzte, was sie gesagt hat, war dein Name. Dein Name. Name. Nicht meiner. Nicht Mom oder Dad. Dein Name. Und wir wissen beide, warum dies das letzte Wort gewesen ist, das über ihre Lippen gekommen ist, nicht wahr? Und du hast tatsächlich den Nerv, dich hier hinzustellen und mir zu erzählen, dass ich kein Recht habe, auf dich sauer zu sein? Chris sieht mich mit einem gequälten Gesichtsausdruck an. Ich höre, wie Fiona ein Keuchen ausstößt, doch sie presst die Hand auf ihren Mund und gibt keinen weiteren Laut von sich. Ich bin mir sicher, dass sie das zum ersten Mal hört. Zum ersten Mal erfährt, was Emmas letzte Worte gewesen waren. Chris tritt auf mich zu. Das habe ich nicht gesagt. Ich sagte, es war nicht meine Schuld. Ich habe nicht behauptet, du hättest kein Recht, sauer zu sein. Das hast du. Du hast jedes Recht, auf die verdammten Umstände stinksauer zu sein. Aber das Ganze ist lange her. Und du weißt nicht alles, was damals passiert ist. Du wolltest ja nicht mit mir reden, bevor ich wegging. Und du bist nie ans Telefon gegangen, damit ich es dir erkläre. Und damit werde ich jetzt auch nicht anfangen, unterbreche ich ihn. Es kümmert mich einen Scheißdreck, was du zu sagen hast. Und es ist mir auch scheißegal, ob es lange her ist. Es ist nun mal geschehen und ich werde es niemals vergessen. Fiona und ich sind zusammen, erwidert Chris. Also wirst du es wohl oder übel versuchen müssen. Ich schüttle den Kopf. Fick dich. Das ist Fionas Wahl, nicht meine. Wenn du eines über mich wissen solltest, dann, dass ich nur das tue, was ich will. Ich wende mich zum Gehen und er sagt. Und du wunderst dich, warum Emma das getan hat, was sie getan hat? Da sehe ich Rot. Und ich stürze mich mit Gebrüll auf ihn. Ich kann nichts hören, kann nicht klar denken, kann mich nur bewegen. Fäuste, Flüche, Ächzen, Verschwimmen ineinander. Ich fühle seine Haar in meiner Faust und dann treffen meine Knöchel sein Gesicht immer und immer wieder. Kiefer, Wangen, Knochen, Auge. Als nächstes wird mir bewusst, dass sich Jayce zwischen uns drängt und einen Schlag von mir abbekommt. Ich streife ihre Wange mit meiner Faust und sie reißt die Hand zum Gesicht hoch und umschließt sie damit. Aber sie versucht immer noch, uns auseinander zu bekommen. Fiona eilt auf Chris zu, betupft mit den Fingern seine blutende Lippe, umarmt ihn und drückt ihn an sich. Was soll der Scheiß, Dom? kreischt sie, die Arme um Chris' Schulter geschlungen, als wolle sie ihn vor mir beschützen. Du bist doch völlig irre, verzieh dich verdammt noch mal! Ich versuche, den Schmerz zu ignorieren, dass meine Schwester nicht nur mit meinem schlimmsten Feind zusammen ist, sondern dass sie auch noch den Nerv hat, ihn mitzubringen, obwohl sie wusste, dass ich hier bin. Das ist definitiv ein Verrat und etwas, das ich ihr niemals antun würde. Ich atme stoßweise und starre sie an und will nicht sagen, was ich später bedauern könnte. Ich wohne hier, während ich in der Stadt bin, Fiona. Also verzieh du dich und nimm dieses Stück Scheiße mit! Fiona sieht mich mit einer Mischung aus Enttäuschung, Wut und Ungläubigkeit an, als sie Chris wegführt. Bevor JC und ich wieder in den Wagen steigen können, tauchen plötzlich rot-blaue Lichter um uns herum auf. Sie scheinen uns in die Gesichter, machen uns im Dunkel sichtbar. Oh, Scheiße! Da hat jemand die Cops gerufen! JC atmet vernehmlich ein und sieht mich an. Sie hat eine Hand locker auf meinen Arm gelegt, während sie sich mit der anderen die Wange hält. Sie ist jetzt mit Blut bedeckt, und ich bin mir nicht sicher, ob es meines ist oder Chris. Oder vielleicht sogar ihr eigenes. Aber mir bleibt nicht genug Zeit, um es herauszufinden. Zwei Cops kommen auf uns zu, und was als nächstes geschieht, ist alles etwas undeutlich, wegen all des Whiskys, den ich getrunken habe, und der Tatsache, dass mir Chris einen kräftigen Schlag gegen die Schläfe versetzt hat. Wie viel haben Sie getrunken? Wer hat die Schlägerei begonnen? Haben Sie etwas dagegen, wenn ich einen Blick in Ihren Wagen werfe? Gehören diese Drogen Ihnen, mein Junge? Ich blicke mit trüben Augen auf und sehe, wie einer der Cops einen Beutel mit Gras in die Höhe hält. Er verschwimmt zu drei Cops, wird dann wieder zu einem. Ich bin nicht der Junge knurrig. J.C. zieht vernehmlich die Luft ein, und ich höre sie schwören, dass die Drogen nicht ihr gehören, und ich gerade nicht klar denken können, nicht ich selbst sei. Ich versuche, sie wütend anzustarren, aber meine Gesichtsmuskeln weigern sich, mir zu gehorchen. Ich sehe, wie sie nach dem Polizisten schlägt, der nach ihren Handgelenken greift, aber das ist das Letzte, was ich sehe. Mein Kinn sinkt auf meine Brust, und mein Blick ist auf den Boden gerichtet. Tau bildet sich im Gras. Das ist etwas, was ich bemerke, als sie mir die Handschellen anlegen und mich auf den Rücksitz eines Polizeiautos verfrachten. Ich höre die Stimme meiner Schwester, die außer sich und wütend zu sein scheint, aber ich verstehe die Worte nicht. Es fällt mir im Augenblick zu schwer, wach zu bleiben, daher lasse ich meinen Kopf gegen die Rückenlehne des Polizeiautos sinken. Blitze und Bruchstücke des Geschehenen schießen mir durch den Kopf. J.C.'s erschrockener Blick, die Art und Weise, wie sie sich ins Getümmel gestürzt und versucht hat zu helfen, wie ich ihr einen Schlag ins Gesicht versetzt habe und sie trotzdem nicht zurückgewichen ist. Er ist nicht er selbst, hat sie dem Kopf gesagt. Ich muss beinahe lächeln. Glaubt sie das wirklich? Ich spüre, wie das Blut von meinen Handgelenken auf die Handschellen tropft und mir den Rücken hinunterrinnt, und ich denke an Chris' Worte. Und du wunderst dich, warum Emma das getan hat, was sie getan hat? Oh mein Gott, mein Magen zieht sich zusammen, und es kostet mich all meine Kraft, dass es mir mit meiner Kehle nicht genauso ergeht und meine verdammten Lungen nicht den Geist aufgeben. Emma. Bei den bloßen Gedanken an sie überkommen mich eine Vielzahl von Gefühlen, die ich nicht zu benennen vermag, und sie kriechen über meine Haut hinweg und schlagen ihre Krallen in mein Herz, stechen immer wieder hinein, bis ich gar nichts mehr fühle. Das ist mir passiert. Das ist der Grund, warum ich diese Leere in mir verspüre, rein gar nichts empfinde. Emma. Ich schließe meine Augen ganz fest, versuche sie mir nicht vorzustellen, nicht vor mir zu sehen, wie ihre Lippen mich damals angelächelt haben oder wie sie heute aussieht, tief im Boden vergraben und verwesend, bis nichts mehr von ihr übrig ist. Shit. Ich spüre, wie meine Luftröhre immer enger und enger wird, und ich lehne meinen Kopf ganz weit zurück und versuche langsam zu atmen. Ich muss mich nicht fragen, warum Emma das getan hat, was sie getan hat. Ich weiß, warum. Es hat mit jeder Menge abgefuckter, hässlicher Sachen zu tun, über die ich nicht nachzudenken vermag, ohne dass mir dabei der kalte Schweiß ausbricht. Es ist beschissen, aber so bin ich nun mal. Ob es mir nun gefällt oder nicht, sie ist der Grund, warum ich so bin, wie ich bin. Weil ich sie geliebt habe. Und weil sie das getan hat, was sie getan hat. Oh. Mein. Gott. Ich schließe die Augen, um die schrillen Pfiffe und die anzüglichen Bemerkungen auszublenden. Aber was zum Teufel habe ich denn erwartet? Ich sitze in einer verdammten Gefängniszelle und habe nichts an außer einer Fliege, einem Bustier und Boy-Shorts. Meine Arschbacken hängen heraus, Herrgott noch mal, und ich sitze inmitten einer Gruppe von Prostituierten. Bemerkung am Rande. Sie tragen alle mehr Klamotten als ich. Ergänzung dazu. Ich bin die Einzige hier, deren Gesicht geschwollen ist und deren Klamotten voller Blut sind. In ihren Augen sieht es wahrscheinlich so aus, als hätte mich mein Dealer oder mein Zuhälter windelweich geprügelt. Ich lehne meinen Kopf an die kühle Wand hinter mir und tue so, als sei ich irgendwo anders, aber nicht hier. Ich bin am Strand. Shoppe auf der Michigan Avenue, lasse mir die Nägel maniküren. Aber so ist es nicht. Die kalte Betonbank drückt sich in meine Oberschenkel und der muffige Geruch der Zelle erinnert mich genau daran, wo ich bin. JC Vincent, Zeit für Ihren Anruf! Gott sei Dank. Ein Kopf schließt die Tür auf und ich eile darauf zu, dankbar, die Zelle verlassen zu können. Er führt mich zu dem Schalter zurück, an dem er mir zuvor meine Fingerabdrücke abgenommen hat. Zu der Zeit hatte gerade ein anderer das Telefon benutzen dürfen. Sie haben zwei Minuten, teilt er mir Barsch mit. Sein Blick wandert über mich hinweg und ich vermag, seine Gedanken zu lesen. Für ihn bin ich nichts weiter als eine verbrauchte Hure wie die anderen Frauen in der Zelle. Ich bemerke, wie Übelkeit in mir aufsteigt. Doch es gelingt mir, sie zu unterdrücken. Ich wähle mit zittrigen Fingern die einzige Nummer, die mir einfällt. Den ersten Namen, der mir in den Sinn kommt, wenn ich Hilfe benötige. Brand Mein Freund aus Kindertagen Der beste Freund und Geschäftspartner meines Bruders Seit mein Bruder Gabe meine beste Freundin Maddie geheiratet hat und sie vor ein paar Monaten nach Connecticut gezogen sind, habe ich sonst niemanden mehr, den ich anrufen könnte. Aber das ist auch gut so, denn Gabe und Maddie würden mir für das hier sowieso einen Tritt in den Hintern geben. Wobei ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, ob es Brand nicht auch tun wird. Trotzdem ist er der Einzige, auf den ich mich verlassen kann und der bereit wäre, mich aus diesem Drecksloch herauszuholen. So wie er bereit gewesen ist, mich vor zwei Wochen an der Fernstraße abzuholen, als ich die Reifenpanne hatte. Er nimmt nach dem dritten Klingeln ab. Seine Stimme klingt ziemlich groggy. Ja. Brand Erwidere ich mit zittriger Stimme. Ich stehle mich und schlucke schwer. Ich brauche deine Hilfe. Jace Mit einem Mal scheint er hellwach und seine Stimme klingt schrill. Alles okay bei dir? Ich schaue mich auf dem Polizeirevier um. Mein Blick wanderte über die vergilbten Wände, die unnachgiebig wirkenden Kops, die Kriminellen, die darauf warten, erkennungsdienstlich behandelt zu werden, und ich schließe die Augen. Naja, nicht wirklich. Ich wurde verhaftet. Kannst du bitte herkommen und mich abholen? Für einen Moment herrscht ein bedeutungsvolles Schweigen in der Leitung. Bist du auf dem Polizeirevier? fragt Brand schließlich, und ich muss ihm zugutehalten, dass seine Stimme ruhig und gelassen klingt. Weshalb wurdest du denn verhaftet? Besitz von Marihuana und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Nun ist Brand nicht mehr ruhig und gelassen. Er lässt einige Kraftausdrücke vom Stapel. Was zum Teufel hast du dir dabei gedacht? sagt er schließlich. Doch bevor ich ihm eine Antwort geben kann, tippt mir der Cop, der neben mir wartet, auf die Schulter. Sie haben noch 20 Sekunden. Mein Herz beginnt zu rasen. Was ist, wenn Brand nicht kommt? Brand, ich hab noch 20 Sekunden. Könntest du bitte vorbeikommen, um mich abzuholen? Ich habe niemanden, den ich sonst anrufen könnte. Das waren nicht meine Drogen. Ich werde dir alles erklären, wenn du hier bist. Die Zeit ist um, sagt der Cop entschieden. Nimmt mir den Hörer ab und legt ihn wieder auf die Gabel. Ich sehe ihn fassungslos an. Aber ich weiß doch nicht, ob er kommt, sage ich verzweifelt. Klingt nach einem persönlichen Problem, erwidert er. Packt mich am Ellenbogen und führt mich zurück zu der Zelle. Jede Faser meines Körpers wehrt sich dagegen, wieder dort hineinzugehen, aber mir bleibt keine andere Wahl. Der Cop schubst mich rein und schließt die Tür hinter mir ab. Ich stehe allein und entmutig da, und die Frauen beginnen mit einem Mal zu johlen und zu pfeifen, und im ersten Moment glaube ich, das sei wegen mir, weil ich wieder hier gelandet bin und sie das lustig finden. Doch dann sehe ich, dass sie alle auf die Gitterstäbe zulaufen und ihre Gesichter gegen das Metall pressen, um sich etwas anzusehen. Ich nutze die Gelegenheit, um mir einen Platz auf den nun leeren Bänken zu sichern, aber ich recke auch meinen Hals, um zu sehen, was zum Teufel sie dazu bringt, wie von Sinnen zu schreien. Ich erkenne rasch, dass es ein Wer ist und kein Was. Es ist der verfluchte Dominic Kincaid. Dominic reicht völlig, das Verfluchte habe ich schon vor einer ganzen Weile abgelegt. Die Erinnerung an seine rauchige Stimme lässt mich schneller atmen, während ich zusehe, wie er den Flur an den Zellen entlang vorbeigeführt wird. Selbst mit seinem verschrammten Gesicht ist er noch sexy. Seine Hände baumeln an den Seiten, er trägt keine Handschellen, was wohl bedeutet, dass er gehen darf. Vermutlich hat ihn sein Anwalt rausgehauen. Er bleibt vor meiner Zelle stehen und ignoriert die sich wie rasend aufführenden Frauen, die nach ihm greifen. Dominic, gib mir ein Autogramm auf den Arm. Dominic, darf ich dich küssen? Dominic, bitte, bitte, fass mich an! Einen Augenblick, sagt Dominic, an die Kops gewandt. Einer nickt, und der andere blafft die Frauen an. Weg von den Gitterstäben! Dominic tritt vor und starrt mich an. Ich stehe unaufgefordert auf, und mein Körper macht wie von selbst einen Schritt auf ihn zu. Er schaut mir mit diesem herausfordernden Blick, für den er berühmt ist, tief in die Augen. Er wird mir helfen. Er wird ihnen erklären, dass das Ganze nur ein Missverständnis gewesen ist, dass die Drogen ihm gehören. Er wird mich hier rausholen. Ich lächle erleichtert und gehe auf ihn zu. Aber er sagt nichts. Starrt nur auf mein Gesicht, auf den Bluterguss, der sich auf meiner Wange bildet. Er greift durch die Gitterstäbe und berührt vorsichtig die Stelle, wobei ich seinen Daumen nur ganz leicht auf meiner Haut spüre. Anfassen verboten, sagt einer der Kops. Dominic zieht seine Hand zurück und lässt sie senken. Als ich den Ausdruck auf seinem Gesicht sehe, verkrampft sich mein Magen. Er sieht so verletzlich aus, so müde und erschöpft, des ganzen Lebens überdrüssig. Aber alles an ihm ist bemerkenswert. Diese unglaublichen Wangenknochen. Oh Gott, am liebsten würde ich trotz allem meine Finger danach ausstrecken und darüber streichen. Sein kantiges, wie gemeißeltes Kinn ist mit sexy Bartstoppeln bedeckt und sein dunkles Haar ist auf diese, ist mir scheißegal, weise zerzaust. Im Gegensatz zu den vielen Schaumschlägern scheint es so, als sei es Dominic wirklich scheißegal und als ginge ihm alles irgendwie am Arsch vorbei. Aber am bemerkenswertesten sind diese wahnsinnig grünen Augen, die so dunkel sind, aber mit einem Rand aus einem goldfarbenen Nussbraun versehen und interessanten goldenen Sprenkeln darin. Während er mich so ansieht, sich unsere Blicke ineinander verfangen, kommt es mir so vor, als würde er mich verbrennen, als stünde ich in Flammen und nur er könne sie auch wieder löschen. Ich weiß, dass das blöd klingt, aber sein Blick ist einfach derart intensiv. Er scheint in mich hineinsehen zu können, ganz tief hinein, bis dahin, wo meine Geheimnisse verborgen liegen. Doch mit einem Mal lässt er seine Schultern sinken und sein Gesicht wird ausdruckslos. Tut mir leid, sagt er nur. Er wendet den Blick ab, und es ist fast so, als würde sich ein Kameraobjektiv schließen. So, als würde ich nicht mehr für ihn existieren. Als sei ich unwürdig. Keines zweiten Blickes wert. Das Feuer wurde gelöscht. Er nickt den beiden Kops zu und geht weiter, marschiert hinaus in die Freiheit, während ich hier noch festsitze. Wegen ihm. Hey, rufe ich hinterher. Moment mal, ich gehöre nicht hierher. Aber sie ignorieren mich, gehen einfach weiter. Und ich halte die Klappe. Denn ich habe nicht vor, zu betteln. Dieser verfluchte Dominic Kinkade ist schuld, dass wir beide verhaftet wurden. Und dann kommt er innerhalb von einer halben Stunde raus. Nur weil er ein verdammter Promi ist. Und mich lässt er hier verrotten. Was für ein arrogantes Arschloch. Das ist ja wieder mal blöd gelaufen. Wie bringe ich mich nur immer in solche Situationen? Das Leben ist wirklich manchmal beschissen. Und es wird von Minute zu Minute beschissener. Als ich mich erneut gegen die Zementwand sinken lasse, denke ich über mein verdammtes Pech nach. Und über meine schlechten Entscheidungen, die mich hierher geführt haben. Was mich wiederum dazu bringt, an etwas anderes zu denken, nämlich an meine schlechteste Entscheidung überhaupt. Mein Ex-Freund. Jared. Er hat jemanden wegen mir umgebracht und sitzt im Augenblick wegen fahrlässiger Tötung im Knast. Welch eine Ironie, dass wir im Augenblick beide in Gefängniszellen eingesperrt sind. Bei dem Gedanken daran muss ich schlucken. Ich befinde mich tatsächlich in der gleichen Lage wie dieser psychotische Wichser. Oh, mein Gott. Und das nach allem, was ich während der letzten Monate getan habe, um mit der ganzen Sache abzuschließen. Ich war in Therapie, habe jeden Tag die bewusste Entscheidung getroffen, weder leichtsinnig zu sein, noch mich allzu wild aufzuführen. Beides Grundbausteine meiner Natur. Und dennoch bin ich hier, in der gleichen Lage wie er. Weggesperrt. Ich schlucke schwer. Vielleicht ist das ausgleichende Gerechtigkeit. Nach all den Problemen, die er meiner Familie und meinen Freunden bereitet hat, habe ich das hier möglicherweise verdient. Vielleicht werde ich niemals davon wegkommen, egal wie viel Mühe ich mir auch gebe. Ich seufze und sehe zu, wie auf der Uhr an der Wand draußen vor den Gitterstäben die Minuten vergehen. Nach den 60 schlimmsten Minuten meines Lebens, höre ich endlich die Worte, auf die ich gewartet habe, laut durch die Zellen erschallen. JC Vincent, hier ist jemand, der sie abholen will. Ich stoße einen Seufzer der Erleichterung aus. Und mir wird bewusst, dass ich mir zum ersten Mal in meinem Leben ernsthafte Sorgen gemacht habe, ob mir Brandt wirklich zu Hilfe kommen würde. Es hätte ja auch sein können, dass er meinen Bruder Gabriel angerufen und der ihm geraten hatte, mich für eine Weile schmoren zu lassen, damit ich darüber nachdenken kann, was ich getan habe, oder irgend so einen Mist. Aber das hat er nicht. Gott sei Dank. Als ich allerdings den langen, gefließten, von Gefängniszellen flankierten Gang durchschritten habe, an all den Nutten und Besoffenen vorbei und sein Gesicht erblicke, da bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich mich wirklich bei Gott für Brandts Hilfe bedanken sollte. Es wäre wohl besser, für meine Seele zu beten. Denn Brandt ist stinksauer. Und seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, ist es durchaus denkbar, dass er mich killt. Seine riesige Gestalt füllt praktisch den Eingangsbereich, wo er wartet, und ich habe ihn noch nie so wütend gesehen wie jetzt. Er ist ein Meter fünfundneunzig groß, gut gebaut, mit geilen Muckis und ohne ein Gramm Fett auf den Rippen, was eine ziemlich einschüchternde Wirkung haben kann, ganz besonders, wenn er so angefressen ist wie jetzt. Er hat zusammen mit meinem Bruder bei den Army Rangers gedient und wirkt, als hätte er gerade erst die Uniform ausgezogen, obwohl das nun schon zwei Jahre her ist. Er hat sein blondes Haar wachsen lassen, sodass es ihm nun bis auf den Kragen herabreicht, und er trägt es modisch zottlich. Wenn er nicht wie ein Bruder für mich wäre, würde ich sagen, dass er heiß ist. Die Frauen im Eingangsbereich scheinen der gleichen Ansicht zu sein. Die Blicke aller Frauen kleben an ihm, aber sein Blick ist nur auf mich gerichtet. Da ist ein harter Ausdruck in seinen Augen und sie funkeln, während er mich dabei beobachtet, wie ich näher komme. Er ist richtig angepisst. Ich schlucke. Es ist nicht so, wie du denkst, sage ich vorbeugend, als ich ihn erreicht habe. Das waren nicht meine Drogen. Er starrt auf meine Wange. Alles okay bei dir, erkundigt er sich barsch. Ich nicke, streiche verlegen mit den Fingern über die Schwellung. Mir geht's gut. Ich habe versucht, deine Prügelei zu beenden, aber ... Brent unterbricht mich, indem er mich am Arm packt und zur Tür zerrt. Es ist nicht so, wie ich denke. Ich wurde also nicht gerade um vier Uhr nachts zum Polizeirevier gerufen, um dir aus der Patsche zu helfen. Und als ich hier ankomme, ist dein Gesicht geschwollen und du bist aufgetakelt wie eine Nutte. Im Augenblick ist es mir scheißegal, was du getan hast oder nicht, Jaycee. Du solltest bei Safran kündigen. Gabriel wird dir die Hölle heiß machen. Bitte sag ihm nichts, pflege ich ihn an, als er mir die Tür aufhält. Und auch wenn Brent sauer auf mich ist, so bemüht er sich dennoch, meinen Körper mit dem Sein vor den Leuten im Eingangsbereich abzuschirmen. Als könnte mir das irgendwie meine Scham darüber, hier zu sein, nehmen. Aber dennoch, es ist eine nette Geste, insbesondere, da er so böse auf mich ist. Brent mustert mich mit einem eisigen Blick. Dein Bruder wird auf jeden Fall hiervon erfahren, erklärt er mit Nachdruck. Verdammt, Jaycee, nach allem, was mit Jared passiert ist und der Therapie, die du hinter dir hast, dachten wir, dass du langsam deinen Scheiß auf die Reihe bekommst. Aber Widerstand gegen die Staatsgewalt? Großer Gott. Wenn dieser Kincaid nicht ein paar Fäden gezogen hätte, würdest du immer noch im Gefängnis schmoren. Die lassen keine Leute raus, die auf Cops losgehen. Ich bleibe wie angewurzelt stehen. Dominic hat dafür gesorgt, dass die Anklage fallen gelassen wurde? frage ich verwundert. Warum hat er denn nichts gesagt, als er dastand und mich anstarrte? Alles, was ich von ihm gehört habe, war, tut mir leid. Und was zum Teufel tat ihm leid? Dass er mir eine gescheuert hatte? Schuld an meiner Verhaftung war? Mich im Gefängnis verrotten lassen wollte? Brent bringt mich zu seinem Pickup und wendet den Blick bewusst von meinem Hintern ab, als ich hineinklettere. Ja, keine Ahnung, wie er das geschafft hat. Ich weiß lediglich das, was sie mir gesagt haben, als ich ankam. Dir wird nur noch der Besitz von Marihuana vorgeworfen. Du hast Glück gehabt. Das heißt, bis Gabe davon erfährt. Dann wird es richtig zur Sache gehen. Du ziehst dich an wie eine Nutte. Du verdienst dir dein Trinkgeld, weil du mit Kunden von Saffron flirtest. Du könntest genauso gut strippen, Herrgott, nochmal. Gabe hat alles Menschenmögliche getan, um dir zu helfen, Jaycee. Wir wissen nicht mehr, was wir noch mit dir anstellen sollen. Er knallt die Tür zu und jetzt habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Nachdem mir die Sache mit Jared um die Ohren geflogen war, hatte Gabe meine Therapie bezahlt. Ich hatte stundenlang an seiner und Maddies Schulter geweint. Sie hatten mir die Hand gehalten, als ich meine ersten Schrittchen machte, um wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Und da ich meinen Job in Maddies Restaurant verlor, als sie es verkaufte, hatten sie die Anzahlung für einen kleinen Bungalow in Chicago geleistet, in dem Glauben, dass ich einen anderen Teilzeitjob finden würde, um meine Rechnung zu bezahlen, während ich mein Studium beendete. Saffron war nicht unbedingt das, was sie im Sinn gehabt hatten. Als sich Brandt in dem Pickup schwingt, wende ich mich ihm zu. Es ist nicht meine Schuld, dass ich immer noch bei Saffron bin, verteidige ich mich lautstark. Ich habe ja versucht, einen normalen Kellnerinnenjob zu kriegen, aber damit verdiene ich nicht genug, um meine Rechnung zu bezahlen, solange ich noch studiere. Bei Saffron zu arbeiten ist nichts anderes als bei Hooters oder sonst wo. Ich muss nur ein wenig flirten und reichen Leuten auf ihren Privatpartys Champagner servieren. Du meinst reichen Männern, entgegnet Brandt und macht ein finsteres Gesicht, als er den Schlüssel in die Zündung rammt. Du stehst nur eine Stufe über einer Stripperin, Jaycee, und das weißt du sehr wohl. Mir fehlt nur noch ein einziger Kurs, sage ich leise. Und den mache ich online. In ein paar Wochen habe ich meinen Abschluss in Betriebswirtschaft in der Tasche. Ich arbeite daran. Ich arbeite an allem. Ich tue wirklich, was ich kann. Als ich mich Brandt noch weiter zuwende, steigt mir der Duft seines Rasierwassers in die Nase. Dieser vertraute Duft, der für mich Wärme und Sicherheit symbolisiert, macht mir bewusst, dass alles okay ist. Ich bin nicht länger mehr in einem Chicagoer Gefängnis. Ich bin in Sicherheit. Niemand kann mir etwas anhaben, wenn Brandt bei mir ist. Er würde lieber sterben, als zuzulassen, dass mir etwas zustößt. Warum vermag ich dann nicht die Tränen zurückzuhalten, die mir plötzlich in die Augen schießen? Es gibt keinen Grund, jetzt noch zu weinen, aber egal, wie sehr ich mich auch bemühe, ich kann sie einfach nicht zurückhalten. Mein Schluchzen verwandelt sich in ein Jammern, das sich wiederum zu einem schulterzuckenden Weinkrampf steigert. Ich heule vor mich hin, bin nicht mehr zu trösten und weiß dabei doch, dass ich mit jedem Schluchzer und jedem bebenden Atemzug Brandts schlimmster Albtraum bin. Brandt sieht mich entsetzt an. Du lieber Himmel, Jace, komm runter, beruhige dich, es ist alles im grünen Bereich. Er redet beschwichtigend auf mich ein und klopft mir dabei unbeholfen auf die Schulter, macht es aber mit seinen großen Händen viel zu fest. Ist schon gut, ich weiß doch, dass du dir Mühe gibst. Und du hast es bisher wirklich ganz toll gemacht. Alles im grünen Bereich. Er wiederholt sich, weil er nicht weiß, was er sagen soll. Eine weinende Frau ist seine persönliche Hölle. Er hat keine Ahnung, wie er damit umgehen soll. Ich werfe mich in seine Arme, vergrabe mein Gesicht in seinem T-Shirt. Ich weiß, dass ich Rotzspuren darauf hinterlasse, aber das ist mir egal. Ich bin einfach nur so froh, hier zu sein. In diesem Pick-up. Mit Brand. Aber viel wichtiger noch, ich bin so froh, aus dem Gefängnis heraus zu sein. Mir war bis zu diesem Moment gar nicht klar gewesen, was für eine Angst ich gehabt hatte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast, schniefe ich. Ich habe nicht wirklich einen Polizisten angegriffen. Es war nur ein Reflex. Er wollte mich packen und ich habe seine Hand weggeschubst. Es war nicht meine Absicht. Die Drogen gehörten nicht mir. Sie waren in Dominics Wagen. Brand wirft mir einen mitfühlenden Blick zu, als er den Wagen vom Parkplatz und auf die dunkle Straße steuert. Erzähl mir genau, was geschehen ist, ermuntert er mich. Und das tue ich. Ich erzähle ihm alles. Wie dieser Kerl versucht hat, Kaylee zu zwingen, ihm einen zu blasen. Wie Dominic Kinkade, der verdammte Schauspieler, das verhindert und später dann eine Prügelei angezettet hat, durch die wir beide schließlich verhaftet wurden. Er ist bei diesem Typen förmlich ausgeflippt, berichte ich Brand. Und der hat ihn mit voller Wucht an der Schläfe erwischt. Ich weiß gar nicht, wieso er noch aufrecht stehen konnte und es sogar geschafft hat, den Kerl zu vermöbeln. Ich bin dazwischen gegangen und habe versucht, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Und dabei hat mich einer von ihnen aus Versehen erwischt. Einer von ihnen. Es war Dominic. Aber das möchte ich Brand nicht verraten. Und dann sind die Cops aufgetaucht und haben das Gras in seinem Wagen gefunden. Er hat behauptet, es gehöre ihm nicht. Und ich wusste, dass es nicht meins war. Also haben sie uns verhaftet. Der Typ, den er verprügelt hat, dieser Chris, hat den Cops erzählt, dass er keine Anzeige erstatten wolle. Also hätte Dominic nur zugeben müssen, dass das Gras ihm gehört. Dann hätten sie uns wahrscheinlich laufen lassen. Aber er hat sich wie ein verdammtes Arschloch benommen. Ich lasse den Kopf in die Hände sinken. Und Brand wirft mir einen Blick zu. Woher willst du denn so genau wissen, dass es seins gewesen ist? Nur weil es nicht dir gehört hat, muss es ja nicht zwangsläufig seines gewesen sein. Ich denke eine Sekunde darüber nach. Es stimmte. Ich hatte Dominic nicht wirklich mit den Drogen gesehen. Die Cops hatten sie lediglich hinten im Fußraum seines Wagens gefunden. Aber dennoch. Es war sein Wagen, beharre ich. Es muss ihn gehört haben. Aber egal. Ich weiß nur mit Sicherheit, dass es nicht meins gewesen ist. Nun ja, du wirst die Möglichkeit haben, vor Gericht dazu auszusagen, sagt Brand seufzend. Du musst dir einen Anwalt suchen. Ich nicke und lehne meinen Kopf gegen die Fensterscheibe. Wir schweigen für eine Weile, ehe Brand die Stille durchbricht. Du warst also tatsächlich in Sin Kinkades Haus? Trotz des ganzen Dramas kann ich mir ein Lächeln nicht verkneifen, als ich die Ehrfurcht in Brands Stimme vernehme. Ich weiß zufällig, dass Devil's Own eine seiner Lieblingsbands ist. Er spielt ihre Songs andauernd, wenn er trainiert. Ja, sage ich. Und Sin Kinkade ist der Hammer. Er war so nett. Viel netter, als man eigentlich annehmen sollte. Brand zieht eine Augenbraue in die Höhe. Anders als Dominic? Ich zucke mit den Schultern, stelle mir Dominics grüblerischen Blick vor und wie er bei der Begegnung mit seinem alten Freund ausgeflippt war. Ich weiß nicht. Diese Promis sind nicht wie wir. Die spielen nach anderen Regeln. Aber er hat Kayleys Arsch gerettet. Also kann er so schlecht nicht sein. Die Erwähnung von Kaylee erinnert Brand wieder an den vorliegenden Fall und seine Miene wird strenger. Keine von euch beiden sollte so einen Job machen. Es ist mir egal, ob ihr gutes Geld damit verdient. Vielleicht könntest du ja für Gabe und mich arbeiten. Wir brauchen eine neue Assistentin, weil die letzte gekündigt hat. Der Job bei Saffron bringt dich in schwierige Situationen. Denk doch nur an heute Abend. Sich in eine Prügelei einzumischen. Also wirklich, JC. Ich kann auch nicht mal jemanden zusammenschlagen, weil er dir wehgetan hat. Denn das hast du dir ja selbst zuzuschreiben. Du solltest es besser wissen, als sich in eine Prügelei einzumischen. Ich starre zu Boden und versuche nicht wieder in Tränen auszubrechen. Er hat vermutlich recht. Ich bin zu gutgläubig. Ich bin schon dutzende Male auf die falschen Typen reingefallen und war jedes Mal wieder aufs Neue überrascht. Ich bin eine schlechte Menschenkennerin. Mein mangelhaftes Urteilsvermögen bringt mich immer wieder in Teufels Küche. Aber all dies sind Probleme, an denen ich arbeite. Und weil ich der Ansicht bin, dass ich bereits tue, was ich kann, weiß ich nicht, was ich sagen soll. Brand versteht es einfach nicht. Hörst du mir überhaupt zu? fragt Brand mürrisch. Ich nicke erschöpft. Dass ich die ganze Nacht wach gewesen bin, verhaftet wurde und mir diese endlose Gardinenpredigt anhören muss, fordert seinen Tribut und ich spüre, wie meine Schultern immer schwerer werden. Ich möchte nicht für dich und Gabe arbeiten, sage ich mit matter Stimme. Ich muss auf eigenen Füßen stehen. Das gehört zu dem, was ich in der Therapie gelernt habe. Danke für dein Angebot, aber ich will das allein schaffen. Ich wappne mich gegen eine weitere Standpauke, aber glücklicherweise ist ein Ende in Sicht. Brand hält am Bordstein vor meinem Haus, sitzt für einen Moment nur so da und sieht auf seine großen Hände hinab, ehe er den Blick auf mich richtet. Du hast mir wirklich einen Mordschrecken eingejagt, JC, gesteht er leise. Als du angerufen und gesagt hast, dass du Hilfe brauchst, da sind mir hundert Sachen durch den Kopf geschossen, bevor du mir erklärt hast, was los ist. Mach nie wieder so einen Scheiß. Als Gabe nach Hartford gezogen ist, da habe ich ihm versprochen, auf dich aufzupassen. Aber du machst es mir nicht leicht. Er seufzt und ich schlucke schwer. Finde es furchtbar, dass er sich wegen mir Sorgen machen musste. Er mustert mich mit betroffener Miene. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, fährt er fort. Weiß, dass du dir Mühe gibst, aber du musst dich noch mehr anstrengen. Du musst klügere Entscheidungen treffen. Bitte, Jace, dein Bruder und ich und Madison. Wir haben genug mitgemacht, dass es für zwei Lebzeiten reicht. Okay? Beim Anblick seines ernsten, erschöpften Gesichts schnürt es mir die Kehle zu. Er hat wirklich genug mitgemacht. Sowohl er als auch Gabe, als sie beide noch bei den Rangers gewesen waren. Sie sind wahre Helden und haben es nicht verdient, sich auch nur eine Minute lang um mich sorgen zu müssen. Es tut mir leid, flüstere ich. Ich rutsche rüber und gebe ihm einen Kuss auf die Wange. Es tut mir leid, dass ich nicht gut genug bin. Ich weiß auch nicht, warum ich solche Probleme habe, die Dinge in den Griff zu kriegen. Ich danke dir, dass du gekommen bist, Brand. Und ich danke dir, dass ich mich immer auf dich verlassen kann. Vor Rührung versagt mir die Stimme, denn es gibt nur sehr wenige Menschen, auf die ich mich wirklich verlassen kann. Mein Dad ist nutzlos und meine Mom eine total unzuverlässige Spinnerin. Brand dagegen ist mein Fels in der Brandung. Das ist er schon immer gewesen. Ich schlüpfe aus dem Wagen, bevor ich wieder anfange, mich an seiner breiten Schulter auszuweinen, als mir einfällt, wie oft er schon für mich dagewesen ist. Als ich mich umdrehe, um die Tür zu schließen, sieht Brand mich an. Und da ist ein weicher Ausdruck in seinen Augen. Eine Sanftheit, die ich nicht an ihm kenne. So ganz anders, als er mich für gewöhnlich ansieht. Das kommt mir mit einem Mal gar nicht mehr so brüderlich vor, und ich spüre ein Flattern in meinem Bauch. Doch dann ist es auch schon wieder verschwunden. JC, du bist gut genug. So habe ich es nicht gemeint. Ich wollte damit nur sagen, dass du dir mehr Mühe geben musst, bessere Entscheidungen zu treffen. Und du kannst dich immer auf mich verlassen. Das weißt du. Ruf mich an, wenn dein Gerichtstermin feststeht. Ich werde dich begleiten. Ich nicke, schlage die Tür zu und blicke dem Wagen nach, bis die Rücklichter verschwunden sind. Dieser Ausdruck da eben in Brands Augen beunruhigt mich. Sehr sogar. Es ist der gleiche Ausdruck, den ich in den Augen jedes anderen Mannes auf diesem Planeten erblicke, in seinen bislang aber noch nicht gesehen habe. Bis jetzt. Mir wird das Herz ein wenig schwer. Brand darf auf keinen Fall andere als schwesterliche Gefühle haben, wenn es um mich geht. Denn ich brauche ihn. Er muss für mich der Mensch sein, der er schon immer gewesen ist. Eine Bruderfigur. Jemand, auf den ich mich verlassen kann. Denn es gibt nur so wenige Menschen, von denen ich das bisher in meinem Leben behaupten konnte. Und falls sich etwas zwischen Brand und mir verändern sollte, dann würde sich alles verändern. Und das könnte ich bei dem ganzen anderen Mist nicht auch noch gebrauchen. Ich gehe seufzend auf meinen kleinen Bungalow zu. Und als ich in meinen winzigen zwei Räumen ankomme, kicke ich die Schuhe von den Füßen und springe unter die Dusche, um mir dieses Gefängnisgefühl abzuwaschen. Ich ekle mich vor mir selbst. Ganz so, als ob sich dieses Gefühl in meine Haut eingebrannt hätte. Und es gibt nur einen Weg, um es wieder loszuwerden. Ich schrubbe meine Haut, bis sie knallrot und beinahe roh ist. Als ich mich endlich sauber genug fühle, trockne ich mich ab. Ziehe einen Slip und ein T-Shirt an und falle ins Bett, um ein paar Stunden zu schlafen. Das Problem ist nur, dass ich einfach nicht einschlafen kann. Ich wurde heute Nacht verhaftet, Herr Gott, nochmal. Aber nicht nur das, sondern ich wurde zusammen mit einem der berühmtesten Schauspieler der Welt verhaftet. Dominics glühende, grüne Augen wollen mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Und auch nicht sein spöttischer Gesichtsausdruck. Er hat mich durchschaut. Er hat erkannt, dass ein Mensch wegen mir gestorben ist. Er hat erkannt, dass mit mir etwas ganz und gar nicht stimmt. Ich so verkorkst bin, dass sogar meine eigenen Eltern nichts mit mir zu tun haben wollen. All das hat er mir angesehen. Er hat mir in die Augen geblickt und es gesehen. Und dann hat er sich abgewendet, um mich in dieser Gefängniszelle verrotten zu lassen. Er ist ein verdammtes Arschloch. Ich mag zwar eine schlechte Menschenkennerin sein, aber das vermag selbst ich zu erkennen. Ich wälze mich in meinem Bett. Ich kann furchtbar schlecht mit Geld umgehen und scheine es immer für die falschen Dinge auszugeben. Aber ich habe nun mal eine Schwäche für gute Bettwäsche aus ägyptischer Baumwolle. Auch wenn sie mir heute Nacht nicht dabei hilft, zu schlafen. Oder besser gesagt, heute Morgen. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass es halb sechs ist. Ich weiß, dass Gabe wach ist. Er joggt für gewöhnlich um fünf Uhr. Hat einen Fäbel für Selbstquälerei. Ich seufze, greife nach meinem Handy und tippe seine Nummer ein. Ich kann es ihm genauso gut jetzt sagen und es hinter mich bringen. Es wäre besser, wenn er es von mir hört, statt von Brand. Was ist los? Die Frage kommt wie aus der Pistole geschossen. Und er ist dabei kaum außer Atem. Er hält sich gar nicht erst mit einer Begrüßung auf, denn er weiß, dass etwas nicht stimmt, wenn ich so früh anrufe. Dreh mir nicht gleich den Hals um, okay? sage ich. Ich höre ihn seufzen. Kann ich dir nicht versprechen, brummt er. Es sprudelt nur so aus mir heraus und am Ende herrscht Schweigen in der Leitung. Jace, es ist gut, dass ich jetzt nicht bei dir bin, sagt er schließlich. Denn ich würde dir wirklich am liebsten den Hals umdrehen. Ich weiß, sage ich kleinlaut, aber die Drogen waren wirklich nicht meine. Darum geht es gar nicht, erwidert er resigniert. Du bist immer noch bei Saffron und du scheinst ständig zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Reiß dich zusammen und sieh endlich zu, dass du deinen Kram auf die Reihe bekommst. Ich weiß wirklich nicht, was ich sonst noch für dich tun kann. Genau das hat Brand auch gesagt, erwidere ich kopfschüttelnd, obwohl Gabe es nicht sehen kann. Ich versuche es ja, Gabe, aber es scheint so, als würde ich andauernd zwei Schritte vor und einen zurück machen. Du musst zusehen, dass du vorwärts kommst, erwidert er seufzend. Das ist die einzige Möglichkeit, etwas zu erreichen. Er schweigt für einen Moment. Ich kann im Augenblick nicht zu dir kommen. Bei Maddy ist es in zwei Monaten soweit. Ich habe im Job unheimlich viel zu tun und versuche, so viel wie möglich zu erledigen, damit ich mir frei nehmen kann, wenn das Baby da ist. Du wirst allein damit klarkommen müssen. Ich werde mich mal umhören und dir einen Anwalt besorgen, aber du wirst allein zu ihm gehen müssen. Schaffst du das? Ich versuche nicht, sauer zu werden. Natürlich schaffe ich das. Ich bin doch nicht blöd. Ja, erwidere ich schließlich. Wird ja keine so große Sache werden. Ich werde mir selbst einen Anwalt suchen. Wird schon alles gut gehen. Ich bin ja unschuldig. Das war nicht mein Gras. Sagt das dem Richter, knurrt Gabe und legt auf. Und genau das tue ich auch sechs Tage später, als ich in einem schäbigen Chicagoer Gerichtssaal zum ersten Mal vor einem Richter stehe. Dominic Kincaid sitzt, flankiert von vier Anwälten hinter mir, als ich, in Begleitung eines einzigen Anwalts, dem Richter erzähle, dass ich unschuldig bin. Dass Marihuana nicht mir gehörte, ich ein wenig ins Straucheln geraten sei, aber versuchen würde, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Doch das ist ganz egal. Das sagt mir der stehlerne Blick des Richters, während ich versuche, mich zu verteidigen. Was ich auch sage, es wird keine Rolle spielen. Ich bin geliefert. Tja, das ist mal was Neues. Ich war noch nie in einem Gerichtssaal. Aber das stimmt nicht ganz. Ich habe bereits einmal auf einem Platz wie diesem gesessen, als ich den Film ausgelöscht gedreht habe. Daran habe ich einen sadistischen Serienkiller und Vergewaltiger gespielt. Daher habe ich schon einmal einen Gerichtssaal von innen gesehen. Nur bisher noch nicht im wahren Leben. Ich habe noch nie da gesessen und darauf gewartet, dass über mich gerichtet, mein Schicksal von jemand anderem entschieden wird. Nicht im wirklichen Leben. Aber wie sich herausstellt, ist die Wirklichkeit furchtbar frustrierend. Ich stoße einen tiefen Seufzer aus und wende mich dem Anwalt zu, der mir am nächsten sitzt. Wie die drei anderen, die um ihn herum Platz genommen haben, trägt auch er ein weißes Hemd und einen schwarzen Anzug und dazu einen gerissenen, geschäftsmäßigen Gesichtsausdruck. Mein Agent hat diese Gaunertruppe, die zufällig auf der richtigen Seite des Gesetzes steht, für mich angeheuert. Wenn diese Typen es nicht schaffen, mich rauszuhauen, dann kann es niemand. Wie lange wird das Ganze wohl dauern, frage ich den Chef der Truppe. Tom heißt er, glaube ich. Er sieht kurz zu mir herüber. So lange, wie ist der Richter wünscht, erwidert er trocken. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich, das wird schon. Glücklicherweise hat sich Mr. Evans geweigert, Anzeige gegen Sie zu erstatten, sonst säßen Sie nicht nur wegen Drogenbesitzes, sondern wegen Körperverletzung hier. Ich lasse mich ungeduldig zurückfallen und vertreibe mir die Zeit damit, die blonde Tussi, Jaycee, zu beobachten, die vor mir steht. Das Mädchen, das mir, vielleicht oder vielleicht auch nicht, die Verhaftung wegen Drogenbesitzes eingebrockt hat. Ich betrachte ihr Tränen überströmtes Gesicht und mit welcher Ernsthaftigkeit sie sich vor dem Richter verteidigt. Ich nehme ihr beinahe ab, dass ihr die Drogen nicht gehörten. Aber wenn es nicht ihre waren, wem gehörten sie dann? Es waren ganz sicher nicht meine. Sie wendet sich wieder von mir ab, und meine Augen gleiten von oben bis unten über sie hinweg. Sie hat einen knackigen Arsch, das muss man ihr lassen. Und den vermag der kurze Rock kaum zu verbergen. Mein Bruder würde sagen, dass sie einen Zwiebelarsch hat, heiß genug, um ihn zum Beinen zu bringen. Was mich angeht, so kann ich mir durchaus vorstellen, meinen Schwanz ganz tief dort reinzustecken, mein Gesicht gegen ihre Schulterblätter zu pressen, um sie herumzugreifen, und... Ich vermag mich gerade noch zu bremsen und verscheuche dieses Fantasiebild aus meinem Kopf. Das hier ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort dafür. Ich wende mich erneut meinem Anwalt zu. Waren Sie derjenige, der dafür gesorgt hat, dass die Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt fallen gelassen wurde? Er starrt mich an. Ja, ich habe meine Beziehungen spielen lassen. Sie wird genau wie sie nur wegen Besitzes von Marihuana angeklagt. Ich frage mich allerdings, warum Ihnen das so wichtig ist. Das Gras hat doch vermutlich ihr gehört. Ich weiß auch nicht, warum mir das so wichtig ist. Bis auf die Tatsache, dass sie sich mitten in eine Prügelei gestürzt und versucht hat, sie zu beenden, obwohl sie mich gar nicht kannte. Und sich mit ihrem kleinen Körper vor mich stellte, als wolle sie mich vor Chris schützen. Und das, obwohl ich sie aus Versehen im Gesicht getroffen hatte. Wieso hat sie das getan? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber ich fühle mich irgendwie dafür verantwortlich, dass sie dort war. Selbst wenn es ihr Gras gewesen ist, hätte sie sich nicht dort aufgehalten, wenn ich nicht gewesen wäre. Und mir will dieser Ausdruck auf ihrem Gesicht einfach nicht mehr aus dem Kopf, als ich sie mit meinem Blut verschmiert in dieser Gefängniszelle habe sitzen lassen und verschwunden bin. Sie wirkte so schutzlos und verwundbar dort inmitten all dieser Nutten. Deshalb hatte ich meinen Anwalt angerufen, damit er dafür sorgt, dass der andere Anklagepunkt fallen gelassen wird. Hätte ich das nicht getan, hätte man sie noch die ganze Nacht dort festgehalten. Ohne etwas von meinen Gedanken über sie zu ahnen, steht sie nun vor dem Richter und tischt ihm irgendeine rührselige Geschichte auf, wie sie versucht, ihr Leben in den Griff zu bekommen. Doch der Richter blinzelt nicht einmal, sieht nur mit strengem Blick von der Richterbank auf sie herab. Es ist Zeit, dass Sie erwachsen werden, junge Dame. Mir ist klar, dass einige Richter bei hübschen, jungen Dingern wie Ihnen gerne mal Nachsicht walten lassen, doch ich mache mich nicht zum Helfeshelfer. Sie sollten hier und jetzt lernen, dass dies kein Kavaliersdelikt ist. Der Richter verstummt für einen Augenblick und mustert sie mit ernstem Blick. Ich befinde Sie des Besitzes von Marihuana für schuldig und verurteile Sie zu 90 Tagen gemeinnütziger Arbeit in einem hiesigen Jugendzentrum und zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Lernen Sie daraus, junge Dame. Ich möchte Sie hier nicht wiedersehen. Wenn Sie jede Sozialstunde wie angeordnet ableisten, werde ich darüber nachdenken, die Strafe aus Ihrem Strafregister zu streichen. Der Gerichtsdiener wird Ihnen die Einzelheiten mitteilen. JC dreht sich mit Tränen über strömten Wangen um und ich schlucke angesichts der verhängten Strafe. Mein Anwalt schüttelt den Kopf. Machen Sie sich keine Sorgen, sie muss irgendwie bei ihm angeeckt sein. Bei Ihnen wird das anders laufen. Sie hat einen Schmierenanwalt, der nichts kann. Sie haben mich. Leider hilft mir das nicht, wie ich ein paar Minuten später feststelle, als ich ebenfalls vor dem Richter stehe. Mit vier Anwälten hier aufzulaufen, das scheint eher den gegenteiligen Effekt zu haben, denn der Richter mustert mein Juristenteam mit funkelndem Blick. Sie glauben also, dass Chicago einen Abstecher wert ist, um hier illegale Drogen zu kaufen, und dass Sie dann nur mit einem ganzen Stall von Anwälten hier auftauchen müssen, um ungestraft davonzukommen, mein Junge? Nein, Sir, hebe ich an, aber er gibt mir gar keine Chance für eine Erklärung, hält sogleich eine Hand in die Höhe. Schon gut. Ich will das gar nicht hören. Ich befinde Sie des Besitzes von Marihuana für schuldig und verurteile Sie zu 90 Tagen gemeinnütziger Arbeit und einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe. Mir ist bewusst, dass Sie in Kalifornien leben, aber Sie werden hier in Chicago bleiben, bis Sie die Sozialstunden abgeleistet haben. Bevor ich überhaupt etwas sagen kann, meldet sich mein Anwalt zu Wort. Ein Spruch, ruft er protestierend, mein Mandant hat Verpflichtungen in Kalifornien. Nächste Woche beginnen die Dreharbeiten zu seinem neuen Film. Er muss nach Kalifornien zurückkehren, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Kann er die Sozialstunden nicht dort ableisten? Der Richter schaut uns verschmitzt an. Wollen Sie mir weismachen, dass Ihrem Mandanten die Mittellosigkeit droht, wenn er nicht nach Kalifornien zurückkehren kann? Es fällt mir schwer, das zu glauben, aber falls dies der Fall sein sollte, müsste ich natürlich einen Nachweis fordern. Mein Anwalt rudert zurück. Das wollte ich natürlich nicht damit sagen, aber das hier ist sein erstes Vergehen und er verdient etwas milde. Sollte es ihm nicht erlaubt sein, nach Hause zurückzukehren, dann wird dies einschneidende Folgen für den Drehplan seines nächsten Filmes haben und somit negative Auswirkungen auf meinen Mandanten. Der Richter lächelt. Es ist ein Grinsen ohne jeden Humor. Das ist nicht mein Problem. Es sollte Ihrem Mandanten eine Lehre sein. Mein Urteil steht. Das Verbrechen wurde hier begangen, die Strafe wird hier abgebüßt. Sollte er sie gemäß den Vorgaben verbüßen, wird sie aus dem Strafregister gelöscht werden. Für die Einzelheiten ist der Gerichtsdiener zuständig. Ich sitze fassungslos da und starre auf meine Hände hinab. Ist das hier gerade wirklich passiert? Ich soll drei Monate in Chicago festsitzen? Und bin jetzt auch noch vorbestraft? Ach du Scheiße! Ich starre meinen unverschämt teuren Anwalt wütend an. Offenbar sind Sie auch ein Schmierenanwalt, der nichts kann. Ich ignoriere seinen Protest, stoße mich vom Tisch ab und folge dem Gerichtsdiener, um die Einzelheiten meiner Strafe zu erfahren. Bevor der Mann in ein Zimmer verschwindet, bedeutet er mir, neben Jaycee Platz zu nehmen, die auf einer Bank im Flur sitzt. Ich gehe zu ihr hinüber und wir sitzen gemeinsam da und warten. Sie weint nicht mehr, kommt mir aber immer noch verstört vor. Ist das nicht unglaublich? Stöhnt sie und verbirgt den Kopf in ihren Händen. Oh Gott, das ist verrückt. Wenn du denen doch nur sagen würdest, dass das dein Gras war, dann wäre mit der ganzen Sache Schluss. Du bist doch hier der verdammte Filmstar. Ich bin sicher, dass du daran gewöhnt bist, Dinge verschwinden zu lassen. Ich sehe sie störrisch an. Oh ja. Dinge wie deine Anklage wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt zum Beispiel. Jaycee errötet und wendet den Blick ab. Danke dafür, sagt sie schließlich widerwillig. Ich habe keine Ahnung, warum du es getan hast, aber ich danke dir dafür. Während sie spricht, huscht ein Schatten über ihr Gesicht und sie wendet sich mir mit einem Ruck zu. Oh Gott, du hast dafür gesorgt, dass die Anklage fallen gelassen wurde? Denn du hattest ein schlechtes Gewissen, weil du mir diese Sache mit dem Gras in die Schuhe geschoben hast, stimmt's? Du kannst dir schlechte Publicity nicht leisten und deshalb hast du es so aussehen lassen, als gehörten die Drogen mir. Aber da du nicht total herzlos bist, wolltest du es damit wiedergutmachen. Oh mein Gott! Sie starrt mich an. Ich sehe diese albernen Anschuldigungen in ihren Augen und Schüttler verärgert den Kopf. Lass den Scheiß, blaffe ich. Das war nicht meine Drogen, Punkt. Ich habe dafür gesorgt, dass die Anklage gegen dich fallen gelassen wird, weil mir danach war. Ich wende meinen Blick demonstrativ von ihr ab, blende sie aus. Konzentriere mich stattdessen auf die Leute, die den Flur bevölkern, wie dieser kräftige blonde Kerl, der in der Nähe herumlungert. Ist wahrscheinlich Jaceys Freund. Er ist genau der Typ Mann, auf den sie steht, davon bin ich überzeugt. Ein Schwachkopf, der ihr, ohne nachzudenken, wie ein junger Hund hinterherläuft. Aber das ergibt durchaus Sinn. Sie kommt mir definitiv wie die Art Frau vor, die jemanden braucht, der auf ihre Wünsche eingeht. Ich stoße ein verächtliches Schnauben aus und schließe die Augen. Zwei Minuten dauert der Frieden. Dann klingelt mein Smartphone und der Name meines Agenten erscheint. Ich weiß, dass er voller Sorge darauf wartet, zu erfahren, was hier geschehen ist und wahrscheinlich ungeduldig mit der Spitze seiner teuren italienischen Lederschuhe auf den Marmorboden seines Büros klopft. Ja, er mag's gern protzig. Fährt auch ein Ferrari, den er sich in knallgelb zugelegt hat, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Ich sage ihm immer, dass sein Schwanz wirklich Mikro sein muss, da er so süchtig ist nach Aufmerksamkeit. Ich nehme das Gespräch seufzend an, bin nicht gerade begeistert von der Aussicht auf die bevorstehende Unterhaltung. Hallo, Terli. Wie ist das Urteil ausgefallen? fragt er anstelle einer Begrüßung. Ich hänge die nächsten drei Monate in Chicago fest, teile ich ihm mit. Man hat mir Sozialstunden aufgebrummt und danach noch ein halbes Jahr Bewährung. Wenn ich ein braver Junge bin, löschen Sie es später wieder aus dem Strafregister. Terli stößt eine Reihe von Flüchen aus, die jeden Matrosen oder Lkw-Fahrer zum Herr Röten gebracht hätten. Ich halte das Telefon ein Stück von meinem Ohr weg, bis er fertig ist. Schließlich holt er tief Luft und beruhigt sich ein bisschen. Scheiße, das ist wirklich ganz große Scheiße, Dominik. Das Studio wird ausflippen. Das schmeißt nicht nur deren ganze Planung über den Haufen, sondern die haben dich auch wegen deines Rufs unter Vertrag genommen. Du bist kein Unruhestifter, du bist mysteriös und sexy. Privates bleibt bei dir privat, womit du die Leute auf die Folter spannst. Das macht uns jetzt natürlich einen Strich durch die Rechnung. Jeder wird glauben, dass du ein Junkie bist, und das ist nicht das Bild, das wir von dir nach außen vermitteln wollen. Ich habe unsere PR-Leute darauf angesetzt, um Schadensbegrenzung zu betreiben, aber bereite dich schon mal darauf vor. Die Neuigkeit verbreitet sich bereits im Internet. Und finde heraus, ob die Möglichkeit besteht, dass du an den Wochenenden nach Hause fliegst. Vielleicht können sie dann ein paar Szenen abdrehen. Wenn du das in Erfahrung gebracht hast, ruf mich an. Ich werde mit dem Anruf beim Studio warten, bis ich von dir höre. Ich mache mir erst gar nicht die Mühe, ihn darauf hinzuweisen, dass die Studiobosse nicht besonders glücklich sein werden, die Crew am Wochenende arbeiten zu lassen und damit das Budget zu überziehen. Das weiß er ohnehin. Er legt ohne ein weiteres Wort auf, und ich lasse den Kopf gegen die Wand hinter mir sinken und starre auf die Decke. Ich spüre, dass mich Jayce ansieht. Feuern sie dich? Erkundigt sie sich zaghaft. Ich seufze. Darüber hättest du dir vielleicht Gedanken machen sollen, bevor du das Gras mit in meinen Wagen gebracht hast. Ich starre sie mit einem durchdringenden Blick an, doch sie zuckt mit keiner Wimper. Das gehörte mir nicht, erwidert sie kühl, wendet ihr Gesicht ab und sagt kein einziges Wort mehr. Ich nehme es ihr beinahe ab. Fairerweise muss ich sagen, dass es bei all den Leuten, die bei Sin ein- und ausgehen, eigentlich so ziemlich jeder gewesen sein könnte. Endlich taucht der Gerichtsdiener wieder auf und kommt mit einem Stapel von Papieren auf uns zu. Sie werden Ihre Sozialstunden beide bei Joe's Gladiators, einem Jugendzentrum hier in der Stadt, unter der Aufsicht von Joe Hudson, ableisten. Er ist der Besitzer und muss Ihnen die hier jede Woche abzeichnen. Der Gerichtsdiener reicht uns beiden jeweils ein hellgelbes Blatt Papier. Das ist wie ein Zeugnis. Joe wird es ausfüllen und unterschreiben. Wenn Sie nicht zur Arbeit erscheinen, wenn Sie Ihre Arbeit schlecht machen, wenn Sie nicht das tun, was von Ihnen verlangt wird, im Grunde, wenn Sie auch nur zu laut niesen, dann kann Joe sich weigern, es zu unterschreiben. Es ist also in Ihrem eigenen Interesse, Joe bei Laune zu halten. Richter Kumarowski verschwendet nicht gern seine Zeit und er wird keine Milde walten lassen, wenn Sie noch einmal vor ihm erscheinen müssen. Andererseits, wenn Sie Ihre Sache außergewöhnlich gut machen, dann wird er Sie für Ihr gutes Verhalten belohnen und die Verurteilung aus Ihrem Strafregister löschen und die sechsmonatige Bewährungsstrafe aufheben. Der Gerichtsdiener fixiert uns mit seinem Blick. Noch Fragen? Jayce schüttelt den Kopf, aber ich hebe einen Finger. Wäre es möglich, dass ich an den Wochenenden nach Hause fliege, um zu arbeiten? Der Gerichtsdiener macht sich eine Notiz. Ich werde das mit dem Richter klären und mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Es geht vermutlich in Ordnung. Sonst noch etwas? Jayce und ich schütteln die Köpfe. Gut, dann können Sie jetzt gehen. Sie sollten sich beide Montagmorgen um zehn Uhr bei Joe's einfinden. Ich habe das Gefühl, als hätte sich gerade eine stählerne Fessel um meinen Fuß gelegt. Jemand, bei dem ich mich melden muss, dem ich unterstellt bin und, am schlimmsten von allem, der mich hier in Chicago festhält. Scheiße. Der blonde Riese kommt mit großen Schritten auf Jayce zu, tätschelt ihre Schulter und ich stoße mich von der Wand ab und marschiere den Flur entlang. Ich kann Jayce's Blick in meinem Rücken spüren, doch ich ignoriere ihn. Sie sollte sich um ihren Freund kümmern, nicht um mich. Doch wie jede andere Frau da draußen fühlt sie sich von mir angezogen, weil ich ein Star bin. Gott, ich hasse diesen ganzen Scheiß. Für einen kurzen Moment erinnere ich mich daran, wie sie mich aus ihrer Gefängniszelle heraus angesehen hat. Da war ein so weicher Ausdruck in ihren Augen gewesen, so vertrauensvoll und offen. Als wäre sie sich meines Namens nicht bewusst und als wären es nur wir beide, die dort standen. Doch das war eine Lüge. Sie weiß sehr wohl, wer ich bin, und das ist es, wovon sie sich angezogen fühlt. Sie ist nicht anders als alle anderen. Ich gehe seufzend die schmuddeligen Stufen hinunter, und als ich einen Blick hinauswerfe, da sehe ich die wartenden Reporter. Ich bleibe für einen Moment stehen, denn mir graut davor. Aber es führt kein Weg daran vorbei. Ich ziehe mir die Kapuze meines Sweatshirts über den Kopf und trete geduckt hinaus. Sie fallen wie die Geier über mich her, halten mir im Blitzlichtgewitter die Mikrofone vors Gesicht und lassen ihre Kameras laufen. Stimmt es, dass Sie ein Drogenproblem haben, Dominik? Werden Sie einen Entzug machen? Wer ist die kleine blonde Dominik, Ihre Freundin? Wie regt sich das auf die Dreharbeiten zu Ihrem neuen Film aus? Ich ignoriere sie alle, schiebe mich durch die Menge, und für einen Moment bedauere ich es, dass ich keine Sicherheitsleute mitgebracht habe. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Meine eigenen sind daheim in Hollywood. Aber Sin hatte mir seine Angeboten, und ich hatte abgelehnt. Ich wollte hier heute einfach nur mit so wenig Wirbel wie möglich rein und wieder raus. Deshalb habe ich auch Sin und Danken gebeten, nicht mitzukommen. Es ist schon schlimm genug, wenn einer von uns irgendwo hingeht. Aber wenn wir drei zusammen auftauchen, dann ist das Affentheater um uns herum einfach unbeschreiblich. Ich tauche mit eingezogenem Kopf in die Menge auf dem überfüllten Gehweg, verliere mich darin und jogge die Straße hinunter, bis ich nicht mehr länger das Klicken der Kameras und das Plappern der Reporter hören kann. Es dauert eine Weile, aber irgendwann finde ich mich endlich in der stillen Abgeschiedenheit einer Chicagoer Gasse wieder. Ich lasse mich gegen die schmutzige Mauer sinken und sehe mich um, starre auf den Müll, die Graffiti, das Grau der Stadt. Es mag meine alte Heimat sein, aber ehrlich gesagt wäre ich gern überall, nur nicht hier. Ich hole tief Luft und atme die Gerüche der Stadt ein. Ich bin jetzt hier. Ich werde für die nächsten drei Monate hier sein. Das ist etwas, was ich nicht zu beeinflussen vermag, also bleibt mir nur eines zu tun, die Zähne zusammenzubeißen und es durchzustehen. Während ich mich in einem Sessel in Zins Kinoraum regele, forme ich aus meinem Daumen und meinem Zeigefinger eine imaginäre Pistole und halte sie mir in die Schläfe. Meine Mutter hält mir am Telefon eine Strafpredigt. Warum hast du keine Krawatte getragen? Warum musstest du diesen schrecklichen Kapuzenpullover anziehen? Von der anderen Seite des Raums, wo Sin sich gerade durch die Kanäle des gigantischen Fernsehers zappt, der vor uns an der Wand hängt, ertönt sein Lachen. Er trägt nur eine zerfetzte Jeans, die aussieht, als hätte er darin geschlafen. Und er hat wieder mal kein Oberteil an. Dominic James Kincaid, sagt Mutter seufzend in mein Ohr. Ich kann einfach nicht glauben, dass du nun vorbestraft bist. Dein Vater wird sich furchtbar aufregen. Oh, bist du sicher, dass nur Dad sich aufregen wird, frage ich. Und meine Lippe zuckt. Du nicht, nur Dad? Das ist ein Familienwitz. Meine Mutter schiebt immer alles auf meinen Vater. Er quält sich mit Dingen herum. Wegen uns wachsen ihm graue Haare etc. Es ist immer nur er, niemals sie. Was seltsam ist, denn Dad ist der coolste Mensch, den ich kenne. Total locker. Er hat schon vor meiner Geburt begonnen, als Produzent in der Musikindustrie zu arbeiten, und er hat Nerven wie Drahtseile. Ihm die ganzen Ängste und Befürchtungen unterzuschieben ist idiotisch. Aber keines von uns Kindern spricht unsere Mutter jemals darauf an. Mom seufzt. Was wirst du denn jetzt tun? Du kannst doch nicht bei Sin bleiben. Ihr zwei werdet nur noch mehr in Schwierigkeiten geraten. Du solltest besser nach Hause kommen. Ich werde dein Zimmer für dich herrichten. Ich denke an das Haus meiner Kindheit. Castle Kincaid. Ein Nachbau eines riesigen schottischen Schlosses, das inmitten von vier Hektar Land außerhalb von Chicago steht. Es ist skurril und originell, genau wie meine Familie. Und auch wenn ich dieses Haus und meine Familie liebe, wird sich meine Mutter todsicher nicht in meine Angelegenheiten einmischen. Und ich werde mir in den nächsten neunzig Tagen sicher nicht anhören, wie Fiona mich über Chris belehrt. Danke für das Angebot, Mom. Aber wir kommen schon klar. Vielleicht miete ich mir auch eine eigene Wohnung, wenn Sin nicht endlich anfängt, Klamotten zu tragen. Mal sehen. Aber mach dir keine Sorgen. Es ist alles im grünen Bereich. Und richte Dad aus, er soll sich auch keine Sorgen machen. Sin gibt ein Schnauben von sich. Ist Dad mal wieder krank vor Sorge? Er biegt sich vor Lachen und Mom seufzt. Sinclair Aleking Kate, blufft sie durchs Telefon, obwohl mein Bruder Sin sie gar nicht hören kann. Das reicht jetzt aber. Ich sehe Sin warnend an und wackele mit den Augenbrauen, bevor ich meine Aufmerksamkeit wieder meiner Mutter widme. Ich hab dich lieb, Mom. Ich komme bald vorbei, um euch zu besuchen. Nachdem ich aufgelegt habe, versinke ich niedergeschlagen in die Lederkissen des Sessels. Kopf hoch, zwitschert Sin. Ich lege gern einen von deinen Filmen ein, wenn's dir dann besser geht. Ich verdrehe die Augen, denn er weiß nur zu gut, wie sehr ich es hasse, mir meine eigenen Filme anzusehen. Du scheinst dich ja sehr über die gegenwärtigen Umstände zu freuen. Er grinst. Ich freue mich bloß, dass ich nicht mehr der einzige King Kate bin, der vorbestraft ist. Dafür bin ich dir wirklich dankbar. Mom kann ihre Strafpredigten jetzt zwischen uns aufteilen. Freut mich, dass ich dir behilflich sein konnte, brumme ich. Wenigstens bin ich auf amerikanischem Boden auf Verbrechenstour gegangen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt Einreiseverbot in den Niederlanden hast. Sin verdreht die Augen, doch mit einem Mal verändert sich sein Gesichtsausdruck. Hast du auch mit Fiona gesprochen? fragt er zögernd. Oder nur mit Mom? Ich presse die Zähne aufeinander. Nein, ich habe verdammt noch mal nicht mit Fiona gesprochen. Es ist Schwachsinn, dass sie mit Chris zusammen ist. Ich kann einfach nicht glauben, dass du mir nichts davon erzählt hast. Vielen Dank, dass ich es ganz allein rausfinden durfte. Sin schüttelt den Kopf. Sorry, Dom. Ich hatte nicht mitgekriegt, dass sie zur Party kommen würden, sonst hätte ich es dir gesagt. Sie wussten nicht, dass du in der Stadt bist, aber Chris hat sich echt verändert, Alter. Ich habe keinen Schimmer, was er angestellt hat, dass du so sauer auf ihn bist, aber der Typ hat sich wirklich verdammt geändert, seit ihr mit der Highschool fertig seid. Du solltest wenigstens mal mit ihm reden. Sechs Jahre ist eine lange Zeit, da kann viel passieren. Ach ja? Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Menschen ändern sich nicht, nicht wirklich. Sie können so tun, als ob. Sie können sich vielleicht weiterentwickeln, sie können allen möglichen Scheiß machen, aber sich in ihrem tiefsten Innern ändern und ein anderer Mensch werden? Das ist unmöglich. Und Chris hat eine verdammt schwarze Seele, mein Freund. Fiona sollte nicht mit ihm zusammen sein. Ich klopfe aufgewühlt mit dem Smartphone gegen mein Bein und starre Sinn dabei an. Er starrt zurück. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, Alter. Man kann sie nicht bändigen, sie ist so dickköpfig wie du. Aber das ist eine Eigenschaft, die ganz gelegen kommt, da sie jetzt für die Band arbeitet. Sie wird die beste Managerin sein, die wir je gehabt haben. Ich mache ein finsteres Gesicht. Das nützt mir gar nichts, es sei denn, du als ihr Boss schickst sie nach L.A. oder sonst wohin, während ich hier bin. Sinn schüttelt grinsend den Kopf. Sorry, geht nicht, ich brauche sie hier. Sie arbeitet mit Tally daran, unsere nächste Tour auf die Beine zu stellen. Außerdem könntet ihr ja versuchen, all das mal genau durchzukauen, wenn ihr schon beide hier seid. Und als Zugabe bekommst du noch sämtliche Details über Duncans Liebesleben obendrauf. Und das ist nicht gerade langweilig, das kannst du mir glauben. Oh Mann, ich verdrehe die Augen. Das ist genau der Grund, warum ich nicht so oft herkomme. In dieser Familie geht es zu wie in einer verdammten Soap. Sinn schüttelt noch einmal den Kopf und wendet sich wieder dem Fernseher zu. Willkommen daheim, Bruderherz. Ich strecke meine Hand unter der Decke hervor und zeige der Sonne den Stinkefinger. Ehrlich gesagt zeige ich dem ganzen Tag den Stinkefinger. Montage sind ätzend. Ich rolle mich stöhnend herum und schaue verschlafen auf die Uhr. Es ist acht. Ich öffne den Mund, um zu gähnen und dabei stelle ich fest, dass meine trockene Zunge an meinem noch trockeneren Gaumen klebt. Oh Mann, ich erinnere mich nur noch vager an die letzte Nacht. An zu viel Whisky, gepolsterte Handschellen und Kiras lustvolles Stöhnen. Lass uns nicht nur Sex haben, Dominik. Schlaf mit mir. Du willst es doch auch. Sie hatte wie immer darum gebettelt, aber wie immer lautete meine Antwort, nein. Was uns natürlich nicht davon abgehalten hatte, einige Dinge zu tun, die wahrscheinlich in zwanzig Bundesstaaten gesetzeswidrig waren. Mein Hintern brennt noch von dem Gürtel, den Kira benutzt hat, und ich frage mich für einen Moment, ob er wohl Spuren hinterlassen hat, beschließe dann aber, dass mich das einen Scheißdreck kümmert. Die Laken riechen nach Kiras Parfum, obwohl sie schon vor Stunden gegangen ist, und ich verspüre mit einem Mal den Drang, es von mir abzuwaschen. Hat was mit dem Tageslicht und all dem zu tun. Was im Dunkeln geschieht, sollte auch im Dunkeln bleiben. Ich rolle mich aus dem Bett, dusche kurz und mache mich auf den Weg hinunter in Sins Küche, um mir einen dringend benötigten Kaffee zu genehmigen. Da ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wann ich das letzte Mal gegessen habe, hole ich mir zu der Tasse Kaffee noch ein Stück kalte Pizza aus dem Kühlschrank und steuere damit auf eine Liege am Pool zu. Ich schlinge die Pizza in vier Bissen hinunter, lecke mir die Finger ab und schließe die Augen. Das Licht ist einfach viel zu hell. Und vier Stunden Schlaf sind nicht genug. Doch es dauert nicht lange und Kichern stört meine Ruhe. Ich spüre Blicke auf meiner Haut. Warum zum Teufel treibt sich nur andauernd irgendjemand auf diesem Anwesen herum? Es ist schlichtweg unmöglich, mal allein zu sein. Ich öffne wieder willig die Augen, um zu sehen, wer mich da beobachtet. Auf der anderen Seite des Pools versuchen gerade zwei Mädchen in einer der beiden großen Cabanas mehr schlecht als recht so zu tun, als würden sie nicht zu mir herüberstarren. Sie tragen winzige Shorts und Neckholder-Tops, sind 18 oder 19 Jahre alt, und ihr Make-up ist verschmiert, als wären sie die ganze Nacht wach gewesen. Wach und beschäftigt. Denn selbst von hier aus vermag ich den glasigen Ausdruck in ihren Augen zu sehen, den der Sex bei ihnen hinterlassen hat. Sinn, derjenige, der für diesen Ausdruck verantwortlich ist, ist nirgendwo zu sehen. Daher ist es schwer zu sagen, was sie nun vorhaben. Aber das ist mir egal, denn sie sind nicht meine Gäste und nicht mein Problem. Ich schließe meine Augen allerdings nicht schnell genug und eine nimmt Blickkontakt mit mir auf. Scheiße. Jetzt wissen sie, dass ich wach bin. Sie steuern geradewegs auf mich zu, setzen sich auf die Liege neben mir und dabei kichern sie die ganze Zeit. Ich muss mich beherrschen, um nicht die Augen zu verdrehen. Du bist Dominic Kincaid, stimmt's? fragt die große Brünette, die sich extra so hingesetzt hat, dass sie ihre Titten zusammenpresst. Ich nicke. Meistens. Sie kichern wieder, während die kleine Blondine langsam nach vorn rutscht. Sinn hat uns gesagt, dass du eine Weile bei ihm wohnst, verkündet sie stolz. Die Begeisterung darüber, eingeweiht zu sein, ist ihr anzumerken. Nun verdrehe ich doch die Augen. Ich kann einfach nicht anders. Diese Mädchen sind immer gleich. Es ist unglaublich. Sie sind bereit, herumzuhängen und sich benutzen zu lassen, nur damit sie sagen können, dass sie mit Sinn King K zusammen gewesen sind oder mit mir oder auch mit Duncan und der ist nur der verfluchte Drummer. Hat er das? Erwidere ich. Und wo steckt mein Bruder? Die Brünette deutet zum Haus hinüber. Der ist noch im Bett. Wir sollen einen Kaffee für ihn auftreiben. Er muss heute Morgen üben. Ich ziehe eine Augenbraue in die Höhe. Du meinst Proben. Sie errötet, was ihr gut steht. Ja. Ich schließe meine Augen wieder. Also der Kaffee ist für gewöhnlich nicht am Pool. Er ist in der Küche. Wenn ihr in die Richtung geht, kann euch bestimmt jemand helfen. Mehr Gekichere, dann herrscht Stille. Obwohl ich ihre Anwesenheit immer noch spüre. Ich höre ein Flüstern. Dann gleitet eine Hand über meinen Arm. Also, falls du noch nicht gefrühstückt hast, könntest du uns doch Gesellschaft leisten. Ich öffne meine Augen, als ich Blondies anzüglichen Tonfall vernehme und sie sieht mich mit verführerischem Augenaufschlag erwartungsvoll an. Es ist offensichtlich, dass sie nicht vom Essen redet. Komischerweise kommt mir ihr Gesicht, das ich vor wenigen Momenten noch als müde und verschmiert empfunden hatte, mit einem Mal beinahe verlockend oder zumindest akzeptabel vor. Zwei Mädchen, die gewillt sind, alles zu tun, um meine Bedürfnisse zu befriedigen. Angesichts meiner sexuellen Vorlieben gibt es da endlose Möglichkeiten. Was habt ihr denn vor? Frage ich, da nun mein Interesse geweckt ist. Die Brünette meldet sich zu Wort. Wir könnten dein Frühstück sein, wenn du willst. Fügt sie beinahe schüchtern hinzu. Ihre Freundin nickt zustimmend. Ich hoffe, du hast einen großen Appetit. Ich schenke ihr ein lüsternes Lächeln. Jetzt bin ich definitiv interessiert. Tja, kennt ihr die Redensart, die Augen sind größer als der Magen? Das eine Mädchen lächelt, das andere nickt. Ich nicke ebenfalls, beuge mich vor und spreche mit leiser Stimme, als würde ich ihnen ein Geheimnis verraten. Ich schaue gern zu, teile ich ihnen mit. Die Brünette steht sofort auf und drückt sanft auf meine Schultern, bis ich mich wieder zurückgelehnt habe. Dann schau dir das an, sagt sie selbstbewusst und packt die Blondine auf der Liege neben mir. Ich bin Erika, sagt sie und drückt sie nach unten, sodass sie auf dem Rücken liegt. Und das ist Megan. Das spielt keine Rolle, murmel ich. Aber sie hören mich nicht. Die Brünette streift der Blondine die Shorts ab, zieht sie ihr über die Hüften herunter und leckt sie dann an jeder Stelle, die ihre Finger berührt haben. Als sie zu den Titten der Kleinen gelangt, ihr das Oberteil auszieht und dann einen der geilen, kleinen Nippel in den Mund nimmt, da bekomme ich einen Steifen und ziehe meinen Schwanz aus der Hose. Mit mir stimmt was nicht. Die Lust anderer Leute macht mich an. Wenn Schmerz dabei eine Rolle spielt, macht es mich an. Oder wenn etwas jenseits der Normalität ist, macht es mich an. Daran teilzunehmen, das macht mich allerdings gar nicht an. Das ist so was von verkorkst, dass ich es jetzt ganz bestimmt nicht analysieren werde. Denn jetzt sehe ich zu, wie sich die festen kleinen Körper der beiden Mädchen aneinander reiben, weil das mein Ding ist. Zuzusehen, wie sich ihre Zungen umschlingen, sich ihre Titten gegeneinander pressen, das ist auch mein Ding. Und als die Brünette ihren Kopf zwischen den Beinen der Blondine vergräbt und diese dann an deren Mund kommt, da ist es um mich geschehen. Ich massiere meinen Schwanz und das ist mir egal, dass unzählige Bedienstete im Haus durch die Fenster sehen könnten, wie ich mir einen runterhole. Doch schon bald schiebt die Brünette meine Hand zur Seite und ersetzt sie durch ihren Mund, während sich Blondie hinkniet und mir die Eier leckt. Zieh dran, weise ich sie an. Sie grinst und gehorcht sogleich. Fester, sage ich bestimmt. Fester. Schmerz durchzuckt mich, als sie willig darauf eingeht und immer fester zieht. Ich stehe auf Schmerz. Durch ihn vermag ich, die Realität zu verdrängen. Ich lächle und nehme einen Schluck von meinem Kaffee, während sich die beiden Mädchen alle Mühe geben, mich zu befriedigen. Eigentlich ist dieser Montag doch nicht so ätzend. Mein Blick wandert in dem schmuddeligen, heißen Büro zur Uhr. Zehn Uhr siebenunddreißig. Wir hätten eigentlich vor siebenunddreißig Minuten hier bei Joe's Gladiators auf der Matte stehen sollen. Ich war sogar zu früh dran, wollte mich nicht gleich bei Joe unbeliebt machen. Der Gerichtsdiener hatte uns ja gewarnt, dass jede noch so kleine Sache Joe einen Grund liefern könnte, diesen Wisch, den sie uns ausgehändigt hatten, abzuzeichnen. Dominic Kincaid scheint sich offenbar deshalb keine Gedanken zu machen. Er ist spät dran. Sehr spät. Um mich abzulenken, hole ich mein Handy heraus und rufe meine beste Freundin an. Denn von wem sonst könnte man sich besser bedauern lassen? Maddy nimmt nach dem zweiten Klingeln ab. Hallo Süße, zwitschert sie fröhlich. Was gibt's Neues bei dir? Ich mache ein finsteres Gesicht. Tu nicht so ahnungslos, erwidere ich mürrisch. Ich weiß, dass Gabe dir alles erzählt hat. Ich hab mal wieder Mist gebaut. Maddy schweigt für einen Moment. Ja, es kommt vor, dass du Mist baust, pflichtet sie mir bei. Aber das tust du doch nicht andauernd. Und du versuchst ja jetzt auch, es wieder in Ordnung zu bringen. Stimmt, seufze ich und blicke mich in Joe's unaufgeräumten Büro um. Ich bin gerade im Jugendzentrum, wo ich meine Sozialstunden ableisten muss. Es ist furchtbar hier. Und diese Jungs da draußen, vor denen kann man richtig Angst kriegen. Die sehen aus, als würden sie Leute unter der Dusche abstechen. Maddy kichert. Du hast doch vor nichts und niemanden Angst. Dich kann keiner so schnell einschüchtern. Das ist etwas, was ich so an dir mag. Arbeite deine Strafe ab und bring es hinter dich. Und dann schwing deinen Hintern hierher und besuch uns. Ich vermisse dich. Ich vermisse dich auch, erwidere ich. Und ich will unbedingt vorbeischauen, solange du noch schwanger bist. Das dürfte die einzige Zeit sein, in der ich dich mal fett erlebe. Maddy lacht und ich stimme mit ein. Denn ich bin mir sicher, dass meine beste Freundin selbst jetzt nicht dick ist. Sie ist bestimmt wunderschön. So wie immer. Doch bevor ich noch mehr sagen kann, kommt Joe, der ungefähr zehn Minuten weg gewesen war, ins Büro zurückgetrampelt. Ich muss auflegen, Mad, murmele ich rasch. Ich rufe dich später nochmal an. Ich lasse das Handy schnell verschwinden und sehe meinen neuen Boss an. Er ist ein großer, kräftiger Kerl mit breiten Schultern, grauem Haar, grauem Schnurbert und einem kantigen Kinn. Er sieht eigentlich aus wie ein Hafenarbeiter oder wie jemand, der schwere, körperliche Arbeit verrichtet. Ich schätze ihn auf ungefähr 60. und er ist ziemlich unhöflich, um nicht zu sagen sehr. Für wen zum Teufel hält sich dieser Kerl, knurrt er mich an. Oder vielleicht spricht er auch mit sich selbst, denn er sieht mich nicht einmal an, als er sich in seinen Bürosessel fallen lässt. Es schert mich einen Scheißdreck, ob er berühmt ist. Ich werde diese Einführung nur ein einziges Mal machen. Und wenn er in fünf Minuten immer noch nicht hier ist, fangen wir ohne ihn an. Er kann woanders hingehen, um seine Strafe abzuarbeiten. Joe sieht mich mit strenger Miene an, und da ist eine eiserne Entschlossenheit in seinen blauen Augen. Ich dulde weder Faulheit noch Unpünktlichkeit, Miss Vincent. Das sollten Sie sich schon mal gut merken. Jawohl, Sir, stammle ich. Aus irgendeinem Grund kommt er mir wie ein Mann vor, den ich mit Sir ansprechen sollte. Zum ersten Mal, seit wir uns begegnet sind, lächelt er. Dieses Lächeln zerknittert seine Augenwinkel und breitet sich von dort über sein faltiges Gesicht aus und erhält es. Sir, du meine Güte, wir wollen mal nicht übertreiben. Mein Vater war ein Sir oder mein Ausbilder damals beim Militär. Joe reicht völlig, junge Dame. Allerdings bestehe ich auf dem Sie. Die Jungs hier sollen Respekt lernen. Wie Sie das mit Ihnen regeln, ist mir egal. Endlich etwas, um das Eis zwischen uns zu brechen. Ich fühle, wie mich Erleichterung überkommt. Sie waren beim Militär. Ich greife rasch nach diesem Strohhalm, bevor er das Thema wechselt. Ich will nicht wieder auf die Uhr starren und in dieser unangenehmen Stille auf Dominic warten müssen. War mein Bruder auch. Er war bei den Army Rangers. Hat gerade eine Tapferkeitsmedaille bekommen. Joe schaut mich ziemlich beeindruckt und neugierig an. Was Sie nicht sagen, das imponiert mir. Es gehört schon einiges dazu, um die zu kriegen. Was hat er getan? Sein Hamvi geriet in Afghanistan unter schwerem Beschuss und er handelte laut dem Präsidenten im Angesicht der Gefahr mit außergewöhnlicher Tapferkeit und ist über seine Pflicht hinausgegangen. Im Gründe hat er seinen Arsch riskiert, um den eines anderen zu retten. Solche Menschen sind das Salz der Erde, sagt Joe anerkennend und nickt. Sie sollten sich mal ein Beispiel an Ihrem Bruder nehmen. Was hält er denn davon, dass Sie hier sind? Bei dem Gedanken daran, was Gabe darüber denkt, lasse ich die Schultern hängen und Joe lacht. So schlimm? Ich lächle und er erwidert mein Lächeln. Gott sei Dank. Das Eis ist definitiv gebrochen. Keine Sorge, sagt er, und sein Tonfall ist nicht mehr ganz so harsch. Sie wissen doch, Hunde, die Bällen beißen nicht. Und solange sie sich an den rechten Weg halten und ihren Job erledigen, kommen wir zwei schon klar. Diese Kids hier. Er verstummt für einen Augenblick und schaut durch die Glasscheibe der Tür zu den Jugendlichen hinaus, die da draußen in der stickigen Halle auf Sandsäcke einhämmern. Die haben nicht viel, verstehen Sie? Wenn sie nicht herkämen, würden sie draußen auf der Straße in Schwierigkeiten geraten. Und das will ich verhindern. Es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass Sie nicht auf die schiefe Bahn kommen. Und um das zu tun, müssen Sie mit gutem Beispiel vorangehen. Verstanden? Ich nicke rasch. Joe, das hier ist wirklich das erste Mal, dass ich in sowas reingeraten bin. Das Gras hat nicht mal mir gehört und... Aber Joe hält abwehrend eine Hand in die Höhe. Das ist nicht mein Bier, sagt er. Ich muss nur dafür sorgen, dass Sie nicht wieder in Schwierigkeiten geraten. Kapiert? Da ist wieder dieser strenge Tonfall und ich weiß, dass er mich damit auf Abstand hält. Er ist wirklich ein harter Brocken und ich werde mir seinen Respekt verdienen müssen. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass er im Grunde ein guter Kerl ist. Ein netter Kerl. Vor einer Minute noch habe ich für einen kurzen Moment einen warmen Schimmer in seinen Augen gesehen. Außerdem hat er es sich zur Lebensaufgabe gemacht, Problemjugendlichen zu helfen. Das muss doch immerhin etwas bedeuten. Entschuldigen Sie die Verspätung. Eine Stimme erklingt hinter mir und ich erstarre wie auf frischer Tat ertappt auf meinem Stuhl. Dominik. Ich würde diese Stimme überall erkennen. Rauchig und tief. Arrogant und dunkel. So dunkel wie die Dinge, die sie erahnen lässt. Drehe mich auf dem Stuhl um und sehe ihn im Türrahmen stehen. Und es kommt mir so vor, als wäre er gerade von der großen Leinwand in dieses winzige Büro herabgestiegen. Aber selbst hier ist er überlebensgroß. Er schenkt mir keine Beachtung, hat seinen Blick auf Joe gerichtet. Er wirkt so arrogant und sexy und es kommt mir so vor, als fülle er jeden Raum mit dieser Ausstrahlung, egal wo er sich auch aufhalten mag. Und auch wenn er sich entschuldigt hat, so macht er nicht den Eindruck, als tue es ihm leid. Er macht sich nicht einmal die Mühe, auch nur die kleinste Erklärung für sein Zuspätkommen zu liefern. Joe starrt ihn an. Wenn Sie sich das nächste Mal verspäten, brauchen Sie sich gar nicht mehr die Mühe machen, herzukommen, erklärte ihm mit barscher Stimme. Wenn Sie mir und den Jungs hier den gleichen Respekt erweisen wie sich selbst, dann werden wir alle gut miteinander klarkommen. Falls Sie das nicht hinkriegen, dann können Sie sich gleich wieder verziehen. Dominik mustert ihn gelassen. Werde es mir merken. Die beiden Augenpaare, das eine blau, das andere grün, starren einander an. Für eine gefühlte Ewigkeit endet keiner den Blick ab, bis Joe zu mir hinüber sieht. Der hier hat einen Mumm, sagt er zu mir. Mal sehen, wie viel noch davon übrig ist, wenn ich mit ihm fertig bin. Ich kichere und Dominik sieht mich verächtlich an. Dabei schaut er mir nicht in die Augen und er macht sich auch sonst nicht die Mühe, sich zu äußern. Eines ist klar, was ihn angeht. Ein Dominik Kinkade gibt sich für nichts und niemanden besondere Mühe. Hören Sie zu, sagt Joe und reißt mich damit aus meinen Gedanken über Dominik. Ich habe nicht viel zu sagen, außer dass das, was hier mit den Jugendlichen geschieht, auch hier drinnen bleibt. Bei diesen Kids geht's zu Hause rau zu und die können es nicht gebrauchen, wenn sie außerhalb dieser Wände irgendwelches Gerede verbreiten. Sie sind hier, um ihnen auf jede mögliche Weise zu helfen. Seien Sie Ihr Mentor. Zeigen Sie ihnen, dass Sie sich ein Leben aufbauen können, wenn Sie sich aus Schwierigkeiten raushalten. Glauben Sie, dass Sie das schaffen? Ich nicke. Eigentlich ist das Ganze hier ziemlich einfach. Kommen Sie nicht zu spät. Bauen Sie keinen Mist. Machen Sie den Kids das Leben nicht schwerer, als es ohnehin schon für sie ist. Tun Sie was Gutes. Was du aussendest, kommt zu dir zurück. Kapitel? Ich nicke wieder, aber Dominic sitzt schweigend und reglos da. Joe wendet sich ihm zu. Also schön. Da Sie spät dran waren, besteht Ihre Aufgabe heute darin, sämtliche Spucknäpfe zu leeren, die um die Boxringe herumstehen. Bringen Sie sie in die Umkleide, schütten Sie sie aus und stellen Sie sie wieder zurück. Dominic starrt ihn an. Ist nicht Ihr Ernst. Oh, und wie es das ist. Da ist jetzt nicht einmal der Anflug eines Lächelns auf Joes Gesicht zu erkennen. Doch, das ist mein Ernst. Und kommen Sie nicht nochmal zu spät, sonst brauche ich mir gar nicht mehr die Mühe zu machen, herzukommen, unterbricht Dominic ihn auf dem Weg zur Tür. Ja, ich hab's kapiert. Er spaziert, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, hinaus, und Joe sieht mich an. Ich fürchte, Ihr Freund wird es hier nicht lange machen. Ich starre Dominic hinterher, betrachte seine breiten Schultern, als er sich mit großen Schritten von uns entfernt. Er ist groß und schlank, sieht umwerfend aus und ist höllisch stolz. Er ist nicht mein Freund, sage ich schließlich leise. Ich kenne ihn kaum. Doch ich habe das Gefühl, dass sich das ändern wird. Ich weiß nur noch nicht, was ich davon halten soll. Nachdem ich die ekligen Spucknäpfe in den noch ekligeren Toilettenwaschbecken ausgekippt und sie wieder zurück in die Halle gebracht habe, nehme ich mir eine Minute Zeit, um Jaycee zu beobachten. Auch wenn ich ihr nicht gern meine Aufmerksamkeit schenke, so ist es doch schwierig, sie zu übersehen. Vor allem, wenn sie sich mitten in eine Gruppe von Risiko-Jugendlichen drängt und ihr Gesicht gegen einen Sandsack presst, damit ihn einer der Jungs mit seinen Fäusten bearbeiten kann. Vor allem, wenn ich an ihr vorbeigehe und sie nach knackigen, frischen Äpfeln duftet. Sie ist in diesem schmuddeligen Schwitzkasten völlig fehl am Platz. Sie besitzt diese Mädchen-von-neben-An-Ausstrahlung, die bei Frauen meist unterschätzt wird. Sie wollen alle aufgedonnerte Sexbomben sein. Doch auch wenn Jaycee geschminkt ist und knappe Trainingsshorts trägt, ist sie dennoch das typische Mädchen von nebenan, auch wenn das nicht ihr Ziel ist. Ich beuge mich vor und tausche einen der Spucknäpfe neben ihren straffen Beinen aus. Sie schaut mit funkelnden Augen zu mir herab. Für einen kurzen Moment ist da ein spitzbübischer Ausdruck, aber sie sagt nichts, macht sich stattdessen auf den nächsten Schlag des hühnenhaften Teenagers gefasst, der auf den Sandsack eintrischt. Sie muss sich mit ihrem ganzen Gewicht dagegen stemmen, aber sie schafft es. Ich komme nicht umhin, beeindruckt zu sein. Und das nicht nur, weil sie es schafft, den Sack festzuhalten, sondern weil sie sich nicht von dem Jungen einschüchtern lässt. Sie ist nur halb so groß wie er, und dennoch ist sie hier rausgegangen und hat sich zwischen all diese Kids gedrängt, genauso wie sie es bei Chris und mir gemacht hat. Ohne jede Furcht. Der Junge, der auf den Sandsack einschlägt, könnte sie zum Frühstück verspeisen, und jedes Mal, wenn er ihn trifft, wirft es sie praktisch gegen die Wand. Aber sie lässt nicht los. Sie ist tough, das muss man ihr lassen. Und mutig. Warum ich allerdings überhaupt über sie nachdenke, weiß ich wirklich nicht. Genervt wende ich mich ab und steuere auf die andere Hallenseite zu. Doch dann nehme ich plötzlich aufgeregte Stimmen hinter mir wahr. Als ich herumfahre, sehe ich, wie der Teenager nach Jaycees Brust greift, sich seine mit Tapes umwickelten Finger in ihr T-Shirt hineindrehen und sie in seine Richtung reißen. Für den Bruchteil einer Sekunde beginnt mein Herz zu hämmern, als ich sehe, wie grob der jugendliche Straftäter sie behandelt. Der Junge ist ein Riese und Jayce so klein. Doch weder mir noch sonst jemandem bleibt genügend Zeit zu reagieren, denn Jayce dreht sich mit einer einzigen flinken, geschickten Bewegung aus seinem Griff und schwingt ihr Bein mit einem überraschend kräftigen Roundhouse-Kick gegen seine Brust, sodass der Junge nach hinten kippt und auf dem Rücken liegen bleibt. Ich bin total verblüfft, genauso wie sie. Ich sehe es ihrem Gesicht an, als sie über ihm steht, die zu Fäusten geballten Hände zitternd an ihren Seiten, während einer ihrer Füße auf seinem Hals balanciert. Fass mich nie wieder an, faucht sie. Ich bin hier, um dir zu helfen, aber es gibt dir nicht das Recht, mich zu begrabschen. Inzwischen ist jegliche Aktivität in der Halle zum Erliegen gekommen, und alle Augen sind auf Jayce und den Jungen am Boden gerichtet. Man könnte eine Stecknadel fallen hören. Der Junge blickt schweigend und bewegungslos zu ihr auf, und ich gehe automatisch auf Jayce zu. Auch wenn ich weder mit ihr noch mit sonst jemandem etwas zu tun haben will, kann ich sie hier nicht allein lassen. Ich bin ja nicht völlig herzlos. Doch dann lächelt der Junge, obwohl sich Jaycees Fuß immer noch auf seinem Hals befindet. Wenn du mich aufstehen lässt, werde ich mich benehmen, verspricht er. Jayce starrt unsicher auf ihn hinab, hebt aber nach einem Moment ihren Fuß. Der Junge rappelt sich auf und streckt Jayce die Hand hin. Sie mustert ihn misstrauisch. Tut mir leid, sagt er und lächelt wieder. Mein Name ist Jake. Wollte nur mal checken, wie du reagierst, nichts für ungut, okay? Jayce hat ihren Blick auf ihn geheftet, und ich bleibe ein paar Schritte von ihnen entfernt stehen. Okay, sagt sie schließlich, aber mach das nie wieder. Ich kann auf mich aufpassen. Scheiße, ja, das kannst du, stimmt der Junge ihr zu. Wo hast du das gelernt? Jayce zuckt mit den Schultern, entspannt sich ein wenig, obwohl sie den Jungen immer noch im Auge behält. Mein Bruder ist Army Ranger. Er hat mir eine Menge Sachen beigebracht. Eine davon ist schießen. Ich habe einen 9 Millimeter in meinem Nachttisch. Die ist vielleicht pink, aber die schießt genauso gut wie eine normale. Ich muss unwillkürlich schmunzeln. Sowohl bei dem Gedanken an dieses Mäuschen mit der pinkfarbenen Waffe an ihrem Bett, als auch über den Ausdruck auf Jakes Gesicht. Keine Bange, sagt er rasch. Ich hab nicht vor, in dein Haus einzubrechen, kein Grund, mir mit deiner Mädchenknarre zu drohen. Ich höre, wie die Kids um mich herum kichern, und Jayce ist gleichsichtlich entspannter. Gut, ich dachte nur, dass du das wissen solltest. Jake! Joes Stimme dröhnt durch die Halle, und als ich zu seinem Büro hinübersehe, steht er mit einer ziemlich angefressenen Miene im Türrahmen. Schwing deinen Hintern hierher! Jake dreht sich langsam um, und Joe sieht Jayce an. Alles klar? ruft Joe ihr zu. Sie nickt, und er tut es ihr gleich. Gut, klasse Drehung bei dem Kick! Jayce lächelt. Es ist ein echtes Lächeln, das auch ihre Augen erreicht. Danke! Jake verschwindet mit hängenden Schultern widerstrebend in Joes Büro, und die Tür schließt sich hinter ihm. Jayce bleibt für einen Augenblick stehen, überlegt wahrscheinlich, was sie jetzt tun soll, nachdem sie vor versammelter Mannschaft bewiesen hat, dass sie entgegen aller Erwartungen knallhart ist. Es wird wieder laut in der Halle, als alle zur Tagesordnung übergehen. Ich sehe sie an. Das war ziemlich beeindruckend, gebe ich zu, denn es entspricht der Wahrheit. Du hast ausgesehen wie eine Stuntfrau oder eine Ninja. Jayce lacht. Es ist ein warmes Lachen, echt und erstaunlich rau. Sie kommt auf mich zu. Danke, sagt sie. Ich schätze mal, die endlosen Selbstverteidigungsstunden, die mir mein Bruder gegeben hat, haben sich bezahlt gemacht. Ich dachte immer, er wolle mich damit nur quälen, aber vielleicht macht es ja doch Sinn. Sie ist jetzt ganz ruhig, wieder sehr selbstsicher. Sie streicht sich eine gelockte Strähne ihres blonden Haares hinters Ohr, und ich komme nicht umhin, ihre vollen Lippen zu bemerken. Sie haben genau die richtige Größe, um daran zu knabbern. Ihre Zungenspitze schaut dazwischen hervor, sie leckt sich über die Lippen, und ich schlucke. Ich muss mich ablenken. Ist dein Bruder wirklich ein Army Ranger, frage ich, um mich auf etwas anderes zu konzentrieren, denn das ist wirklich hammerhart. Wenn er dich unterrichtet hat, dann ist es kein Wunder, dass du es mit einem Kerl aufnehmen kannst, der doppelt so groß ist wie du. Jayce schmunzelt. Sie steht in der Nähe meines Ellenbogens. Nah genug, um sie zu berühren, doch das tue ich nicht. Nah genug, um sie einzuatmen. Und das tue ich. Fülle meine Lungen mit dem Duft von Äpfeln. Sie ist wie ein frischer Wind. Ob ich es mir nun eingestehe oder nicht. Ja, ist er. Oder er war es zumindest bis vor einem guten Jahr. Und er ist wirklich hammerhart. Ich will ihr gerade antworten, als eine Gruppe von Jungs auf dem Weg in die Umkleide neben uns stehen bleibt. Hey, Alter, bist du wirklich Dominic Kincaid? Fragt einer von ihnen zweifelnd. Ich setze ein hoffentlich geduldiges Lächeln auf. Ja, der bin ich, antworte ich. Ich spüre, dass Jaycee dem Wortwechsel interessiert folgt. Aber sie schweigt. Der Junge grinst. Wow! Ausgelöscht war krass! Echt abgefahren! Und hast du deine eigenen Stunts gemacht? Ich nicke. Und die Kids stellen mir Fragen über Sprünge aus dem Hubschrauber und wie ich mit dem Jet-Ski einen Salto rückwärts geschafft habe. Einer von ihnen läuft in Joes Büro, um Papier für Autogramme zu holen. Und die Gruppe wächst von drei Jungs auf fünfzehn an. Der Junge kommt zurückgerannt und reicht mir einen Stapel Schmierpapier. Und ich beginne, meinen Namen zu schreiben und gebe jedem der Jungen, die um mich herumstehen, ein Autogramm. Während ich dies tue, sehe ich, wie Jaycee sich verkrümelt. Ein Teil von mir ist enttäuscht. Ich bin fasziniert von der Jaycee, die Jaycee gerade zu Boden befördert hat. Ich möchte mehr über sie erfahren, denn sie scheint so anders zu sein als die Jaycee, die bei Saffron arbeitet. Nach fünf Minuten oder so steckt Joe seinen Kopf zur Bürotür heraus und blufft die Jungen an. Hey! Ihr seid nicht hier, um Autogramme zu schnorren. Lasst den Mann seinen Job machen und geht wieder zurück an die Arbeit. Die Kids gehen kleinlaut auseinander, zurück zu ihren Sandsäcken oder der Umkleide, und ich mache mich auf den Weg zum Kraftraum, um die Sitze abzuwischen. Als ich dort ankomme, finde ich Jaycee vor, die bereits neben einem Gerät hockt, um es sauber zu machen. Sie hört mich eintreten, blickt auf und lächelt. Das ist also dein Leben? Ich zucke mit den Schultern. Meistens. Deshalb gehe ich auch nicht viel raus, aber es gehört eben dazu. Ich greife mir einen Lappen und helfe ihr, reinige die andere Seite des Geräts, an dem sie gerade arbeitet. Also ich finde das toll, sagt sie. Jeder liebt dich. Das muss doch ein umwerfendes Gefühl sein. Ich stoße einen Schnauben aus. Oh ja, jeder liebt mich. Aber keiner kennt mich, Jaycee. Nicht wirklich. Sie kennen mein Gesicht. Sie kennen die Rollen, die ich spiele. Aber sie kennen mich nicht. Und das ist okay. Genauso will ich's haben. Jaycee schüttelt den Kopf. Das klingt aber verdammt deprimierend, Dominik. Macht sein Leben nicht einsam? Nicht wirklich, brumme ich und beuge mich neben ihr hinab, um nach dem Desinfektionsmittel zu greifen. Als ich dies tue, rümpft sie die Nase. Oh Mann, du stinkst nach Sex. Kommst du etwa direkt aus dem Puff? Ich fühle, wie ich ein bisschen erröte, denn sie hat mich auf frischer Tater tappt. Wilder von der Nummer mit den beiden Mädchen, an der ich teilgenommen hatte, schießen mir durch den Kopf. Ich hatte hinterher nicht mehr geduscht, weil ich ohnehin schon spät dran war. Erwischt. Jaycee schüttelt den Kopf. Ich frage mich, weshalb? Aus Enttäuschung? Vor Abscheu? Bevor ich ihre Reaktion zu ergründen vermag, geht sie einfach weg und bereitet diesem irgendwie doch besonderen Moment, den wir gerade erlebt haben, ein erprobtes Ende. Ich starre ihr verwundert hinterher, als sie den Raum verlässt. Es ist mir noch nie passiert, dass mich jemand einfach so stehen ließ. Aber sie hat es gerade getan. Und nicht nur das. Sie macht sich nicht einmal mehr die Mühe, sich noch einmal umzuschauen. Offenbar ist sie doch nicht so beeindruckt von mir und meinem Namen, dass sie bereit ist, jeden Fehler und jede Schwäche, die ich möglicherweise habe, zu tolerieren. Das ist interessant. Und ungewöhnlich. Ich starre auf ihre Schulterblätter und mir wird klar, dass in diesem Mädchen vielleicht mehr steckt, als ich gedacht habe. Naja, vermutlich nicht. Zu diesem Schluss komme ich ein paar Stunden später, als ich am Ende meines Arbeitstages, an dem ich Toiletten geschrubbt, Eisbeutel gefüllt und Graffiti von der Wand geschrubbt habe, zum Parkplatz gehe. Sie ist genauso, wie ich es vermutet habe. Kaylee, das Mädchen von der Party neulich nachts, trägt ihre winzige Kellnerinnenuniform und sie wirft Jaycee eine Tasche zu, als sie in Kaylees kleines Cabrio steigt. Und dann duckt sich Jaycee und beginnt, sich mitten auf dem Parkplatz auf ihrem Sitz umzuziehen. Das kann ja wohl nicht ihr Ernst sein. Ich sehe zwar nichts, aber ich weiß, was sie da tut. Und das wüssten auch die Jungs im Jugendzentrum, wenn einer von ihnen zufällig nach draußen schauen würde. Was zum Henker denkt sie sich dabei? Jaycee streckt ein Bein in die Luft und ihre Zehen zeigen zum Himmel, als sie aus ihren Sportschorts schlüpft und ihr winziges Uniformhöschen überstreift. Der hauchdünne Stoff, der über ihre langen Beine gleitet, überlässt wenig der Fantasie. Damit fordert sie Unannehmlichkeiten doch förmlich heraus. Die Fantasie eines Jungen übertrifft die Realität so manches Mal. Wenn sie ihnen solche Einblicke gewährt, dann werden sie noch mehr sehen wollen. Aber vielleicht ist es ja genau das, was sie will. Und vielleicht ist sie deshalb genau das Mädchen, das ich gleich zu Anfang in ihr gesehen habe. Süchtig nach Aufmerksamkeit. Eine, die einen Mann zum Spaß aufgeilt. Was angesichts ihres Jobs Sinn ergibt. Ich bleibe für einen Moment stehen und schaue ihr zu. Denn das mag ich nun mal. Sie zieht ihr T-Shirt aus und ich erhasche einen Blick auf eine schmale Schulter, das Oberteil ihres Büstenhalters, die Rundung ihres Arms. Dann ist sie damit beschäftigt, die Haken ihres knappen Korsetts zu schließen, das ihre Titten nach oben und zusammendrückt, bevor sie die gelbe Fliege zurecht drückt. Etwas an den Umständen, der Tatsache, dass sich Jaycee an einem sehr öffentlichen Ort umzieht, die Tatsache, dass ich gern zuschaue und dass sie einen verdammt scharfen Körper hat, bewirkt eine Reaktion meines Schwanzes, der steif wird. Ich hasse mich dafür, dass ich überhaupt reagiere, körperlich oder sonst wie. Denn ich würde dieses Mädchen nicht einmal mit der Kneifzange anfassen. Wer so viel Aufmerksamkeit benötigt, der bringt nur Ärger. Schließlich hat sie einen Job, bei dem sie halbnackt durch die Gegend läuft, um Männern zu gefallen, Herrgott noch mal. Ich will nichts mit ihr zu tun haben oder mit irgendjemandem, der so ist wie sie. Und dennoch bekomme ich einen Ständer. Genau in dem Moment dreht sie sich um und wirft ihre Tasche auf den kleinen Rücksitz. Dabei begegnen sich unsere Blicke. Sie erstarrt für einen Moment. Und ich kann beinahe hören, wie sie vor Überraschung die Luft einzieht. Kann beinahe die Frage in ihren dunklen Augen sehen. Hat er etwa gerade gesehen, wie ich mich ausgezogen habe? Doch schnell verengen sich ihre Augen zu schlitzen und als der Wagen mit laut dröhnender Musik vom Parkplatz rast, sehe ich darin nur eins, Verachtung. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder sauer sein soll. Sie ist schließlich diejenige, die sich auf dem Parkplatz eines Jugendzentrums vor einem Haufen testosteron-gesteuerter Jungs auszieht und zu einem Job aufmacht, wo man sie dafür bezahlt, dass sie mit Männern flirtet. Und nicht etwa ich. Da sollte ihre Verachtung doch wohl eher sich selbst gelten. Ich komme mir vor wie ein alter Mann, als ich erschöpft in meinen Porsche krieche, für einen kurzen Moment den Kopf gegen den Sitz zurücklehne und die Frühlingssonne genieße, bevor ich den Motor starte. Als ich dies tue, klingelt mein Handy und Zins Name erscheint auf dem Display. Ja? Melde ich mich, während ich rückwärts ausparke. Hey, Alter, ich habe gerade rausgefunden, dass Amy Ashby heute Abend zu meiner Party kommt. Spielt sie nicht in deinem nächsten Film mit? Ernsthaft, Amy kommt? Ich muss zugeben, dass mich das überrascht. Amy Ashby, Superstarlet, wagt sich eigentlich kaum aus Kalifornien raus. Ihrer Ansicht nach endet sämtliches intelligentes Leben an der Grenze zwischen Kalifornien und Nevada. Ja, erwidert Zinn. Sie ist jetzt offenbar mit dem Spieler von den Blackhawks zusammen, was nur Schande ist, denn ich wäre gern mal zwischen ihren Titten Motorboot gefahren. Sind die Dinge eigentlich echt? Du musst das doch wissen. Schließlich hattest du eine Sexszene mit ihr ein grenzenloses Verlangen. Ich wette, dass du sie gefögelt hast. Einen Augenblick lang denke ich an den Film zurück, der Amy und mich zu Superstars gemacht hat. Es war für uns beide die erste Sexszene auf der großen Leinwand, und wir haben darüber gewitzelt, dass wir unsere Jungfräulichkeit verlieren. Ihre Titten sind nicht echt. Aber das verrate ich Zinn nicht. Du machst dich lächerlich, erwidere ich stattdessen. Und wieso musst du eigentlich schon wieder eine Party geben? Reicht eine pro Woche denn nicht aus? Zinn kichert. Krieg dich wieder ein, Mann, weißt du was? Mir fällt gerade was ein. Könnte es vielleicht Probleme geben, weil Kira heute Abend auch da ist? Ich weiß, dass Amy gern deine ungeteilte Aufmerksamkeit genießt, ob sie nun gerade liiert ist oder nicht. Ich seufze. Amy ist definitiv eine Frau, die zu wissen glaubt, was ihr zusteht. Aber es dürfte eigentlich keine Probleme mit Kira geben, denn sie ist sich durchaus bewusst, wo wir beide stehen. Wir haben Gelegenheit, Sex, das ist alles. Aber es zu wissen und es auch zu begreifen, sind zweierlei Paar Schuhe. Und sie wird wahrscheinlich eifersüchtig werden und einen Wutanfall bekommen. Warum hast du sie überhaupt eingeladen? Ich habe keine Lust, den Babysitter zu spielen. Weil sie unbedingt bei meiner nächsten Party dabei sein wollte, erwidert Zinn. Und ich kann beinahe hören, wie er mit den Schultern zuckt. Das ist nicht sein Problem, also macht er sich deshalb auch keine Gedanken. Seit wann ist denn aus dem Fickfreund der Babysitter geworden? Naja, was soll's, wird schon hinhauen. Mit einem Mal fällt mir etwas ein und ich grinse. Und wie das hinhauen wird, Ich fahre heute Abend zum Essen zu Hause vorbei. Mom kann es eh kaum erwarten, mich aufzupäppeln. Viel Spaß bei der Party. Er beginnt zu protestieren, aber ich lege einfach auf, wende den Wagen und fahre in die andere Richtung davon. Auf den Highway zu, der mich nach Palace Park bringt, dem Vorort von Chicago, wo ich aufgewachsen bin. Bald schon befinde ich mich auf den ruhigen Straßen, durch die ich als Kind gelaufen bin, und nehme die Szenerie in mich auf, während ich durch die Stadt hindurch ins Grüne fahre. Castle Kincaid befindet sich auf einem vier Hektar großen Stück Land außerhalb der Stadt, und ich kann die Spitze des Turms schon von Weitem erkennen. Ich muss unwillkürlich lächeln. Ich habe im Großen und Ganzen eine tolle Kindheit gehabt, und wunderbare Erinnerungen daran, hier draußen nirgendwo in einem Haus aufzuwachsen, das jeder als einen gigantischen Witz erachtet. Als ich in die lange Auffahrt einbiege, die auf beiden Seiten gesäumt ist von blühenden Bäumen, atme ich tief ein. Ich vergesse immer, wie gut es hier auf dem Land riecht. Aber sobald ich wieder hier bin, kommen die Erinnerungen zurück. Sommerabende, an denen wir Glühwürmchen gefangen, wir Brüder mit unserem Dad draußen gezeltet und uns an einem Seil unten am Fluss ins Wasser geschwungen haben. Es war eine überraschend ländlich geprägte Kindheit, wenn man bedenkt, dass Chicago nur wenige Meilen entfernt ist. Als ich aus dem Wagen steige, höre ich die Stimmen von Fiona und meiner Mutter, die von einer Brise zu mir herübergetragen werden. Und als ich mich umdrehe, sehe ich, wie sie von der Garage Richtung Haus gehen. Scheiße! Ich hatte ganz vergessen, dass Fiona bei meinen Eltern wohnt, während ihre Eigentumswohnung im Stadtzentrum renoviert wird. Ganz große Megascheiße! Fiona blickt auf und entdeckt mich als Erste. Und für einen kurzen Moment leuchten ihre Augen auf. So wie sie es für gewöhnlich tun, wenn sie mich sieht. Denn ich bin immer schon ihr Lieblingsbruder gewesen. Aber dieses Mal versteinert ihre Miene sofort. Und sie blickt demonstrativ in die andere Richtung. Ihre nicht gerade subtile Art, mich daran zu erinnern, dass ich auf ihrer schwarzen Liste stehe. Meinetwegen. Sie steht aber auch auf meiner schwarzen Liste. Sie kann mich so lange ignorieren, wie sie will. Denn ich habe garantiert mehr Geduld als sie. Als sie die Stufen zum Haus hinaufgehen, dreht Mom den Kopf. Und als sie mich sieht, lässt sie den Plastiksack fallen, den sie trägt, und kommt auf mich zugerannt, als hätte sie mich seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Dabei ist es nur einige Monate her. Aber man könnte glauben, es sei eine Ewigkeit vergangen, so wie sie auf mich zustürzt und mich umarmt. Ihr Kopf reicht mir gerade einmal bis zum Brustbein, doch sie vergräbt ihn dort und schlingt ihre Arme um meine Taille. Dominic James King Kate, schimpft sie. Dieses Mal warst du zu lange fort. Du bist viel zu dünn, du isst nicht genug. Sie blickt mit ihren blauen Augen zu mir auf und fügt hinzu. Komm rein und wasch dir die Hände. Es gibt in einer halben Stunde Abendessen, und du wirst alles aufessen, was ich dir auf den Teller lege. Sie marschiert vor mir her und versucht, so zu tun, als sei sie wütend und freue sich nicht, nicht im Geringsten mich zu sehen. Aber ihre Augen verraten sie. Denn als sie stehen bleibt und es mir überlässt, die Tür für sie zu öffnen, da erblicke ich einen warmen Ausdruck darin. Wurde auch langsam Zeit, dass du wieder mal nach Hause kommst, erklärt sie. Geh und begrüß deinen Vater, er ist in der Bibliothek. Fiona ignoriert mich. Und so marschiere ich an ihr vorbei und den langen Flur hinunter, der zur Bibliothek führt, die meinem Vater als Arbeitszimmer dient. Als ich um die Türöffnung biege, sehe ich ihn mit einem Glas Scotch in der Hand am Fenster stehen. Hallo, Dad, begrüße ich ihn. Bekomme ich auch ein Glas davon? Mein Vater dreht den Kopf und lächelt mich an. Seine Schläfen sind ein bisschen grauer als bei meinem letzten Besuch zu Hause. Hallo, Dom, aber sicher, bediene dich nur. Das lässt dir Haare auf der Brust wachsen. Ich kichere, weil er das immer sagt, und gieße mir ein Glas ein. Der feurige Alkohol brennt eine Spur bis in meinen Bauch hinunter, und ich trinke das Glas aus und gieße mir ein zweites ein. Was ist denn da neulich nachts passiert? fragt Dad, ohne lange Vorrede. Du kannst doch nicht einfach durch die Gegend laufen und Leute angreifen. Ich zucke mit den Schultern. Ich hatte gerade rausgefunden, dass Fiona mit Chris zusammen ist. Das gefällt mir nicht, und das habe ich ihr gesagt. Dad zieht eine Augenbraue hoch. Und dann hast du es, Chris, mit deinen Fäusten gezeigt. Ich habe dir immer eingetrichtert, dass du eine Auseinandersetzung nie anfangen sollst. Du kannst sie beenden, aber fang sie nicht an. Ich schüttle den Kopf und stelle mein Glas ab. Chris hat vor langer Zeit damit angefangen, Dad. Und irgendwann wird einmal der Punkt kommen, an dem ich es beenden muss, ein für alle Mal. Mein Vater sieht mich mit seinen grünen Augen an. Wirst du uns jemals erzählen, was zwischen euch beiden vorgefallen ist? Er hat als Heranwachsender beinahe genauso viel Zeit hier verbracht wie du. Wenn es etwas gibt, was ich wissen sollte, dann würde ich es gern erfahren. Ich spüre, wie sich mein Magen zusammenzieht. Es ist nicht so, dass ich es ihm nicht erzählen will. Ich kann es nur nicht. Ich kann verdammt noch mal nicht darüber reden. Jedes Mal, wenn ich es versuche, erstarren die Worte in meiner Brust und wollen mir nicht über die Lippen kommen. Sie sind einfach zu hässlich, um sie auszusprechen. Die Augenbraue meines Vaters wandert erneut in die Höhe. Nun? Ich schüttle den Kopf. Das ist eine Sache zwischen ihm und mir. Wenn Fiona nicht auf mich hören will, dann ist das ihr Problem. Dad verdreht die Augen und kippt seinen Whisky hinunter. Ich dachte mir schon, dass du das sagen würdest. Es dürfte dich freuen zu erfahren, dass Chris heute Abend auch zum Essen kommt. Wir wussten ja nicht, dass du hier sein würdest, sonst hätten wir ihn nicht eingeladen. Ich starre ihn stumm an. Das sollte mich nicht überraschen. Ich habe nicht einmal angerufen, um sie wissen zu lassen, dass ich komme, aber dennoch. Dies hier ist mein Zuhause und ich sollte nicht auf Zehenspitzen herumlaufen und mich fragen müssen, ob und wann dieser verfickte Chris Evans hier ist. Scheiße! Großartig, murmel ich. War schön, dich zu sehen. Ich stehe auf und wende mich zum Gehen. Fang so einen Scheiß gar nicht erst an, sagt mein Dad warnend. Du hättest uns Bescheid sagen können, dass du vorbeikommst. Natürlich hat er recht. Also antworte ich nichts darauf. Stattdessen entschuldige ich mich, um Tally anzurufen. Irgendwelche Neuigkeiten? Frage ich ihn. Er seufzt ins Telefon. Die vom Studio sind nicht gerade glücklich, aber es gibt ja nicht viel, was sie dagegen tun können. Sie werden die Dreharbeiten aufschieben, aber so viele Szenen wie möglich schon mal ohne dich filmen. Sie wollen allerdings, dass du an den Wochenenden herkommst, um zu drehen. Das musst du irgendwie hinkriegen. Ich werde meine Anwälte darauf ansetzen, antworte ich. Aber da sehe ich eigentlich keine Probleme. Dann muss ich ohnehin nicht im Jugendzentrum sein. Wie läuft's denn so mit der gemeinnützigen Arbeit? fragt Tally neugierig. Ich denke an die schmuddelige Boxhalle und verdrehe die Augen. Ganz toll, erwidere ich sarkastisch. Du solltest mal vorbeikommen und mithelfen. Nein, danke. Ich treffe mich lieber mit dir, wenn du deinen Hintern wieder hierher bewegt hast. Beeil dich damit. Ich werde den Studiobossen sagen, dass sie bald mit dir rechnen können. Ich weiß, dass Amy Ashby ziemlich angefressen ist. Das Ganze wird auch ihre Terminplanung für den nächsten Film umwerfen. Da wirst du einige Wogen glätten müssen. Sie ist heute Abend bei meinem Bruder, teile ich ihm widerwillig mit. Ich hätte mit dir reden können, aber das werde ich ein anderes Mal tun. Ich bin gerade nicht in der Stimmung. Du bist nie in der Stimmung, knurrt Tally. Deshalb ist sie so sauer auf dich. Auch damit hat er recht. Wenn es nach Amy ginge, würden wir unsere Sexszenen in meinem Wohnwagen am Set proben und einander dabei die Nippel lecken und einen Orgasmus verschaffen. Aber ich verspüre einfach nicht das Bedürfnis. Und ich habe auch keinen Bock darauf. Sie ist eines dieser Partygirls, die andauernd viel Aufmerksamkeit fordern. Das kann ich im Augenblick einfach nicht gebrauchen. Ich beende das Gespräch und kehre durch den Flur zurück, werfe dabei im Vorübergehen einen Blick auf die gerahmten Familienfotos an den Wänden. Fotos von mir, Sin, Duncan, Kira, Fiona, Chris und Emma. Ich bleibe für einen Moment stehen und alle Luft entweicht mit einem Zischen aus meinen Lungen, als mich von einem Foto Emmas funkelnde blaue Augen ansehen. Sie ist sonnengebräunt, sieht so glücklich aus und hat mir eine Sekunde, bevor meine Mutter diesen Schnappschuss von uns beiden gemacht hat, den Arm um den Nacken gelegt. Es war unser letztes gemeinsames Foto. Und das letzte Foto von ihr überhaupt. Ich habe ein Kloß im Hals, als ich auf die Kette starre, die sie um den Hals trägt. Ich hatte sie ihr damals geschenkt. Es war ein »Alles Gute zum Schulabschluss, ich liebe dich, kann es nicht erwarten, mit dir aufs College zu gehen« Geschenk. Ein tropfenförmiger Aquamarine, der perfekt zu der Farbe ihrer Augen passte, eingefasst in eine weiße Muschel, die sie im Michigan-See gefunden hatte. Ich hatte den Anhänger extra für sie anfertigen lassen. Und sie hatte ihn bis zu ihrem Todestag getragen. Ich greife in meine Tasche, lege meine Finger darum, spüre die Kühle des Steins. Ihre Eltern haben ihn mir hinterher gegeben, und ich trage ihn seither immer bei mir, weil er mich an alles erinnert. Ich schlucke und lasse ihn rasch los, als wäre es eine heiße Kohle, die mich zu verbrennen droht. Mein Problem ist, dass ich in der Luft hänge. Einerseits möchte ich mich nicht erinnern, und andererseits möchte ich nicht vergessen. Wenn ich mich erinnere, dann tut es teuflisch weh. Aber wenn ich vergesse, dann besteht die Gefahr, dass es erneut passiert. Und eines weiß ich ganz genau. Ich werde mich nicht noch einmal so verarschen lassen. Als ich auf der Suche nach meiner Mutter den Hauptflur entlanggehe, tritt zu meiner Überraschung Chris aus dem Kücheneingang. Ich bleibe wie angewurzelt stehen und starre ihn an. Kommst du mal mit nach draußen? Ich würde gern mit dir reden, sagt er schroff mit zögerlicher Stimme, die voller Dinge ist, die ich nicht zu benennen vermag. Ich stelle mit einer gewissen Befriedigung fest, dass sein Auge geschwollen ist. Ich habe dir nichts zu sagen, erwidere ich und mache Anstalten, an ihm vorbeizugehen, doch er packt mich am Arm, damit ich da bleibe. Der scharfe Blick, mit dem ich ihm geradewegs in die Augen sehe, sagt, nimm deine verdammten Hände da weg. Und er lockert seinen Griff. Ich schätze, er hat seine Lektion neulich nachts gelernt. Fiona taucht mit zurückhaltender, finsterer Miene hinter ihm auf. Bitte, fügt Chris hinzu, du musst dir das anhören, aber wir sollten uns besser nicht hier drinnen darüber unterhalten. Fick dich, sage ich nur und dränge mich an ihm vorbei Richtung Esszimmer. Du bist so ein Arsch, ruft mir Fiona hinterher, aber ich ignoriere sie, gehe einfach weiter, bis ich meine Mutter gefunden habe. Ich drücke ihr einen Kuss auf die Stirn. Ich hab dich lieb, aber ich werde nicht hierher kommen, wenn er da ist. Sie protestiert und will mich festhalten, doch ich weiche zurück und gehe durch den Garten zu meinem Wagen. Ich ignoriere Fionas wütende Schreie und die Art, wie mich Chris anstarrt, als ich das Haus verlasse. Und auch den enttäuschten Ausdruck auf dem Gesicht meines Vaters. Ich ignoriere alles, weil ich nun mal Dominic King Kate bin und mir sowas egal ist. Denn ich lasse nichts an mich heran. Dennoch verspüre ich ein Brennen in den Augen und weiß, dass sie gerötet sind. Ich reibe sie mir kurz und starte dann den Wagen. Obwohl es gerade mal neun Uhr ist und es bei Sins Party bald richtig losgeht, fahre ich dorthin zurück, weil ich sonst nirgendwo hin kann. Auf Sins Anwesen parken unendlich viele Wagen, als ich dort ankomme, und ich drehe beinahe wieder um, mache es aber dann doch nicht, sondern stelle den Porsche in der Garage ab und gehe im Dunkeln zum Haus hinüber. Dort angekommen, schlängle ich mich durch die überfüllten Zimmer und bewege mich am Rande des Geschehens auf die Treppe zu. Als ich die unterste Stufe erreiche, drehe ich mich noch einmal um und werfe einen Blick über die Leute hinweg. Dabei entdecke ich sie. Jayce steht in ihrer Uniform mitten im Raum und lässt sich von einem Partygast, der ein Tequila-Glas in der Hand hält, das Salz vom Unterarm lecken. Sie ist heute Abend stark geschminkt. Die Wimperntusche dick aufgetragen, der Mund leuchtend rot. Sie schaut mit einem aufgesetzten Lächeln zu dem Mann auf und in dem Moment fällt ihr Blick auf mich. Sie erstarrt vor Schreck. Was zum Henker soll das? Ich wohne schließlich vorübergehend hier. Ich gehöre hierher, nicht Sie. Plötzlich kommt ein Typ auf mich zugestürzt, den ich nicht kenne und der offensichtlich zu viel getrunken hat. Hey, Alter, kannst du mir ein Autogramm auf mein T-Shirt geben? Dann lässt mich meine Frau in der nächsten Zeit mal öfter ran. Er packt mich am Arm und ich schüttle ihn genervt ab. Wenn ich das Glück hätte, hierher eingeladen zu werden, Alter, dann sollte ich auch wissen, dass man hier keine Autogramme schnauert. Ich bin für gewöhnlich nicht unhöflich zu Fans. Muss wohl an meiner schlechten Laune liegen. Der Typ starrt mich sprachlos an und ich wende mich von ihm ab. Dabei spüre ich Jaces Blick auf mir. Sie setzt ihr Tablett mit den Tequila-Gläsern ab und kommt zu mir herüber. Ich kehre ihr den Rücken zu, entschlossen, weiter die Treppe hinauf zu steigen, ohne ihre Anwesenheit mit einem Gruß zu würdigen. Doch das schreckt sie nicht ab. Sie packt mich am Arm und zwingt mich, sie anzusehen. Alles in Ordnung bei dir? fragt sie. Das da eben war ziemlich heftig. Ich blicke auf sie herab in ihre braunen Augen und stelle fest, dass sie wirklich besorgt ist. Ich muss schon ziemlich durch den Wind sein, dass sogar jemand wie sie, der mich kaum kennt, mitkriegt, dass etwas nicht stimmt. Ihre Finger auf meinem Arm sind warm und für einen Moment gerate ich ins Wanken. Sie ist warm und weich und besorgt. Ich weiß, was daraus werden könnte. Eine wilde Nacht, durch die ich mich besser fühlen würde. Frauen sind doch alle gleich. Sie wollen immer die Seelentröster spielen, alles in Ordnung bringen. Auch wenn ich nie über meine Vergangenheit oder über persönliche Dinge rede, spüren Frauen dennoch, dass ich verkorkst bin. Aber sie wissen nicht, wie verkorkst. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Ich schüttle den Kopf. Mir geht's gut, mach dir mal deshalb keine Sorgen. Doch ihr aufmerksamer Blick weicht nicht von mir, und ihre braunen Augen sehen mich forschend an. Das glaube ich dir nicht. Was ist passiert? Wieso interessiert dich das, will ich von ihr wissen, ehe ich mir die Frage verkneifen kann. Denn sie hat etwas an sich, was mich glauben lässt, dass sie sich wirklich dafür interessiert. Und das nicht nur, weil ich Dominic Kinkaid bin. Ich habe bisher nur die wilde, ungezähmte Jaycee gesehen, diejenige, die für Saffron arbeitet, die Cops herumschubst, sich auf Parkplätzen umzieht und sich von Männern das Salz für ihre Tequilas vom Körper lecken lässt. Aber dabei scheint sie mir auch gleichzeitig warmherzig und mutig zu sein. Ich habe nicht vergessen, wie sie sich zwischen Chris und mich gedrängt und meinen Körper mit dem ihren geschützt hat. Sie ist mir ein Rätsel. Jaycee wirkt angesichts meiner Frage verwirrt. Es interessiert mich, weil du nicht irgendein Fremder von der Straße bist. Du machst einen sehr mitgenommenen Eindruck auf mich. Da frage ich natürlich, ob alles in Ordnung ist, das würde doch jeder tun. Aber nicht die Leute, die ich in Hollywood kenne, denke ich. Spreche es aber nicht laut aus. Stattdessen drehe ich mich wieder um und steige weiter die Treppe hinauf. Ich bin weder ihr noch sonst jemandem Rechenschaft schuldig. Brauchst du noch irgendwas? ertönt ihre zögerliche Stimme hinter mir. Vielleicht einen Eisbeutel? Der Bluterguss auf deiner Wange sieht aus, als würde er noch wehtun. Ich bleibe stehen, ohne mich umzudrehen. Ich erinnere mich an ihr nacktes, zum Himmel gestrecktes Bein, als sie sich die winzigen Uniformshorts übergestreift hat. Bei der bloßen Erinnerung daran, wie sie sich im Freien umgezogen hat, beschleunigt sich mein Puls. Oh ja, ich brauche alles Mögliche, aber nur eines ist imstande, mich von dem Grund abzulenken, warum ich all das brauche. Ja, ich brauche etwas. Für einen Moment herrscht Stille zwischen uns. Schließlich fragt sie, und was? Ich wende mich langsam zu ihr um, mustere sie von oben bis unten und richte meinen Blick schließlich auf ihre dunklen, aufrichtigen Augen, die darauf warten, dass ich einen Wunsch äußere. Sie hat keine Ahnung, was ich für ein Mensch bin. Sie hat keine Ahnung, dass da nichts weiter ist als eine leere Hülle. Wenn sie es wüsste, würde sie sofort das Weite suchen. Wir wenden die Blicke nicht voneinander ab, während ich zu ihr hinuntersteige. Als ich auf ihrer Stufe angelangt bin, steht sie mit dem Rücken dicht an der Wand. Ich presse mich gegen sie, fest genug, dass sich mein steifer Schwanz in ihre Hüfte drückt. Mein Mund ist nur Zentimeter von ihrem Ohr entfernt, als ich sage, dich, mit ausgestreckten Armen und Beinen an mein Bett gefesselt. Das würde erst mal genügen. Bei dem Gedanken daran, wie ich ihr meinen Schwanz in den Mund schiebe, damit sie mir einen ablutscht, während ihre Hände gefesselt sind, werde ich hart. JC zieht die Luft ein, rührt sich aber nicht. Ihr Atem geht schnell und meiner streift heiß ihren Hals. Das weiß ich, weil ich ihn auf meinen Lippen spüren kann. Was ich nicht weiß, ist, warum ich das hier mache. Oder warum sie sich nicht wehrt. Angewidert von mir selbst und ihr wende ich mich ab. Vergiss es, geh nach Hause. Du willst heute Nacht nicht mit mir spielen, Kleine. Das kannst du mir glauben. Oh mein Gott, was für ein Arschloch! Ich blicke ihm nicht hinterher, als er die Treppe hinaufsteigt, sondern entferne mich mit puterroten Wangen. Ich bin besser als das. Jared hatte mich aussehen lassen, als sei ich total willensschwach und gefügig, und als das mit ihm vorbei war, hatte ich mir geschworen, von nun an mehr Selbstachtung zu haben. Ich werde mich nicht mehr benutzen lassen. Nie wieder. Diese JC gibt es nicht mehr. Sie ist unter einem Haufen von Therapeutenrechnungen verschwunden. Aber wieso habe ich mich da nicht gegen Dominics blöde Anmache gewehrt? Weil ich mir einen Moment lang vorgestellt habe, wie es wohl wäre, gefesselt auf seinem Bett zu liegen, und es wurde warm in meinem Slip. Ich bin schließlich auch nur eine Frau. Und eine leidenschaftliche noch dazu. Und Dominic ist eben Dominic. Ich habe genug Filme mit ihm gesehen, genug Liebesszenen, um zu wissen, dass er magische Hände besitzt. Auch wenn es nur gespielt war, war da doch immer eine bemerkenswerte Sinnlichkeit in seinen Bewegungen, in seinen Augen. Diese geheimnisvolle Dunkelheit in Dominics Augen stellt irgendwas mit mir an, bringt mich dazu, mich zu fragen, zu was er wohl fähig wäre, oder zu was ich wohl fähig wäre, wenn ich in solch eine Situation mit ihm geriete. Ich kann praktisch spüren, wie er im Dunkeln an meinem Hals flüstert, seine Hände über meinen Rücken gleiten, sich seine Fingerspitzen in meiner Haut graben. Oh Gott, ich erröte noch heftiger. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber es muss aufhören. Dominic bedeutet Ärger. Und davon brauche ich nicht noch mehr in meinem Leben. Ich schlage ein neues Kapitel auf und treffe gute Entscheidungen. Dominic Kincaid wäre eine sehr, sehr schlechte Entscheidung. Denn Dominic Kincaid macht schlimme Dinge. Das kann ich in seinen Augen sehen. Ich drehe mich nur so aus Spaß noch einmal um, und mein Blick sucht ihn in der Menge. Er ist nicht schwer zu finden. Er steht am oberen Ende der Treppe und blickt über das Erdgeschoss, als sei es sein Königreich. Und dabei hat er seinen Arm um eine schlanke Brünette geschlungen. In den zehn Sekunden, seit ich ihn auf der Treppe hatte stehen lassen, hat er bereits eine andere Frau zum Vögeln gefunden. Unsere Blicke begegnen sich. Und das Grün seiner Augen scheint zu glühen, als er mit voller Absicht genüsslich den Hintern der Frau umfasst, sie heftig an sich drückt und ihren Unterleib gegen seine Genitalien presst. Die Frau legt ihm die Arme um den Hals, vergräbt ihr Gesicht dort, atmet ihn ein. Und ich frage mich, wie das wohl sein muss. Jemandem so nah zu sein, der solche Abgründe in sich trägt. Jemandem, der entstande ist, einen Raum derartig zu beherrschen. Dominik sieht mich noch immer an. Und ich weiß, dass er dies meinetwegen tut. Um mir zu demonstrieren, was mir heute Nacht entgangen ist, weil ich nicht Ja gesagt habe. Sein Blick brennt sich in meine Augen. Also tue ich das Einzige, was mir bleibt, um mir ein bisschen Selbstachtung zu bewahren. Ich drehe mich um und gehe. Die Sonne scheint hell vom Himmel, als ich mich mit meinem Kaffee und meiner Handtasche in den Sitz meines Wagens sinken lasse. Wie zum Teufel könnte dieser Morgen nur so schnell kommen? Gott, gibt es etwas Schlimmeres als das? Ich drehe den Schlüssel in der Zündung und mir wird klar, dass es etwas Schlimmeres gibt. Morgen, an denen dein Wagen nicht anspringt und du pünktlich bei Joes Gladiators sein sollst oder du dir gar nicht mehr die Mühe zu machen brauchst, dort aufzuschlagen, wenn ich Joe richtig verstanden habe. Die sind schlimmer. Scheiße. Mistkarre, schimpfe ich, als ich den Schlüssel immer und immer wieder drehe. Aber es tut sich nichts. Es ist nur ein entmutigendes Klicken zu hören und der Motor gibt keinen Ton von sich. Der arme Brand, denn ich tue das, was ich neuerdings immer zu tun scheine. Ich greife nach meinem Handy und rufe ihn an. Ja, stöhnt er verschlafen. Ich erkläre ihm rasch meine missliche Lage und er kommt mir erwartungsgemäß zu Hilfe, wie ein Ritter in einem schweinegroßen Ford F-150, wenn auch mit verzausten Haaren und einem drolligen Gesichtsausdruck. Ich lächle verlegen, als ich in den Pickup steige. Tut mir echt leid, dass ich dich so überfalle, sage ich, wahrheitsgemäß. Ich wusste einfach nicht, was ich machen sollte. Ich habe keine Ahnung, was mit meinem Wagen los ist. Ich hätte zwar die Hochbahn nehmen können, aber ich bin mir nicht sicher, welche Haltestelle dem Jugendzentrum am nächsten ist und wenn ich zu spät komme, war's das. Joe lässt sich sowas nicht gefallen. Brand schüttelt den Kopf, als er sich in den Verkehr einreiht. Zerbrich dir deshalb mal nicht den Kopf. Mir ist es lieber, wenn du keinen Ärger bekommst. Wer braucht schon Schlaf? Seine Stimme klingt heiser und rau und falls ich irgendwelche Zweifel daran gehabt hätte, dass ich ihn wirklich geweckt habe, wären sie nun, da ich seine verschlafene Stimme höre, ausgeräumt. Tut mir leid, sage ich wieder. Dafür gebe ich dir einen Kaffee aus, okay? Brand grinst mich gutmütig an. Okay. Ich schaue aus dem Fenster, sehe mir das Gewimmel in den Chicagoer Straßen an. Bisher gibt es noch keine Spur von dem eigenartigen Ausdruck, den ich neulich Nacht in Brands Augen gesehen habe und dafür bin ich dankbar. Es ist wirklich unglaublich wichtig für mich, dass zwischen uns alles normal läuft. Unglücklicherweise bedeutet normal für Brand, dass er mir bei irgendetwas zu Hilfe kommen muss. Bist du es eigentlich nie leid, mir aus der Patsche zu helfen, frage ich. Ich weiß noch, wie Gabe mir immer Vorträge gehalten hat. Das tust du nie. Das liegt daran, dass ich ein Heiliger bin, erwidert Brand, als er in eine Seitenstraße abbiegt und seinen großen Truck Richtung Jugendzentrum steuert. Da kannst du jeden fragen. Ich kichere. Das muss ich gar nicht. Wer es mit mir aushält, der sollte heilig gesprochen werden. Lass mich mal mit dem Papst über die Sache reden. Du bist doch gar nicht katholisch, gibt Brand zu bedenken, als er auf Joes Parkplatz einbiegt. Ich weiß, erwidere ich. Ich werde eben meinen ganzen Charme spielen lassen. Du meine Güte, sagt Brand kopfschüttelnd. Der arme Mann würde einen Herzeinfall bekommen. Ich hole dich heute Abend wieder ab. Rufe einen Abschleppwagen, der dein Auto abholt. Ich gebe ihm gerade einen Kuss auf die Wange, als ich das Gräueln eines Wagens vernehme, der neben uns hält. Der mächtige, laute Klang dieses Motors ist unverwechselbar. Und ich weiß, ohne nachsehen zu müssen, dass es Dom ist. Ich murmele Brand einen Abschiedsgruß zu und schaue kurz zu Dom hinüber, als ich aus dem Truck klettere. Ich spüre, dass Brand mir nachstarrt, ignoriere es aber. Ich kann jetzt nicht an ihn denken. Denn wann immer Dominik in der Nähe ist, wird alles andere, offengestanden, zur Nebensache. Er ist heute ganz in Schwarz gekleidet. Dunkle, ausgewaschene Jeans und ein schwarzes T-Shirt, das eng genug ist, um seinen Oberkörper darunter erahnen zu lassen. Selbst seine grünen Augen wirken schwarz, als er mich anstarrt, darauf wartet, dass ich an ihm vorbeigehe. Nichts entgeht ihm. Die Art und Weise, wie ich Brand küsse, mich vom Truck entferne, versuche, ihn nicht anzusehen. Seine Lippe zuckt und wieder einmal überkommt mich dieses Gefühl, als würde er mich durch und durch kennen, alles über mich wissen. Es ist ein beunruhigendes Gefühl. Als ich an ihm vorbeigegangen bin, folgt er mir. Ich spüre jeden seiner Schritte, spüre seine Anwesenheit hinter mir, ein Kraftfeld aus Erotik und Arroganz. Ich gebe mir alle Mühe, ihn zu ignorieren. Als wir an der Tür ankommen, verhaare ich, und er greift um mich herum, um sie für mich zu öffnen. Als er dies tut, nehme ich seinen Geruch wahr, der so einzigartig ist, moschusartig und dennoch würzig, total männlich. Ich atme ihn tief ein. Als ich eintrete, schenke ich ihm nicht mal einen Blick, selbst als ich mich dafür bedanke, dass er mir die Tür aufhält. Meinetwegen muss er hier keinen auf sexy machen. Ich falle nicht auf diese Tour herein. Der kann mich mal. Ich meine zu hören, wie er an sich hineinlacht, als ich meine Nase in die Luft recke. Doch ich kann mich auch täuschen. Ist mir aber egal. Ich steuere geradewegs auf Joes Büro zu, um herauszufinden, was ich heute tun soll. Dominic folgt mir in gebührendem Abstand und Jo, der mir heute besonders mürrisch vorkommt, teilt uns unsere Aufgaben zu. Sie reinigen den Umkleideraum, sagt er mit müder Stimme zu Dominic, bevor er mich ansieht. Und JC, Sie können dabei helfen, die Jungs zu wiegen. Wir müssen ihr Gewicht protokollieren. Das Klemmbrett ist da drüben und die Waage steht in der Umkleide. Geht's ihnen gut? frage ich zögernd, als ich nach dem Klemmbrett greife. Sie kommen mir ein bisschen müde vor. Er mustert mich mit finsterem Blick. Sehe ich so aus, als hätte ich Eierstöcke. Wenn ich Lust habe, wie eine Tussi zu quatschen, dann werde ich mich melden. Das Blut schießt mir in den Kopf und ich kann Dominics Grinsen praktisch spüren. Jo hatte zwar gesagt, Hunde, die bellen, beißen nicht, aber das war ziemlich heftiges Gebell. Ich werd's mir merken, sage ich leise und mache mich auf den Weg zum Umkleideraum. Dominic folgt mir schweigend. Keiner von uns geht auf Joes schlechte Laune ein. Stattdessen schweigen wir, wofür ich dankbar bin, denn es war schon ein bisschen beschämend für mich, eine solche Abfuhr zu bekommen. Es gibt nichts Schlimmeres, als sich für jemanden einzusetzen, der dann auf einmal rumtrampelt. Wir machen uns an die Arbeit. Dom reinigt die Wände und die Spinde und ich biege riesige, verschwitzte Jungs. Die ganze Zeit über weiß ich ganz genau, wo sich Dominic in dem Umkleideraum aufhält, selbst wenn ich ihn nicht ansehe. Ich spüre ihn. Ich höre seinen Atem, seine Bewegungen, rieche sein Rasierwasser, bin mir seiner bewusst. Egal wie entschlossen ich auch sein mag, ihn zu ignorieren, da ist unbestreitbar etwas Elektrisierendes zwischen uns. Ich weiß, dass er es auch spürt, denn jedes Mal, wenn ich zu ihm hinübersehe, scheint er mich anzuschauen, und da ist etwas in seinem Blick, das ich nicht zu beschreiben vermag. Ich schlucke, notiere ein Gewicht, bedeute dann, dem nächsten Jungen vorzutreten. Jake grinst, als er so tut, als versuche er, sich zu schützen, indem er seine großen Hände vor seiner Brust spreizt. Heute trittst du mich aber nicht, oder? fragt er lachend, als er auf die Waage steigt. Ich verschiebe das Gegengewicht, bis ich sein genaues Gewicht ermittelt habe, und verdrehe die Augen. 98,8 Kilogramm. Und nein, es sei denn, du versuchst nochmal, mich zu begrapschen. Er lacht und steigt wieder herunter. Habe ich ja gar nicht versucht, ich wollte nur mal Hallo sagen. Verstehe, erwidere ich, während ich sein Gewicht notiere. Aber versuch's demnächst doch lieber mit deinem Mund zu sagen, statt mit deinen Händen. Er kichert. Du bist okay, JC, für ein Mädchen. Ich gebe ein Schnauben von mir, lächle ihn aber an. Joe hatte mir ja gesagt, dass ich ihnen nur zeigen müsse, wer der Boss ist. Die anderen Jungs scheinen aus Jakes Fehler gelernt zu haben, denn sie sind jetzt alle freundlich zu mir. Vielleicht sogar ein bisschen nervös, wenn ich in der Nähe bin. Der Gedanke bringt mich zum Schmunzeln. Und ich bedeute, dem nächsten Jungen auf die Waage zu steigen. Die Zeit geht schnell vorbei und ehe ich mich versehe, kommt Joe herein. Sie beide kommen mit mir, sagt er, an Dom und an mich gewandt. Wir schauen einander an, folgen aber seinem schwerfälligen Schritten, als er uns in die Küche seiner Boxhalle führt. Es ist ein großer, älterer Raum mit verdreckten Ecken und gelblich verfärbten Arbeitsflächen. Die Kids da draußen bekommen für gewöhnlich nicht genug zu essen, erklärt er uns. Ich versuche sicherzustellen, dass sie nach der Schule hier etwas kriegen. Ich nenne es einen Snack, aber im Grunde ist es eine richtige Mahlzeit. Die Kühlkammer muss gesäubert und die Lebensmittel müssen durchgesehen und ordentlich eingeräumt werden. Werfen Sie alles weg, was nicht mehr gut ist. Aber wirklich nur das. Und schließlich kein Krösus. Wir müssen mit unseren Vorräten vernünftig haushalten, verstanden? Wir nicken beide und ich bin wieder einmal beeindruckt von Joes großem Herzen, auch wenn er mir fast den Kopf abgerissen hat. Er lässt uns allein und wir schauen uns um. Oh Mann, stöhnt Dom, den Blick auf die eingebeulte Tür des Kühlraums gerichtet. Das könnte eine Weile dauern. Ich zucke mit den Schultern. Und? Ist doch besser, wenn wir beschäftigt sind und nicht die Minuten zählen müssen, bis wir nach Hause gehen können. Na schön. Nach dir, Prinzessin, bedeutet mir Dom schulterzuckend und hält mir die schwere Metalltür auf, um mir den Vortritt zu lassen. Aber stolpere nicht über den Rost. Du meine Güte, ich glaube, das Ganze stammt noch aus den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Er hat recht. Alles hier ist alt, knarrt und quietscht. Eigentlich würde ich am liebsten gar nicht hineingehen. Aber ich tue es dennoch und beginne sogleich zu frösteln, reibe mit den Händen über meine Arme, während mein Blick über die aufs Gerate wohlgefüllten Regale wandert. Es riecht hier drin nach verdorbenem Essen, stehendem Gewässer, und Achselschweiß. Großer Gott, ich glaube, es ist seitdem auch nicht mehr sauber gemacht worden. Ich fummele an einigen Lebensmitteln herum, bei denen bereits das Haltbarkeitsdatum weit überschritten ist. Andere sind frisch. Dom stößt einen Seufzer aus. Tja, das wird wirklich eine Weile dauern. Dann hole ich wohl besser mal Eimer und Schwämme, damit wir loslegen können. Bin gleich wieder da. Er wendet sich zur verbeulten Tür um, aber als er den Griff herunterdrückt, passiert nichts. Was zum Henker, brummt er, zerrt daran, setzt sein Gewicht mit ein. Ich starre ihn entgeistert an und sehe zu, wie er sich weiter abmüht, die Tür zu öffnen. Schließlich dreht er sich zu mir um und sieht mich an. Wir sind eingeschlossen. Ich versuche nicht gleich auszuflippen, zucke nur mit den Schultern und starre auf die verschlossene Tür. Keine Sorge, Joe wird nach uns suchen, bevor er geht. Alles wird gut. Aber Joe kommt nicht. Und nichts ist gut. Es ist verdammt kalt. Der Raum ist klein. Es riecht wie in einem Sumpf und wir sitzen hier fest. Wir bringen Ordnung in die Lebensmittel in den Regalen, um die Wartezeit zu nutzen und um uns zu bewegen, damit es nicht zu kalt wird. Aber irgendwann bleibt uns nichts mehr zu tun. Ich habe am ganzen Körper Gänsehaut, aber Joe taucht immer noch nicht auf. Ich schlage gegen die Tür, bis meine Hände brennen, doch niemand hört es. Ich schreie, trete sogar gegen die Tür, aber es kommt immer noch niemand. Schließlich rutsche ich niedergeschlagen zu Boden. Können wir hier drinnen frieren, frage ich und blicke zu Dominik auf, der anscheinend gelassen an der Wand lehnt. Er schüttelt den Kopf. Nein, das hier ist ja keine Gefrierkammer. Vielleicht wird es etwas ungemütlich, aber davon stirbt man nicht. Wann werden sie uns wohl finden? frage ich leise. Dominik schaut kurz zu mir herüber. Schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung, ob Joe noch mal rumgeht und alles kontrolliert, bevor er nach Hause verschwindet. Scheiße, sage ich und lasse meinen Hinterkopf gegen die Wand sinken. Das kannst du laut sagen, erwidert Dominik, rutscht neben mir zu Boden und lässt seinen Kopf ebenfalls gegen die Wand sinken. Scheiße, schreie ich laut und ziehe das Wort dabei in die Länge, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Aber ich fühle mich dadurch nicht besser. Einen Moment lang kommt es mir so vor, als würden die Wände näher rücken. Doch dann habe ich eine Idee. Mein Handy, platze ich heraus und dann plötzlich fällt mir ein, dass wir ja im 21. Jahrhundert leben. Ich ziehe es aus meiner Tasche hervor, bin aber sogleich wieder entmutigt, als ich sehe, dass ich hier kein Netz habe. Ich blicke zu Dominik hinüber, der den Kopf schüttelt. Aber auch kein Netz. Die Wände von dem Ding hier sind dick und aus Metall. Da geht nichts durch. Muss wohl Schicksal sein, dass wir hier zusammen gelandet sind, sage ich schließlich und stecke mein Handy wieder ein. Das war natürlich ein Witz und auf Dominiks Gesicht erscheint dieses für ihn typische Grinsen. Das, das ihn so berühmt gemacht hat. Selbst jetzt scheint er cool und gelassen zu sein, das genaue Gegenteil von dem, was ich empfinde. Doch dann erwidert er. Schicksal? Daran glaube ich nicht. Aber falls es doch so was geben sollte, dann kann es verdammt grausam sein. Ich mustere ihn, denn mit einem Mal ist da ein Schmerz in seinen Augen. so ein verletzlicher Ausdruck. Doch er ist so schnell verschwunden, wie er aufgetaucht ist. Und er trägt wieder seine verschlossene Miene zur Schau. Aber diese kurzen Einblicke in einen anderen Dominik sind faszinierend. Da steckt mehr hinter Dominik Kincaid, als man glaubt. Das spüre ich. Tja, so wie es aussieht, sitzen wir hier fest. Eigentlich eine gute Gelegenheit, einander kennenzulernen, sage ich so beiläufig wie möglich, größtenteils wegen dieses Ausdrucks in seinen Augen. Denn wer weiß, wie lange wir hier drinnen bleiben müssen. Und diese Stille macht mich fertig. Dominik schüttelt bereits den Kopf. Nein, danke. Ich habe keine Lust, morgen irgendwelche Details aus meinem Leben auf den Titelseiten der Boulevardpresse zu lesen. Er verschränkt die Arme vor der Brust und schließt die Augen. Ich schüttle ebenfalls den Kopf, tue dies aber, weil mich seine Einstellung zum Leben traurig macht. Es muss ätzend sein, du zu sein, sage ich. Immer das Schlechteste von den Leuten zu denken. Nicht jeder ist darauf aus, dich auszunutzen, weißt du. Er öffnet die Augen, zieht eine Augenbraue in die Höhe. Ach ja, schon mal den Spruch gehört? Aus Erfahrung wird man klug? Und meiner Erfahrung nach will für gewöhnlich immer irgendjemand, irgendwas von mir. Tut mir echt leid für dich, erwidere ich ironisch. Dominik blickt düster drein, als er versucht, es sich auf dem Boden neben mir bequemer zu machen und seine langen Beine an den Fußgelenken übereinander legt. Du weißt doch gar nichts über mich. Du weißt nur, was sich meine PR-Leute für die Öffentlichkeit einfallen lassen. Es ist alles perfekt inszeniert, perfekt platziert, perfekt getimt. Es ist alles nur ein Spiel, Prinzessin. Das weiß die breite Masse nur nicht. Die breite Masse. Als ob der Rest der Welt völlig abgetrennt von ihm wäre. Offenbar bin ich mit allen anderen Teil dieser Masse, während Dominik allein ist. Dominik gegen den Rest der Welt. Mit einem Mal tut er mir wirklich leid. Er mag reich sein und umwerfend aussehen, aber da ist dieser Ausdruck in seinem Gesicht, der mir sagt, dass er sein Leben gründlich satt hat. Ein Ausdruck, der so gar nicht zu jemandem seines Alters passt. Es scheint fast so, als wäre er 100 Jahre alt und aller Dinge überdrüssig. Also, wenn dir dein Leben nicht gefällt, dann kannst du es ändern, teile ich ihm mit, während meine Lippen vor Kälte zittern. Dir gehört die Welt. Du kannst alles tun, was du willst. Das ist dir doch klar, oder? Dominik starrt mich an und ich sehe ein gefährliches Funkeln in seinen Augen. Wir arbeiten gerade mal zwei Tage zusammen und du glaubst bereits, mich zu kennen. Ich ignoriere die Schärfe in seinem Ton. Nein, natürlich nicht, aber ich kann eine Menge in deinem Gesicht lesen. Wahrscheinlich mehr, als dir lieb ist. Er sieht mich mit undurchdringlicher Miene an. Zum Beispiel? Ich mustere ihn abschätzend. Da ist eine Dunkelheit, die dich umgibt. Jemand hat dir irgendwann einmal sehr wehgetan. Glaubst, ganz allein zu sein. Und du hast alles nur noch satt. Dominik zieht vernehmlich die Luft ein, ohne seinen Blick von mir abzuwenden. Und du glaubst, all das in meinem Gesicht lesen zu können. Ich nicke langsam, schaue ihn dabei unverwandt an. Ich weiß, dass ich es kann. Möchtest du darüber reden? Dominik gibt ein trockenes Lachen von sich. Nein, danke. Wie schon gesagt, ich muss keinen Mist über mich in der Presse lesen. Die bringen schon genug Lügen über mich. Da will ich ihnen nicht auch noch die Wahrheit liefern, die sie verdrehen können. War aber ein netter Versuch. Ich spüre die Wärme, die von seinem Körper ausgeht und rutsche ein wenig näher an ihn heran. Sorry, sage ich, als er mir einen Blick zuwirft. Mir ist furchtbar kalt und du bist warm. Meinetwegen, erwidert er und hebt den Arm, um ihn um meine Schultern zu legen. Aber keine Fotos. Ich will das nicht irgendwo im Internet wiederfinden. Und du willst das auch nicht, das kannst du mir glauben. Die würden dich wochenlang jagen. Ich verdrehe die Augen. Keine Sorge, aber ein Foto mit dir ist wirklich das Letzte, woran ich gerade denke. Ich interessiert nur, wie ich es anstelle, trotz Unterkühlung alle meine Finger und Zehen zu behalten. Hast du immer gleich ein Drama aus allem, erkundigt sich Dominik trocken, legt mir aber gleichzeitig sein Arm etwas fester um die Schultern. Ich kichere, antworte aber nicht. Ich genieße es, einige Minuten lang einfach nur so mit ihm dazusitzen, bevor mir die Stille wieder auf den Geist geht. Okay, es macht mich wahnsinnig, dass es hier so ruhig ist, erkläre ich. Wenn du nicht reden willst, dann muss ich eben selbst für Ablenkung sorgen. Was hältst du von einem kleinen Fragespiel? Dominik stöhnt leise, wenn's sein muss. Hattest du eine schöne Kindheit? Seine Augen bleiben geschlossen. Kein Kommentar. Ich kaue auf meiner Lippe. Warst du schon mal in eine Filmpartnerin verliebt? Seine Augen bleiben immer noch geschlossen. Kein Kommentar, sagt er wieder. Ich brenne darauf, ihn etwas Bestimmtes zu fragen, zögere aber, da ich mich nicht so recht traue. Doch dann stürze ich mich in echter JC-Vincent-Manier einfach kopfüber hinein und tue es trotzdem. Dieses Mädchen, mit dem du auf der Party zusammen warst, war das Emma? Er verkrampft sich. Seine Muskeln scheinen zu erstarren und er sieht mich mit weit aufgerissenen Augen an. Woher weißt du von Emma? Sein Gesichtsausdruck hat in seiner Eindringlichkeit etwas Furchteinflößendes. Deine Schwester hat sie in der Nacht erwähnt, als wir uns kennengelernt haben, erwidere ich gedehnt. Du hast einen Schlag gegen den Kopf abbekommen, deshalb erinnerst du dich wahrscheinlich nicht mehr daran. Für einen Moment wechseln sich Verwirrung, Traurigkeit, Schmerz und etwas Dunkles, das ich nicht genau zu benennen vermag, in seinem Gesicht ab, bevor er endlich den Kopf schüttelt. Tu ich nicht und kein Kommentar. Eine düstere Stimmung, so düster wie Dominics Miene, macht sich breit und ich weiß nicht so recht, was ich dagegen unternehmen soll. Ich finde seine Reaktion faszinierend, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich versuchen sollte, ihm mehr Informationen zu entlocken. Aber da sich die Erwähnung des Mädchens derart negativ auf seine Stimmung ausgewirkt hat, entscheide ich mich lieber dafür, das Thema zu wechseln. Wie ist es, Sinkinkades Bruder zu sein? Er mustert mich belustigt und alles Hässliche ist aus deinen Augen verschwunden. Frag doch lieber ihn, wie es ist, mein Bruder zu sein. Ich schüttle amüsiert den Kopf angesichts seiner Arroganz. Das würde ich ja, wenn ich nicht mit dir hier festseße. Du bist, ehrlich gesagt, nicht gerade sehr kooperativ, was dieses Spiel angeht. Dominic lächelt. Sehr scharfsinnig von dir. Das liegt daran, dass ich nicht spielen will. Es sei denn, ich darf die Fragen stellen. Das würde mir mehr Spaß machen. Ich zucke mit den Schultern. Meinetwegen, schieß los. Du fragst, ich antworte. Er fixiert mich mit seinem Blick. Gehörst du zu diesen anstrengenden Mädchen, die viel Aufmerksamkeit erfordern? Ich lächle. Das ist leicht. Nein. Träumst du in Farbe? Ich verdrehe die Augen. Du gibst dir ja keine Mühe. Jeder träumt doch wohl in Farbe. Ich habe noch nie von jemandem gehört, der in Schwarz-Weiß träumt. Letzte Nacht erst habe ich geträumt, dass es regnet. Aber die Regentropfen haben sich in pinkfarbene Rosenblätter verwandelt. Und als ich zu Boden geschaut habe, da war der mit Rosenblättern bedeckt, als hätte es geschneit. Dominik zieht eine Augenbraue in die Höhe. Du siehst also Niederschlag in einem romantischen Licht. Interessant. Ich schmunzle. Ich sehe alles in einem romantischen Licht. So bin ich nun mal. Dominik schüttelt den Kopf. Das könnte dir noch mal ein paar Schwierigkeiten einbrocken. Ich sehe ihn offen an. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dass ich nichts gegen Schwierigkeiten habe. Ich sehe sie als Herausforderung. Nächste Frage. Wieso hast du dich zwischen Chris und mich gestellt? Du hättest ernsthaft verletzt werden können. Schlimmer, als du es ohnehin wurdest. Dominik sieht mich interessiert an und ich erkenne echte Neugierde in seine Augen. Ich schüttle den Kopf. Weil ich ein menschliches Wesen bin, erwidere ich. Ich glaube, jeder halbwegs anständige Mensch wäre dazwischen gegangen und hätte versucht, euch beide davon abzuhalten, euch gegenseitig umzubringen. Bist du ein anständiger Mensch? Dominiks Lippe zuckt. Manchmal, antworte ich lächelnd. Wieso ist deine letzte Beziehung in die Brüche gegangen? Hat dir dein Freund Ärger gemacht? Scheiße. Dieser Themenwechsel durchfährt mich wie ein Messer, denn die Antwort auf diese Frage ist hässlich. Ärger ist noch harmlos ausgedrückt, denn Jared hat jemanden getötet, den ich geliebt habe. Doch das sage ich nicht laut. Stattdessen murmle ich kein Kommentar. Dominik reagiert genervt. Dann macht das Spiel keinen Spaß. Wieso erzählst du mir nicht einfach etwas über deine Kindheit oder sonst einen Scheiß? Und das tue ich. Nur um Jared aus meinem Kopf zu kriegen. Um nicht über diese Bilder nachdenken zu müssen. Den zerstörten Wagen. Das Blut. Die Schreie, als Maddie zum Unfallort kam. Ich rede und rede, um nicht an all diesen missdenken zu müssen. Ich erzähle Dom, wie es war, mit Gabe und meinen lausigen Eltern aufzuwachsen. Ich erzähle ihm von Brand und dass er immer wie ein Bruder für mich gewesen ist. Ich erzähle ihm, wie ich im Sommer immer für meine beste Freundin Maddie gearbeitet habe, bevor sie meinen Bruder geheiratet hat und nach Connecticut gezogen ist. Als ich innehalte, um Luft zu holen, hat Dom seine Augen wieder geöffnet und starrt mich an. Dieser große, blonde Typ ist wie ein Bruder für dich? fragt er zweifelnd. Das ist aber eine merkwürdige Geschwisterbeziehung. Sein Tonfall ist so eigenartig und ich kneife die Augen zusammen. Was willst du damit andeuten? Er zuckt mit den Schultern. Gar nichts. Aber so inzestuöse Beziehungen sind nicht jedermanns Sache. Ich spüre, wie mich ein Schauer überläuft. Also, das ist wirklich abartig. Brandt hat mir das Radfahren beigebracht. Dom mustert mich. So wie dich der Typ ansieht, ist das alles andere als brüderlich. Das kannst du mir glauben. Ein eigenartiges Gefühl überkommt mich. Denn ich habe diesen neuen Ausdruck in Brandts Augen tatsächlich ignoriert. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass ich ihn niemals wieder zu sehen bekommen werde. Aber tief in mir drin weiß ich, dass sich diese Hoffnung nicht erfüllen wird. Und tief in mir drin weiß ich auch, dass Dominik recht hat. Ist ja ein Wunder, dass du überhaupt etwas um dich herum wahrnimmst, sage ich bissig. Aber du irrst dich gewaltig. Ich irre mich selten, erwidert er arrogant. Und ich sehe ihm an, dass er das wirklich glaubt. Sagen dir die Leute in deiner Umgebung wirklich immer das, was du hören willst, frage ich. Sagen sie dir, was für ein Genie du bist, dass du dich niemals irrst und auch, dass du einfach perfekt bist? Das müssen sie mir gar nicht erst sagen, entgegnet er schmunzelnd. Ich gebe ein würgendes Geräusch von mir. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du arrogant bist? Er nickt. Und da ist wieder ein leichtes Zucken in seinen Mundwinkeln. Kommt hin und wieder vor, räumt er ein. Doch es ist offensichtlich, dass er sich einen Dreck darum schert. Ich lehne mich weiter zurück in seinen Arm. Genieße es, wie mich selbst in der kalten Luft seinen Geruch umhüllt. Wie ist es eigentlich, einen Film zu drehen, erkundige ich mich und wechsle damit das Thema. Ich muss über irgendetwas reden, sonst drehe ich durch. Ich könnte schwören, dass der Kühlraum kleiner geworden ist, seit wir hier drin eingesperrt sind. Dominik schließt wieder die Augen. Die Rückseite seiner Finger drückt leicht gegen meine Seite. Ich glaube nicht, dass er es bemerkt, aber ich bemerke es. Ganz okay, sagt er. Ich bin kein geselliger Mensch. Aber auch wenn mich Millionen von Menschen auf der Leinwand sehen, kommt es mir beim Dreh nicht so vor. Also bist du eher introvertiert, erkundige ich mich neugierig. Er nickt, ohne die Augen zu öffnen. Absolut. Meine Brüder haben die extrovertierten Gene. Ach ja, die knallharten Rocker. Die scheinen definitiv das Rampenlicht zu lieben. Hast du außer deinen beiden Brüdern und deiner Schwester noch mehr Geschwister? Nein, antwortet er. Du hast Glück, sage ich. Ich habe nur Gabe. Und er ist der Einzige, der zählt, weil du so lausige Eltern hast, fragt Dominik interessiert und wiederholt damit meine Worte von eben. Es ist das erste Mal, dass er tatsächlich interessiert scheint. Du hast also doch zugehört, sage ich und stupse ihn mit dem Ellenbogen an. Und er lächelt. Es ist ein echtes Lächeln. Das erste Mal, dass ich so eins bei ihm sehe. Aber es war das Warten wert. Dieses Lächeln erwärmt den ganzen Raum. Beinahe so, als seien gerade die Wolken aufgerissen und die Strahlen der Sonne scheinen auf uns herab. Lebt mir nichts anderes übrig, erklärt er. Und sein Blick ist beinahe warm. Du hast ja nicht aufgehört zu reden. Ich kann nirgendwo hinfliehen. Ich kichere und er lächelt. Und einen Moment lang kommt es mir so vor, als wären wir Freunde. Wieso sind deine Eltern denn lausig? Ich fragte nach einer Minute. Bin überrascht, dass er sich überhaupt die Mühe macht, zu fragen, und obwohl ich mich dabei unbehaglich fühle, antworte ich. Meine Mom wollte nie Mutter sein. Und sie ist auch einfach nicht gut darin. Als sich meine Eltern scheiden ließen, da hat sie die Gelegenheit genutzt, das zu tun, was sie tun wollte. Das macht sie heute noch. Sie hat jede Woche einen neuen Freund. Und von meinem Dad höre ich nur selten etwas. Er dachte immer, es reiche aus, meiner Mutter die Alimente zu zahlen. Schmerz durchzuckt mich, als ich dies laut ausspreche. Es ist so, als würde ich vor der ganzen Welt eingestehen, dass mit mir etwas nicht stimmen kann, weil sich meine Eltern einen Dreck darum scheren, ob ich am Leben bin oder tot. Aber Dominik scheint das anders zu sehen. Ist doch ihr Pech, sagt er schulterzuckend. Das sage ich mir immer, wenn ich von einer schlechten Kritik höre oder wenn mich jemand blöd anmacht. Es ist ihr Pech, nicht deines. Falls du das wirklich glauben solltest, dann bewundere ich dich, gestehe ich freimütig. Ich bin wohl etwas dünnhäutiger. Tja, und das ist schon dein erster Fehler, erwidert er. Du musst dir ein dickeres Fell zulegen. Oder Eier. Ich habe Eier, entgegen ich. Und zwar welche aus Stahl. Dominik lacht. Wirklich? Dann lass mal sehen. Ehe ich mich versehe, liegt seine Hand zwischen meinen Beinen, während er mich mit der anderen festhält. Er streichelt mich nur für einen kurzen Moment, aber die Hitze seiner Hand verschmilzt mit meiner Hitze und eine Million Nadeln schießen mir in die Beine und meine Knie werden weich. Ich stoße ein Keuchen aus und unsere Blicke begegnen sich. Ich bin wie erstarrt, während mir das Herz in der Brust hämmert und meine Finger zittern. So wie es aussieht, hast du keine Eier, verkündet er mit leiser Stimme, ohne seine Hand wegzunehmen. Das war nur eine Redewendung, krächze ich unnötigerweise, denn das weiß er natürlich. Du kannst deine Hand jetzt wieder wegnehmen. Ach, kann ich das? Seine Stimme klingt samtig, butterweich. Doch anstatt sie wegzunehmen, bewegt er seine Finger und meine Nervenenden gehen in Flammen auf. Und dieses Feuer breitet sich von meinen Genitalien zu meinen Schenkeln und meiner Brust aus. Warum rücke ich nicht von ihm ab? Die Antwort lautet, weil ich es nicht will. Ich sollte es eigentlich wollen, denn Dominic Kinkade ist meistens ein Arschloch. Aber verdammt noch mal, ein sehr begehrenswertes Arschloch. Und ganz ehrlich gesagt, ich glaube, ich könnte mich ums Verrecken nicht bewegen. Es kommt mir so vor, als wäre ich in seinem Bann gefangen. Er senkt den Kopf und seine Lippen berühren leicht mein Ohr. Soll ich meine Hand immer noch wegnehmen? Ich kenne da nämlich eine hervorragende Möglichkeit, um warm zu bleiben. Mir stockt erneut der Atem bei dem intimen Tonfall, der Wärme seiner Lippen, der Art und Weise, wie sich mein Herz in der Brust überschlägt. Ich öffne den Mund, um etwas zu sagen, aber es kommt kein Laut heraus. Dominic bewegt wieder seine Finger, reibt über die Außenseite meiner Hose, treibt mich auf etwas zu, von dem ich nicht sicher bin, ob ich mit ihm darauf zusteuern möchte. Und dennoch vermag ich mich nicht zu rühren. Ich schlucke. Du willst es doch, sagt er. Du bist feucht. Ich kann es durch deine Klamotten fühlen. Er streckt seine Finger wie eine Trophäe in die Höhe und lässt mich dabei nicht aus den Augen. Während ich verwundert zusehe, hält er sie sich an die Nase und atmet tief ein. Ist dir schon warm? Mein Blick ist auf seine Lippen gerichtet, als er die Worte mit seiner rauchigen, tiefen Stimme spricht. Seine Lippen sind voll, aber männlich, und ich sehne mich plötzlich danach, meine darauf zu pressen. Doch das tue ich nicht. Denn ich will nicht benutzt werden. Nie wieder. Nein, ganz und gar nicht. Aber Dominik betrachtet dies als Herausforderung. Er ist nicht daran gewöhnt, ein Nein zu hören und nicht gewillt, nun damit anzufangen. Ich sehe es in seinen dunklen Augen, kurz bevor er den Kopf neigt und sich seine feurigen, heißen Lippen auf die Meinen senken. Und er mich mit einer Heftigkeit küsst, die einen Teil von mir berührt, der mir bisher noch nicht bewusst war. Ich möchte ihn am liebsten einatmen, aufsaugen. Ich bin mir vage, seine Hände auf meinem Rücken bewusst, der Wärme, die er verströmt, seine Härte, die an meine Weichheit drängt. Ich bin atemlos, als er zurückweicht. Und jetzt? Ich habe Angst, darauf zu antworten. Stattdessen rücke ich nun ein Stück von ihm ab. Ein bisschen nur, gerade genug, damit ein kleiner Abstand zwischen uns entsteht. Ich habe immer noch imstande bin, seine Wärme aufzunehmen. Mit klappernden Zähnen, verursacht durch die Kälte und die plötzliche Abwesenheit seiner Lippen, antworte ich besser. Er lacht. Ein rauchiges, tiefes, unanständiges Lachen. Das kann ich mir vorstellen. Und schon lasse ich mich wieder hineinziehen, denn dieses sexy Lächeln, dieser arrogante Blick, dieses wissende Grinsen, haben es mir angetan. Aber ich weiß, dass er mir schadet. Gift für mich ist. Das darf ich nicht vergessen. Das Problem ist nur, dass ich dies jedes Mal, wenn ich in seine Augen schaue und all die geheimnisvollen Dinge darin erblicke, vergesse, alles vergesse, das von Bedeutung ist. Als ich meine Hand zwischen Jaceys Beinen vergrabe, schwellen mir die Eier an und mein Schwanz wird hart. Denn die Vorstellung, dass sie nicht die durchtriebene, abgebrühte Tussi ist, für die ich sie gehalten habe, sondern ein nettes, gutes Mädchen tönt mich an und weckt den Wunsch in mir, herauszufinden, wie gut sie wirklich ist. Jacey starrt mich fasziniert an und aus irgendeinem Grund möchte ich mich in diesem Blick sonnen, mich darin ahlen und das stundenlang. Hauptsächlich deshalb, weil nicht meine Person der Grund dafür ist, dass sie mich so ansieht, sondern die Empfindungen, die ich in ihr wecke. Ihre Augen sind groß und unschuldig und sanft. Das gefällt mir. Wärmen wir uns doch gemeinsam auf, Jacey, schlage ich vor und die Bedeutung meiner Worte wird sehr klar, als meine Hand zu ihrem Schenkel gleitet, wo sich meine Finger in ihr Bein graben. Nein, stammelt sie, ich kann nicht, ich... Genau in diesem Moment wird die Tür des Kühlraums geöffnet und warme Luft strömt herein. Ich hebe überraschend den Kopf. Was zum Henker soll denn das? Blufft Joe Barsch, der seinen grauen Kopf zur Tür hereinsteckt und uns wütend anstarrt, als ob wir es uns ausgesucht hätten, hier festzusitzen. Raus hier! Wir haben schon nach Ihnen gefahndet! Jaceys braune Augen wandern erschrocken von mir zu Joe hinüber. Sorry, Joe, sagt sie und rappelt sich auf. Wir waren eingeschlossen. Danke, dass Sie uns gerettet haben. Er heftet seinen Blick erst auf Sie, dann auf mich. Ich hoffe, Sie machen hier keine Dummheiten, sagt er schließlich. Das ist weder der richtige Ort noch die richtige Zeit für sowas. Jaceys Wangen färben sich dunkelrot und für den Bruchteil einer Sekunde frage ich mich, was wohl geschehen wäre, wenn Joe etwas früher aufgetaucht wäre und mich, meine Hand zwischen Jaces Beinen, erwischt hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er das als Dummheit betrachtet hätte und das mit Recht. Irgendwie hatte das Eingeschlossensein mit ihr in diesem kleinen Raum dazu geführt, dass ich alle Vorsicht außer Acht gelassen und für eine Minute vergessen hatte, wer sie ist und wer ich bin. Wir folgen Joe nach draußen. Ich lasse seinen karierten Rücken nicht aus den Augen und meine Entschlossenheit kehrt zurück. Ich kann Jaces Blick auf mir fühlen, aber ich erwidere ihn nicht. Sie hat mich da drin mit ihren sanften Augen und ihrem Lachen, das so echt klingt, beinahe gekriegt. Aber das wird nicht passieren, scheiße noch mal. Ich warte mich dagegen, bin sauer auf mich selbst, weil ich mir diesen Moment der Schwäche erlaubt habe. Dabei habe ich verdammt noch mal nicht vor, mich mit irgendjemandem einzulassen. Ihre Mitfahrgelegenheit ist da, teilt Joe Jacee mit und wendet sich ihr zu. Wenn dieser große Kerl nicht hier aufgetaucht wäre und nach Ihnen gesucht hätte, wären Sie beide wohl die ganze Nacht da drin gefangen gewesen. Da haben Sie noch mal Glück gehabt. Glück. Als wir ihm durch die Halle folgen und uns dann von ihm verabschieden, um Richtung Parkplatz zu gehen, bin ich mir nicht so sicher, ob es wirklich das ist, was ich empfinde. Auch wenn ich eine Stinkwut auf mich selbst habe, weil ich für einen Moment so unvorsichtig gewesen bin. Als ich zusehe, wie Jacee auf diesen schweinegroßen Truck ihres Bruders zugeht, komme ich nicht umhin, mich darüber zu wundern, wie anders sie ist. Und doch wieder nicht. Denn sie begrüßt den blonden Hühnen mit einem Kuss auf die Wange und als sie den Kopf dreht und ich in ihre Augenblicke, da sehe ich, dass ich recht hatte. Der Typ steht auf sie und sie weiß es. Und trotzdem lässt sie sich von ihm durch die Gegend kutschieren und nutzt ihn aus. Typisch Frau. Ich seufze und öffne die Wagentür und dabei wird mir in einem Sekundenbruchteil klar, dass etwas nicht stimmt. Da ist ein Schatten in meinem Wagen, etwas Dunkles, das nicht dort sein sollte, doch mir bleibt keine Zeit, es richtig zu registrieren, als auch schon Kira vor mir auftaucht, der das Licht der Laterne ins Gesicht scheint. Ich trete mit pochendem Herzen verdutzt einen Schritt zurück. Kira hat sich auf dem Fahrersitz niedergelassen und blickt mich mit einem breiten Grinsen an. Was zum Henker bringe ich heraus, als ich auf sie hinabblicke, mich zu beruhigen versuche und so tue, als hätte sie mich nicht gerade zur Tode erschreckt. Was machst du denn hier? Sie trägt einen Trenchcoat, der ihr bis zu den Oberschenkeln reicht und von einem Gürtel zusammengehalten wird. Oben quellen ihre Brüste aus dem Dekolleté? Der verschmitzte Ausdruck in ihren Augen lässt mich vermuten, dass der Mantel vermutlich das Einzige ist, was sie trägt. Als sie aus dem Wagen aussteigt, lockert sich der Gürtel und ich erhasche einen Blick auf gebräunte Haut und sonst nichts. Ich hatte recht. Sie presst sich an mich, schlingt ihre Arme um meinen Nacken und ihre Haut duftet nach Kokosnuss und Parfum. Wieso hat das so lange gedauert, jammert sie. Ich wäre hier draußen beinahe vor Langeweile gestorben. Ich wollte dich überraschen, aber fast hätte ich die Geduld verloren. Du weißt doch, dass ich ohnehin nicht viel davon besitze. Sie schmiegt ihren kurvenreichen Körper an mich. Meiner reagiert sogleich und mein Schwanz wird hart. Kira trägt schließlich fast nichts und ich bin auch nur ein Mann. Haut ist Haut und Titten sind Titten, egal von wem. Aber als ich über ihre Schulter schaue, sehe ich, dass Jaycee uns durch das Beifahrerfenster anstarrt. Ihr Gesicht trägt einen undefinierbaren Ausdruck. Kränkung? Wut? Abscheu? Verdruss? Ich weiß es nicht. Und ich weiß ebenso wenig, wieso ich mir etwas daraus machen sollte. Aber aus irgendeinem Grund ist das offenbar der Fall, denn mein Schwanz wird wieder weich und ich starre den Truck hinterher, als er mit Jaycee davonfährt. Was ist los? fragt Kira plötzlich und weicht zurück, als sie die Veränderung da unten bemerkt. Sie umfasst meine Eier und beginnt sie zu kneten, aber ich bin nicht bei der Sache und mein Schwanz bleibt schlaff. Ich schüttle den Kopf. Weiß nicht, bin wohl müde und nicht in Stimmung. Sie zieht eine perfekt gezupfte Augenbraue in die Höhe. Seit wann bist du nicht in Stimmung, dich auf einem öffentlichen Parkplatz befummeln zu lassen? Ich bin nackt unter diesem Mantel, weißt du? Das ist alles für dich, Dominik. Ich weiß. Und für einen Augenblick lastet dieses Wissen, Kira jederzeit haben zu können, auf mir. Es nimmt der ganzen Sache den Reiz. Also, wenn das Jaycee hier in meinem Wagen gewesen wäre, ich schiebe den Gedanken rasch wieder beiseite und zucke mit den Schultern. Sorry, Kira. Ich bin einfach müde und wirklich nicht in Stimmung. Lass es uns auf ein andermal verschieben. Und nachdem ich das gesagt habe, steige ich in meinen Wagen und Kira bleibt allein zurück. Ich lasse das Seitenfenster herunter. Du solltest besser zusehen, dass du hier wegkommst, rate ich ihr und ignoriere dabei ihre überraschte Miene. Das hier ist kein gutes Viertel. Dann lasse ich das Fenster wieder hochfahren und dämpfe damit ihr empörtes Gekeife. Ich sehe zu, wie sie in ihren Wagen steigt und warte ab, bis sie ihn gestartet hat, ehe ich vom Parkplatz herunterfahre. Ihre Verärgerung prallt einfach an mir ab. Denn eines ist sicher, ich lüge nicht. Und ich halte mit nichts hinterm Berg. Ich bin nicht in Stimmung für Kira und ich werde mir deshalb keine Lüge einfallen lassen. Ich lasse den Motor aufheulen, genieße es, wie sich die Vibrationen von dem Gaspedal durch meinen Fuß bis hinauf in mein Bein fortsetzen und der Porsche kurzen Prozess mit den Straßen macht, die zu Sins Haus führen. Ausnahmsweise ist es einmal still in dem riesigen Haus. Ich bin erleichtert, als ich durch die Flure gehe. Zum ersten Mal bin ich, abgesehen vom Personal, der Einzige hier. Doch als ich am großen Wohnzimmer vorbeigehe, höre ich kichern und bleibe in der dunklen Türöffnung stehen. Natürlich bin ich nicht allein. Was hatte ich mir nur gedacht? Sin räkelt sich mit zwei Frauen in einem Durcheinander aus Armen und Beinen und nackter Haut. Eine von ihnen hängt irgendwie über seinen Schultern, während die andere ihren Kopf in seinem Schoß hat. Der Raum riecht nach Sex. Aber aus irgendeinem Grund hat Sinn immer noch seine Hose an. Dafür bin ich ihm dankbar. Er hebt den Kopf, von dem ihm die Haare wie Stacheln abstehen. Hallo, Bruderherz, begrüßt er mich. Sie nur zwei Mädchen, eines für jeden von uns. Er gestikuliert, als würde er mir damit ein wahnsinniges Geschenk präsentieren und mustert die beiden für einen Moment. Dann nickt er der Brünetten zu, die um seine Schultern drapiert ist. Du kannst dich um ihn kümmern. Ihr Gesicht leuchtet auf, doch ehe sie etwas antworten kann, schüttle ich rasch den Kopf. Nein, lass gut sein, ich bin müde, aber trotzdem vielen Dank. Bevor ich davon gehe, sehe ich noch, wie Sins Zeigefinger, an dem er den dicken Silberring mit dem Widerkopf trägt, in die Tiefen der Muschi der Brünetten verschwindet. Sie wirft den Kopf in den Nacken und stöhnt und hat mich ganz offensichtlich schon wieder vergessen. Gut. Ich kehre der ganzen Schose den Rücken, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Normalerweise schaue ich gern zu, aber nicht, wenn mein Bruder mit von der Partie ist. Oh Mann. Ich sollte wirklich ernsthaft darüber nachdenken, mir eine Bleibe zu suchen. Ich weiß nicht, ob ich es drei Monate hier aushalte. Ich trotte nach oben und in mein Zimmer, wo ich mich auf das Bett fallen lasse und zur Decke hinauf starre. Egal, wie sehr ich mich auch bemühe, meinen Kopf frei zu bekommen, ich vermag nur an eines zu denken. Ich bin mir nicht sicher, was mich an ihr so fasziniert, ob es daran liegt, dass es ihr scheißegal ist, wer ich bin, oder daran, dass sie nicht zu verbergen versucht, wer sie ist. Sie ist wie ein offenes Buch. Du fragst dich, antwortet, hat sie gesagt. Aber es gibt eine Menge, über sie zu erfahren, ohne dass ich überhaupt die richtigen Fragen dazu kenne. Außerdem ist sie nicht so egozentrisch, dass sie ständig nur von sich erzählt. Und sie gibt nicht viel darauf, was andere von ihr halten. Ich schalte die Stereoanlage ein und drehe die Lautstärke auf, um meine Gedanken zu übertönen. Hämmernder, lauter Hardrock dröhnt durchs Zimmer. Aber es hilft nicht wirklich. Ich stelle mir vor, wie sich Jaycee mit ihrem knackigen Arsch zu der Musik um eine Stripperstange wickelt. Nein, so etwas würde sie im wirklichen Leben vermutlich nie tun. Aber deshalb sind die Fantasien eines Mannes ja auch so gut. In meinem Kopf tut sie, was immer ich will. Und ich habe eine wilde Fantasie. Eine Minute später wird gegen meine Tür getrommelt. Stell den Scheiß aus, ich hasse Jacked Edge. Du weißt doch, wie mies die mich letztes Jahr beim Lollapalooza behandelt haben. Ich verdrehe die Augen. Verzieh dich und vögle irgendwas hin, rufe ich zurück. Er schlägt nochmal gegen die Tür, dann ist er verschwunden und geblieben ist nur der wummernde Bass, weshalb meine Gedanken wieder zu Jaycee zurückkehren. Während ich daran denke, wie ihre Muschi gerochen hat, wie sie sich warm und weich an meiner Hand geschmiegt hat, als ich sie durch ihre Klamotten erregt habe, schiebe ich meine Hand in die Hose. Ich sehe wieder diesen erstaunten, verlegenen Ausdruck auf ihrem Gesicht, als Joe hereingeplatzt kam, und ich muss unwillkürlich lachen. Vielleicht gehört zu den Dingen, die ich an ihr mag, dass sie so unschuldig scheint, aber zugleich auch wild und hemmungslos ist. Sie besitzt eine beinahe kindliche Leichtgläubigkeit, die sich sehr von den Leuten unterscheidet, an die ich gewöhnt bin. Aber eines ist sicher. Wenn sie in der Lage ist, mich derart abzulenken, dann muss ich aufhören, an sie zu denken, denn ich werde nie wieder zulassen, dass ich einem anderen Menschen nahe komme. Ich werde nie wieder zulassen, dass ein anderer Mensch eine solche Macht über mich erlangt. Nie. Wieder. Ich ziehe meine Hand aus der Hose, rolle mich herum, schließe die Augen und verliere mich im rasenden Rhythmus der Musik. Mein letzter bewusster Gedanke, bevor ich im Schlaf Vergessenheit finde, ist, leck mich am Arsch, Emma. Die Tage im Jugendzentrum vergehen, werden zur Routine, gehen ineinander über, während ich versuche, meine beschissene Strafe abzubüßen und von hier wegzukommen. Ich gehe auf Abstand zu Jaycee, bin höflich, aber nicht freundlich. Distanziert beobachte ich sie aber dennoch aus der Ferne. Ich erwähne nie wieder, was da im Kühlraum geschehen ist, weder unsere Unterhaltung, noch wie ich sie auf diese intime Art und Weise berührt habe und sie es zugelassen hat. Sie übt eine ungeheure Faszination auf mich aus, weil ich aus ihr einfach nicht schlau werde. Sie vereint so viele Widersprüche in sich und da ist etwas, das bewirkt, dass ich mich zu ihr hingezogen fühle. Aber das darf sie niemals erfahren. Sie scheint anfangs verletzt, als ich sie ignoriere, legt dann aber ein zunehmend kühleres Verhalten mir gegenüber an den Tag. Sie macht es sich zum Prinzip, mich nicht anzusehen und vermeidet es, wann immer möglich, im selben Raum mit mir zu sein. Und das ist gut so. Als ich mich heute zu Joes Büro aufmache, bleibe ich ein Stück weit vor der Tür stehen, weil ich ihn drinnen telefonieren höre. Ja, ich weiß, was ich schuldig bin. Ist der Fehler meines Steuerberaters. Er hat mir gesagt, was ich zahlen soll und ich hab's gezahlt. Ich mache meine Steuererklärung nicht selbst. Wer ist denn schon so verrückt? Für einen Moment herrscht Stille. Dann ertönt ein Seufzen. Ja, ich verstehe. Sie werden es bis zum Ersten haben. Das Telefon wird auf den Schreibtisch geknallt und ich warte noch einen Moment ab. Kein Wunder, dass Joe in der letzten Zeit so schlecht drauf ist. Er hat Schwierigkeiten mit dem Finanzamt. Ich behalte es im Gedächtnis, nähere mich der Tür und trete ein, als hätte ich nichts von dem Telefonat mitbekommen. Was ist? knurrt er mich an und wirbelt in seinem Sessel herum. Ich benötige nur das Klemmbrett zum Wiegen, sage ich, nehme es vom Haken und steuere wieder auf die Tür zu. Kinkade, lauft er und ich verharre. Fliegen Sie übers Wochenende nach Kalifornien, will er von mir wissen. Ich nicke. Meine Anwälte haben die Sache endlich geklärt. Ich muss für Dreharbeiten zurück, sonst feuert mich das Studio. Ist nicht mein Problem, erwidert Joe. Sehen Sie nur zu, dass Sie am Montag nicht zu spät zur Arbeit erscheinen. Wie nett. Ich nicke wortlos und mache mich auf den Rückweg zu den Wagen im Umkleiderraum. JC, die sich mit zwei der Jungs, Jake und Tick, unterhält, blickt auf, als ich eintrete. Es ist das erste Mal seit zwei Tagen, dass sie Augenkontakt zu mir herstellt und auch wenn sie mich mit kühler Miene empfängt, runzelt sie die Stirn, als sie mein Gesicht sieht. Alles klar bei dir? fragt sie. Du siehst sauer aus. Ich nicke. Alles wunderbar, sage ich ebenso kühl. JC sieht mich noch eine Minute länger an, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder den Jungs zuwendet. Dabei dreht sie ihre schmalen Schultern, sodass sich selbst ihr Körper von mir abwendet. Als sie sich bewegt, komme ich nicht umhin, ihr hautenges Oberteil zu bemerken, das sich über ihre Titten spannt. Es ist unmöglich, es zu ignorieren, und Tick kann sich nicht beherrschen und starrt eine Weile darauf, ehe er seinen Blick losreißt und ihr ins Gesicht schaut. Seine Wangen glühen, obwohl es niemand außer mir bemerkt. Als JC ein paar Minuten später weggeht, folge ich ihr. Du solltest so ein Zeug hier nicht anziehen, sage ich. Mir ist bewusst, dass mein Ton nicht gerade freundlich ist, aber ich kann einfach nicht anders. Ihre Klamotten sind für ein Jugendzentrum mit Problem-Teenagern einfach völlig ungeeignet. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Was für ein Zeug? Ich zeige mit der Hand auf sie. Enge Oberteile, knappe Shorts. Sieh dich mal um und erinnere dich, wo du hier bist. Um dich herum sind Teenager, Jungs, die schon in einer steifen Brise einen Ständer kriegen. Du brauchst doch hoffentlich nicht so dringend Aufmerksamkeit, dass du diese Kids dazu benutzen musst, um sie zu kriegen. Sie starrt mich wütend an und wird dabei feuerrot. Was zum Teufel ist nur los, fragt sie. Man weiß wirklich nicht, woran man bei dir ist. Erst redest du tagelang kein Wort mit mir und jetzt entscheidest du dich aus heiterem Himmel mir den Kopf abzureißen, obwohl ich dir nichts getan habe. Kann dir doch scheißegal sein, was ich anhabe. Bei mir regen sich leichte Schuldgefühle. Sie hat recht. Es geht mich nichts an. Aber tief in mir, auch wenn ich es mir nicht wirklich eingestehen will, hasse ich es, dass diese Jungs sie begaffen. Mir ist klar, was sie nachts in ihren Betten tun, während sie an sie denken. Ich hasse diese Vorstellung. Ich hasse es, dass ich in meinem Kopf mit ihr spiele, sie fallen lassen kann, wann immer mir der Sinn danach steht, sie unter Kontrolle habe, so wie in dem Kühlraum letzte Woche. In meinem Kopf stellt sie eine Option dar. Eine Option, von der ich jeden Moment Gebrauch machen kann, die ich aber besser ignorieren sollte. Und? Jayce starrt mich an. Wieso ist dir das so wichtig? Ist es ja wichtig. Normalerweise schaue ich gern zu. Aber nicht, wenn mein Bruder mit von der Partie ist. Oh Mann. Ich sollte wirklich ernsthaft darüber nachdenken, mir eine Bleibe zu suchen. Ich weiß nicht, ob ich es drei Monate hier aushalte. Ich trotte nach oben und in mein Zimmer, wo ich mich auf das Bett fallen lasse und zur Decke hinaufstarre. Egal, wie sehr ich mich auch bemühe, meinen Kopf frei zu bekommen, ich vermag nur an eines zu denken. Jayce. Ich bin mir nicht sicher, was mich an ihr so fasziniert, ob es daran liegt, dass es ihr scheißegal ist, wer ich bin, oder daran, dass sie nicht zu verbergen versucht, wer sie ist. Sie ist wie ein offenes Buch. Du fragst dich Antworte, hat sie gesagt. Aber es gibt eine Menge über sie zu erfahren, ohne dass ich überhaupt die richtigen Fragen dazu kenne. Außerdem ist sie nicht so egozentrisch, dass sie ständig nur von sich erzählt. Und sie gibt nicht viel darauf, was andere von ihr halten. Ich schalte die Stereoanlage ein und drehe die Lautstärke auf, um meine Gedanken zu übertönen. Hämmernder, lauter Hardrock dröhnt durchs Zimmer. Aber es hilft nicht wirklich. Ich stelle mir vor, wie sich Jayce mit ihrem knackigen Arsch zu der Musik um eine Stripperstange wickelt. Nein, so etwas würde sie im wirklichen Leben vermutlich nie tun. Aber deshalb sind die Fantasien eines Mannes ja auch so gut. In meinem Kopf tut sie, was immer ich will. Und ich habe eine wilde Fantasie. Eine Minute später wird gegen meine Tür getrommelt. Stell den Scheiß aus, ich hasse Jacked Edge. Du weißt doch, wie mies die mich letztes Jahr beim Lollapalooza behandelt haben. Ich verdrehe die Augen. Verzieh dich und vögle irgendwas hin, rufe ich zurück. Er schlägt noch mal gegen die Tür, dann ist er verschwunden und geblieben ist nur der wummernde Bass, weshalb meine Gedanken wieder zu Jayce zurückkehren. Während ich daran denke, wie ihre Muschi gerochen hat, wie sie sich warm und weich an meiner Hand geschmiegt hat, als ich sie durch ihre Klamotten erregt habe, schiebe ich meine Hand in die Hose. Ich sehe wieder diesen erstaunten, verlegenen Ausdruck auf ihrem Gesicht, als Joe hereingeplatzt kam und ich muss unwillkürlich lachen. Vielleicht gehört zu den Dingen, die ich an ihr mag, dass sie so unschuldig scheint, aber zugleich auch wild und hemmungslos ist. Sie besitzt eine beinahe kindliche Leichtgläubigkeit, die sich sehr von den Leuten unterscheidet, an die ich gewöhnt bin. Aber eines ist sicher. Wenn sie in der Lage ist, mich derart abzulenken, dann muss ich aufhören, an sie zu denken, denn ich werde nie wieder zulassen, dass ich einem anderen Menschen nahe komme. Werde nie wieder zulassen, dass ein anderer Mensch eine solche Macht über mich erlangt. Nie. Wieder. Ich ziehe meine Hand aus der Hose, rolle mich herum, schließe die Augen und verliere mich im rasenden Rhythmus der Musik. Mein letzter bewusster Gedanke, bevor ich im Schlaf Vergessenheit finde, ist, leck mich am Arsch, Emma. Die Tage im Jugendzentrum vergehen, werden zur Routine, gehen ineinander über, während ich versuche, meine beschissene Strafe abzubüßen und von hier wegzukommen. Ich gehe auf Abstand zu Jaycee, bin höflich, aber nicht freundlich. Distanziert beobachte ich sie aber dennoch aus der Ferne. Ich erwähne nie wieder, was da im Kühlraum geschehen ist, weder unsere Unterhaltung, noch wie ich sie auf diese intime Art und Weise berührt habe und sie es zugelassen hat. Sie übt eine ungeheure Faszination auf mich aus, weil ich aus ihr einfach nicht schlau werde. Sie vereint so viele Widersprüche in sich und da ist etwas, das bewirkt, dass ich mich zu ihr hingezogen fühle. Aber das darf sie niemals erfahren. Sie scheint anfangs verletzt, als ich sie ignoriere, legt dann aber ein zunehmend kühleres Verhalten mir gegenüber an den Tag. Sie macht es sich zum Prinzip, mich nicht anzusehen und vermeidet es, wann immer möglich, im selben Raum mit mir zu sein. Und das ist gut so. Als ich mich heute zu Joes Büro aufmache, bleibe ich ein Stück weit vor der Tür stehen, weil ich ihn drinnen telefonieren höre. Ja, ich weiß, was ich schuldig bin. Ist der Fehler meines Steuerberaters. Er hat mir gesagt, was ich zahlen soll und ich hab's gezahlt. Ich mache meine Steuererklärung nicht selbst. Wer ist denn schon so verrückt? Für einen Moment herrscht Stille. Dann ertönt ein Seufzen. Ja, ich verstehe. Sie werden es bis zum Ersten haben. Das Telefon wird auf den Schreibtisch geknallt und ich warte noch einen Moment ab. Kein Wunder, dass Jo in der letzten Zeit so schlecht drauf ist. Er hat Schwierigkeiten mit dem Finanzamt. Ich behalte es im Gedächtnis, nähere mich der Tür und trete ein, als hätte ich nichts von dem Telefonat mitbekommen. Was ist? knurrt er mich an und wirbelt in seinem Sessel herum. Ich benötige nur das Klemmbrett zum Wiegen, sage ich, nehme es vom Haken und steuere wieder auf die Tür zu. Kinkade! lafft er und ich verharre. Fliegen Sie übers Wochenende nach Kalifornien, will er von mir wissen. Ich nicke. Meine Anwälte haben die Sache endlich geklärt. Ich muss für Dreharbeiten zurück, sonst feuert mich das Studio. Ist nicht mein Problem, erwidert Joe. Sehen Sie nur zu, dass Sie am Montag nicht zu spät zur Arbeit erscheinen. Wie nett. Ich nicke wortlos und mache mich auf den Rückweg zu den Wagen im Umkleiderraum. Jayce, die sich mit zwei der Jungs, Jake und Tick, unterhält, blickt auf, als ich eintrete. Es ist das erste Mal seit zwei Tagen, dass sie Augenkontakt zu mir herstellt und auch wenn sie mich mit kühler Miene empfängt, runzelt sie die Stirn, als sie mein Gesicht sieht. Alles klar bei dir? fragt sie. Du siehst sauer aus. Ich nicke. Alles wunderbar, sage ich ebenso kühl. Jayce sieht mich noch eine Minute länger an, bevor sie ihre Aufmerksamkeit wieder den Jungs zuwendet. Dabei dreht sie ihre schmalen Schultern, sodass sich selbst ihr Körper von mir abwendet. Als sie sich bewegt, komme ich nicht umhin, ihr hautenges Oberteil zu bemerken, das sich über ihre Titten spannt. Es ist unmöglich, es zu ignorieren, und Tick kann sich nicht beherrschen und starrt eine Weile darauf, ehe er seinen Blick losreißt und ihr ins Gesicht schaut. Seine Wangen glühen, obwohl es niemand außer mir bemerkt. Als Jayce ein paar Minuten später weggeht, folge ich ihr. Du solltest so ein Zeug hier nicht anziehen, sage ich. Mir ist bewusst, dass mein Ton nicht gerade freundlich ist, aber ich kann einfach nicht anders. Ihre Klamotten sind für ein Jugendzentrum mit Problem-Teenagern einfach völlig ungeeignet. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Was für ein Zeug? Ich zeige mit der Hand auf sie. Enge Oberteile, knappe Shorts. Sieh dich mal um und erinnere dich, wo du hier bist. Um dich herum sind Teenager, Jungs, die schon in einer steifen Brise einen Ständer kriegen. Du brauchst doch hoffentlich nicht so dringende Aufmerksamkeit, dass du diese Kids dazu benutzen musst, um sie zu kriegen. Sie starrt mich wütend an und wird dabei feuerrot. Was zum Teufel ist nur los, fragt sie. Man weiß wirklich nicht, woran man bei dir ist. Erst redest du tagelang kein Wort mit mir und jetzt entscheidest du dich aus heiterem Himmel mir den Kopf abzureißen, obwohl ich dir nichts getan habe. Kann dir doch scheißegal sein, was ich anhabe. Bei mir regen sich leichte Schuldgefühle. Sie hat recht. Es geht mich nichts an. Aber tief in mir, auch wenn ich es mir nicht wirklich eingestehen will, hasse ich es, dass diese Jungs sie begaffen. Mir ist klar, was sie nachts in ihren Betten tun, während sie an sie denken. Ich hasse diese Vorstellung. Ich hasse es, dass ich in meinem Kopf mit ihr spiele, sie fallen lassen kann, wann immer mir der Sinn danach steht, sie unter Kontrolle habe, so wie in dem Kühlraum letzte Woche. In meinem Kopf stellt sie eine Option dar. Eine Option, von der ich jeden Moment Gebrauch machen kann, die ich aber besser ignorieren sollte. Und? Jayce starrt mich an. Wieso ist dir das so wichtig? Ist es ja nicht ihre Schuld, dass ich ein Arschloch bin. Und auch wenn sie groß tut und redend schwingt, merke ich ihr doch an, dass sie leicht verletzlich ist. Sie versteckt es nur. Es ist alles Fassade, wie bei jedem von uns. Ich entscheide mich, diese Fassade einzureißen, um zu sehen, was dahinter steckt, um herauszufinden, ob sie wirklich so anders ist, wie sie zu sein scheint. Es wird in gewisser Weise ein Experiment werden. Ich habe nicht vor, mich auf sie einzulassen. Es ist nichts weiter als ein Experiment aus wissenschaftlichen Gründen, um zu sehen, ob es wirklich noch einen anständigen Menschen auf dieser Welt gibt. Und ich schätze mal, dass mein Schwanz Spaß daran haben wird. Jaycee verdreht die Augen, als sie meine Miene sieht. Lass es, sagt sie warnend. Ich durchschaue dich, also versuch nicht, mich um den Finger zu wickeln. Mein Lächeln wird breiter und ich kann erkennen, wie sie schwach wird. Also schön, sagt sie seufzend, aber nur, weil ich müde bin und ohnehin keine Lust habe zu arbeiten. Ich sollte eigentlich heute für eine Kollegin einspringen. Ich habe in letzter Zeit wirklich zu viele Schichten übernommen. Das lockt mich aus. Ich könnte mal eine Pause gebrauchen. Aber das ist nicht der Grund. Ich kann es an ihrem Gesicht ablesen. Sie ist ebenso fasziniert von mir wie ich von ihr. Der Unterschied ist nur, dass sie nicht so gut darin ist, dies zu verstecken oder die Distanz zu wahren. Komm rein, fordert sie mich auf. Ich werde anrufen und mich dann umziehen. Wohin willst du denn? Ich denke einen Moment nach und versuche mich für etwas zu entscheiden, wo ich nicht auffalle. Wie wär's mit dem Navy Pier? Da gibt's so vieles, was wir machen können. Und genügend Möglichkeiten, um etwas zu essen. Okay, sagt sie und führt mich in ihr winziges, aber ordentliches Wohnzimmer, während sie eine Nummer in ihr Telefon tippt. Mach es dir bequem. Als sie mit ihrem Chef spricht, schaue ich mich um. Wie in so vielen Häusern und Wohnungen in Chicago steht nur wenig Platz zur Verfügung, aber es ist hübsch hier. Die Einrichtung ist eine bunte Mischung aus schicken Möbeln, für die sie wahrscheinlich gespart hat, denn es ist beste Qualität. Sie beendet ihr Gespräch und sieht mich skeptisch an. Keine Ahnung, warum ich das hier mache, aber ich habe abgesagt. Ich bin in einer Minute fertig. Sie verschwindet in ihr Schlafzimmer und ich warte exakt eine Minute, ehe ich ihr folge. Warum? Keine Ahnung. Aber ich gehe leise zum Durchgang, bleibe dort stehen und beobachte sie. Ihr schlanker Rücken ist nackt. Sie beugt sich vor, um das kurze Höschen ihrer Uniform abzustreifen. Auch wenn sie nicht groß ist, besitzt sie doch die Anmut einer Ballerina. Ihre Schenkel sind lang und schlank, ihre Waden perfekt geformt. Ihre Haut ist goldfarben und glatt. Und plötzlich möchte ich meine Hände an ihren Beinen hinaufgleiten lassen und ihren Hintern so fest packen, dass es Spuren hinterlässt. Und dann... Was zum Henker? Jaceys Stimme reißt mich aus dieser Fantasie. Ich grinse, als sie sich umdreht und mit empörter Miene ihre Titten mit den Händen bedeckt. Ich kann allerdings erkennen, dass sie voll und üppig sind und ihre rosafarbenen Nippel durch die Finger hervorschauen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in einer Minute fertig sein werde. Und damit meinte ich, dass du im Wohnzimmer warten sollst. Sie steht selbstbewusst und frech vor mir, ihre nackte Brust vorgereckt und ihre Augen funkeln. Beruhig dich wieder, sage ich. Ich wollte mir nur dein Haus ansehen. Mein Blick huscht durch das kleine Zimmer mit seiner schwarz-weißen Einrichtung und konzentriert sich dann wieder auf sie. Mir gefällt ein Schlafzimmer ein hübscher Anblick. Und damit meine ich natürlich ihre Titten. Sie beißt die Zähne zusammen. Raus hier, ich bin gleich bei dir. Ich lache und sie starrt mich wütend an, umfasst ihre Brüste nur noch fester und ich weiche zurück und lasse mich im Wohnzimmer aufs Sofa fallen, um auf sie zu warten. Ich vertreibe mir die Zeit mit den Gedanken an ihren nackten Körper, bis sie ein paar Minuten später in kurzen Cut-off-Shorts und einem engen weißen T-Shirt herauskommt. Ich hätte da eine Frage, sage ich grinsend. Sie zieht eine Augenbraue in die Höhe. Trägst du jetzt ein Slip? Denn das war eben nicht der Fall, als sie sich vor mir gebückt hatte. Bei der Erinnerung an ihren nackten Hintern, den sie mir entgegenstreckt, schießt mir das Blut in den Schwanz. Ihre Wangen glühen und dies, in Kombination mit einem weiteren wütenden Blick, ist Antwort genug für mich. Was hat das hier eigentlich zu bedeuten? will sie von mir wissen und ignoriert damit meine durchaus berechtigte Frage, während sie sich hinsetzt, um sich ein paar seltsame Sandalen anzuziehen, die um die Waden gebunden werden. Wieso bist du wirklich hier? Das sieht dir gar nicht ähnlich. Bis auf die Sache da im Schlafzimmer eben. Das war vermutlich typisch für dich. Aber ich bin mir sicher, dass du nicht extra hergekommen bist, nur um einen Blick auf meinen Hintern zu werfen. Ich sehe sie nachdenklich an. Ich weiß nicht. Du hast einen sehr hübschen Hintern. Sie starrt mich unbeeindruckt an. Ich weiß es, ehrlich gesagt, auch nicht. Mir ist langweilig. Ich habe keine Lust, mit Zinn oder Danken abzuhängen, und ich unterhalte mich gern mit dir. Du behandelst mich wie einen normalen Menschen. Und im Gegensatz zu meinem Bruder trägst du für gewöhnlich Klamotten. Wenn die allerdings danach sein sollte, sie auszuziehen, hätte ich nichts dagegen. Sie ignoriert diesen letzten Satz. Du bist ein normaler Mensch. Mein Großvater hat mir einmal gesagt, dass alle Menschen gleich sind. Einige haben nur wichtigere Jobs. Das ist der Grund, warum ich mich von dir nicht eingeschüchtert fühle. Denn du bist nichts Besseres als ich. Und um das einmal festzuhalten, ich unterhalte mich auch ziemlich gern mit dir. Das heißt, ich finde es gut, dass du mir keinen Zucker in den Arsch bläst, sondern etwas so sagst, wie es ist. Ich nicke. So bin ich nun mal. Das gefällt mir, erwidert sie anerkennend. Das ist so erfrischend anders. Welch eine Ironie. Denn genau das denke ich auch über sie. Erfrischend anders. Wir gehen nach draußen und ich öffne die Beifahrertür des Porsche für sie und als sie einsteigt, erhasche ich einen Blick zwischen ihre Beine. Was meine Frage beantwortet und zeigt, wie kurz ihre Shorts sind. Sie trägt keinen Slip. Das lässt meinen Puls schneller schlagen, was mich nervt. Dieses Mädchen würde mich kalt lassen, wenn mir nicht langweilig wäre und ich etwas Besseres zu tun hätte. Ich schlage nur die Zeit tot, während ich hier in Chicago festsitze. Das ist alles. Ich umklammere das Lenkrad, starre auf die Straße vor mir und komme zu dem Schluss, dass es irgendwie falsch ist, wenn man versucht, sich selbst von irgendetwas zu überzeugen. Wir finden einen Parkplatz in einem der Parkhäuser und ich ziehe vorsichtshalber eine Baseballkappe an. Die Gefahr, entdeckt zu werden, ist hier zwar nicht so groß wie in Kalifornien, weil niemand damit rechnet, mich hier zu sehen, wohingegen die Leute in Hollywood immer in höchster Alarmbereitschaft sind, was Promis angeht. Aber es kann nicht schaden, vorsichtig zu sein. Wir verlieren uns im dichten Gedränge auf der Seebrücke, aber als ich mich umschaue, stelle ich fest, dass Jayce nur einige Schritte hinter mir ist. Der frische, leichte Wind bläst ihr die Haare aus dem Gesicht und sie sieht aus wie ein Model auf dem Laufsteg. Was möchtest du als erstes machen? Frage ich sie höflich. Wann warst du zum letzten Mal hier? Sie schüttelt den Kopf. Das ist schon eine Ewigkeit her als Teenager. Ich mag es nicht, gegen all diese Menschenmassen anzukämpfen. Ich blicke mich um. Was hältst du von einer Bootstour? Speedboat oder Ausflugsboot? fragt sie und zieht die Nase kraus. Definitiv Speedboat, erwidere ich und starre auf das Schild, das für Thrillride Speedboottouren wirbt. Je schneller, desto besser. Dann lass uns das Speedboat nehmen, stimmt sie mir zu. Ich mache mich so gleich auf zum Ticketschalter. Ich möchte alle Tickets für die nächste Bootsfahrt kaufen, sage ich zu der jungen Frau. Sie starrt mich verdutzt an. Alle? fragt sie ungläubig. Dann schaut sie genauer hin und ich sehe es ihrem Gesicht an, dass sie mich erkennt. Großer Gott, sind sie... Ja, unterbreche ich sie. Aber das ist unser kleines Geheimnis, okay? Sie nickt aufgeregt und ich seufze. Kann ich nun die ganze Tour buchen? Hacke ich nach. Sie schüttelt den Kopf, als würde sie aus einer Trance erwachen und tippt etwas in den Computer ein. Ich habe bereits einige Tickets verkauft, kann sie aber auf eine spätere Tour umbuchen, sagt sie schüchtern. Ich zwinkere ihr zu. Vielen Dank, es wäre sehr nett von Ihnen. Sie errötet. Dürfte ich ein Autogramm bekommen? Ich höre, wie JC hinter mir kichert. Ganz offensichtlich ist sie der Ansicht, dass ein Autogramm von mir keine lohnenswerte Sache ist. Ich ignoriere sie und schreibe meinen Namen auf das Papier, das die Kassiererin rasch in meine Richtung schiebt. Dann gebe ich ihr meine Kreditkarte und kaufe die Tickets. Als ich fertig bin, drehe ich mich zu JC um. Dürfte ich ein Autogramm bekommen? fragt sie spöttisch und grinst dabei von einem Ohr zum anderen. Ich sehe sie an. Tja, da ich nirgendwo Papier entdecken kann, unterschreibe ich gerne auf deinen Titten. Sie wird wieder einmal feuerrot und ich komme zu dem Schluss, dass es mir Spaß macht, sie zum Erröten zu bringen. Hast du einen Filzstift? füge ich spitzbübisch hinzu. Ich kann das gleich hier erledigen. Ich weiß ja, dass du nicht schüchtern bist. Wie wäre es, wenn wir etwas trinken, während wir auf unsere Tour warten, schlägt sie vor. Ich brauche einen Drink, um dich zu ertragen und außerdem haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, bis es losgeht. Ich zucke mir den Schultern. Das macht nicht so viel Spaß, wie auf deinem Körper zu unterschreiben, aber dein Wunsch ist mir Befehl. Wir setzen uns in eine dunkle Ecke der nächstbesten Bar, weg von dem ganzen Getümmel. Als ich JC ihren Frozen Margarita reiche, sieht sie mich an. Machst du öfter so Sachen, wie sämtliche Tickets einer Bootstour zu kaufen? Erkundigt sie sich und nippt an ihrem Drink. Ich schaue zu, wie sich ihre Lippen um den Strohhalm legen, bevor ich antworte. Wenn es eben geht. Ich ziehe es vor, nicht so häufig mit der Öffentlichkeit zu tun zu haben. Und bevor du mir jetzt wieder einen Vortrag hältst, ich bin mir durchaus bewusst, dass diese Öffentlichkeit der Grund dafür ist, dass ich dahin gekommen bin, wo ich heute bin. Aber du verstehst eines nicht. Es kommt tatsächlich vor, dass Frauen in Ohnmacht fallen, wenn sie mir begegnen. Du bist anders. Aber es passiert wirklich. Und ich habe keine Lust, mich mit sowas auseinanderzusetzen. JC fingert an ihrem Strohhalm herum. Nun, zu ihrer Verteidigung muss ich sagen, dass du ziemlich einschüchternd wirkst und es in der Tat überwältigend sein kann, dir zu begegnen und dabei zu vergessen, dass du auch nur ein Mensch bist, nicht bloß ein bekannter Name. Aber wenn dir das, was du tust, nicht gefällt und dich all die Aufmerksamkeit und das Ganze drumherum nerven, warum machst du es dann? fragt sie neugierig. Wenn du wirklich keine Aufmerksamkeit magst, hättest du dich erst gar nicht auf so einen Job einlassen sollen. Das ist ein durchaus berechtigter Einwand und ich habe in den letzten Jahren selbst schon des Öfteren darüber nachgedacht. Aber ehrlich gesagt, mache ich das Ganze, weil ich ein Schweinegeld damit verdiene und das sage ich ihr auch. Geld ist nicht alles, erwidert sie klug. Sagt die Kellnerin. Ich seufze. Nichts für ungut, aber es ist leicht, so etwas von sich zu geben, wenn man kein Geld hat. Dummerweise ist mein Geschmack über die Jahre hinweg auf vielen Gebieten anspruchsvoller geworden und das ist nicht gerade billig. Jayce schlägt ihre Beine übereinander und ich starre auf ihren Knöchel, dann auf ihre Wade, dann auf ihren Oberschenkel. Mein Blick wandert an ihrem schlanken Bein hinauf bis zu ihrem Schritt. Erst dann schaue ich weg, bevor ich darüber nachzudenken beginne, dass sie keinen Slip trägt. Als ich aufblicke, sehe ich, dass Jayce mich beobachtet und bemerkt haben muss, wie ich sie eben abgecheckt habe. Und wie ist dein Geschmack heute? fragt sie und mustert mich dabei forschend. Ich setze ein, wie ich hoffe, anzügliches Grinsen auf und beuge mich vor, um zu antworten. Würdest du es gern herausfinden? Ich denke an das, was im Kühlraum passiert ist, als ich meine Hand zwischen ihren Beinen hatte und ich sehe ihr an, dass sie auch daran denkt. Sie wird verlegen und greift nach ihrem Drink. Während sie an dem Strohhelm saugt, fängt sie sich wieder. Wie bist du eigentlich zur Schauspielerei gekommen? fragt sie im Plauderton, meine vorherige Frage und meine Blicke ignorierend. Ich habe an der Universität von Chicago studiert, sage ich und lehne mich wieder zurück. Da hat mich ein Talentscout entdeckt, dem mein Aussehen gefiel. Er war auf der Suche nach einem unbekannten Gesicht für grenzenloses Verlangen. Der Rest ist Geschichte. Sie zieht eine Augenbraue hoch. Du hast also nicht einmal versucht, Schauspieler zu werden? fragt sie ungläubig. Hast du eine Ahnung, wie viele darbende Kellner es da draußen gibt, die sich bemühen, ihren Durchbruch in der Welt der Schauspielerei zu schaffen? Ja, das habe ich. Aber das ist nicht mein Problem. Ich schiebe meinen Stuhl zurück. Wir müssen los, sage ich stattdessen, sonst kommen wir noch zu spät. Richtig, stimmt sie mir zu und steht auf. Wir wollen ja die anderen Passagiere nicht warten lassen. Sie stößt ein kleines Schnauben aus und geht voraus. Als wir wieder draußen in der Sonne sind, dreht sie sich zu mir um. Und damit das klar ist, sagt sie keck, ich hätte dir vielleicht damals erlaubt, auf jeder Stelle meines Körpers zu unterschreiben. Damals, bevor du so großspurig aufgetreten bist, als du noch ein unbekannter, ganz normaler Mann gewesen bist. Es ist okay, normal zu sein, weißt du? Und mit diesen Worten stolziert sie die Gangway hinunter und ich starre ihr hinterher. Bevor sie das knallgelbe Boot besteigt, schaut sie noch einmal über ihre Schulter zurück und grinst. Kommst du? Wenn ich komme, wirst du schon merken, Süße, erwidere ich und folge ihr aufs Boot. Ihr Grinsen wird breiter und ich erwidere es, ganz so, als seien wir zwei völlig normale Leute mit einem dreckigen Sinn für Humor. Als wir uns gesetzt haben, lässt sie ihre Hand in meine gleiten. Ihre Finger sind feingliedrig und schmal. Im ersten Moment stutze ich bei dieser vertrauten, intimen Geste, doch dann springt der Bootsmotor an und wir fegen durch die Bucht. Und mit einem Mal fühlt es sich völlig normal an, so mit ihr dazusitzen, mit ihrer Hand in meiner. Der Gedanke erschreckt mich fast zu Tode. Mein Puls schlägt schneller, das Schlucken fällt mir schwer und meine Handflächen werden klamm. Bei der nächsten Gelegenheit ziehe ich meine Hand zurück und stecke sie in die Tasche. Ich bin nun mal nicht normal, also werde ich auch auf gar keinen Fall so tun, als ob ich's wäre. Ich muss mich schwer zusammenreißen, um nicht entnervt zu reagieren, als wir im Speedboot über das Wasser des Sees hinweg gleiten. Dominik hat seine Hand so rasch aus meiner zurückgezogen, dass man hätte glauben können, meine Handfläche wäre glühend heiß. Ich habe es doch nur nett gemeint, verdammt noch mal. Und überhaupt, er ist schließlich derjenige, der aus heiterem Himmel bei mir zu Hause aufgetaucht ist. Ich hatte ihn nicht gebeten, vorbeizukommen. Und ganz sicher nicht, mich hierher zu diesem, was auch immer, Date? Ist es denn ein Date? einzuladen. Der fremden Führer spricht aufgeregt in sein Mikrofon. Wahrscheinlich, weil er sich einfach freut, Dominik an Bord zu haben. Er steht vorne im Boot, während wir es uns hinten bequem gemacht haben. Da vor uns mindestens zwanzig leere Sitze sind, komme ich mir irgendwie albern vor. Der Fahrer des Boots braust durch die Bucht ins offene Wasser hinaus, wo er große Kreise fährt und ich vom Spritzwasser nass werde. Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie froh ich bin, dass du dieses T-Shirt angezogen hast? fragt mich Dominik grinsend. Mein T-Shirt ist weiß und nass und inzwischen völlig durchsichtig. Ich seufze. Du denkst wohl immer nur an das eine, was? entgegne ich. Ich will ihn gerade wegen des Mädchens fragen, mit dem er neulich abends auf dem Parkplatz gestanden hat, als der fremden Führer plötzlich auf ein anderes Boot deutet, das auf uns zusteuert. Sämtliche Passagiere darin stehen aufrecht da, Fotoapparate und Handys im Anschlag und verrenken sich die Hälse, um in unser Boot zu schauen. Ich fürchte, die machen Jagd auf sie, sagt unser Fremdenführer entschuldigend. Ich sehe Dominik an, dessen Gesicht mit einem Mal angespannt ist. Er nickt kurz, scheint stinksauer zu sein. Können Sie uns zur Seebrücke zurückbringen? Wenn wir jetzt nicht umkehren, werden Sie uns über den ganzen See jagen. Wir kommen sehr viel schneller vom Boot runter, als die alle da drüben von ihrem. Der Bootsfahrer nickt, macht sogleich kehrt und rast wieder auf die Küste zu. Als ich über meine Schulter zurückblicke, sehe ich, dass uns das andere Boot verfolgt. Es ist uns dicht auf den Fersen. Mein Magen schlägt Purzelbäume. Für mich ist es ja schon ein bisschen aufregend, denn so etwas passiert mir ja nicht alle Tage. Wir werden verfolgt. Wow! Aber als ich zu Dominik hinüberblicke, wird mir klar, dass er dieses Gefühl nicht teilt. Sein markantes Gesicht wirkt verschlossen und einfach nur müde. Attraktiv, sexy und müde. Ich schlucke und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich so aufgeregt bin, denn das hier muss frustrierend für ihn sein. Wahrscheinlich geschieht es überall, wo er auftaucht. Sobald wir angelegt haben, rennen wir los, okay? Sagt Dominik ruhig. Im Ernst. Folge mir einfach. Ich nicke. Bin fasziniert von dieser ganzen Situation. Es ist alles so neu für mich. Dominik dagegen scheint einfach nur sauer zu sein. Der Wind bläst heftig in mein Gesicht, während die Boote auf die Küste zurasen. Wir sind so schnell, dass wir in die Wellentäler hinunterknallen, wenn wir die Scheitelpunkte der Wellen überwunden haben und es rüttelt mir die Knochen durch. Aber wir sind innerhalb von einer Minute wieder zurück an der Seebrücke. Das große Boot stößt die Puffer gegen den Kai und Dominik ist bereits von Bord gesprungen, bevor er es angelegt hat. Er packt meine Hand und hilft mir beim Herausklettern. Und dann rennen wir los. Mit eingezogenen Köpfen tauchen wir in die Menschenmassen ein, schlängeln uns zwischen den Leuten hindurch, bis wir beinahe an dem Wahrzeichen der Vergnügungsmeile, dem Riesenrad, angelangt sind. Dom überlegt nicht lange und steuert schnurstracks darauf zu. Er steckt dem Typen, der den Leuten in die Gondeln hilft, ein paar Scheine zu und murmelt, sag einfach, dass wir in die andere Richtung gelaufen sind. Der Typ sieht Dominik überrascht an, doch dann scheint er ihn zu erkennen und begreift, was dieser von ihm will. Er nickt, öffnet die Schranke und wir lassen uns in den Sitz einer großen, überdachten Gondel fallen. Als sich diese in die Luft erhebt, spähe ich hinaus, mein Gesicht gegen das Glas gepresst. Ich kann einige Passagiere von dem Verfolgerboot erkennen, die unten herumstehen und sich suchend umblicken, aber der von Dominik geschmierte Typ hält sich an die Vereinbarung und zeigt in eine andere Richtung, woraufhin die Fans auf der Suche nach ihrem Star dorthin laufen. Offenbar ist es uns gelungen, sie abzuhängen. Ich lehne mich im Sitz zurück und sehe Dominik an. Und dabei hätte ich so gern die Boots-Tour gemacht, sage ich feixend und er verzieht das Gesicht. Tut mir leid, sagt er dann mit ernster Miene. Und es tut mir auch leid, dass du in diesen Schuhen laufen musstest. Ich blicke auf meine Füße hinab. Das hat mir ehrlich nichts ausgemacht. Ich bin ein Mädchen, das die meiste Zeit auf zwölf Zentimeter hohen Absätzen herumläuft. Ich kann durchaus in flachen Sandalen rennen. Kein Problem, sage ich. Und das mit dem Boot ist schon okay. Keine große Sache. Tut mir nur leid für dich. Weißt, dass du dich auf die Fahrt gefreut hattest. Er zuckt mit den Schultern und grinst. Man kann eben nicht alles haben. Dafür habe ich Glück bei den Frauen. Ich verdrehe die Augen und schüttel den Kopf. Glaub nur nicht, dass ich so leicht zu kriegen bin. Ich bin keine Schlampe. Ich mag zwar Sex, aber deshalb füge ich nicht mit jedem Typen, der mir über den Weg läuft. Er rutscht zu mir rüber, was dazu führt, dass die Seite der Gondel, auf der wir sitzen, sich trotz ihrer Größe ein wenig neigt und ich mich an den Rand klammere. Dominik lacht. Hast du etwa Höhenangst? Ich schüttle den Kopf und werfe einen Blick nach unten. Nein, aber Angst abzustürzen, das wäre ein etwas zu früher Tod für meinen Geschmack. Keine Sorge, ich werde nicht zulassen, dass dir etwas zustößt, sagt er und legt seinen Arm um meine Schultern. Wahrscheinlich ein Standardspruch von ihm, aber für einen Moment verändert sich die Stimmung und ich glaube ihm. Ich kann die angespannten Muskeln seines Arms in meinem Rücken spüren und weiß, dass er mich vor allem beschützen könnte, wenn er nur wollte. Aber es ist schwer zu sagen, was Dominik will. Seine Stimmungen wechseln immer so rasch. Wieso bist du bei mir vorbeigekommen, frage ich neugierig und blicke zu ihm auf, immer noch in seine Armbeuge geschmiegt. Er ist nur Zentimeter weit entfernt, weshalb es mir schwerfällt, mich zu konzentrieren. Sein Oberschenkel presst sich gegen meinen und er verströmt Sex aus jeder Pore. Ich gebe mir wirklich verdammte Mühe, mich nicht von ihm beeindrucken zu lassen. Aber er ist nun mal Dominik Kincaid und er sitzt neben mir. Hier. Und jetzt. Das ist beängstigend, wenn ich genauer darüber nachdenke. Also lasse ich es lieber. Er sieht mich mit seinen grünen Augen an. Wieso? Darf ich nicht hin und wieder auch mal spontan sein? Natürlich darfst du das, sage ich mit einem kleinen Schnauben. Aber du magst mich ja nicht einmal. Du glaubst, dass ich dich mit dem Gras im Wagen in Schwierigkeiten gebracht habe und dass ich schuld daran bin, dass du in Chicago festsitzt. Aber ich war das nicht. Spielt doch keine Rolle mehr, was passiert ist, erwidert er leicht hin. Es könnte genauso gut auch Sinn gewesen sein. Aber alles, worauf es ankommt, ist, dass ich hier festsitze. Und da das nun mal so ist, war mir einfach danach, das Beste aus diesem Nachmittag zu machen. Ich wollte Spaß haben. Und? Hat sich das inzwischen geändert? Erkundige ich mich neugierig. Von einem vollbesetzten Boot fanatischer Fans verfolgt zu werden, das kann einem verständlicherweise die Laune verderben. Ich sehe düstere, unanständige Sachen in dem Blick, den er mir zuwirft und muss kurz Luft holen. Nein, sagt er. Und dann greift er mit seinem anderen Arm um mich herum und seine Finger spielen mit dem Saum meiner ausgefransten Denim-Schulz. Ich spüre seine Haut auf meiner. Ich wollte das hier schon machen, seit du dich in deinem Schlafzimmer vor mir gebückt hast, flüstert er. Als ich deinen nackten, knackigen Hintern gesehen habe, wollte ich nur noch meinen Schwanz da reinstecken. Die Welt um mich herum steht still und ich ziehe die Luft ein, als ich in seine Augen blicke. Hat er das gerade wirklich gesagt? In meinen Hintern? Frage ich atemlos. Er nickt. Das würde dir gefallen, sagt er mit einem wissenden Lächeln, greift um meinen Schenkel herum, lässt seine Finger unter mein Bein gleiten und umfasst meinen Hintern, um mich näher an sich zu ziehen. Seine Finger sind lang und kräftig und für einen Moment denke ich über seine unanständigen Fantasien nach. Ich habe keine Ahnung, warum ich nicht von ihm abrücke. Aber eigentlich will ich gar nicht woanders sein, als hier, in diesem Sitz neben ihm. Ich schlucke schwer. Also, sowas habe ich noch nie gemacht. Sein Lachen hat einen samtigen Klang. Ich könnte dir eine Menge Dinge zeigen, die du noch nie gemacht hast, Süße. Und ich garantiere dir, dass dir alles gefallen würde. Aus irgendeinem Grund hege ich nicht den geringsten Zweifel daran. Es ist ein aufregender Gedanke. Er beugt den Kopf vor und beißt mich spielerisch in den Hals, um dann den Schmerz mit einem sanften Saugen zu mildern, was ihm mit seinem weichen, warmen Lippen auch gelingt. Seine Nähe ist berauschend, und alles an ihm sagt mir, dass er zu vielen Dingen imstande sei. Dinge, die mir Lust bereiten würden und Dinge, die mir bei Tageslicht peinlich wären. Aber trotzdem rühre ich mich nicht. Ich bleibe, wo ich bin und vermag meinen Blick nicht von ihm abzuwenden. Er neigt den Kopf und schiebt seine Zunge in meinen Mund, plündert ihn, wie er es schon einmal getan hat, und damit sind all meine Gedanken wie ausgelöscht, denn er berauscht meine Sinne und lässt mein pochendes Blut zu einem einzigen Ziel strömen, dem V zwischen meinen Beinen, dorthin, wo ich mich nach ihm sehne. Er ist wie eine Droge. Einmal probieren ist einfach nicht genug. Ich öffne meinen Mund weit, atme seine Lippen, sauge die Luft ein, klammere mich an seine Rücken und ziehe ihn näher an mich. Er greift nach hinten, packt meine Hände, hält sie an den Handgelenken zusammen und drückt sie über meinen Kopf gegen das Plexiglas des Gondelkäfigs. Ich bin hier mit ihm gefangen und dennoch gibt es keinen anderen Ort, an dem ich lieber wäre. Reine, pure, ursprüngliche Energie umgibt uns. Und das Wissen darum, dass wir in der Öffentlichkeit sind, finde ich erregend. Jedes Mal, wenn sich die Gondel Richtung Boden bewegt und bevor sie dann wieder in die Höhe steigt, könnte jeder hineinsehen und mitbekommen, was wir tun, könnte uns dabei beobachten, wie Dominik mich mit einer Hand an der Wand festhält, während seine andere zwischen meinen Beinen verschwunden ist. Ich glaube, die Vorstellung gefällt ihm. Was tust du denn da, bringe ich schließlich flüsternd hervor und weiche ein klein wenig zurück. Seine Augen schauen blicklos, seine Pupillen sind erweitert. Was soll ich denn tun, Jaycee? Er weiß es. Oh Gott, er weiß es. Er weiß genau, wonach ich mich sehne. Ich kann es in seinen Augen lesen, kann es spüren, als er meine Handgelenke freigibt und seine Hände über jede Rundung meines Körpers gleiten lässt. Er nimmt sich Zeit dafür, lässt seine Handflächen ganz gemächlich, immer tiefer und tiefer wandern und es kommt mir vor, als seien sie überall zugleich. Sie wandern genießerisch über meine Rundungen und dabei sind seine Bewegungen zwar langsam, aber auch entschlossen und zielstrebig. Er ist jemand, der weiß, was er tut und was er will. Ich zucke, als er über meine Brustwarzen streicht. Sie sind in meinem kalten, feuchten T-Shirt überaus empfindlich. Doch er berührt sie kaum, lässt seine Hände immer weiter hinunterwandern, an meinen Seiten entlang gleiten, über die Rundungen meiner Hüften. Ich möchte mich ihm am liebsten entgegenstemmen, als seine Hände meine Brüste umfassen und er mich an sich zieht. Aber das muss ich gar nicht. Er lässt seine Finger unter meine Shorts gleiten, weil er weiß, dass ich keine Unterwäsche trage. Und er schiebt diese langen Finger ganz in mich hinein. dorthin, wo ich auf ihn warte. Ich stoße ein tiefes, langes Stöhnen aus. Er schürt das Feuer, das er langsam in mir entfacht hat, und ich wünsche mir, er möge niemals damit aufhören. Ich blicke einmal kurz auf, und alles um mich herum ist verschwommen. Wir nähern uns dem Typen am Einstieg und sausen an ihm vorbei, genauso wie an den Menschenmassen, den Essensgerüchen, dem Sonnenschein, den Gehwegen und den Läden. Alles ist verschwommen und nichts davon spielt eine Rolle. Das Einzige, was wichtig ist, ist das, was nicht wichtig sein sollte. Er. Er schiebt mein T-Shirt in die Höhe, zieht ein Körbchen meines Büstenhalters herunter, leckt an meiner Brustwarze, spielt mit ihr, bis sie sich aufgerichtet hat und steif ist wie sein Schwanz. Ich kann spüren, wie er gegen mein Bein drückt. Aber Dominik reibt sich nicht an mir, benimmt sich nicht so fiebrig wie ich, ist ruhig und beherrscht, agiert langsam und locker. Er verlangt keine Gegenleistung, benutzt einfach seinen Mund, um mit mir zu spielen. Seine Zunge ist feucht auf meiner Haut, meiner Brustwarze, heiß und feucht und als ich gerade so weit bin, ihn anzuflehen, mich hier in aller Öffentlichkeit in fast 400 Metern Höhe zu vögeln. Da hört er auf. Einfach so. Wir sollten gehen, sagt er leise und lässt seine Arme sinken. Als ob wir einfach so da sitzen und eine ganz normale Fahrt mit dem Riesenrad machen würden. Mein Kopf ruckt in die Höhe und ich erkenne, dass wir am Boden halten. Die Fahrt ist vorbei. Ich ziehe mein T-Shirt herunter und sehe ihn an, versuche meinen verschwommenen Blick auf ihn zu richten. Ernsthaft? Er ist total ungerührt, als er aussteigt und mir die Hand hinhält, um mir aus der Gondel zu helfen. Ich ignoriere seine Hand demonstrativ und ziehe es vor, allein auszusteigen, obwohl ich Pudding in den Beinen habe. Oh mein Gott, ich habe mich noch nie so geschämt, weil ich so aufgewühlt bin und er... Kein bisschen. Es fällt ihm verdammt leicht, so unglaublich unbeteiligt zu bleiben. Meine Wangen glühen, als ich ihm über den Gehweg der Seebrücke folge, mich auf seine breiten Schultern konzentriere, die sich durch das Gedränge schieben, auf seinen Nacken, seine Hüften. Er scheint völlig unbeeindruckt und ich bin eine Idiotin. Ich habe zugelassen, dass er mit mir spielt, in aller Öffentlichkeit. Und warum? Weil ich eine nette Ablenkung von den Leuten war, die uns gejagt hatten? Der kann mich mal. Dafür bin ich mir zu schade. Ich hätte es aber eigentlich besser wissen sollen. Wir steigen wortlos ins Auto und fahren schweigend durch die Straßen von Chicago. Es vergehen einige Minuten, hier er mir überhaupt einen Blick gönnt. Was ist los? fragt er arglos. Als ob er es nicht wüsste. Ich starre ihn zornig an. Was zum Teufel sollte das? frage ich gebieterisch. Obwohl ich eigentlich wütender auf mich selbst bin, als auf ihn. Ich habe es schließlich zugelassen. Nach all den Standpauken, die ich mir in den letzten Monaten wegen meiner fehlenden Selbstachtung gehalten habe, war ich wieder einmal so blöd und habe mich auf dem Riesenrad fingern lassen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Was denn? fragt er und sieht mich von der Seite an. Es ging einfach darum, Spaß zu haben. Und es sah ganz so aus, als hätte es dir gefallen. Ich werfe einen Blick auf seinen Schritt. Erinnere mich daran, wie er sich vor wenigen Momenten noch gegen mich gepresst und ich seinen harten Schwanz gespürt hatte. Dir offensichtlich auch, rufe ich ihm in Erinnerung. Aber warum hast du das gemacht? Ich verstehe dich einfach nicht. Ich bin noch nicht dein Spielzeug, auch wenn du das zu glauben scheinst. Das habe ich nie behauptet, erwidert er leicht hin, als wir in meine Straße biegen. Aber du hast auch nicht Nein gesagt. Wenn du nicht mitmachen wolltest, dann hättest du es nur sagen müssen. Und genau das kotzt mich an. Das habe ich nicht getan. Weil ich ihn begehre. Es immer noch tue. Und deshalb bin ich sauer. Ich begehre einen Mann, dem es egal ist, ob er mit mir zusammen ist oder nicht. Es interessiert ihn nicht die Bohne, wie ich reagiere, wie ich mich fühle. Sieht genau das, was ich immer tue und was mich in Schwierigkeiten bringt. Ich muss damit aufhören. Ich beiße die Zähne zusammen und öffne die Autotür. Möchtest du, dass ich noch mit reinkomme? fragt Dominik und zieht eine Augenbraue hoch. Er sieht total locker und entspannt aus hinter dem Steuer und gleichgültig. Während ich so erregt war, dass ich nicht mehr klar denken konnte und mich immer noch nicht davon erholt habe. Ganz offenbar habe ich nicht diese Wirkung auf ihn und das macht mich wütend. Und es macht mich fertig. Nein, erwidere ich knapp und beuge mich in den Wagen, um nach einer kleinen Pause hinzuzufügen. Danke für einen interessanten Tag. Ich knalle die Tür zu und genieße seine verdutzte Miene. Hoffenbar erlebt es Dominik nur selten, dass ihm jemand die Tür vor der Nase zuschlägt. Das zaubert ein Lächeln in mein Gesicht, als ich meine Haustür aufschließe und den Bungalow betrete. Ich lasse meine Handtasche fallen und steuere auf die Küche zu, wo ich sogleich eine Flasche Rotwein entkorke und einige Schlucke aus der Flasche nehme. Als meine Finger aufgehört haben zu zittern, gieße ich mir ein Glas ein und weil ich immer noch so aufgewühlt bin, mache ich mich auf den Weg ins Badezimmer, wo ich mir ein Schaumbad einlasse. Der beruhigende Duft von Lavendel und Vanille erfüllt meine Sinne, zeigt aber leider nicht die erwünschte Wirkung. Denn anstatt mich zu entspannen, bekomme ich Dominics Gesicht einfach nicht aus dem Kopf. Kann nicht vergessen, wie sich seine Hände angefühlt haben, seine Finger so leicht in mich hineingeglitten waren. Und dann dieser erstaunte Ausdruck auf seinem Gesicht, als ich von seinem Wagen wegstolziert war. Es hat schon etwas für sich, jemanden zu überraschen und in die Schranken zu weisen. Jemand muss Dominic mal einen Dämpfer verpassen, erst entschieden zu arrogant. Ich trockne mich ab und lächle immer noch vor mich hin, als es an der Haustür klingelt. Verwundert schlüpfe ich in meinen Bademantel und tappe den Flur entlang, um zu öffnen. Dominic steht vor mir. So lässig und sexy und überlebensgroß. Und in seiner Hand baumelt eine Weinflasche. Ich lasse nicht so schnell locker, sagt er mit dem Grinsen, das ihn berühmt gemacht hat. Das Grinsen, bei dem die Frauen schwach werden. Bei dem auch ich weiche Knie bekomme. Obwohl ich stinksauer auf ihn bin und ihm am liebsten sagen würde, dass er sich verziehen soll. Aber das will ich ja gar nicht. Ich möchte eigentlich, dass er bleibt. Wenn es um ihn geht, geraten all meine guten Vorsätze ins Wanken. Ich bin eine Geisel meiner Hormone. Oder der Faszination, die für mich von dieser Frau ausgeht. Aber wieso eigentlich? Sie ist nur eine Blondine mit großen Titten und die gibt es in Hollywood wirklich wie Santa mehr. Also was ist so besonders an ihr? Doch als ich sie betrachte, da sehe ich keine Sexbombe in ihr, keine Hollywood-Tussi, sondern ein naives, temperamentvolles und mutiges Mädchen, das in einem flauschigen, pinkfarbenen Bademantel und mit einer Unschuldsmine, die vollen Lippen leicht geöffnet im Türrahmen steht. Und sie blickt mich aus großen braunen Augen an, die zu sagen scheinen, ich will dir vertrauen, bring mich bloß nicht dazu, es zu bereuen. Und ich möchte ihr am liebsten sagen, dass sie mir verdammt noch mal nicht vertrauen soll, denn ich werde ihr wehtun. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Und nach allem, was sie mir von sich preisgegeben hat, weiß ich, dass dies das Letzte ist, was sie im Augenblicke brauchen kann. Sie sucht einen Mann, der all das ist, was ich nicht bin. Aber das sage ich natürlich nicht. Das kann ich nicht. Denn aus irgendeinem Grund fühle ich mich zu ihr hingezogen und ich bin zu egoistisch, dem zu widerstehen. Also halte ich hier stattdessen die Weinflasche hin. Nur ein Glas Wein, das ist alles. Ich verspreche auch, die Hände bei mir zu behalten, es sei denn, du bittest mich, es nicht zu tun. Sie sieht mich an. Ich glaube, das wäre ein Fehler. Ich verdrehe seufzend die Augen. Vertrau mir. Ich tue nur das, was du willst. Vielleicht ist es das, wovor ich Angst habe, entgegnet sie leise. Ich stutze und starre sie an, aber sie öffnet die Tür und bedeutet mir einzutreten. Sie führt mich zur Küche, wo bereits eine geöffnete Weinflasche auf einer Arbeitsfläche steht, die sie aber ignoriert. Stattdessen greift sie nach dem Korkenzieher und als sie sich wieder umdreht, muss sie feststellen, dass ich unmittelbar vor ihr stehe und sie in der Ecke, wo die beiden Arbeitsplatten zusammenlaufen, nun in der Falle sitzt. Es ist hier so eng, dass ich hier ganz nah bin. Praktisch ihren Herzschlag hören kann. Und ich spüre definitiv die Hitze, die von ihrem Körper ausgeht. Sie holt Luft und ich trete einen Schritt zurück und halte die Hände in die Höhe. Siehst du? Ich komme in Frieden. Sie grinst, nimmt mir die Flasche ab, zieht den Korken heraus und füllt zwei Gläser. Ich sehe zu, wie die rote Flüssigkeit gegen die Seiten des Kristallglases schwappt, als ich meines ins Wohnzimmer trage. Wir lassen uns beide auf dem Sofa nieder und Jaycee wendet sich mir zu und schlägt ihre Beine unter. Also, ist das deine Vorgehensweise bei den Mädchen? Erst tust du so, als würdest du sie hassen, um sie dann zu verführen und in die Kiste zu kriegen? Sie lächelt und nimmt einen Schluck von ihrem Wein, aber ich sehe es ihren Augen an, dass die Frage nicht nur scherzhaft gemeint war. Sie ist angesichts meines Verhaltens ebenso irritiert wie ich. Ich tue es mit einem Lachen ab. Absolut. Und es funktioniert für gewöhnlich wunderbar. Bei dir auch? Sie schüttelt den Kopf, würdigt dies nicht einmal einer Antwort, sondern sieht mich an und stellt mir eine sehr direkte Frage. Wer war dieses Mädchen auf der Party? Es war dieselbe wie auf dem Parkplatz. Sie bedeutet dir etwas und du bedeutest ihr auf jeden Fall etwas. Sie verstummt für einen Moment, blickt zu Boden und schluckt, ehe sie ihren Blick wieder auf mich richtet. Ich verbringe gern Zeit mit dir, aber das werde ich nicht tun, wenn du einer anderen gehörst. Ich gehöre niemandem, sage ich verächtlich, und es gibt nur sehr wenige Menschen, die mir etwas bedeuten, das kannst du mir glauben. Diese Frau heißt Kira und ich bin mit ihr aufgewachsen. Sie ist eine gute Freundin und zwar schon sehr lange. Machst du mit jeder guten Freundin rum? fragt J.C. zweifelnd. Sie streckt ein Bein aus und ich kann nicht umhin hinzuschauen, als ihr Bademantel dabei ein wenig zur Seite rutscht und ich noch mehr von ihrem Schenkel sehe. Nein, sage ich und löse meinen Blick nur widerwillig von dort, um in ihr Gesicht zu blicken, für gewöhnlich nicht. Ich verspüre so etwas wie Gewissensbisse, wenn ich an Kira denke. Nicht, weil ich irgendjemanden betrüge, denn das tue ich nicht, sondern weil Kira an die zehnmal diese Woche angerufen hat und ich sie nicht zurückgerufen habe. Wann immer ich in der Stadt bin, legt sie ihr Leben auf Eis, um ihr bei Bedarf zur Verfügung zu stehen. Das Ganze schmeckt mir zu sehr nach Schuldgefühl und daher schiebe ich diese Gedanken beiseite. Ich muss mich nicht schuldig fühlen. Kira weiß, worauf sie sich einlässt, wenn wir uns zum Gelegenheitssex treffen. Schließlich zwinge ich sie nicht dazu. Du bist also nicht mit ihr zusammen? will J.C. wissen und ihre Augen blicken immer noch zweifelnd rein. Bin ich nicht, bestätige ich, denn das entspricht der Wahrheit. Ich vögle sie zwei in den Hintern, fessle sie und komme auf ihrem Gesicht, schlage sie mit der Peitsche, mache sie scharf, lecke sie, beiße sie, aber wir sind kein Paar, definitiv nicht. War das wirklich dein Ernst, dass es nur sehr wenige Menschen gibt, die dir etwas bedeuten? fragt J.C. zögernd, eine Hand fest um das Glas gelegt. Denn dann tust du mir leid. Ich bedenke sie mit einem unfreundlichen Blick. Du solltest nicht über mich richten, J.C. Du hast keine Ahnung, wie es ist, ich zu sein. Du weißt nicht, was in meinem Leben geschehen ist, wie die Leute versucht haben, mich auszunutzen. Es ist leichter, ihnen gar nicht erst die Chance dazu zu geben, glaub mir. Sie stößt einen Schnauben aus. Wie auch immer. Mir ist klar, dass sich dein Leben in anderen Sphären abspielt als das Normalsterbliche, aber trotzdem, Mensch bleibt Mensch und jeder von uns braucht andere Menschen. Und in jedem Leben gibt es Kränkungen und Verletzungen und die bittere Erfahrung von anderen ausgenutzt zu werden. Es geht darum, das zu überwinden, es hinter sich zu lassen und weiterzumachen. Wenn du es zulässt, dass die Leute, die dich verletzt oder benutzt oder dich verarscht haben, dein Handeln beeinflussen, dann lässt du sie gewinnen, Dominik. Ich betrachte ihr angespanntes Gesicht, ihre entschlossene Miene. Das klingt so, als hättest du selbst schon schlechte Erfahrungen gemacht, erwidere ich interessiert. Was ist dir zugestoßen, J.C.? Sie errötet, was mich nur weiter anspornt, mehr zu erfahren. Sie kippt den Rest ihres Weins hinunter und gießt sich mit zitternder Hand ein weiteres Glas ein. Ich ziehe eine Augenbraue hoch. Was ist dir zugestoßen? frage ich wieder, diesmal mit sanfterer Stimme. Sie schüttelt den Kopf. Nichts. Ich bin bloß so blöd, immer auf die falschen Kerle reinzufallen, immer und immer wieder. Das ist so ein Muster bei mir. Aber ihre Hand zittert immer noch, als sie einen großen Schluck von ihrem Wein nimmt. Ich schüttle den Kopf. Das ist nicht Grund genug für einen solchen Gesichtsausdruck, wie du ihn gerade trägst. Da muss noch was anderes dahinter stecken. Und ob das Grund genug ist, Dominik, wenn es sich um ein Muster handelt? Ich habe einige Probleme, das sage ich dir lieber gleich. Und wegen dieser Probleme falle ich für gewöhnlich auf die falschen Kerle rein. Ich bin fasziniert. Aber das eine Mal war es schlimmer. Warum war das so? Was ist geschehen? J.C. seufzt und blickt zur Seite. Ich bin auf den Teufel reingefallen. Meine Freunde, mein Bruder, sie alle haben versucht, mich von ihm fernzuhalten. Aber blöd, wie ich nun mal bin, bin ich schließlich zu ihm zurückgegangen, weil ich ihm den Scheiß, den er mir erzählt hat, abgekauft habe. Und eines Tages hat er etwas wirklich, wirklich Schreckliches getan, was alle um mich herum total fertig gemacht hat. Ist das Grund genug für dich? Damit weiß ich immer noch nicht, was er getan hat, aber es war offensichtlich ziemlich schlimm. J.C. ist bleich und da ist ein so trauriger, ernster Ausdruck auf ihrem Gesicht, dass ich sie nicht weiter dränge, sondern lediglich nicke. Das ist Grund genug. Eine Träne rinnt über ihre Wange und sie wischt sie rasch weg und beugt sich über ihr Weinglas, weicht meinem Blick aus. Und deshalb habe ich mir geschworen, nie wieder auf den falschen Kerl reinzufallen. Ich arbeite an mir und ich werde mich nicht mehr mit irgendjemandem begnügen, sondern so lange suchen, bis ich den perfekten Partner gefunden habe. Einer, der mich zu schätzen weiß und der mich nicht herumschubst. Und damit weißt du, woran du bist. Ich strecke die Hand aus und drehe ihren Kopf zu mir, zwinge sie, mich anzusehen. J.C., sage ich leise. Ich komme da als Kandidat nicht in Frage. Das will ich auch gar nicht. Und ich wäre auf Dauer ohnehin nicht gut für dich. Ich suche einfach jemanden, mit dem ich Zeit verbringen kann, während ich hier bin. Mit dem ich Spaß haben kann, der mir Gesellschaft leistet. Und es interessiert mich brennend, ob du wirklich ein so anständiger Mensch bist, wie du zu sein scheinst. Das würde ich gern herausfinden. Denn ich befinde mich an einem Punkt, wo ich bezweifle, dass es überhaupt noch anständige Menschen gibt. Das ist alles. Ich bin durchaus in der Lage, dir wir zu tun, aber das wird nicht geschehen, wenn du es nicht zulässt. Sie sieht mich mit feuchten Augen an. Ich bin kein anständiger Mensch, Dominik. Das kann ich dir gleich sagen. Wäre ich ein anständiger Mensch, hätte ich Jared nicht in meine Nähe oder die meiner Familie gelassen, geschweige denn eine Beziehung mit ihm angefangen? Aber du kannst deinen Arsch darauf verwetten, dass ich es nicht zulassen werde, dass du mir wehtust. Ich werde mich nicht in dich verlieben. Das habe ich mir bereits geschworen. Ich nicke. Dann wollen wir mal sehen, ob du diesen Schwur auch halten kannst. Du willst feststellen, ob du Zeit mit mir verbringen kannst und dich nicht wieder in den falschen Kerl verliebst, und ich will herausfinden, ob es noch einen anständigen Menschen auf dieser Welt gibt. Dabei können wir beide nur gewinnen. Ich sorge dafür, dass du dich gut fühlst, und du tust das Gleiche für mich. Ich glaube, das können wir beide gebrauchen. Ich verstumme und blicke sie an. Sie erwidert meinen Blick. Also alles ohne irgendwelche Verpflichtungen. Du magst mich, ich mag dich. Wir gewinnen beide. Ich werde mich nicht in dich verlieben, Dominik. Ihre Stimme klingt ruhig und fest. Das sollst du auch nicht, entgegne ich ebenso ruhig. Genau darum geht's ja. Komm schon. Nimm die Herausforderung an. Mal sehen, ob du das schaffst. Und du wirst den Beweis erhalten, dass es wirklich noch anständige Menschen auf dieser Welt gibt. Beharrt sie steif und fest. Denn die gibt es wirklich. Abwarten, erwidere ich. Das glaube ich erst, wenn ich's mit eigenen Augen sehe. Abgemacht, sagt sie nickend. Das wirst du. Ich beuge mich ein bisschen vor und blicke in ihre dunklen Augen. So, nachdem das geregelt ist, willst du, dass ich jetzt dafür sorge, dass du dich gut fühlst? Die Bedeutung meiner Worte ist eindeutig. Ich unterstreiche sie aber dennoch, indem ich meine Hand auf ihren Schenkel lege und fest zupacke. Als ich sie wieder wegnehme, haben meine Finger weiße Abdrücke auf ihrem Bein hinterlassen. Sie betrachtet die Abdrücke, scheint fasziniert davon und hebt dann den Blick, um mich anzusehen. Ja, murmelt sie. Mehr wollte ich gar nicht hören, sage ich. Mein Lieblingswort. Ich ziehe sie zu mir herüber und sie schmiegt sich an meinen Körper. Ihre ist weich und klein. Die Arme, die sie um meinen Hals legt, sind dünn. Ich schubse sie wieder auf das Sofa zurück, sodass sie in die Kissen gedrückt daliegt. Ich blicke ihr in die Augen, als ich ihre Beine mit meinem Knie auseinanderschiebe. Sie öffnet sie zögernd. Bist du schon feucht, Jaycee? Bist du schon bereit für mich? Frage ich und ziehe eine Augenbraue in die Höhe, während ich einen Finger über ihren Brustkorb nach unten gleiten lasse und ihren Bademantel öffne. Sie liegt nun entblößt im Sonnenlicht da. Ihre Titten schauen zur Decke hinauf und ihre Hüften liegen leicht erhöht. Ich lasse meinen Finger um ihre Nippel gleiten und sie stöhnt. Doch ich verharre nicht dort. Mein Finger gleitet hinunter über ihre Hüfte und ihren flachen Bauch zu ihrer Muschi. Und dann lasse ich diesen Finger über den winzigen Knopf ihrer Klitoris gleiten. Sie zuckt und bäumt sich mir entgegen, doch ich fahre fort, lediglich mit diesem einen Finger über den kleinen, geschwollenen Höcker zu reiben. Und ob du feucht bist, bemerke ich, bereit für mich. Was soll ich denn nun deshalb unternehmen? Überrasch mich, haucht sie. Ich schmunzle, schiebe den Finger zwischen die Falten ihrer Muschi und in sie hinein, um ihn dann wieder langsam herauszuziehen. Rein, raus, rein, raus. Sie wirft den Kopf zurück und ich füge einen Finger hinzu. Falsche Antwort, sage ich leise, beuge mich vor, um ihren Hals zu küssen und daran zu saugen. Ich bin vorerst zärtlich. Die harten Sachen kommen später. Du musst mir schon sagen, was du willst. Ihre Augen werden glasig, während ich sie weiter reibe und sie immer feuchter wird. Ich höre, wie sie schwer schluckt. Vögel mich, sagt sie nur. Ich schmunzle wieder, obwohl ich spüre, wie es bei ihren Worten in meiner Leistengegend zu ziehen beginnt. Darauf musst du noch warten, Prinzessin. Sie öffnet die Augen. Wieso? Fragt sie und verharrt, ihre Hüften gegen mich gepresst. Weil das nun einmal so ist, ich schlafe nicht gleich mit jeder Frau. Ich schlafe mit keiner Frau, grundsätzlich nicht, aber das spreche ich natürlich nicht laut aus. Sie wird schon bald merken, dass mit mir zu vögeln etwas anderes bedeutet, als sie vermutlich erwartet. Aber ich werde trotzdem dafür sorgen, dass du dich gut fühlst, füge ich hinzu. Ich stehe auf, hebe sie mit Leichtigkeit in die Höhe und sie schlingt ihre Arme um meinen Hals. Ich trage sie ins Schlafzimmer und lasse sie auf das Bett fallen, wo sie in die Höhe federt und sich dann herumrollt. Wie hättest du mich denn gern? schnurrt sie. Arme und Beine ausgestreckt? Ich lächle, erinnere mich an das, was ich ihr vor zwei Wochen gesagt hatte. Ja. Leg dich auf den Rücken. Du hast doch bestimmt irgendwo Halstücher. Sie sieht mich verdutzt an, deutet dann aber auf die oberste Schublade ihrer Anrichte, wo ich einen Haufen Seidentücher finde. Sie wirkt unentschlossen, als ich mich rittlings auf sie setze und ihre Arme über den Kopf hebe. Vertraust du mir? Sie scheint unsicher. Ich kenne dich ja kaum. Ich blicke ihr in die Augen. Glaubst du denn, dass ich dir wehtun würde? Sie schüttelt ohne zu zögern den Kopf. Gut. Denn das würde ich auch niemals tun. Es sei denn, du bittest mich darum. Sobald du Nein sagst, ist es zu Ende. Ich höre sofort auf, okay? Sie nickt. Ich werde deine Hände und Füße am Bettrahmen festbinden und es wird dir gefallen. Ja oder nein? Sie sieht mich verwirrt an. Woher soll ich wissen, ob es mir gefallen wird? Ich starre sie an und wiederhole die Worte langsam. Ich werde dich festbinden und es wird dir gefallen. Ja oder nein? Dieses Mal frage ich mit mehr Nachdruck. Ja. Flüstert sie schließlich. Und ich sehe es ihrem Gesicht an, dass sie es glaubt. Ich lächle, als ich ihr den Bademantel ausziehe, ihr dann die Hände festbinde und anschließend die Füße. Jetzt kann sie sich kaum noch bewegen, liegt ausgebreitet da wie eine herrliche Opfergabe. Ihre vollen Titten zeigen zur Decke, sind erstaunlich keck dafür, dass bei ihnen kein Schönheitschirurg nachgeholfen hat. Für jemanden wie mich, der aus Hollywood kommt, ist es eine Seltenheit, heutzutage noch einen silikonfreien Busen zu Gesicht zu bekommen. Ich krieche über sie hinweg und ihre Rundungen reiben gegen meinen Schwanz, lassen ihnen steif werden. Ich knabbere an ihrem Hals, flüstere ihr ins Ohr. Ich werde dir die Augen verbinden und es wird dir gefallen, ja oder nein. Ihre Lippen zittern beinahe, als sie ja erwidert. Ich lächle wieder, beuge mich dann vor, um ihr einen schwarzen Seidenschal um den Kopf zu binden, der ihre Augen bedeckt. Du vertraust mir, dass ich dir keine Schmerzen zufügen werde. Es sei denn, du bittest mich darum, ja oder nein. Ich lasse meine Finger nun an ihrem Oberkörper entlang gleiten, über ihre Rippen und die Seiten und sehe zu, wie sie eine Gänsehaut bekommt, ehe sie leise ihre Antwort flüstert. Ja. Ich lächle und küsse sie hart, spüre meine Zähne an ihren Lippen und wie sich ihre Zunge automatisch in meinen Mund schiebt. Sie öffnet ihre Lippen für mich, will mehr, zeigt es mir mit jeder ihrer Bewegungen. Ich neige den Kopf und gleite mit meinen Lippen über ihre seidige Haut, lasse sie auf einem Nippel verweilen, bevor ich die rosafarbene Spitze in meinen Mund nehme und erst sanft und dann immer fester daran sauge. Sie bäumt sich unter mir auf, soweit es ihre Fesseln erlauben. Das gefällt dir, ja oder nein? Ja, stöhnt sie. Ich sauge noch fester. Sie stöhnt lauter. Nun küsse ich jeden Zentimeter ihres Bauches und widme mich dabei besonders der Vertiefung an ihrem Hüftknochen, denn dies ist meine Lieblingsstelle der weiblichen Anatomie. Keine Ahnung warum, ich finde einfach, dass diese Stelle unglaublich feminin ist. Ich steige kurz aus dem Bett, um mich meiner Klamotten zu entledigen, damit ich ihre warme Haut an meiner spüren kann. Ich presse meinen steifen Schwanz gegen ihre Hüfte, genieße die Art und Weise, wie ihr Knochen hineinschneidet, ihn quetscht. Es ist ein guter Schmerz. Manchmal ist Schmerz gut. Ich werde es dir heute mit dem Mund machen, nicht mit meinem Schwanz. Und du wirst dich so sehr danach sehnen, dass ich dich vögle, dass es möglicherweise wehtut, aber du wirst warten müssen. Ich werde aber mit meinem Mund dafür sorgen, dass du gleich kommst, ja oder nein? Bitte, bettelt sie leise und stemmt ihre Hüften gegen meine Finger. Bitte, ja oder nein, wiederhole ich mit Nachdruck. Ja, sagt sie atemlos. Mehr muss ich gar nicht hören. Ich lasse mich auf Händen und Knie nieder und vergrabe meinen Kopf zwischen ihren Schenkeln. Ihr Geruch, so sauber und muschusartig, bemächtigt sich meiner Sinne und macht mich verrückt. Ich schiebe meine Zunge ein Stück in sie hinein und lecke sie langsam. Schiebe meine Zunge dann tiefer hinein, benutze Finger, Zunge, Lippen, bis sie sich unter mir windet. Das gefällt dir. Ja oder nein, sage ich atemlos. Denn zu sehen, wie sie so gefesselt und mit verbundenen Augen hilflos daliegt und nichts anderes tun kann, als zum Orgasmus zu kommen, das tönt mich an. Mein Schwanz ist jetzt steinhart und ich streichle mich selbst mit meiner linken Hand, während ich sie mit meiner rechten reibe. Ja, stößt sie mühsam hervor. Vögle mich, Dominik. Nein, antworte ich mit fester Stimme, noch nicht, manchmal ist Schmerz auch gut, Prinzessin. Aber ich will, dass du mich vögelst, murmelt sie, bäumt sich auf und versucht mich so gut sie kann zu berühren. Ich antworte ihr damit, dass ich mich ihr nun mit beiden Händen widme, sie mit den Fingern der einen Hand ficke und mit der anderen über ihre Klitoris reibe, bis sie schliesslich und schliesslich meinen Namen herausschreit und stellt fest, dass mein Schwanz steinhart ist. Dir hat es auch gefallen, ja oder nein? Ja, erwidere ich mit einem Lächeln, bevor ich wieder aufstehe. Bis bald. Und damit verlasse ich das Zimmer, ohne mich noch einmal umzudrehen. So bin ich nun mal. Ich knüpfe keine Bindungen. Ich lasse mich auf niemanden ein. Aber als ich an diesen offenen und unschuldigen Ausdruck auf ihrem Gesicht denke, als sie zum Höhepunkt kam, muss ich unwillkürlich lächeln. Erst als ich im Auto sitze und einen Blick in den Rückspiegel werfe, bemerke ich, dass meine Mundwinkel immer noch ein wenig in die Höhe gezogen sind. Diese Miene ist mir so fremd, dass ich stutze und wenige Augenblicke später mit Beschämung reagiere. Ich sollte mich nicht über etwas freuen, das mit Jay-C zu tun hat. Denn wenn ich erst einmal mit ihr fertig bin, wird nichts mehr übrig sein, über das es sich zu lächeln lohnt. Denn so ist es immer. Mein Handy brummt in der Tasche und so wie Dominik von der anderen Seite der Halle zu mir herübersieht, tut es das, weil ich eine SMS von ihm bekommen habe. Mit einem Mal fühlt es sich so an, als hätte ich Schmetterlinge im Bauch. Und ich unterbreche für einen Moment das Stapeln der sauberen Handtücher, um es hervorzuholen. Willst du mich vögeln? Ja oder nein? Ein Schauer erfasst mich und ich lächle. Ich kann einfach nicht anders. Als ich aufschaue, stelle ich fest, dass er mich mit diesem düsteren Blick anstarrt, der mein Herz höher schlagen lässt, der mich dazu bringt, mich nach ihm zu verzehren, auch wenn ich mir geschworen hatte, es nicht dazu kommen zu lassen. Ich schüttle den Kopf in seine Richtung, obwohl es eine Lüge ist. Und das weiß er auch, denn er lacht und er schiebt sich sein Handy in die Hosentasche, um sich wieder dem Sandsack zuzuwenden, den er für Tilg festhält. Ich seufze und widme mich erneut den Handtüchern. Es ist zwei Tage her, seit Dominik mich ans Bett gefesselt hat. Als er danach einfach so verschwand, da war ich im ersten Moment verblüfft, aber dann musste ich lachen. Seine Vorliebe dafür, Distanz zu wahren, sich auf niemanden einlassen zu wollen, entwickelte sich langsam zu einem Muster, an das ich mich gewöhnen sollte, wenn ich mit dieser Sache weitermachen wollte. Was auch immer dies für eine Sache sein mochte. Aber was es auch immer war, ich fand es faszinierend. Aufregend. Ich war mit Dominik Kincaid im Bett gewesen. Nun ja, wir hatten nicht wirklich Sex gehabt, aber es war genauso intim gewesen. Zumindest für mich. Ich hatte einmal im Internet nachgeschaut, ob er sowas öfter macht und dabei eine ganze Reihe gebrochener Herzen hinterlässt. Leider konnte ich nicht viel finden. Er hat anscheinend nicht viele Dates, obwohl er schon mit einigen Starlets wie zum Beispiel Amy Ashby in Verbindung gebracht wurde. Er war bislang offenbar in keinen Skandal verwickelt. War sauber geblieben. Und nirgendwo gab es eine Erwähnung von einer Emma, wer auch immer sie sein mochte. Er musste verdammt gute PR-Leute haben. Oder er war wirklich so distanziert und unnahbar, wie er zu sein vorgab. Nachdem wir nun zwei Tage miteinander geflirtet und gesimst haben, ohne dass ich daraus etwas entwickelt hätte, beginne ich zu glauben, dass das der Fall ist. Er ist wirklich so. Tut nur Dinge, die ihm Spaß machen, ohne sich jedoch auf etwas einzulassen. Es ist so, als würde er einen Schalter umlegen, wenn er glaubt, dass etwas zu persönlich wird. Und dann macht er auf einmal dicht. Ich habe keine Ahnung, warum er das tut, aber das scheint der Fall zu sein. Und wenn ich mit dieser Beziehung weitermachen möchte, dann muss ich das wohl akzeptieren. Denn auch wenn er einige negative Seiten hat, so hat er auch eine Menge Positives zu bieten. Allem voran diesen unglaublichen Sex-Appeal. Ich mag Dominik. Mag ihn wirklich. Ich kann einfach nicht anders. Ich bin mir sicher, dass mehr in ihm steckt, als er mir und dem Rest der Welt offenbart. Das fasziniert mich. Von Zeit zu Zeit ist da etwas in seinen Augen, ein verletzlicher Ausdruck. Er versucht, es zu verbergen, aber dies weckt in mir den Wunsch, ihm nahe zu sein, mehr über ihn zu erfahren. Doch ich weiß, dass er das nicht will. Er scheut diese Nähe, will niemanden an sich heranlassen. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die mir etwas bedeuten. Ich verspüre einen Stich in meinem Herzen, während ich eine weitere Reihe von Handtüchern stapele und mir seine Worte einfallen. Ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass jemand wie er nicht gut für mich wäre, wenn es hier um eine echte Beziehung ginge. Aufgrund meiner Probleme brauche ich einfach mehr, als er mir zu bieten hat. Ich brauche jemanden, der an meinem Leben teilnimmt, der mir das Gefühl gibt, dass ich ihm wichtig bin. Aber darum geht es hierbei ja gar nicht, rufe ich mir in Erinnerung. Das hier ist keine echte Beziehung. Hier geht es nur darum, Spaß zu haben. Ich werde nicht benutzt. Ich vertreibe mir bloß die Zeit. Dominik wird bald wieder nach Hollywood verschwinden und ich werde ihn nie wiedersehen. Höchstens auf der Kinoleinwand. Aber für den Moment zählt allein der Spaßfaktor. Und es ist eine coole Geschichte, die ich irgendwann mal meinen Enkeln erzählen kann. Als ich mich umdrehe, bemerke ich, dass er mich ansieht. Er hält mal wieder sein Smartphone in der Hand und da ist dieser düstere, geheimnisvoller Ausdruck in seinen Augen. Er steht groß und schlank und cool inmitten des Schweißes, der Hitze und des Drecks da. Mein Handy brummt. Musst du die Handtücher nicht wegbringen? Unsere Blicke treffen sich wieder. Er weiß, dass es so ist und auch, wohin ich sie bringen werde. Wieder ein Brummen. Geh! Er beobachtet mich, scheint zu glauben, dass ich nun sofort Richtung Abstellkammer losrenne und dort auf ihn warte. Aber das tue ich nicht. Ich werfe ihm einen Blick zu und beginne die restlichen Handtücher absichtlich langsam neben dem Regal zu stapeln. Als ich wieder in seine Richtung sehe, bemerke ich, wie seine Lippe zuckt. Mein Handy brummt erneut. Ich werfe einen Blick darauf. Ich gebe dir drei Chancen. Das hier ist deine zweite. Geh! Ich straffe meine Schultern und starre ihn an. Für wen hält er sich eigentlich? Glaubt er etwa, er kann mich herumkommandieren und ich gehorche? Egal. Ich entscheide immer noch selbst, wann ich es zulasse, dass jemand die Kontrolle über mich hat. Wie zum Beispiel, als er mir die Hände im Schlafzimmer fesseln durfte. Aber das war etwas anderes. Ich schlendere davon, ignoriere ihn demonstrativ, als ich mich durch die Halle schlängele und den Umkleiderraum betrete, um die dreckigen Handtücher in die Waschmaschine zu stecken. Ich bin noch keine zwei Minuten dort, als meine Hüften gegen das kühle Metall der Maschine gepresst werden. Ich einen heißen Atem an meinem Ohr spüre und sich ein warmer Körper gegen meinen Rücken presst. Ich weiß, dass du es willst, schlüstert Dominik und packt meinen Hintern fest mit einer Hand. Also geh. Mehr musst du nicht tun. Ich werfe einen Blick zur Seite, um sicher zu gehen, dass niemand sonst hier drin ist, bevor ich herumfahre. Ich weiß, dass du es willst, sage ich und strecke dabei die Hand aus und schiebe sie zwischen seine Beine. Das erste Mal, dass ich dies tue. Ich streiche über den Jeansstoff, bevor ich mit festem Griff seinen Schwanz darunter umfasse. Er schluckt schwer. Stimmt doch, oder? Frage ich. Seine Augen verdunkeln sich, während sein Schwanz hart wird. Er sagt nichts. Also packe ich fest dazu. Ja oder nein? Er zuckt nicht einmal, obwohl mein Griff schmerzhaft sein muss. Und sein Schwanz bleibt hart, was mich aber nicht überrascht. Schließlich hat er gesagt, dass ein bisschen Schmerz gut ist. Ja, sagt er schließlich. Was mich total überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er es zugeben würde. Mein Gesicht verzieht sich zu einem breiten Lächeln. Also, geh, befehle ich ihm. Da ist ein gefährliches Funkeln in seinen Augen. Ich sehe, dass ihm mein Kommandoton gefällt. Er macht auf, dem Absatz kehrt und geht davon. Ich sehe zu, wie seine breiten Schultern verschwinden und verspüre eine zunehmende Erregung. Ich warte eine Minute, ehe ich ihm folge und mich auf den Weg zur Abstellkammer mache. Als ich die Tür öffne, stelle ich zu meiner Verblüffung fest, dass die Kammer leer ist. Er ist nicht hier. Was zum Aber mit einem Mal steht er im Türrahmen, füllt den Raum und schließt die Tür hinter sich. Hast du etwa geglaubt, du könntest mir Anweisungen erteilen, fragt er mit gefährlich, leiser Stimme und kommt auf mich zu. Ich weiche zurück, bis ich die Wand im Rücken spüre. So funktioniert das aber nicht, Prinzessin. Obwohl ich deinen Mut bewundere. Du hast echt Eier. Ich dachte, wir hätten bereits festgestellt, dass ich keine habe, erwidere ich und ziehe eine Augenbraue hoch. Sein Lachen hat einen rauchigen, tiefen Klang. Vielleicht sollte ich es nochmals überprüfen. Ich hatte mit seiner Hand gerechnet, doch da hatte ich mich getäuscht. Dominik lässt sich auf die Knie sinken und zieht dabei meine Shorts herunter. Da sie einen Gummizug hat, ist das nicht schwierig. Als sie um meine Knöchel auf dem Boden liegt, steckt Dominik ohne jede Vorwarnung seine heiße, feuchte Zunge in mich hinein. Der Raum ist sogleich erfüllt von dieser dunklen, ursprünglichen Energie und Dominik übernimmt die Kontrolle. Mein Kopf sinkt von selbst nach hinten und meine Hände klammern sich an einem Regal fest. Es könnte jemand reinkommen, keuche ich, während ich versuche, tief zu atmen. Dominik weicht zurück. Stimmt, gibt er zu. Aber das wird nicht passieren. Außer uns hat auch hier niemand was verloren. Und du wirst ohnehin jetzt sofort kommen. Er stößt seine Zunge in mich hinein, immer und immer wieder, bis ich mich nur noch hilflos keuchend an seinem Rücken zu klammern vermag. Und dann komme ich tatsächlich. Einfach so. Und es will gar nicht mehr aufhören. Die Muskeln meiner Gebärmutter ziehen sich zusammen, meine Oberschenkel zittern. Dominik steht sofort auf und grinst dabei, wie ein Honigkuchenpferd. Dann beugt er sich vor, zieht meine Shorts wieder hoch und neigt seinem Kopf zu meinem Ohr. Du schmeckst so gut. Und dann spaziert er einfach davon. Ganz so, als wäre das hier nie passiert. So, wie er es immer tut. Ich muss mich an der Wand hinter mir abstützen, bis ich wieder zu Atem komme und meine Knie aufhören zu zittern. Dominik Kinkade hat mir gerade in einer Abstellkammer die Muschi geleckt, bis ich gekommen bin. Wow. Als ich mich endlich wieder erholt habe, schlüpfe ich so unauffällig wie möglich in die Halle zurück und gebe mich dabei betont locker. Alles klar bei dir, JC, erkundigt sich Dominik mit einer Unschuldsmine, als wüsste er nicht, dass ich Pudding in den Beinen habe, und er der Grund dafür ist. Mir geht's gut, erwidere ich mit einer ebensolchen Unschuldsmine. Er zwinkert mir zu und fährt sich dann mit der Zunge über die Lippen. Ich weiß, sagt er, und schon beginnt mein Herz wieder zu rasen. Der Mann muss mich nur ansehen und es ist um mich geschehen. Als würde ich mir ernsthaft wünschen, dass er mich in sein Bett schleppt, wo wir uns für ein ganzes Wochenende verkriechen und nichts anderes tun, als einander in die Augen zu sehen. Scheiße, das ist nicht gut, denn er will mir hilflos machen. Ich straffe die Schultern und wende mich ab. Ich versuche, Dominik für den Rest des Tages zu ignorieren und konzentriere mich auf andere Dinge, statt mit ihm zu reden. Mein feuchtes Höschen erinnert mich von Zeit zu Zeit allerdings genauso daran, wie sein spitzbübisches Lächeln, wann immer ich zufällig seinem Blick begegne. Aber ich versuche dennoch beharrlich, ihn zu meiden. Warum? Weil er gefährlich für mich ist. Weil ich spüre, dass ich in diese Sache, die doch eigentlich nur zum Spaß gedacht war, nur etwas zum Zeitvertreib sein sollte und ohne jede Verpflichtung tiefer hineingezogen werde, als ich es beabsichtigt hatte. Ich beginne, etwas für ihn zu empfinden, und das darf nicht geschehen. Ich komme als Kandidat nicht in Frage, hatte er gesagt, als ich ihm erklärte, dass ich auf den Richtigen warten würde und nicht mehr zu faulen Kompromissen bereit sei. Er ist auf etwas ganz anderes aus, ist nicht auf der Suche nach einer richtigen Beziehung. Bei ihm weiß man nie wirklich, woran man ist, und er ist ständig so distanziert. Sollte ich den Fehler begehen, etwas Echtes von ihm zu erwarten, dann werde ich wie immer enttäuscht werden, denn ich hatte wieder einmal eine schlechte Entscheidung getroffen. Dieser Gedanke versetzt meinem Herzen einen Stich. Aber es ist die Wahrheit. Und ich möchte nicht mehr die Augen vor ihr verschließen. Doch das ist gar nicht so leicht, denn als sich Dominik nach der Arbeit auf dem Parkplatz zu mir umdreht und sagt, ich fliege Freitagabend zu Dreharbeiten nach Kalifornien, hast du nicht Lust, mitzukommen? Da rutscht mir, ehe ich richtig darüber nachdenken kann, auch schon das Wort über die Lippen, das mich oft genug in Schwierigkeiten gebracht hat. Ja, sage ich, Meine Hände gleiten unter Jaycees Kleid in die Höhe und ich ziehe sie an mich. Unsere Hüften pressen sich aneinander. Schlaf mit mir, flüstert sie mir ins Ohr, während sich ihre Fingernägel auf dem Weg meinen Rücken hinunter tief ins Fleisch graben. Der Schmerz törnt mich an. Aber was mich noch mehr enttörnt, ist ihr Duft. Ich hebe sie in die Höhe, beiße sie in die Lippe und schiebe meine Zunge in ihren Mund, bevor ich meinen Gürtel öffne und rasch die Hose ausziehe. Ich verharre für einen Moment über ihr, ehe ich tief in sie eindringe. Sie stöhnt und windet sich unter mir und ihre Finger krampfen sich ins Laken. Mach schon, Dominik, flüstert sie. Ich halte inne und sehe sie verwirrt an, denn ich bin doch schon dabei und mein Schwanz ist steinhart. Tu ich ja, Baby, antworte ich. Spürst es denn nicht? Ich stoße erneut in sie hinein und sie lächelt. Mach schon, sagt sie wieder und kichert, aber ihre Stimme ist jetzt viel tiefer, männlich, nicht wie ihre normale sexy Stimme. Hoch mit dir, ruft sie. Meine Verwirrung dauert noch einen Augenblick an, bevor mir klar wird, dass ich träume. Doch dann bin ich wach und stelle fest, dass ich gar nicht mit Jaycee zusammen bin. Stattdessen steht Zinn neben meinem Bett und gackert wie ein Hahn. Was zur Hölle träumst du denn, Dom? fragt er lachend. Oder sollte ich besser fragen, von wem? Du hast gestöhnt, dass ich schon dachte, du drehst dir einen Porno, Mann. Ich greife mir ein Kissen und halte es mir vors Gesicht, atme den Geruch von Gänsedaunen ein und versuche, meinen Ständer loszuwerden. Margaret Thatcher nackt an einem kalten Tag. Verzieh dich, knurre ich ihn an. Was zum Henker soll denn das hin? Er lacht erneut, bevor er mir mein Handy in die Hand drückt. Hast du in der Küche liegen lassen und Tally hat schon viermal versucht, dich zu erreichen. Vielleicht solltest du ihn mal zurückrufen. Wie floh ist es? frage ich mit matter Stimme, denn ich fühle mich ziemlich groggy. Aber es ist bereits zu spät. Die Tür hat sich hinter Sinn geschlossen. Ich bleibe für einen Moment still liegen, ehe ich das Kissen gegen die Wand werfe. Was zum Teufel soll denn das? Ich bin wegen einer ganzen Reihe von Dingen sauer auf mich, aber vor allem, weil ich von Jaycee geträumt habe. Was soll der Scheiß? Ich habe mich aus gutem Grund in einen verdammten Mönch verwandelt, oder zumindest in meine Version davon. Aber es gibt keinen guten Grund, von irgendjemandem zu träumen. Jaycee eingeschlossen. Ich werfe einen Blick auf die Uhr. Schon halb zehn? Ich schätze mal, dass ich Sinn dankbar sein sollte, dass er mich geweckt hat, denn sonst wäre ich zu spät dran für die Boxhalle und ich glaube Joe sehr wohl, dass ich gar nicht mehr kommen muss, wenn ich mich noch mal verspäte. Verdammt! Ich springe in ein paar Klamotten, sprühe etwas Ode Colonia auf und verschwinde durch die Tür. Unterwegs rufe ich Tallye aus dem Auto an. Was ist denn los? frage ich, als er sich meldet. Was ist so verflixt wichtig, dass du mich deshalb viermal anrufen musst? Tallye seufzt ins Telefon. Ich wollte nur sicher gehen, dass du heute Abend im Flieger sitzt. Ich habe alles arrangiert und ich habe Amy Ashby gesagt, dass sie mitfliegen kann. Sie ist auch in Chicago, um ihren Freund zu besuchen. Es wird noch jemand mitfliegen, teile ich ihm mit, als ich mich in den Verkehr einreihe. Setze ihren Namen bitte mit auf die Passagierliste. J.C. Vincent. Tallye seufzt erneut. Oh, da wird sich Amy aber freuen. Ist mir scheißegal, erwiedere ich. Das ist mein Flugzeug. Sie kommt doch ohnehin von ihrem Freund. Weshalb sollte sie das also kümmern? Aber wir wissen beide, dass es so sein wird. Denn Amy ist stutenbissig und ein richtiges Luder. Sie glaubt, dass alles und jeder ihr gehört. Aber J.C. hat verdammt viel Mumm und ich weiß, dass sie sich nicht unterkriegen lassen wird. Für einen Moment sehe ich noch einmal ihren Roundhouse-Kick gegen Jakes Brust und ich muss unwillkürlich lächeln. Oh ja, sie kann auf jeden Fall auf sich selbst aufpassen, egal ob es sich um eine gemeine Hollywood-Tussi handelt oder um einen jugendlichen Straftäter. Seit wann schleppst du denn eine Frau mit dir herum, will Tally von mir wissen, nachdem ich ihm ihren Namen buchstabiert habe. Ich verdrehe die Augen. Seit sich eine Frau in mein Herz geschlichen hat und ich anfange davon zu träumen, mit ihr zu schlafen. Aber das sage ich ihm natürlich nicht. Ich knurre lediglich und beende das Gespräch. Den Rest der Fahrt zum Jugendzentrum starre ich nur auf die Straße. Und auf meine Hände, den Himmel, den Verkehr. Doch nichts lenkt mich von dem ab, was Tally gesagt hat. Seit wann schleppst du eine Frau mit dir herum? Das ist eine verdammt gute Frage. Und die einzige Antwort, die mir dazu einfällt, ist die, seit ich eine getroffen habe, von der ich fasziniert bin. Zum ersten Mal seit langer, langer Zeit bin ich noch nicht wirklich dazu bereit, die Sache zu beenden, obwohl das nicht unbedingt schlau ist. Und ich habe keinen Schimmer, wieso. Ich bin mir selbst ein Rätsel. Bin ebenso neugierig auf meine eigenen Gefühle wie auf JC selbst. Ich bin ein Mensch, der niemanden an sich heranlässt, weil ich keinem die Gelegenheit geben möchte, mir wehzutun, mich zu benutzen oder mich auszunutzen. Doch sie hat mir ja bisher keinen Grund zu der Annahme gegeben, dass sie ein Mensch ist, der etwas von diesen Dingen tun würde. Und genau das ist der Punkt. Ich gebe jemandem wie ihr zum ersten Mal seit langer Zeit die Gelegenheit, mir zu beweisen, dass sie nicht ist wie alle anderen. Aber in dem Moment, wo sich herausstellt, dass sie doch so ist, werde ich Schluss machen. In dem Moment, wo ich der Ansicht bin, dass sie nicht dieser ehrliche, offene Mensch ist, der sie zu sein scheint, sind wir fertig miteinander. Als ich in der Boxhalle ankomme, setzt JCs Freund Brand sie wieder einmal dort ab und ich muss mich zusammenreißen, um kein finsteres Gesicht zu machen. Ich mag es nicht, wie er mit ihr umgeht und dass sie es zulässt. Sie hat behauptet, dass er wie ein Bruder für sie wäre, aber der Typ hegt alles andere als brüderliche Gefühle für sie. Das sieht doch ein Blinder mit Krückstock. Wieso kann sie es denn nicht sehen? Ich beobachte den Typen dabei, wie er JC hinterher schaut, als sie auf die Tür zugeht. Das hat nichts Brüderliches an sich. Seine Augen wandern von ihrem Arsch zu ihren Schultern und wieder zurück zu ihren Hüften. Ihm gefällt ganz offensichtlich, was er sieht. Und dann, als ich ihr die Tür zur Halle aufhalte, fixiert er plötzlich mich mit einem Blick, in dem eine Vielzahl von Emotionen zu erkennen ist. Eifersucht, Feindseligkeit, Frust. Und am wichtigsten von allem eine Drohung. Halte dich von ihr fern. Eine unausgesprochene Drohung zwar, aber die Bedeutung ist klar. Ich erwidere den Blick gelassen und warte ab, bis er schließlich wegsieht und davonfährt. Wie lange brauchst du denn verdammt nochmal eigentlich, um deine Karre reparieren zu lassen? Sie sieht mich scharf an, ist offensichtlich überrascht über meine Reaktion. Das bin ich auch. Kann aber nicht anders. Es ist doch einfach unmöglich, dass sie nicht mitbekommt, wie Brand auf sie abfährt. Und da sie auf keinen Fall derart blind sein kann, bedeutet das, dass sie doch nicht so anständig ist, wie ich es gern glauben würde, weil sie ihm etwas vormacht. Was eine verdammte Enttäuschung für mich ist. Ich hatte zwar damit gerechnet, bin aber dennoch überrascht, wie sehr mich das trifft. Glaubst du etwa, ich schwimme im Geld? Schnauzt sie mich an, was meine Gedanken wieder in andere Richtungen lenkt. Ich werde meinen Wagen reparieren lassen, sobald ich kann. Ich schüttle den Kopf und folge ihr hinein. Kann es sein, dass sie wirklich seine Hilfe braucht und ihn doch nicht bewusst ausnutzt? Das würde ich nur allzu gern glauben, aber es fällt mir verdammt schwer. Wir fahren nachher sofort von hier zum Flughafen, rufe ich ihr mit scharfer Stimme in Erinnerung. Hast du daran gedacht, eine Tasche mitzubringen? Sie nickt. Ja, hab ich. Und wenn du heute Nachmittag bessere Laune hast, dann fahre ich sogar mit? Und mit diesen Worten lässt sie mich stehen. Ich schaue ihr nach, wie sie hoch aufgerichtet mit gestrafften Schultern und ihrem Knackarsch, der mal wieder in knappen Shorts steckt, davon stolziert. Und ich muss unwillkürlich lächeln. Sie ist schon eine kleine Draufgängerin. Ich glaube, das gehört zu den Dingen, die ich am liebsten an ihr mag. Ich erstarre, als mir bewusst wird, was ich da gerade getan habe. Ich habe zugegeben, dass ich J.C. mag. Scheiße. Das bedeutet nichts Gutes. Das bedeutet, dass ich die Sache beenden muss. Denn wenn ich dann auch noch ihre seltsame Beziehung zu Brandt hinzuaddiere, reicht das aus, um sofort Schluss zu machen und es hinter mich zu bringen. Ich ziehe sogleich mein Handy aus der Tasche, um so zu tun, als hätte ich gerade einen Anruf von Tally erhalten, der mir mitteilt, dass der Dreh abgesagt wurde, als mein Blick wieder auf J.C. fällt. Sie kniet auf dem Boden und blickt zu Jake hinauf, während sie versucht, seine Schuhe für ihn aufzuknoten. Die Schnürsenkel sind furchtbar dreckig und echt eklig, aber das scheint sie nicht zu stören. Ihr Lächeln wirkt echt, als sie ihn anlacht und als ihr Blick zu mir hinüberwandert, da lächelt sie mich auch an. Ich schiebe mein Handy mit einem tiefen Seufzer wieder in die Tasche zurück. Ich kann das jetzt einfach noch nicht tun. Was keineswegs daran liegt, dass ich mich vor meinen Gefühlen für sie fürchte oder weil ich dieser Geschichte mit Brandt misstraue, die Gründe sind einfach nicht gut genug. Worauf es hierbei ankommt, ist doch, ob jemand in der Lage ist, mir meine Zweifel an der Menschheit zu nehmen und diese Chance wollte ich ihr geben. Und außerdem bin ich noch nicht mit ihr fertig. Dieser Titel ist noch nicht beendet. Zum Weiterhören laden Sie bitte den nächsten Teil aus Ihrer Online-Bibliothek. Auf Wiederhören bei Audible. Ich bin noch nie in einem Hangar für Charterflugzeuge gewesen, aber ich versuche, es mir nicht anmerken zu lassen. Allerdings muss ich mich wirklich beherrschen, um nicht wie eine Idiotin mit offenem Mund zu gaffen, denn vor mir steht dieser funkelnde Jet, dessen Besatzung bereits auf uns wartet. Und davor ist ein Teppich ausgerollt, über den wir schreiten. Heilige Scheiße! Leben Promis wirklich so? Ich folge Dominik betont lässig die Stufen hinauf in den Flieger und gebe mir alle Mühe, gleichgültig zu wirken. Doch als er sich zu mir umdreht und mich zu fragen, auf welchem Ledersofa ich gern sitzen würde, da sehe ich ein Funkeln in seinen Augen. Er weiß es. Er weiß, dass ich geplättet bin. Aber ich verschaffe ihm dennoch nicht die Genugtuung, es einzugestehen. Ist mir egal, sage ich schulterzuckend. Die sehen alle gleich aus. Gleich teuer, mit butterweichen metallienischen Leder. Dominik grinst. Okay, erwidert er und zuckt ebenfalls mit den Schultern. Dann nehmen wir das hier. Amy kann das andere haben. Amy, frage ich, die Augenbraue hochgezogen. Dominik wirkt überrascht. Hatte ich dir das denn nicht erzählt? Amy Ashby ist zur Zeit in Chicago. Sie fliegt mit uns zurück. Es kommt mir vor, als würde sich ein Schraubstock um meine Brust legen. Und ich schlucke schwer. Tja, hattest du wohl vergessen zu erwähnen. Ich werde also mit einer der bekanntesten Schauspielerinnen auf diesem Planeten, die außerdem noch eine berüchtigte Zicke ist, nach L.A. fliegen. Na super. Dominik sieht mich neugierig an, als er sich hinsetzt und mich auf den Platz neben sich hinunterzieht. Ist das ein Problem für dich? Tut mir leid, dass ich vergessen habe, es dir zu erzählen. Ich habe es selbst erst gestern Abend erfahren. Ich schüttle den Kopf. Nein, natürlich ist das kein Problem. Alles bestens. Von wegen. Mir zittern mal wieder die Knie und das macht mich wütend. Niemand ist besser als ich, rufe ich mir in Erinnerung. Sie mag ja berühmt sein, aber deshalb ist sie nicht besser als ich. Ich mummle die Worte praktisch vor mich hin, als ich mich neben Dominik setze und es ihm automatisch verüble, dass er so gelassen und cool wirkt. Aber er ist auch an all das hier gewöhnt, an Privatjets und Hollywoodstars und an Leute, die für ihn springen. Ich hole Tiefluft. Ich mag vielleicht nicht daran gewöhnt sein, aber ich werde das schon schaffen. Wie lange wirst du denn an diesem Wochenende drehen müssen? frage ich ihn. Ich habe Horrorgeschichten von Dreharbeiten gehört, die Tag und Nacht dauerten. Dominik lacht in sich hinein. Das kommt immer darauf an, aber im Augenblick erledigen wir bloß Krimskrams, die kleineren Szenen. Wenn ich erst mal wieder ständig in L.A. bin, dann geht's ans Eingemachte. Ich kann nicht in eine Rolle schlüpfen, wenn ich andauernd zwischen Chicago und L.A. hin und her fliege. Und damit können deine Studiobosse leben? frage ich zweifelnd. Doch als er gerade zu einer Antwort ansetzt, wird er von einer Frauenstimme unterbrochen. Die vielleicht, aber ich nicht, blafft Amy Ashby, die mit einem kleinen Hund auf dem Arm den Flieger betritt. Sie ist spindeldürr und hat riesige Brüste, die unmöglich echt sein können. Das ist wirklich der größte Scheiß, Dom! Dominik sieht mich an, verdreht die Augen und wendet sich ihr dann seufzend zu. Hallo, Amy. Es ist immer wieder schön, dich zu sehen. Angesichts seines Schicksals ergebenden Tonfalls und des entrüsteten Ausdrucks auf ihrem stark geschminkten Gesicht muss ich mir ein Kichern verkneifen. Denn etwas sagt mir, dass ich damit keinen guten ersten Eindruck machen würde. Sie starrt mich mit halb zusammengekniffenen Augen an, ist mit einem Mal höchst interessiert. Das hier ist meine Freundin, Jaycee, sagt Dominik leicht hin, lehnt sich wieder auf dem Sofa zurück und legt locker den Arm um meine Taille. Ich genieße das Gefühl von Sicherheit, das mir die Wärme seines Arms verleiht. Er ist wie ein Anker in einem Meer aus Scheiß, der mir fremd ist. Freut mich, sage ich höflich. Ich bin ein großer Fan. Sie stößt ein Schnauben aus und betrachtet mich von oben herab, bevor sie ihren winzigen Hund auf das Sofa setzt und sich an die Flugbegleiterin wendet. Ich brauche Wasser für Pichachu. Er trinkt nur Aquapana. Wenn sie das nicht haben, werden sie es vor dem Start auftreiben müssen. Sie wendet sich ab, ohne auf eine Antwort zu warten, und nun muss ich wirklich kichern, weil der Name ihres Hundes so klingt, als hätte sie genießt. Wieso kommt die mit, fragt sie, als sie sich den Hund auf den Schoß setzt und über sein bauschiges Fell streicht. Das Set wird für die Öffentlichkeit gesperrt sein. Wieso denn, fragt Dominik mit scharfer Stimme. Also ich habe das nicht verlangt. Aber ich, sagt Amy und durchbohrt ihn mit ihrem Blick. Das heißt, ich werde es noch verlangen. Ich habe keine Lust, dass sich deine kleine Freundin unsere Sex-Szenen ansieht. Sie richtet ihren funkelnden, blauen Blick nun auf mich und ihre Feindseligkeit verblüfft mich. Schließlich habe ich ihr nichts getan. Du meine Güte, was für ein Miststück. Sie ist ein noch größerer Albtraum, als ich befürchtet hatte. Dominik lacht trocken, als Amy ihre mageren Beine übereinander schlägt und ihn anstarrt. Es ist ja nicht so, als hätten wir wirklich Sex, Amy, ob am Set oder jenseits davon. Aber was soll's, tu, was du nicht lassen kannst. Amys Wangen glühen und sie wendet sich ab. Dominik dreht sich zu mir. Du kannst entweder in meinem Wohnwagen bleiben oder in meinem Haus am Pool. So oder so. Wir werden schon unseren Spaß haben. Versprochen. Er legt besitzergreifend eine Hand auf mein Bein und blickt zu Amy hinüber. Die erwidert seinen Blick. Und egal, was er auch damit rüberzubringen versucht, es wirkt. Sie ist stinksauer. Das wird nicht passieren. Das wissen wir doch beide. Ihre Worte klingen eisig und sind voller Gehässigkeit. Dominik wird nicht dafür sorgen, dass du Spaß hast. Das will sie damit sagen. Aber Dominik ignoriert sie. Er sieht stattdessen mich an und dreht sich so, dass er meine Sicht auf sie total verdeckt. Ich habe ein paar Sachen geplant, sagt er im Plauderton. Ich glaube, sie werden dir gefallen. Ich höre, wie Amy ein Schnaufen von sich gibt, ohne aber einen Kommentar abzugeben. Das werden sie bestimmt, sage ich. Und es entgeht mir keineswegs, dass seine Hand, die immer noch auf meinem Oberschenkel liegt, ein wenig kräftiger zupackt. Wie wär's mit einem kleinen Tipp? Dominik lächelt und flüstert mir ins Ohr. Was hast du zum Anziehen mit? Ich schaue ihn an, doch bevor ich antworten kann, fährt er fort, denn du wirst nichts brauchen. Ich schlucke, lächle dann. Das werden wir ja sehen, sage ich schulterzuckend. Das quittiert er mit einem wissenden Lächeln. Oh ja, das werden wir. Er lacht erneut in sich hinein und da ist wieder dieses gefährliche Funkeln in seinen Augen, das ich so liebe. Und das bedeutet, dass ich Gefallen an dem finden werde, was jetzt kommt. Ich habe dir etwas mitgebracht, sagt er leise, damit es dir während des Flugs nicht langweilig wird. Ich mustere ihn. Etwas sagt mir, dass es kein Kreuzworträtsel ist. Dominik lacht, seine Zähne schimmern weiß. Äh, nein, das hier ist tausendmal besser. Er greift in seine Jackentasche und holt eine kleine, unscheinbare Schachtel hervor. Dann beugt er sich wieder zu mir herüber und ich spüre seinen warmen Atem auf meiner Wange, als er mir erneut etwas ins Ohr flüstert. Ich mag ausgefallene, versaute Sachen. Ist das ein Problem? Ich sauge scharf die Luft ein, lächle aber trotz meiner Beklommenheit. Ich bin bereit, alles mal zu versuchen, murmele ich, aber wenn's mir nicht gefällt, war's das letzte Mal. Er grinst mich an. Es ist ein teuflisches Grinsen. Das hier wird dir gefallen. Geh auf die Toilette und schieb es dir rein. Ich starre ihn an. Einerseits bin ich schockiert und andererseits kann ich kaum erwarten, einen Blick darauf zu werfen. Ich strecke meine Hand aus und ein wohliger Schauer überläuft mich, als er es mir reicht. Vertrau mir, flüstert er und zwinkert mir zu. Ja, klar, ich sehe Lucifer persönlich vor mir stehen, wie er das Gleiche mit genau diesem Gesichtsausdruck sagt. Vermutlich wäre ich in seiner Gegenwart sicherer als in Dominics. Ich mache mich trotzdem auf den Weg zur Toilette und schließe die Tür hinter mir ab, damit ich die Schachtel in Ruhe öffnen kann. Ich hebe den Deckel an und mir entfährt ein kleines Keuchen. In der Schachtel liegt auf weißem Seidenpapier etwas, das wie eine große, silberne Gewehrkugel aussieht, die im düsteren Licht der Toilette schimmert. Ich nehme sie heraus. Sie liegt schwer und kühl in meiner Hand. Es gibt keine Gebrauchsanweisung, aber ich weiß instinktiv, was ich damit machen soll. Wo ich sie mir hineinschieben soll. Oh Gott. Für einen Moment überkommt mich Panik, doch dann beruhige ich mich wieder. Es mag ja der verfluchte Dominic Kincaid sein, aber ich bin immer noch J.C. Vincent, die vor nichts Angst hat. Ich habe die Sache unter Kontrolle. Total. Ich stehe auf neue Erfahrungen, verdammt nochmal. Ich ziehe mir mit zitternden Finger Shorts und Slip herunter und führe die Silberkugel ein, bis sie an der Stelle ist, wo sie sein soll. Ich sauge die Luft ein, als das kalte Metall in mich hineingleitet. Dann richte ich mich wieder auf und bringe meine Klamotten in Ordnung. Es ist gar nicht so schlimm, wie ein metallener Tampon, den ich kaum spüre. Ich werfe die Schachtel in den Abfalleimer und gehe wieder zu Dominic zurück. Alles okay? fragt er mit Unschuldsmine und sieht zu, wie ich mich neben ihm anschnalle. Klar, erwidere ich. Kinderspiel. Oh nein, erwidert er. Das ist alles andere als ein Kinderspiel, das kannst du mir glauben. Und da ist etwas Dunkles und Verheißungsvolles in seiner Stimme. Ich blicke in seine Augen und verliere mich für einen Moment in den schimmernden, grünen Tiefen. Ich schüttle meinen Kopf, schüttle das zittrige Gefühl fort und blicke aus dem Fenster, während das Flugzeug über die Startbahn rollt und abhebt. Als wir unsere Flughöhe erreicht haben, mache ich es mir auf meinem Platz in Dominics Arm gemütlich. Beim Start bin ich immer etwas nervös, aber dann entspanne ich mich schnell wieder. Sitzt du bequem? fragt er leise. Ich nicke. Ja, ich glaube, ich werde ein kleines Nickerchen machen. Das glaube ich nicht, murmelt er. Und kaum hat er ausgesprochen, fängt die Kugel in mir an zu vibrieren und ich zucke zusammen. Als sich die Vibrationen in meinem Körper ausbreiten und mich zu überwältigen drohen, bemerke ich, dass Dominic etwas in seiner linken Hand hält. Eine kleine Fernbedienung. Mein Blick fliegt zu seinen Augen und ich sehe diesen gefährlichen, sexy Ausdruck darin. Mist. Ich möchte meinen Kopf in die Sofakissen zurückwerfen und die Vibrationen genießen, die mich zum Höhepunkt bringen werden. Doch das kann ich nicht, denn Amy sitzt mir gegenüber. Sie hat zwar ihre Nase in eine Zeitschrift gesteckt, aber sie könnte jederzeit aufblicken und bemerken, wie ich mich auf meinem Platz winde. Also sitze ich steif da, die Knie zusammengepresst und mit zusammengebissenen Zähnen. Und Dominic lächelt. Die Vibrationen hören auf. Sein Finger liegt nicht mehr auf dem Knopf der Fernbedienung und er sieht mich grinsend an. Wie gefällt dir der Flug bisher? fragt er unschuldig. Ich hole Tiefluft, schaffe es, mich zu sammeln, sodass meine Zunge zusammenhängende Wörter formt. Eine sehr angenehme Art zu reisen, antworte ich. Ich bin ja noch nie mit einem Privatjet geflogen. Es ist anders, als ich erwartet habe. Er lacht in sich hinein. Oh, da bin ich mir sicher, sagt er feixend. Seine Hand bewegt sich und ich zucke zusammen, bereite mich auf eine weitere Vibrationsattacke vor. Doch er greift lediglich nach seinem Wasserglas, quittiert meine Reaktion allerdings mit einem breiten Grinsen. Du scheinst etwas nervös zu sein, bemerkt er. Keine Sorge, es wird ein toller Flug. Ich bin nicht nervös. Ach, nein. Er zieht eine Augenbraue hoch und ich fahre zusammen, als weitere Vibrationen meinen Intimbereich durchströmen. Ich stelle fest, dass meine Hände verschwitzt sind. Amy schaut über ihre Zeitschrift hinweg zu uns herüber, aber sobald sich unsere Blicke begegnen, und sieht sie zur Seite. Sie will ganz offensichtlich nichts mit mir zu tun haben und im Augenblick ist mir das sehr recht. Es geht mir gut, erwidere ich in einer hoffentlich normal klingenden Stimme, so beiläufig wie nur irgend möglich. Dominik kichert und für einen Moment verfluche ich ihn. Doch gleichzeitig sorgt die pulsierende Kugel dafür, dass sich Wärme in mir ausbreitet und sich orgasmische Wellen aufbauen, auf denen ich mich am liebsten ewig treiben lassen würde. Die Tatsache, dass ich diesen Vibrator in mir habe, kombiniert mit der Tatsache, dass ich mich in der Öffentlichkeit befinde, im Gegenwart einer berühmten Schauspielerin und diverser Flugbegleiterinnen, macht die ganze Sache so aufregend. Offenbar bin ich ein Freak. Genau wie Dominik. Ich sehe es seinem Gesicht an, dass ihn das antörnt. Er genießt es, sich vorzustellen, wie ich vor all diesen Leuten komme, während die sich dessen zum Glück nicht bewusst sind. Ich sehe es in seinen Augen. Ich beiße die Zähne zusammen, als sich eine Flugbegleiterin zu mir herabbeugt. Hätten Sie gern ein Kissen? Sie lächelt mich an und ich spüre, wie mir der Schweiß auf der Stirn ausbricht. Nein, stottere ich und schlucke. Das Pulsieren wird heftiger. Danke sehr, bringe ich mit Mühe und Not heraus. Sie schaut mich besorgt an. Ist alles in Ordnung? Ich beiße wieder die Zähne zusammen. Ja, stoße ich schließlich mühsam hervor. Alles okay. Sie blickt mich noch einmal zweifelnd an, lächelt aber. Lassen Sie es mich wissen, wenn Sie etwas benötigen. Ich nicke. Kann nicht mehr reden. Mein ganzer Körper scheint mit dem Sofa zu verschmelzen. Selbst wenn das Flugzeug in Flammen stünde und ich um mein Leben rennen müsste, wäre ich im Augenblick nicht imstande, aufzustehen. Ich wäre total am Arsch. Ich greife hinüber zu Dominiks rechter Hand. Meine Finger umklammern sie. Meine Fingernägel graben sich in seine Haut. als er den Vibrator noch stärker pulsieren lässt. Oh Gott, hauche ich. Er strahlt übers ganze Gesicht. Ich schließe die Augen, atme tief durch, ein und aus und dann halte ich den Atem an, denn ich weiß, dass ich kommen werde. Genau hier, vor Gott und allen Leuten in diesem Flugzeug. Ich werde verdammt noch mal kommen. dann geschieht es und ich habe das Gefühl, als würde ich an den Wänden des Flugzeugs hinaufklettern, als der Orgasmus meinen Körper erfasst und ich mich aufbäume. Mein Bein zuckt und ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Augen hervortreten. Und Dominik lächelt immer noch. Ich umklammere seine Hand mit meinen feuchten Fingern so fest, dass er endlich den Knopf loslässt und das Pulsieren aufhört. Ich lasse seine Hand los, falle aufs Sofa zurück und mein Kopf sinkt gegen die Lehne. Fühlst du dich jetzt besser? fragt Dominik grinsend und legt mir einen Arm um die Schultern. Ich nicke. Viel besser. Ich könnte jetzt eine Zigarette vertragen. Dominik zieht eine Augenbraue hoch. Ich wusste ja gar nicht, dass du rauchst. Tue ich auch nicht, erwidere ich lächelnd und schließe die Augen. Ich höre sein leises Kichern, atme seinen männlichen Duft ein und falle in eine Art Dämmerschlaf, denn der Orgasmus und die Versuche, ihn zu verbergen, haben mich eine Menge Kraft gekostet. Und ich muss zugeben, dass es schon sehr viel angenehmer ist, mit einem Privatjet zu fliegen. Seinem Privatjet als mit einem stinknormalen Flieger in der Holzklasse. Wobei so ein kleines Sexspielzeug vermutlich nicht immer an Bord zum Einsatz kommt, um die weiblichen Passagiere zu beglücken. Oder etwa doch? Der Gedanke, dass Dominik dies mit einer anderen Frau tun könnte, trifft mich wie ein Schlag in die Magengrube und ich stelle erschrocken fest, dass es eine furchtbare Vorstellung für mich ist. Ich will, dass er es nur mit mir tut. Und damit begebe ich mich bei einem Mann wie Dominik, der im Grunde bindungsunfähig ist und keine Nähe zulassen kann auf gefährliches Terrain. Ich weiß, dass ich eigentlich beweisen soll, dass ich zu einer lockeren Beziehung mit einem Mann fähig bin, ohne mich gleich in ihn zu verknallen. Aber ich fürchte, dass ich dazu ungeeignet bin. Und ich sollte mich dieser Tatsache stellen, denn hier geht es schließlich nicht nur um mich, sondern auch um ihn. Dominik ist nicht der Typ, Freund mit gewissen Vorzügen, sondern jemand, in den man sich rettungslos verliebt. Es ist ein ruhiger Flug, ganz so, wie er es vorausgesagt hatte. Ich öffne meine Augen erst wieder, als wir gelandet sind und er mich an der Schulter rüttelt. Musst du noch mal zur Toilette, fragt er. Die ist hier nämlich bestimmt netter als auf dem Flughafen. Das stimmt. Ich nicke und rappele mich vom Sofa auf. Unterwegs bemerke ich, dass Amy mir nach hinten folgt und als ich dort ankomme, zögere ich. Bitte, sage ich, um ihr den Vortritt zu lassen, weil sie mich so eigenartig ansieht. Ich kann warten. Sie schüttelt den Kopf. Nein, ich wollte dir nur was sagen. Na großartig, ich kann es kaum erwarten. Und das wäre? Sie lächelt süffisant. Dominik wird nie mit dir schlafen. Ich weiß, dass du gerade durch die Gegend läufst, als ob du der Traum aller Männer wärst. Aber ich weiß, dass er dich nie richtig vögeln wird. Er ist bestimmt in Wahrheit schwul, will es aber nicht zugeben. Ich starre sie an. Oder er hatte einfach keine Lust, dich zu vögeln, erwidere ich mit Nachdruck. Nur weil ein Mann keinen Bock auf dich hat, muss er also gleich schwul sein. Du hast sie doch nicht mehr alle. Ich wende mich ab, aber sie packt mich mit krallenartigen Fingern am Arm. Dominik liebt Spielchen. Er wird dich zappeln lassen, bis er mit dir fertig ist. Sag nicht, es hätte dich keiner gewarnt. Da ist wieder dieses süffisante Lächeln. Ich verdrehe die Augen. Und das erzählst du mir natürlich aus reiner Herzensgüte, stimmt's? Amy mustert mich mit stahlharten Blick. Er wird dich dazu bringen, mehr perverse Sachen zu machen, als du je für möglich gehalten hast, sagt sie eisig. Und du wirst sie ihm zuliebe tun, weil du glaubst, dass du dich ihm beweisen musst. Aber am Ende wird es das nicht wert sein, denn er ist nur ein perverses Arschloch. Und das wird er auch immer bleiben. Ich schlage ihr die Tür vor der Nase zu und sinke auf den Toilettensitz, um mich zu sammeln. Was zum Henker war das? Wieso erzählt sie mir solche Dinge? Sie ist eine stutenbissige Schlampe. Aber jetzt mal ehrlich. Wenn Dominik nicht mit ihr schlafen wollte, dann wollte er es eben nicht. Weshalb dieser ganze Wirbel? Allerdings, das Einzige, das mir zu denken gibt, ist, dass er auch nicht mit mir geschlafen hat, obwohl ich ihn förmlich darum angefleht hatte. Noch nicht, hatte er nur gesagt. Damit stellt sich die Frage, was zum Teufel mit ihm los ist. Er ist nicht schwul, so viel ist sicher. Das bemerke ich an der Art und Weise, wie er mich ansieht. Das kann auch nichts Physisches sein, da ist alles in Ordnung. Er bekommt einen hoch. Er hat sich schon oft genug gegen mich gepresst, wenn er eine Erektion hatte. Und das waren einige. Wieso zum Teufel setzt er sie dann nicht ein? Aber vielleicht tut er das ja. Vielleicht hat Amy recht und er benutzt sie nur, um perverse Sachen damit anzustellen. Mich vor, Amy zum Orgasmus zu bringen, das war schon ziemlich abgedreht. Genau wie das Herumfingern auf dem Riesenrad und mir die Muschi in der Abstellkammer zu lecken. Er ist schon ziemlich pervers. Die Frage ist nur, wie sehr und warum. Ich werde das Gefühl nicht los, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und genau das hat Amy ja anzudeuten versucht. Entweder das oder er liebt abgefuckte Spielchen, was sie auch angedeutet hat. Ich hole das Vibro-Ding aus mir heraus, stecke es in meine Tasche, wasche mir die Hände und gehe wieder in die Kabine zurück. Amy ist bereits verschwunden und hat ihren kleinen Kläffer mitgenommen. Ich muss gestehen, dass ich erleichtert bin. Ich möchte nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ich weiß, dass Millionen von Fans das anders sehen würden, aber die wissen auch nicht, was sie für ein Miststück ist. Das glaubt man erst, wenn man es selbst erlebt hat. Da wir nicht wie Normalsterbliche durch den Flughafen latschen müssen, sind wir innerhalb von ein paar Minuten draußen und sitzen in einer Limousine, die uns zu Dominics Haus fährt. Ich bin das erste Mal in Kalifornien, sage ich gedankenverloren und versuche locker zu sein und all die ungeklärten Dinge, die mir wegen Dominic durch den Kopf gehen, zu verbergen, während ich durch die getönten Scheiben die Landschaft betrachte, die dort draußen vorüberzieht. Es sieht alles so trocken aus. Nur hin und wieder kann ich ein Fleckchen Grün entdecken. Dominic blickt von seinem Smartphone auf. Tatsache? Wie ist das denn möglich? Ich lache. Ich hatte bisher keinen Grund, hierher zu kommen. Dominic schüttelt den Kopf, äußert sich aber nicht weiter. Ich starre eine Weile auf den Hinterkopf des Fahrers und denke darüber nach, ob ich Dominic erzählen soll, was Amy gesagt hat, entscheide mich dann aber dagegen. Wozu das Ganze? Ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass er mir keine ehrliche Antwort geben würde und außerdem scheinen ihn ihre Andeutungen sowieso nicht zu kümmern. Die Fahrt nach Hollywood Hills dauert nicht lange und ich muss zugeben, dass ich beim Anblick der geschlossenen Wohnanlage vor Aufregung ein komisches Gefühl im Bauch habe. Ich frage mich, wen ich beim Blick aus dem Fenster wohl aus einer der Villen treten sehen werde. Und dann wird mir schlagartig bewusst, dass ich in einer Limousine sitze und der Mann neben mir einer der berühmtesten Schauspieler auf diesem Planeten ist. Realitätscheck. Ich starre ihn eine Weile an, wie er lässig mit ausgestreckten Beinen im Dunkel des Wagens da sitzt. Das mit dem Vibrator war ein cooler Trick, sage ich. Damit hatte ich nicht gerechnet. Er verdreht die Augen. Wie ist das denn möglich? Du arbeitest für Saffron und weißt nicht, was eine Vibro-Kugel ist? Ich schüttle den Kopf. Ich bin eine Kellnerin, keine Nutte, du Idiot! Er grinst. Meinetwegen. Trägst du sie noch? Ich nehme sie aus meiner Tasche und reiche sie ihm. Nein, das Risiko war mir zu groß, solange du die Fernbedienung dazu hast. Dominik lacht, steckt sie in seine Tasche und blickt aus dem Fenster. Wir sind beinahe da, sagt er, und zeigt auf ein Haus am Ende der Straße, das sich an den Hang eines Hügels zu schmiegen scheint. Mir bleibt beinahe die Luft weg, als ich es sehe. Ach, du heilige Scheiße! Dein Haus ist ja noch größer als Sins, entfährt es mir, und ich drücke die Nase gegen die Scheibe. Dominik grinst zufrieden. Egal, was Sinn auch behaupten mag, alles an mir ist größer als das, was er vorzuweisen hat, verkündet er. Ich lache schallend, als ich aus der Limousine steige. So, so, sage ich, immer noch kichernd. Ich vermute mal, dass du dir diesbezüglich noch keine Beschwerden anhören musstest. Einen Versuch war es wert, doch er lässt sich nicht aus der Reserve locken und schweigt, so dass ich nichts über irgendwelche Frauen zu hören bekomme, mit denen er schon geschlafen hat. Ich blicke seufzend an dem Haus hinauf, das vor uns aufragt. Ein stattliches Teil. Sehr beeindruckend. Hast du Personal oder kümmerst du dich allein um diese Riesenhütte? Einmal in der Woche kommen eine Haushälterin und Reinigungskräfte, aber das ist es auch schon, antwortet er. Ich brauche meine Privatsphäre. Ich habe zwar auch Sicherheitsleute, aber die wohnen nicht hier. Sie begleiten mich nur, wenn ich weggehe. Diese gesamte Anlage ist bewacht, daher benötige ich sie nicht, wenn ich zu Hause bin. Ich atme langsam aus, als wir das Haus betreten. Meine Absätze klacken laut auf dem Steinboden der Eingangshalle. Ich kann einfach nicht glauben, dass du so ein riesiges Haus für dich allein hast, sage ich staunend, als wir den geschwungenen Treppenaufgang hinaufgehen. Er führt mich zu einer der Türen oben, in der der sich ein Gästezimmer verbirgt. Ich verharre im Türrahmen. Ich bekomme ein eigenes Zimmer, frage ich, und ziehe eine Augenbraue hoch. Das hatte ich nicht erwartet. Ich hatte erwartet, in seinem Bett zu schlafen. Sein Blick, hinter dem sich so viele Dinge verbergen, ruht auf mir. Ich dachte, du hättest auch gern die Gelegenheit, ungestört zu sein. Das ist sehr rücksichtsvoll von dir, murmel ich, als ich an ihm vorbeigehe und mein luxuriöses Quartier betrete. Ich kann mich nicht beschweren. Es ist traumhaft. Von der in den Boden eingelassenen Badewanne bis zu der fantastischen Aussicht auf die umgebenden Berge. Wenn du irgendwas benötigst, musst du es nur sagen, erklärt Dominik. Werde dich jetzt eine Weile allein lassen, damit du dich frisch machen kannst, während ich dusche. Was hältst du davon, wenn wir uns in einer Stunde zum Abendessen auf der Veranda treffen? Den Sonnenuntergang darfst du nicht verpassen. Ich nicke. Als er verschwunden ist, lasse ich mich auf das Bett fallen. Plötzlich ist das alles hier so überwältigend. Diese Villa. Amys gehässige Worte und ihre üblen Andeutungen. Einfach alles. Ebenso Dominik und seine Spielchen. Seine Spielchen. Spielt er mit mir? Falls er das tut, dann ist es offensichtlich, dass ich die Regeln nicht kenne. Wieso benimmst du dich so eigenartig, will ich von Dominik wissen, als er sich gerade ein Stück Käse in den Mund steckt. Er wirft mir einen fragenden Blick zu. Soll ich schlucken, ohne zu kauen? erwidert er und zieht dabei eine Augenbraue in die Höhe. Ich verdrehe die Augen. Du weißt genau, was ich meine, entgegne ich seufzend. Ich vollführe eine weit ausholende Geste, die das aufwendige Picknick umfasst, das er hatte anliefern lassen. Das romantische Drumherum mit Kerzen und Lichterhimmel und Wein. Und Dominik selbst, der weit weg von mir auf der anderen Seite der Veranda sitzt. Als ich vorhin aufgestanden war und mich neben ihn gesetzt hatte, hatte er einige Minuten abgewartet, ehe er den Platz wechselte. Was zum Henker soll das, Dominik? Er sieht mich verwundert an. Was hast du denn erwartet, JC? Die Art, wie er meinen Namen sagt, so unbeteiligt und gleichgültig, nervt mich. Es kommt mir so vor, als sei es ihm egal, ob ich aufgebracht oder traurig bin. Ihm ist im Grunde alles egal. Es frustriert mich zunehmend, dass ich mir wünsche, es wäre anders. Du weißt, was ich erwartet habe, fahre ich ihn an. Dein Verhalten ist mal wieder total irritierend und allmählich glaube ich, dass du das mit Absicht machst, weil es zu einem deiner abgefuckten Spielchen gehört. Du wolltest, dass ich mitkomme und du hast sogar ein Sexspielzeug ins Flugzeug mitgenommen und mich damit in Verlegenheit gebracht, aber jetzt, wo ich hier bin, hier, in deinem Haus, willst du nichts mehr mit mir zu tun haben. Du hast mich in einem eigenen Zimmer untergebracht, du sitzt hier auf der Veranda, weit weg von mir, ich verstehe dich einfach nicht. Ist das etwa der Grund, warum du dich so aufregst? fragt er, die Augenbraue hochgezogen. Weil ich noch nicht mit dir gefögelt habe? Ich vögle nun mal nicht mit jeder, Jaycee. Jetzt ist ein harter, düsterer Ausdruck in seine Augen getreten. Oder liegt es daran, dass du mich nicht verstehst? Denn wenn es daran liegen sollte, dann kann ich dich trösten. Das tut niemand. Du stehst also damit nicht alleine da. Ich erwidere seinen Blick, bin mir nicht sicher, worauf ich zuerst eingehen soll. Verstehst du dich denn selbst? Hast du überhaupt die geringste Ahnung, was du tust? Er zuckt gleichgültig mit den Schultern. Nicht wirklich. Ehrlich gesagt, weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Jetzt kommen wir langsam voran, sage ich. Amy hat mir im Flugzeug ein paar miese Sachen erzählt. Sie hat behauptet, dass du ein Perverser bist, der gern Spielchen spielt. Stimmt das? Dominics grüne Augen verdunkeln sich. Was glaubst du? Ich schüttle den Kopf. Oh nein, spiel mir den Ball nicht wieder zurück. Stimmt das? Er zuckt erneut mit den Schultern, doch dieses Mal scheint seine Unbekümmertheit gespielt zu sein. Etwas sagt mir, dass er beunruhigter ist, als er zugeben will. Ist wohl alles relativ, wenn du mich fragst, erwidert er ruhig. Amy ist ein Miststück. Ich habe keine abgefuckten Spielchen mit ihr gespielt. Sie wusste von vornherein, was ich wollte. Und sie wurde erst sauer, als ich ihr nicht das gegeben habe, was sie verlangt hat. Und was die Frage angeht, ob ich ein Perverser bin, so kann ich nur sagen, dass ich verdorbener bin als einige andere. und weniger verdorben, als viele es sind. Ich starre ihn an. Ist das der Grund, warum ich hier bin? Weil du abartige Sachen mit mir machen willst? Er schüttelt den Kopf und seine Augen verdunkeln sich noch mehr. Jaycee, ich wollte von Anfang an abartige Sachen mit dir machen, aber darum geht es gar nicht. Ich habe dich wieder besseres Wissen hierher gebracht. Aber jetzt, da du hier bist, bin ich mir nicht sicher, was ich mit dir anstellen soll. Das irritiert mich maßlos. Wie herablassend er diesen letzten Satz gesagt hat, als wäre ich irgendeine Sache oder ein Spielzeug. Etwas, worüber er die Kontrolle hat. Ach so, du hast also mit den Fingern geschnipst und ich bin gekommen. Ich stehe wütend auf und werfe meine Serviette auf das Sofa vor mir. Weißt du, du kannst mich mal. Ich bin hier, weil ich dich mag. Basta. Aber ich werde nicht zulassen, dass du Spielchen mit mir spielst, Dominik. Nach allem, was ich dir über die Typen erzählte, mit denen ich mich herumgeplagt habe, macht es mich stinksauer, dass du es überhaupt versuchst. Das ist alles andere, als fair. Ich stolziere an dem schimmernden Pool vorbei und gehe durch die Glasschiebetüren wieder zurück ins Haus. Doch als ich am Türdurchgang angekommen bin, hat er mich eingeholt und packt mich am Arm. Bleib, sagt er, eindringlich, mit leiser Stimme. Es tut mir leid. Ich versuche nicht, irgendwelche Spielchen zu spielen. Ich versuche, ehrlich zu dir zu sein. Das ist Neuland für mich und vermutlich verbocke ich es gerade. Aber ich möchte wirklich, dass du bleibst. Ich blicke zu ihm auf, schaue in seine Augen und sehe die Aufrichtigkeit darin. Er hat nicht versucht, mich aus der Fassung zu bringen oder mich zu kontrollieren. Tut mir leid, mummle ich. Was Amy da gesagt hat, ist mir echt unter die Haut gegangen. Das hätte ich nicht zulassen dürfen. Das Mundlicht fällt auf sein Gesicht und mit einem Mal verspüre ich aus irgendeinem Grund den Drang, meinen Fingern über seine Wangenknochen zu streichen. Und ich gebe diesen Drang nach. Ich lasse sie sanft über seine Wange gleiten und folge dann seiner Kieferlinie. Ich spüre, wie dieser sich anspannt, während Dominik nachdenklich auf mich herabseht. Ich verstehe dich einfach nicht, flüstere ich schließlich. Ich verstehe mich ja selbst nicht, gesteht er ein. Aber spielt das eine Rolle? Willst du immer noch hierbleiben? Das tue ich. Ich sollte es eigentlich nicht, aber so ist es nun einmal. Ich lasse mich von ihm zur Veranda zurückführen, zu den gemütlichen Sofas und Kanapés, wo er sich neben mich setzt und mich mit einem grüblerischen Blick mustert. Diese Seite von ihm war mir bislang fremd. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er ein Mann ist, der seine Gedanken auch einmal nach innen richtet. Als ich ihm dies sage, lächelt er. Würdest du mir glauben, wenn ich dir sage, dass ich nicht gern mit Leuten abhänge? fragt er mich, greift nach einem Cracker, bestreicht ihn mit Pastete und reicht ihn mir. Zu viele Menschen um mich herum sind nichts für mich. Es sei denn, es handelt sich um eine Familie. Und jetzt, wo Fiona mit Chris zusammen ist, werde ich sie so bald nicht mehr sehen. Ich mache es mir auf meinem Platz gemütlich und mustere Dominik, während ich den Cracker esse. Er sieht verdammt gut aus, ist so kultiviert und erfahren und das, obwohl er kaum älter ist als ich. Das weiß ich, weil ich im Internet nachgesehen habe. Er ist 24, 1,88 Meter groß, Rechtshänder, hat dunkles Haar und grüne Augen. Aber das sind nur Tatsachen. Ich habe keine Ahnung, was er denkt. Wieso regst du dich so darüber auf, dass deine Schwester mit Chris zusammen ist? frage ich zögernd. Ich weiß, dass du nicht gern darüber reden willst, aber ich würde es wirklich gern wissen. Ich sehe doch, wie sehr es dich quält. Du liebst deine Familie und es muss schon etwas wirklich Großes sein, wenn es dich davon abhält, mit ihnen zusammen zu sein. Dominik erstarrt, presst die Beine zusammen und wendet den Blick ab, schaut zum Tal. Du hast recht, erwidert er schließlich. Ich rede nicht gern darüber. Und ich werde es auch jetzt nicht tun, egal wie gern du es hören möchtest. Es geht um etwas, das vor langer Zeit geschehen ist, aber ich kann einfach nicht darüber sprechen. Tut mir leid. Da ist so ein Schmerz und so eine Verletzlichkeit in seinem Gesicht, die ich zuvor in dieser Verbindung noch nie bei ihm gesehen habe. Ich streiche ihm das Haar aus der Stirn. Ist schon gut, mummle ich. Musst du auch nicht. Es macht mich traurig, dass es dich so mitnimmt. Ich würde dir gern dabei helfen, eine Lösung dafür zu finden. Die gibt es nicht, erwidert er mit scharfer Stimme, spricht dann jedoch in milderem Tonfall weiter und nimmt meine Hand. Mir stockt beinahe der Atem, denn er hat es bislang sehr deutlich gemacht, dass er für solche Vertraulichkeiten nicht zu haben ist. Und trotzdem hält er jetzt meine Hand. Es tut mir leid, fährt er fort. Es ist nur, wenn du mit mir zusammen sein willst, solltest du wissen, dass es in meinem Leben eine Menge Scheiß gibt, den du nicht wieder in Ordnung bringen kannst. Also lass es. Versuch es erst gar nicht. Investiere nichts in mich, okay? Ich muss schlucken, als ich seinen angespannten Tonfall wahrnehme und ich ziehe unbewusst meine Hand zurück. Okay, flüstere ich und bin fassungslos, mit welcher Direktheit er mit mir spricht. Es tut mir leid, ich habe mich nur nach deiner Familie erkundigt, weil ich gemerkt habe, dass es dir wehtut. Und ich mag dich. Ich mag dich von Tag zu Tag mehr. Als eine Freundin gefällt es mir gar nicht, wenn dir etwas so wehtut. Du bist also eine Freundin, fragt er und wendet sich mir zu. Ich vermag nicht zu sagen, warum, weil der Ausdruck auf seinem Gesicht geht mir zu Herzen. Zum ersten Mal, seit ich ihn kenne, ist sein Gesicht völlig offen. Mir ist klar, dass er nicht oft seine Verwundbarkeit zeigt. Ja, sage ich gedehnt, das bin ich. Er nickt und ich habe nicht die geringste Ahnung, was hier vor sich geht. Und du magst mich von Tag zu Tag mehr? Ich nicke verwirrt. Dominik, flüstere ich, weiß nicht, was ich sagen soll. Da ist so eine Verwegenheit in seinem Blick und der leichte Wind zerzaust sein Haar. Er sieht einfach atemberaubend aus. Tu das nicht, sagt er. Du bist auf dem besten Weg, dich in mich zu verlieben. Das solltest du nicht. Denn du würdest daran zerbrechen. Die Hoffnungslosigkeit in seinen Worten, in seiner Stimme bestürzt mich. Und da ist dieser herzzerreißende Ausdruck auf seinem Gesicht. Ich habe keine Ahnung, was ihm widerfahren ist. Doch bevor ich ein Wort sagen oder reagieren kann, greift er nach mir. Ich weiß, dass er mich jetzt braucht und ich verspüre dieses überwältigende Bedürfnis in mir, ihn vor sich selbst zu retten, vor diesem Schmerz, den er so offensichtlich mit sich herumträgt, vor dem, was ihn so sehr verletzt hat. Ich schmiege mich an ihn, heiße seinen Mund willkommen, seine Zunge an meiner, lasse zu, dass seine weichen Lippen die meinen plündern, seine Hände über meinen Körper gleiten. Ich spüre eine Dringlichkeit, die ich nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, woher sie kommt oder warum seine Stimmung noch düsterer ist als sonst. Aber was auch immer mit ihm los sein mag, ich kann nicht leugnen, dass er sexy ist. Alles an ihm ist sexy und ich will ihn mit jeder Faser meines Körpers. Jetzt. Sofort. Er küsst mich, bis ich atemlos bin und beugt mich weit nach hinten. Er zieht meine Bluse in die Höhe und fährt mit seinem Daumen über meine Nippel, reibt so lange, bis sie steif sind. Magst du mich immer noch? flüstert er und seine Augen scheinen mich zu durchbohren. Ich schlucke schwer, antworte nicht. Ja oder nein? fragt er und umkreist jeden meiner harten Nippel mit seiner Zunge. Ja flüstere ich hilflos. Er steht auf, öffnet seine Hose, lässt sie zu Boden fallen und kriecht über mich, reibt seinen nackten Schwanz an meiner feuchten Muschi und die Reibung entfacht einen Feuersturm in mir, so dass ich mich an seine starken Schultern klammere. Jetzt auch noch, sagt er mit rauer Stimme in mein Ohr. Er ist ebenso atemlos wie ich. Ja, murmel ich und versuche ihn näher an mich zu ziehen, in mich hinein. Aber er weicht zurück, richtet sich auf, bleibt vor mir stehen und packt dann meine Beine. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, bückt er sich, schiebt mein Rock in die Höhe und vergräbt seinen Kopf zwischen meinen Beinen. Ich bin bereits so fiebrig, dass mich seine Zunge innerhalb von einer Minute zum Höhepunkt bringt, während seine Hände über meinen Körper gleiten, kneten, massieren. Ich schließe die Augen, blende das Mondlicht, die Veranda, die Lichter vom Tal aus, genieße es, ihm nah zu sein, näher, als ich es jemals zuvor gewesen bin. Er hat vielleicht nicht viel preisgegeben, aber ich konnte erkennen, dass er es tun wollte. Er hat nur Angst, und das Wissen darum gibt mir das Gefühl, dass er mich eingeweiht hat. Zumindest ein bisschen. Doch nun scheint er mich dafür bestrafen zu wollen, denn er verschafft mir mit seiner Zunge einen Orgasmus nach dem anderen. Und seine dunklen Augen, die alles sind, was ich von seinem Gesicht erkennen kann, funkeln, als er mich von dort unten zwischen meinen Beinen anstarrt. Ich versuche, ihn wegzuziehen, ihn dazu zu bringen, über mich zu kriechen, mich zu küssen, in mich einzudringen, doch er widersetzt sich mir, bleibt dort unten und bringt mich ein weiteres Mal zum Höhepunkt. Ich bäume mich auf, greife nach ihm, aber er lässt es nicht zu. Ich möchte dich in mir spüren, sage ich nachdrücklich, denn genau das möchte ich. Er soll in mir kommen, sich mir hingeben und mir für eine Minute das schenken, wozu er sonst nicht bereit ist. Sich selbst, ganz und gar, nicht nur stückchenweise. Er hält inne, fixiert mich mit seinem Blick und ich sehe, wie dieser verschlossene Ausdruck in seine Augen zurückkehrt und jeder Fortschritt, den wir am heutigen Abend gemacht haben, dahin ist und wir wieder da sind, wo wir vorher waren. Er setzt erneut dieses verwegene Grinsen auf, das Millionen von Fans an ihm kennen und lieben. Noch nicht, Prinzessin, sagt er, als er sich aufrichtet. Noch nicht. Was zum Henker hatte ich mir nur dabei gedacht? Ich lasse das kalte Duschwasser über meinen Körper laufen, über meinen Kopf, meine Schultern bis hinunter zu den Hüften und zu der Stelle, wo ich es wirklich brauche. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Ich stand so kurz davor, Jaycee mein Herz auszuschütten, stand so kurz davor, ihr meine Geheimnisse anzuvertrauen, sie in mein Leben hineinzulassen. Die Schuld daran gebe ich dem Ausdruck in ihren Augen. Diesem süßen, aufrichtigen »Ich mach mir solche Sorgen um dich« Ausdruck. Und ich weiß, dass er echt ist, dass es ihr wirklich nahe geht, weil mich etwas verletzt hat. Aber das Problem ist, dass sie glaubt, es in Ordnung bringen zu können und da irrt sie sich gewaltig. Das kann niemand. Das ist ja der Mist. Ich nehme mir ein Handtuch, trockne mich ab und trete aus der Dusche, um zum Bett zu gehen. Nackt. Und allein. Ich weiß nicht, was ich von dem Ganzen halten soll. Gestern Abend hatte ich das Gefühl, als ob sich etwas verändert hätte. Doch heute gibt sich Dominik wieder cool und distanziert. Er hat heute Morgen nur kurz den Kopf zu meiner Tür hereingesteckt und mir mitgeteilt, dass er zum Studio fahren und irgendwann später wieder da sein würde. Ich sollte es mir am Pool gemütlich machen. Fühle dich wie zu Hause, hatte er mir noch auf eine sehr höfliche Art und Weise zugerufen, ehe er die Tür wieder schloss. Er gab mir keinen Kuss zum Abschied, berührte mich nicht. Er war am Türrahmen stehen geblieben, attraktiv und hinreißend, aber unnahbar. Es ist wunderschön hier, und der Infinity Pool, der mit dem Tal zu verschmelzen scheint, ist ein Traum. Aber man kann ja nicht ewig am Pool liegen, und bald schon treibt mich meine Ruhelosigkeit dazu, das Haus zu erforschen. Ich verbringe eine ganze Weile in der Bibliothek und stöbere in den Regalen mit ihren schier endlosen Büchereien herum. Dominik besitzt alles, von den Klassikern bis zu Tom Clancy. Allerdings zeigt keines der Bücher irgendwelche Anzeichen von Abnutzung. Daher habe ich keine Ahnung, ob er sie tatsächlich liest oder ob sie einfach zu Dekorationszwecken die Wände bedecken. Sein großer Schreibtisch aus Glas und Ebenholz ist sehr elegant und modern. Doch ihn schmückt kein einziges Foto, überhaupt nichts Persönliches. Die mittlere Schublade ist abgeschlossen, aber vermutlich beinhaltet sie nur seine Scheckbücher und ähnlichen Kram. Die Kunst an den Wänden, die vielen Gemälde und die Fotos verschiedener Fotografen faszinieren mich. Ich kann erkennen, dass die maskulin anmutenden, abstrakten Gemälde Originale sind, aber die Künstlersignaturen sagen mir nichts. Vermutlich hat Dominik Künstlern aus der Umgebung, die ihm gefallen, den Vorzug gegeben, statt sein Geld in irgendwelche Meisterwerke zu investieren. Die Küche ist hübsch, aber langweilig. Granit, Stahl, Marmorboden. Sie wirkt steril, weil sie nie benutzt wird. Das kann man leicht erkennen. Für mich sollte eine Küche der Mittelpunkt, das Herz des Hauses sein, wo alle zusammenkommen. Aber das ist hier nicht so. Es gibt unzählige Gästezimmer, die alle aufwendig gestaltet sind, so wie das, in dem ich die letzte Nacht geschlafen habe, nachdem er mich auf der Terrasse allein gelassen hatte. Ich habe keine Ahnung, was ich von ihm halten soll. Er ist mir ein völliges Rätsel, Ich weiß nie, woran ich bei ihm bin. Was sagt es wohl über mich aus, dass ich aus ihm schlau werden will, anstatt schreiend davon zu laufen? Aber ich glaube, das möchte ich gar nicht wissen. Ich bin wohl ziemlich schräg drauf. Doch das wusste ich ja vorher, und daher schiebe ich den Gedanken beiseite. Mich kenne ich schon. Ihn möchte ich besser kennenlernen. Ich stehe vor seiner Schlafzimmertür und zögere, einzutreten. Aber vielleicht werde ich ja dort Antworten finden. Antworten, die er mir nie geben würde. Irgendetwas, das sein Verhalten erklärt. Wenn er nicht möchte, dass du es weißt, dann solltest du das respektieren, meldet sich mein Gewissen. Du kannst mich mal, erwidert das Teufelchen in mir, auf das ich höre. Ich drehe den Türknauf, und ehe ich es mir anders überlegen kann, stehe ich auch schon in seinem Zimmer. Damit ist es offiziell. Ich bin in seine Privatsphäre eingedrungen. Der Raum ist dunkel und still und in maskulinen Farben, grau, creme und schwarz gehalten. Das Bett ist riesig. Aber ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Keine Liebesschaukel, keine Peitschen, keine Ketten. Es ist alles sehr ordentlich. Unglaublich ordentlich, genauer gesagt. Im Grunde sieht es aus wie in einem Hotelzimmer. Nirgendwo ist etwas Persönliches zu entdecken. Ich habe ein schlechtes Gewissen, als ich seine Schubladen öffne, finde darin aber nur säuberlich gefaltete Kleidung. Die Schubladen riechen alle nach Zedernholz, so wie er. Ich atme den Duft tief ein, als ich seinen begehbaren Kleiderschrank ins Auge fasse und schon gehe ich darauf zu und öffne die Türen. Er ist riesig. Wände mit eleganten Schuhen, Slippern und Sportschuhen, ordentlich aufgehängten Hosen, Jeans, Hemden und Anzügen. Ein Schrank, der eines Königs würdig ist. Ich habe so etwas noch nie zuvor gesehen. Ich setze mich für einen Moment auf die Polsterbank in der Mitte, um alles in mich aufzunehmen. Genau wie das Schlafzimmer ist auch sein Schrank so ordentlich, dass er steril wirkt. Hier gibt es nichts, das erkennen ließe, was für ein Mensch er eigentlich ist. Außer einem, der verdammt viele Schuhe und Klamotten hat. Doch als ich aufstehe, bemerke ich, dass die Bank, auf der ich gesessen habe, Scharniere besitzt, die geschickt verborgen sind. Ich öffne zögernd den Deckel und erblicke eine flache, schwarze Samtschachtel darin. Der Rest des Fachs ist leer. Mein Atem geht schneller, als ich die Schachtel heraushebe und betrachte. Sie ist so leicht, dass ich nicht viel darin befinden kann, doch ich verschwende keine Zeit mit Überlegungen, sondern hebe den Deckel hoch. In der Schachtel befindet sich ein Stapel Karten und Briefe, die von einem Gummiband zusammengehalten werden. Außerdem eine kleine Schmuckschatulle, die aber leer ist, und ein ungeöffneter Umschlag, auf dem Dominiks Name steht. Die Schrift deutet auf eine Frau hin. Dom steht da. Mehr nicht. Die Tinte beginnt bereits zu verblassen und es befindet sich etwas Hartes darin, aus Pappe oder Plastik. Ich bin wie erstarrt. Denn mir ist klar, dass das, was sich darin befindet, eine große Bedeutung haben muss. Der Umschlag muss von jemandem beschriftet worden sein, der Dominik gut kennt, ihn Dom nennt. Aber was auch immer sich darin befinden mag, Dominik will nichts davon hören oder sehen. Deshalb bewahrt er den Brief in dieser Bank auf, wo er vor den Augen der Welt und seinen eigenen verborgen ist. Doch auch wenn er sich nicht dazu durchzuringen vermag, ihn zu lesen, so bringt er es auch genauso wenig fertig, ihn wegzuwerfen. Es war falsch, von mir hier hereinzugehen. Denn mir ist bewusst, dass das, was ich in meinen Händen halte, etwas überaus vertrauliches ist. Was auch immer es sein mag. Und es geht nur ihn etwas an. Doch nun ist er mir ein noch größeres Rätsel als zuvor. Die Antworten, nach denen ich gesucht habe, habe ich nicht bekommen, doch stattdessen habe ich nun noch mehr Fragen. Ich betrachte seufzend den Stapelkarten und Briefe, die von dem Gummiband gehalten werden. Ich kann sehen, wo der Brieföffner ausgefranste Ränder hinterlassen hat. Es kann doch nicht so schlimm sein, einen Blick hineinzuwerfen, oder? Ich ziehe das Gummiband ab, das schon alt und klebrig und etwas ausgeleiert ist. Dom hat sich diese Briefe bereits eine ganze Weile nicht mehr angesehen, vielleicht sogar nicht mehr, seit er sie irgendwann geöffnet hat. Und doch vermag er sie genauso wenig wegzuwerfen wie den anderen Brief. Ich schaue mir die oberste Karte an, die ein Kreuz im Sonnenlicht zeigt. Aufrichtiges Beileid. Ich öffne sie, überspringe die gedruckten Worte des Herstellers und lese den handgeschriebenen Text weiter unten. Dominik, dein Verlust tut mir so leid. Die Welt hat in Emma einen wunderbaren Menschen verloren. Es muss dir im Augenblick unerträglich vorkommen. Aber ich bete für dich, dass du Frieden finden mögest. Ich weiß, dass du auch ohne sie an deiner Seite weitermachen und Großes erreichen wirst. In Liebe und mit aufrichtiger Teilnahme Jada Milne. Mir gefriert der Atem in der Kehle. Und mit einem Mal scheint ein Backstein auf meiner Brust zu liegen, als ich die Worte anstarre und mir die Erkenntnis dämmert. Emma ist tot. Vermutlich war sie Dominiks Freundin und sie ist tot. Ich blättere mit flatternden Fingern durch die restlichen Karten und überfliege sie. Mein Beileid. Der Himmel hat einen Engel mehr. Ich schließe dich in meine Gebete ein. Sie ist jetzt an einem besseren Ort. Abgedroschene Phrasen, aber was bleibt den Leuten auch anderes übrig? Wenn so etwas Tragisches geschieht, dann gibt es einfach keine Worte dafür. Das Atmen fällt mir schwer, als ich an die unter der letzten Karte liegenden Briefe gelange. Sie sind von Emma. Eine mädchenhafte Handschrift auf liniertem Schulheftpapier mit gemalten Blümchen und Herzen am Rand. Meine Finger zittern, als ich den ersten Brief lese. Dom, vielen Dank, dass du gestern mit mir am Strand gewesen bist. Es war ein perfekter Tag. Da du mich ausgelacht hast, weil ich die perfekte Muschel finden wollte, habe ich ein paar für dich beigefügt. Ich möchte, dass du dich genauso wie ich daran erinnerst, dass dieser Tag einfach perfekt gewesen ist. M. Das erklärt wohl die winzigen Muscheln, die am Boden der Schachtel liegen. Sie sind offenbar schon ziemlich alt und brüchig und ergeben im Zusammenhang mit dem Brief einen Sinn, die Erinnerung an einen perfekten Tag. Meine Atmung beschleunigt sich, als ich den nächsten Brief lese. Es kommt mir so vor, als würde ich in das Leben zweier Liebender blicken. Genau das tue ich ja auch. Dom, die letzte Nacht war toll. Als ich heute Morgen aufwachte, galt mein erster Gedanke dir und mein letzter, bevor ich gestern eingeschlafen bin. Ich habe immer gewusst, dass du der Erste sein wirst und es war überwältigend. Ich bin so froh, dass wir sagen können, dass wir unser erstes Mal miteinander erlebt haben. Ich liebe dich. M. Als ich diese Zeilen lese, tut mir das Herz weh. Sie war für ihn die Erste und sie ist gestorben. Ich überfliege die restlichen Briefe, aber nichts gibt mir einen Hinweis darauf, was ihr zugestoßen ist. Es geht darin nur um Dinge, die die Schule betreffen, gemeinsame Freunde, ihre Dates und wie sehr sie Dominik liebt. Es sind mindestens 20 und sie umfassen anscheinend die gesamte Highschool-Zeit. Ich weiß jetzt, wie sie ausgesehen hat. In ihrem letzten Brief liegt ihr Foto aus der Abschlussklasse bei. Darauf sieht man ein schlankes, blondes Mädchen mit leuchtenden, freundlichen, blauen Augen in die Kamera lächeln. Sie war ausgesprochen hübsch und schien das Leben geliebt zu haben. Das kann ich in ihren Augen sehen. Jetzt, wo ich weiß, dass sie tot ist, kommt es mir vor, als sei ein Geist mit mir im Raum. Ich kriege Gänsehaut, stapel ihr die Briefe rasch wieder, lege die Karten darauf und schlinge das alte Gummiband darum. Nur ein Brief bleibt übrig, der, den Dominik noch nicht geöffnet hat. Als ich ihn ansehe, fällt mir etwas auf. Die Handschrift auf dem Umschlag ist dieselbe. Emma hat den Brief geschrieben, der schlicht an Dom adressiert ist. Und Dominik bringt es nicht über sich, ihn zu lesen. Aus irgendeinem Grund, vielleicht weil ich so sentimental bin, ein so weiches Herz habe oder einfach weil ich ein menschliches Wesen bin, verspüre ich einen heftigen Stich in meinem Herzen. Und mit einem Mal ergibt der Schmerz, den ich manchmal in seinen Augen sehe, einen Sinn. Natürlich war er am Boden zerstört. Offenbar waren er und Emma einige Jahre zusammen gewesen und hatten gemeinsam ihre Jungfräulichkeit verloren. sich geliebt. Und dann war sie gestorben. Ich bin mir sicher, dass ein Stück von Dominik mit ihr gestorben ist. Tut mir leid, hatte er zu mir gesagt, aber ich bin total verkorkst. Klar ist er das. Zumindest dieser Teil ergibt nun einen Sinn. Zumindest die Gründe dafür. Die Art seiner Probleme ist mir dagegen immer noch ein Rätsel, aber ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt wichtig ist. Emma ist unwiederbringlich tot. Nichts wird sie zurückbringen. Aber einige andere Dinge sind immer noch unbeantwortet. Zum Beispiel, warum Dominik Christy Schuld gibt. Ich höre unten ein Geräusch, als wenn eine Tür geschlossen wird. Ich springe auf, stelle sicher, dass ich alles so zurücklege, wie ich es vorgefunden habe, bevor ich zur Tür hinaus eile, sie leise hinter mir schließe und nach unten zur Veranda hasste. Obwohl ich unbedingt mehr über Dominik erfahren wollte, fühle ich mich nun hin- und hergerissen und bedauere es, dass ich in seinen Sachen herumgeschnüffelt habe. Diese schwarze Samtschachtel hat etwas an sich, das mich unglaublich traurig und melancholisch stimmt. Emma ist gestorben. Sie war ein wichtiger Teil seines Lebens und sie ist gestorben. Und nicht nur das, er weigert sich über sie oder irgendetwas zu sprechen, das auch nur im Entferntesten mit ihr zu tun hat. Mein Herz sagt mir, dass Emma der Grund dafür ist, dass mit Dominik etwas nicht stimmt und warum er innerlich zerbrochen ist. Aber ebenso sicher, wie ich dies weiß, ist mir bewusst, dass die Geheimnisse, die ich heute herausgefunden habe, im Verborgenen bleiben müssen, bis Dominik bereit ist, darüber zu reden, falls dieser Tag jemals kommen sollte. Ich finde Jaycee genau dort vor, wo ich es vermutet habe, in der Sonne am Pool. Ich bleibe für einen Moment im Türrahmen stehen und betrachte ihren umwerfenden Körper. Sie schläft offenbar, ausgestreckt wie eine Katze, die sich in der Sonne wärmt. Ich gehe lächelnd auf sie zu, um sie zu wecken. Sie öffnet die Augen und sieht mich an. Hallo, begrüßt sie. Sie grüßte mich verschlafen. Wie war dein Tag? Ich dachte, du kommst erst spät zurück. Ich zucke mit den Schultern. Es war ätzend. Amy Ashby hatte sich wieder mal wie ein Miststück aufgeführt und ich konnte es kaum erwarten, verschwinden zu können. Ich war sogar so weit gegangen, Tally auf dem Nachhauseweg anzurufen und ihm tobend mitzuteilen, dass ich nie wieder mit Amy arbeiten würde. Woraufhin er mich gelassen daran erinnerte, wie gern uns das Publikum zusammen auf der Leinwand sah und dass mir das eine Menge Kohle einbrachte. Was stimmt. Also hielt ich die Klappe und fuhr schweigend nach Hause. Aber dabei kam mir eine Erkenntnis. Als ich mich meiner Einfahrt näherte, wurde mir bewusst, dass ich mich darauf freute, Jaycee zu sehen. Und dass diese Vorfreude der Grund war, warum die Zeit an diesem Tag einfach nicht hatte vergehen wollen, dass sie mir gefehlt hatte. Ein erschreckender Gedanke. Doch nun, da ich hier bin und auf sie herabblicke, kommt er mir gar nicht mehr so erschreckend vor. Es fühlt sich irgendwie richtig an, mit ihr zusammen zu sein. Und das ist wirklich ein erschreckender Gedanke. Ganz okay, erwidere ich. Wie war deiner? Oh gut, ich habe in all deinen Sachen herumgeschnüffelt und war viel am Pool. Also auch ganz okay. Sie sieht mich an und für einen kurzen Augenblick ist da etwas in ihren Augen, das ich nicht benennen kann. Doch dann ist es auch schon wieder verschwunden. Und sie grinst. Bei mir gibt es nicht viel, worin es sich herumzuschnüffeln lohnt, sage ich. Ich hasse Krimskrams. Kann man wohl sagen, erwidert Jaycee gähnend und setzt sich auf, um sich zu strecken. Dieses Haus ist fast wie ein Hotel. Hier gibt es nichts Interessantes außer der Kunst an den Wänden. Aber vielen Dank, dass du mir etwas zum Mittagessen vorbeigeschickt hast. Kein Problem, antworte ich und ziehe sie auf die Füße. Ihre Hand ist warm und feucht. Die Berührung elektrisierend. Ich lasse ihre Finger rasch wieder los, sobald sie steht. Ich habe keine Lust, den Rest des Tages hier zu verbringen. Bist du bereit für eine Überraschung? Sie nickt sofort. Ich liebe Überraschungen. Was soll ich anziehen? Shorts und T-Shirts sind in Ordnung, sage ich. Und bequeme Schuhe, wir werden einige Stunden weg sein. Ich hoffe, du hast ein schönes Nickerchen gemacht. Ich grinse, aber sie verzieht keine Miene, zuckt nur mit den Schultern unterwidert. Mir war langweilig. Ich setze mich auf die Veranda und starre auf das Wasser. Ihre Reaktion überrascht mich und es ist eine angenehme Überraschung. Die meisten Frauen hätten gestöhnt und versucht herauszubekommen, wohin es geht, aber nicht J.C. Sie scheint Überraschungen wirklich zu mögen. Und sie scheint mir zu vertrauen. Diese Vorstellung ist wie ein Schlag in die Magengrube für mich, aber ich schiebe die Schuldgefühle rasch beiseite. Ich sage mir, dass es hierbei schließlich nicht um wirklich wichtige Dinge geht. Es ist mehr so ein unbestimmtes Vertrauen. Das bedeutet, dass ich kein Psychopath bin, der sie irgendwo hinbringt, um sie zu vergewaltigen oder als vermeintlich tot liegen zu lassen. Und das ist etwas ganz anderes, als mir im Allgemeinen zu vertrauen. Aber als wir an Bord des Helikopters klettern, den ich gemietet habe, sehe ich einen vergnügten Ausdruck in ihren Augen und das sagt mir mehr über sie, als ich eigentlich wissen will. Sie vertraut mir tatsächlich. Und zwar mehr, als mir behakt. Ich ignoriere es einfach, denn anders vermag ich nicht damit umzugehen. Konzentriere mich stattdessen auf das Anschnallen und auf das Unterschreiben der Papiere, die mir der Pilotin hält. Als ich mich Jaycee wieder zuwende, geht es auch schon los und sobald der Helikopter in die Höhe steigt, hüpft sie aufgeregt auf und ab wie ein Kind. Ich bin noch nie in einem Helikopter geflogen, erklärt sie und strahlt dabei übers ganze Gesicht. Das ist toll, wohin fliegen wir? Das wirst du schon sehen, erwidere ich grinsend. Du hast ja gesagt, dass du Überraschungen magst. Tu ich auch, erwidert sie. Der Helikopter scheint sich zu schütteln und wankt für einen Augenblick. Jaycees Augen leuchten auf und sie schaut gebannt nach unten, während wir immer höher aufsteigen und Los Angeles hinter uns lassen. Sie plappert für eine Weile vor sich hin, doch ich vermag kaum noch die Augen offen zu halten. Ich bin müde, weil ich so früh aufstehen musste, um am Set zu erscheinen und es ist gemütlich, im Nachmittagssonnenschein da zu sitzen. Plötzlich rüttelt mich Jaycee an der Schulter und kreischt dabei wie ein Kind. Oh mein Gott, der Grand Canyon! Ich kann nicht glauben, dass du mich hierher gebracht hast! Ich öffne die Augen und stelle fest, dass ich zwei Stunden geschlafen habe und sich der Grand Canyon majestätisch und trocken und rot in seiner ganzen Pracht unter uns ausbreitet. Bist du schon einmal hier gewesen? Frage ich Jaycee, als ich mich strecke, aber ich kenne die Antwort darauf bereits. Sie schüttelt den Kopf. Nein, ich bin überhaupt noch nicht viel herumgekommen. Ich dachte, der Grand Canyon wäre ein Muss auf der Urlaubsliste jeder guten amerikanischen Familie, bemerke ich, während ich aus dem Fenster sehe. Jaycee stößt einen Seufzer aus. Vermutlich hast du recht, aber meine Familie war leider nicht normal und wir sind nicht oft zusammen in Urlaub gefahren. Nach der Scheidung meiner Eltern sind wir gar nicht mehr in Urlaub gefahren. Scheiße, ich Idiot hatte das mit ihrer beschissenen Kindheit ganz vergessen. Tut mir leid, sage ich rasch, hatte ich ganz vergessen, dann bin ich ja froh, dass ich der Erste bin, der ihn dir zeigt. Wahrscheinlich glaubst du, dass ich spinne, schließlich ist es hier trocken und trostlos, aber für mich ist es einer der schönsten Orte der Welt. Jaycee presst ihr Gesicht an das Glas und schaut hinunter, als wir über die riesige Erdspalte hinwegfliegen. Danke, dass du mich hergebracht hast, sagt sie und klingt dabei fast schüchtern. Ach du Scheiße, ruft sie, als der Helikopter in den Sinkflug geht. Landen wir etwa im Canyon? Ich muss schmunzeln, als ich die Verwunderung in ihrer Stimme vernehme. Ich dachte, du hättest vielleicht Hunger, erkläre ich ihr. Der Pilot wird uns für zwei Stunden absetzen, damit wir picknicken und die Gegend erforschen können. Er wird uns dann bei Sonnenuntergang wieder abholen. Bist du damit einverstanden? Oh Mann, Jaycee schüttelt den Kopf. Ich wusste nicht mal, dass das möglich ist. Klar bin ich damit einverstanden. Das ist großartig. Sie streckt ihren Arm aus und greift nach meiner Hand, die sie nicht mehr loslässt, während der Pilot den großen Vogel auf einem Plateau des Canyons absetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob sie wegen der Landung nervös ist, aber ich ziehe meine Hand vorsichtshalber nicht weg. Der Hubschrauber erbebt und kommt dann zum Stehen. Der Pilot steigt aus, hilft uns dann hinaus und fordert uns auf, die Köpfe einzuziehen. Ich lasse zu, dass Jaycee weiterhin meine Hand hält, bis ich die des Piloten schütteln muss. Wir sehen uns dann in zwei Stunden, sage ich zu ihm. Er nickt, klettert wieder hinein und dann sind Jaycee und ich allein mit unserem Picknickkorb und einer Decke. Als er davonfliegt, bläst der Wind uns die Haare aus den Gesichtern und wirbelt den Staub um uns herum auf. Jaycee dreht sich im Kreis und versucht alles gleichzeitig in sich aufzunehmen. Ich kann nicht glauben, wie wunderschön es hier ist, ruft sie. Es ist schon irgendwie trostlos, da hast du recht, aber es ist eben auch von einer unglaublichen Lebendigkeit und Schönheit. Es ist rau und unwirtlich und doch entstehen daraus wundervolle Dinge. Es kommt mir vor wie eine Metapher für das Leben. Selbst in der größten Trostlosigkeit findet sich noch ein Hoffnungsschimmer. Du meine Güte, wie tiefsinnig! Ich ziehe eine Augenbraue in die Höhe, setze unseren Kram ab und betrachte die wenigen grünen Stellen, die den roten, staubigen Horizont zieren. Jaycee sieht mich schweigend an. Und da ist ein seltsamer Ausdruck auf ihrem Gesicht. Mag sein, liegt wohl an diesem Ort. Er macht mir einfach bewusst, dass auch wir Menschen uns nicht unterkriegen lassen sollten, egal was passiert. Also jetzt machst du mir Angst, sage ich und sehe sie zweifelnd an. An dir ist ja eine echte Philosophin verloren gegangen. Findest du denn nicht, dass dieser Ort danach verlangt? fragt sie, während sie die Decke ausbreitet und den Korb öffnet. Ich komme mir hier so furchtbar klein vor. Wir sind ja auch klein, wenn man das Ganze in einem größeren Zusammenhang betrachtet, erwidere ich und mache es mir neben ihr bequem. Sie holt winzige Sandwiches, Oliven, Wein und Gläser aus dem Korb und sieht mich an. Also das nenne ich ein Picknick, verkündet sie. Wenn du etwas machst, dann machst du es richtig, Dominik. Das stimmt. Das tue ich. Doch das sage ich nicht laut. Stattdessen entkorke ich den Wein und gieße jedem von uns ein Glas ein. Sie reicht mir ein Truthahn-Sandwich und nimmt einen Schluck aus ihrem Glas. Wieso hast du das alles organisiert? fragt sie neugierig, bevor sie in ihr eigenes Sandwich beißt. Es ist toll, aber es kam so völlig unerwartet. Was hat dich dazu veranlasst? Ich habe keinen Schimmer. Ich kaue auf meinem Bissen herum, schlucke und nehme dann noch einen. Weiß nicht, gestehe ich ihr und überrasche mich damit selbst. Ich dachte, es würde dir gefallen und wir wollten ja Zeit miteinander verbringen. Es war keine Rede davon, dass sich das nur auf Sex beschränkt. Wir wollten Spaß haben und ich finde, das hier macht Spaß. JC lächelt. Scheint zufrieden mit meiner Antwort. Das finde ich auch. Wir beenden unser Essen schweigend, aber es sind auch keine Worte nötig. Wir sind umgeben von einem der sieben Weltwunder. Ein Gespräch würde dieses Erlebnis nur verderben. Als wir unseren Abfall in den Korb zurücklegen, berühren sich unsere Hände und JC wendet sich mir zu. Ich sehe in dir den Menschen, der du wirklich bist, Dominik, sagt sie leise. Ich weiß, dass du nicht derjenige bist, den du den Leuten präsentierst. Ich verharre, blicke in ihre dunklen Augen. Ach, echt? Und das schließt du alles aus einem kleinen Ausflug zum Grand Canyon? Ich versuche, sarkastisch zu klingen, doch mein Ton verliert an Schärfe, denn da ist etwas in ihren Augen, das mir sagt, dass sie wirklich in mich hineinzusehen vermag. Sie schüttelt den Kopf. Nein, mit diesem Ausflug hat das nichts zu tun. Es sind die vielen kleinen Dinge, von denen du nicht willst, dass ich sie mitbekomme. Weißt du, was Jake mir gestern erzählt hat, bevor ich ging? Dass jemand Joes Steuerschuld beglichen hat. Einfach so. Er hat keine Ahnung, wer es gewesen ist, aber es handelt sich um eine beträchtliche Summe. Tausende von Dollar. Und ich kenne nur einen Menschen, der so viel Geld hat und Joe aus der Klemme helfen könnte. Ich erstarre, weigere mich aber, meinen Blick abzuwenden. Tatsache? Na, da hat ja jemand eine gute Tat vollbracht. Jayce verdreht die Augen. Ja, das kann man wohl sagen. Wieso spielst du immer das Arschloch, Dominik? Das bist du doch gar nicht. Du tust nur immer so. Und du machst das wirklich gut. Ich packe ihre Hand, fest entschlossen, ihr diesen Irrglauben zu nehmen und ein für allemal den weichen Ausdruck aus ihren Augen zu vertreiben. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, jedes Mal, wenn ich mitbekomme, dass sie glaubt, sie sehe etwas Gutes in mir, dann dreht sich mir der Magen um. Denn sie täuscht sich. Jayce, ich bin kein guter Mensch. Ich bin das genaue Gegenteil davon. Hast du dich schon jemals gefragt, ob die Leute nicht tief drinnen, dort, wo es keiner sehen kann, ungeheuer sind? Also, ich muss mich das nicht erst fragen. Ich weiß, dass ich eines bin. Du willst wissen, ob ich Joes Steuerschuld bezahlt habe. Ja, hab ich. Ich habe schon eine Menge Zeit in diese gemeinnützige Arbeit gesteckt, die sie uns aufgebrummt haben, und ich habe keine Lust, noch mal woanders hin zu müssen. Das ist alles. Also, bitte mach nicht den Fehler, mich zu idealisieren. Sie sieht mich skeptisch an. Du hast also zigtausend Dollar hingeblättert, nur damit du dich nicht an einen neuen Betreuer gewöhnen musst? Wie du meinst, Dominik? Sag, was du willst, aber ich glaube dir nicht. Du hast ihm geholfen, weil du es wolltest, weil du gesehen hast, dass er ein anständiger Kerl ist und er deine Hilfe benötigt. Wieso kannst du das nicht zugeben? Wieso beharrst du darauf, das Arschloch zu spielen? Ich schüttle den Kopf. Weil ich eines bin. Du solltest dich allmählich an die Vorstellung gewöhnen, J.C., ich werde mich nicht ändern. Wenn du meinst, sagt sie ungeduldig und rappelt sich hoch. Ich kaufe dir das nicht ab, aber ich habe jetzt keine Lust mehr darüber zu reden. Sie stapft davon und ich bleibe sitzen, unentschlossen, ob ich ihr nachgehen sollte, als sie auch schon wieder zurückgestapft kommt. Und noch was, sagt sie und bleibt wie angewurzelt stehen. Was denn, frage ich verwirrt, wieso siehst du mich so komisch an? Nicht bewegen, flüstert sie und ihr Blick ist auf etwas hinter meiner Schulter gerichtet, als sie einen zögernden Schritt auf mich zumacht. Rühr dich nicht von der Stelle. Und plötzlich höre ich ein Rascheln von etwas Großem hinter mir. Meine Nackenhaare richten sich auf. Ich bleibe aber ruhig. Was ist das, ein Bär? frage ich J.C. leise. Sie schüttelt den Kopf. Alles Blut ist aus ihrem Gesicht gewichen. Ein Puma, glaube ich. Eine riesige, hellbraune Katze mit verdammt großen Zähnen. Sie sitzt ungefähr 150 Meter hinter dir und sieht mich an. Was machen wir jetzt? Ich versuche zu denken, während ich gleichzeitig innerlich auf Abstand gehe, um ruhig bleiben zu können. Ich glaube nicht, dass wir uns totstellen sollten. Das funktioniert nur bei Bären. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bedrohlich wirken sollten. Und wie stellen wir das an? zischt J.C., die das Tier hinter mir nicht aus den Augen lässt. Es wirkt selbst verdammt bedrohlich. Wir sollten auf keinen Fall wegrennen, sage ich, stehe langsam auf und drehe mich noch langsamer um. Doch als mein Blick auf die Katze fällt, würde ich genau das am liebsten tun. Zu behaupten, sie wirke bedrohlich, ist die größte Untertreibung, die ich seit langem gehört habe. Die gewaltige Katze muss so viel wiegen wie ich selbst und ihre Reißzähne funkeln im Licht der untergehenden Sonne. Sie starrt mich mit goldfarbenen Augen an und wirkt dabei fast gelangweilt. Doch dann knurrt sie. Ganz leise nur. Aber es reicht aus, um mich wissen zu lassen, dass sie alles andere als gelangweilt ist und mir läuft ein Schauer über den Rücken. Sie interessiert sich sehr wohl für uns, auch wenn sie reglos da sitzt. Wenn wir rennen, hält sie uns für Beute, erkläre ich Jaycee leise. Ich weiche langsam einen Schritt zurück und das Knurren wird lauter. Die goldfarbenen Augen beobachten jede meiner Bewegungen, verfolgen mich wie die Beute, die ich für sie bin. Scheiße, murmele ich in mich hinein. Jaycee, geh zurück, geh langsam weg. Ich werde hier bleiben, mir fällt schon was ein. Den Teufel werd ich tun, erwidert sie schnippisch und wedelt mit den Armen. Verschwinde, du blödes Vieh, hau ab! Ihre Rufe scheinen die Katze nur zu amüsieren und sie betrachtet Jaycee mit noch größerem Interesse, während ihr langer Schwanz zuckt. Sie hebt eine Pfote. Ich zieh dir Luft ein. Jaycee, ich glaube nicht, dass das hilfreich ist, sage ich. Sie hält dich für die Vorspeise. Mein Herz hämmert in meiner Brust, denn zum ersten Mal, solange ich mich zurückerinnern kann, hab ich keine Ahnung, was ich tun soll. Ich weiß nur, dass ich nicht zwischen diesen spitzen Zähnen enden will. Jaycee schreit lauter und die Katze knurrt drohend, als sie sich bückt, um einen großen Stein aufzuheben. Die Katze öffnet das Maul und stößt einen Schrei aus. Jaycee erstarrt und was dann geschieht, passiert so schnell, dass mir alles wie verschwommen vorkommt. Die Katze stößt einen weiteren Schrei aus und setzt zum Sprung an. Jaycee schreit auf, macht einen Satz, steht vor mir und schleudert den großen Stein in Richtung des mächtigen Tieres. Sie trifft es mitten ins Gesicht, gerät dabei aber ins Stolpern und fällt der Länge nach hin, der riesigen Katze genau vor die Füße und ist sie damit schutzlos ausgeliefert. Für eine Sekunde bleibt mir das Herz stehen. Ich bewege mich auf Jaycee zu, um sie vor einem Angriff zu schützen, aber die Katze schüttelt den Kopf, zögert einen Moment und dann dreht sie sich zu meiner Überraschung um und läuft weg. Für einen Augenblick bin ich wie erstarrt, bevor ich zu Jaycee hasste. Was zum Teufel sollte das, herrsche ich sie an. Du könntest tot sein. Wie kannst du nur so auf ein wildes Tier zu stürmen? Jaycee sieht mich mit aufgerissenen, schmerzerfüllten Augen an. Das wollte ich ja gar nicht, ich bin gestolpert, aber offenbar hat's funktioniert, das verdammte Vieh ist weg, oder? Hast du dir wehgetan? frage ich rasch. Ihre Augen tränen und sie hält ihren Knöchel fest, als wolle sie niemals wieder loslassen. Mein Fuß! presst sie zwischen ihren Zähnen hervor. Ich bin umgeknickt, wie blöd ist das denn? Das Adrenalin schießt durch meinen Körper und ich schlucke den sauren Geschmack in meinem Mund hinunter. Jaycee, du hättest sterben können. Der Helikopter kommt erst in früh estens einer Stunde zurück. Wenn dich dieses Vieh angegriffen hätte, wären wir niemals rechtzeitig im Krankenhaus gewesen. Wieso zum Teufel hast du das gemacht? Sie öffnet die Augen und zuckt mit den Schultern, ist entschlossen, das Ganze herunterzuspielen. Weil es dich angreifen wollte und was anderes ist mir nicht eingefallen. Also das war scheiße, brumme ich, greife nach ihr, nehme sie auf meinen Schoß und hebe ihren Fuß an, um ihn mir anzusehen. Ich ziehe ihr vorsichtig den Turnschuh aus. Die Umgebung des Knöchels ist bereits geschwollen und beginnt sich zu verfärben. Er könnte gebrochen sein, sage ich, oder vielleicht auch verstaucht, auf jeden Fall wird er wehtun. Wird? Sie verzieht das Gesicht und beißt die Zähne aufeinander. Ich glaube nicht, dass ich laufen kann. Das kannst du mit Sicherheit nicht. Ich betrachte ihren Fuß genauer. Auf gar keinen Fall, wir werden hierbleiben, bis uns der Helikopter abholt. Ich fürchte, du wirst dir den Grand Canyon von hier aus ansehen müssen. Das ist schon okay, erwidert sie, schmiegt sich in meine Arme und legt den Kopf an meine Brust. Ich hoffe nur, dass das Vieh nicht zurückkommt. Gott, das Geschrei war ja schrecklich, so als ob eine Frau schreien würde. Den Klang werde ich niemals vergessen. Ich auch nicht, gebe ich zu und schaue mich um. Aber hier schleicht nichts mehr herum. Du hast das Tier wohl zu Tode erschreckt, das kommt bestimmt nicht wieder. Ich blicke auf ihren geschwollenen Knöchel hinab. Ich wünschte nur, ich hätte ein paar Ibuprofen eingesteckt. Tut mir leid. Oh Mann, das ist das zweite Mal, dass du wegen mir verletzt wirst. Ich verspüre so etwas wie Schuldgefühle, doch sie zuckt mit den Schultern und rollt sich auf meinem Schoß zusammen. Es ist schon eine ganze Weile her, seit ein Mädchen aus einem anderen Grund so bei mir gelegen hat, als mir einen zu blasen. Ich versuche nicht, daran zu denken, als ich meine Arme um sie schlinge. Sie hat ihr Leben für mich riskiert. Ich kenne niemanden außer meinen Eltern und Zinn vielleicht und auch Danken, die das für mich tun würden. Wahnsinn. Als der Helikopter eine Stunde später eintrifft, wird mir noch etwas Erstaunliches klar. Ich habe die ganze Zeit über ihre Hand gehalten, ohne dass es mir bewusst war. Mein Fuß pocht wie verrückt, als ich im Mondlicht auf Dominics Veranda liege. Da ich mich nicht von meinem Platz rühren soll, genieße ich den Ausblick, der aus Dominics perfektem Hintern und seinen perfekten Bauchmuskeln besteht. Ich starre schon seit einer Stunde darauf. Danke, dass du den Arzt hergebeten hast, sage ich noch einmal. Ich wusste gar nicht, dass Ärzte überhaupt noch Hausbesuche machen. Die Leute tun alles, wenn man ihnen genug zahlt, erwidert Dominic erschöpft, der gerade ein Tablett mit Essen darauf durch die Glastür trägt. Das war der Arzt, der auch am Set zur Verfügung steht. Ich bin froh, dass nichts gebrochen ist. Nur eine Prellung, erwidere ich betont fröhlich, auch wenn mir gar nicht danach zumute ist. In einer Woche bin ich wieder so gut wie neu. Dominic verdreht die Augen. Bist du immer so ein Sonnenschein? Ich schüttle den Kopf. Himmel, nein! Versuch mal, mich vor neun Uhr aus dem Bett zu kriegen. Dann wirst du eine ganz andere Seite an mir erleben. Er lacht in sich hinein und lehnt sich in die Kissen zurück. Möchtest du ins Bett? Du musst doch müde sein. Ich schüttle den Kopf. Die Schmerzmittel, die mir der Arzt gegeben hat, machen mich zwar etwas schläfrig, aber ich bin irgendwie noch zu aufgedreht, um schlafen zu können. Wir müssen uns unterhalten. Dominic erwidert mit gequältem Gesichtsausdruck, klar, nichts lieber als das. Die Art und Weise, wie er es sagt, lässt mich grinsen. Und er lächelt. Freut mich, dass ich dich wenigstens zum Lachen bringen kann. Die warme Brise bläst mir das Haar aus dem Gesicht. Kannst du mir nicht in dem Pool helfen? Es war so heiß und trocken draußen im Canyon. Da würde ich gern mal ins Wasser tauchen. Wirklich? fragt er, die Augenbrauen hochgezogen. Der Arzt hat dir Ruhe für den Fuß verordnet. Ich schüttle den Kopf. Und er hat auch gesagt, dass er nicht gebrochen ist. Keine Sorge, ich habe so viele Schmerzmittel intus, die würden ein Pferd umhauen. Mir tut nichts weh. Und um es zu beweisen, rappele ich mich auf, auch wenn ich dabei ein bisschen schwanke. Ich ziehe mein Hemd aus und setze mich dann wieder hin, um meine Shorts abzustreifen. Dominik sagt nichts, beobachtet mich. Seine Augen verdunkeln sich, als ich meinen BH ausziehe. Er steht auf und fasst mich sanft am Arm. Bereit? Ich nicke, rechne damit, dass er mir hilft, zum Wasser zu humpeln. Doch stattdessen hebt er mich auf die Arme und trägt mich zum Pool, wo er für einen Moment stehen bleibt, um seine Schuhe von den Füßen zu schleudern. Ansonsten ist er vollständig bekleidet. Und dann trägt er mich ins Wasser hinein, sodass seine Klamotten völlig nass werden. Ich schaue ihn erschrocken an. Warum hast du dich denn nicht ausgezogen? Er blickt mir in die Augen. J.C., du hast dich heute wegen mir vor einen Puma geworfen. Wenn du sagst, dass du gern schwimmen möchtest, dann lasse ich alles stehen und liegen und trage dich ins Wasser. Ein eigenartiges Gefühl überkommt mich. Es fühlt sich warm und kribbelig an. Ernsthaft? Das hat ausgereicht, um dich zu beeindrucken? Ich musste mich nur vor ein hungriges, wildes Tier werfen? Wieso hast du das denn nicht früher gesagt? Dann hätte ich das schon viel eher getan. Er legt den Kopf in den Nacken und lacht schallend. Es ist ein echtes Lachen, und für einen Augenblick wird sein Griff fester, ehe er mich vorsichtig ins Wasser taucht und mich dabei festhält, während ich vorsichtig meinen Fuß auf den Boden des Beckens aufsetze, ihn dann wieder hebe und beginne, Wasser zu treten. Wer hat denn behauptet, dass ich von dir beeindruckt bin? fragt er spöttisch, tut es mir gleich und beginnt ebenfalls vor mir Wasser zu treten. Ich habe lediglich zugegeben, dass ich dir etwas schuldig bin, und ich bin jemand, der seine Schulden bezahlt. Ich verdrehe die Augen. Wenn du meinst, aber ich weiß, dass du beeindruckt bist und dass du mich magst. Du willst es dir nur nicht eingestehen. Du willst nicht zugeben, dass ich ein anständiger Mensch bin, weil du glaubst, dass die Welt voller Arschlöcher ist. Und zuzugeben, dass ich nicht schrecklich bin, würde deine ganze Weltanschauung ins Wanken bringen. Und das wollen wir ja nicht. Dominik neigt den Kopf zur Seite und mustert mich. Du hast doch behauptet, du wärst nicht anständig. Ich zucke mit den Schultern. Meine Finger schneiden durch das kühle Wasser. Naja, aber im Vergleich zu der Meinung, die du vom Rest der Menschheit hast, bin ich es wohl doch irgendwie. Also, wenn du nicht anständig bist, dann frage ich mich, wer sonst? fragt Dominik, der auf mich zugeschwommen kommt. Die Person würde ich wirklich gern mal kennenlernen. Meine beste Freundin Maddie, erwidere ich sogleich. Sie ist wirklich toll. Aber sie ist nach Connecticut gezogen, also wirst du sie vermutlich nicht kennenlernen. Was auch besser ist, denn sie sieht verdammt gut aus und du wärst tot, wenn mein Bruder mitbekommen würde, dass du scharf auf sie bist. Wieso sollte ich scharf auf sie sein, wenn du im Zimmer bist? erkündigt sich Dominik leise, der nun ganz in meiner Nähe ist. Im Mondlicht wirkt seine Miene nachdenklich und ich starre ihn an. Weil sie allen Männern den Kopf verdreht, antworte ich schließlich. Mir nicht, erwidert Dominik, wenn ich dich haben kann. Wieso bist du heute so nett zu mir, frage ich. Zuerst ein Picknick im Grand Canyon, dann ein Mitternachtssnack auf der Veranda und jetzt machst du mir Komplimente. Du machst mich wahnsinnig, hör auf damit. Ich könnte noch viel netter sein, sagt er, und seine Stimme wird so dunkel wie seine Augen. Er schiebt mich durch das Wasser, bis wir am Rande des Pools angelangt sind, wo er seine Hände auf meine Hüften legt. Soll ich es mal versuchen? Er gibt mir gar nicht die Chance, darauf zu antworten, küsst mich stattdessen unvermittelt und gründlich. Sein Mund bedeckt den meinen, seine Lippen sind kalt und feucht. Ich schlinge meine Arme um seinen Hals und halte mich an ihm fest, schmiege mich an ihn, nehme seine Hitze auf, genieße es, wie sich sein nasser Körper an meinem anfühlt. Wieso hast du das getan? flüstert er in mein Ohr. Wieso hast du dich wegen mir in Gefahr gebracht? Er knabbert an meinem Ohr und gleitet mit seinen Lippen an der Seite meines Halses entlang bis zu meinem Schlüsselbein. Sag's mir, fordert er mich auf. Ich muss es wissen. Ich verstehe nicht, was du davon hast. Ich zwinge mich, für einen Augenblick zurückzuweichen. Ich habe gar nichts davon, erwidere ich scharf. Wenn man mal von dem beruhigenden Gefühl absieht, dass du nicht gefressen wurdest, das hat mir schon gereicht. Er weicht ebenfalls zurück und blickt mir in die Augen. In der Nacht sehen seine Augen fast schwarz aus. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, küsst er mich wieder. Und wieder. Und wieder. Hart. Zärtlich. Brutal. Atemberaubend. Zieh deine Sachen aus, dränge ich ihn. Ich möchte deine Haut spüren. Und zu meiner Überraschung schält er sich aus den nassen Klamotten und wirft sie auf den Steinboden der Veranda, um sich dann wieder mir zuzuwenden und mich an sich zu ziehen. Seine Brust ist hart, sein Bauch flach und er hat einen Ständer, der sich zwischen meine Beine zwängt. Der bloße Gedanke daran, dass das alles für mich ist, lässt mich vor Erregung zittern. Er hebt mich hoch und ich schlinge meine Beine um seine Taille und küsse ihn. Ich könnte ihn ewig so weiter küssen. Er ist einfach perfekt. Seine Zunge gleitet an meiner Lippe entlang und er beißt hinein. Ganz leicht nur. Willst du mehr? flüstert er. Ja oder nein? Sind wir jetzt wieder da angelangt? frage ich leise. Merkst du wirklich nicht, was ich will? Er sieht mich an. Ich höre einfach gern ein Ja, erwidert er. Man sollte es eigentlich meinen, dass du es leid wärst, wenn du es die ganze Zeit hörst, entgegne ich, während er mich über Wasser hält. Nicht, wenn du es sagst, antwortet er und küsst mich. Sein Mund scheint mich zu verschlingen und dann hört er mit einem Mal auf, blickt mich ernst an. Ich bin ein sehr guter Schauspieler, erklärt er mir mit sachlicher Stimme. Ich bin gut darin, so zu tun, als sei ich jemand anders. Und heute Nacht werde ich ein anderer sein. Beunruhigt dich das? Diese plötzliche Wendung und sein ernster Gesichtsausdruck überraschen mich. Aber nein, ich bin nicht beunruhigt. Das sage ich ihm auch. Und er lächelt. Aber wer willst du denn sein, füge ich neugierig hinzu. Er zuckt mit den Schultern. Irgendwer, nur nicht ich selbst. Er drückt mich erneut gegen die Seite des Pools, presst seine Hüften gegen mich, reibt sich an mir. Sein Schwanz ist steif und hart. Ich halte den Atem an, als er seinen Kopf vorbeugt, mir leicht in die Brust beißt und an meiner Brustwarze saugt. Ich werfe den Kopf in den Nacken. Aber warum, beharre ich, auch wenn er sich alle Mühe gibt, mich abzulenken. Du bist doch toll. Warum willst du ein anderer sein? Bist du dir auch ganz sicher, dass du dir nicht eher wünschst, dass ich eine andere wäre? Dominik hält inne und weicht zurück, einen harten Ausdruck in seinen Augen. Sie haben ihren Glanz verloren. Was passiert, wenn er wütend ist? Ich versuche mich davon nicht beeindrucken zu lassen und halte seinen Blick stand. Was meinst du damit? fragt er gedehnt. Wieso sollte ich wollen, dass du eine andere bist? Ich zucke mit den Schultern und bemühe mich, mein laut pochendes Herz zu ignorieren. Wieso habe ich ausgerechnet diesen Moment gewählt, um das Thema zur Sprache zu bringen? Warum nur? Aber da es nicht meine Art ist, einen Rückzieher zu machen, tue ich es auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich dachte, dass du vielleicht so tun würdest, als sei ich immer. Sobald mir der Name über die Lippen kommt, weiß ich, dass es ein Fehler ist. Dominiks Gesicht nimmt sofort einen verschlossenen Ausdruck an, die Augen hart wie Marmor. Er lasst mich so schnell los, als würde er sich an mir die Hände verbrennen. Und dann kehrt er mir den Rücken zu und geht aus dem Wasser. Was ist los mit dir? rufe ich und folge ihm. Das war doch nur eine Frage. Ich mache mir Gedanken über sie. Dominik dreht sich um und für einen kurzen Moment ist seine Miene von Schmerz erfüllt, der jedoch rasch wieder hinter der steinernen Maske verschwindet. Du hast kein Recht, neugierig auf sie zu sein, erwidert er klipp und klar. Bitte erwähne sie nie wieder. Aber, Dominik hält seine Hand in die Höhe. Kein Aber. Sie hat keine Bedeutung für dich. Lass es einfach. Gute Nacht. Er dreht sich um, marschiert ins Haus zurück und lässt mich einfach so auf seiner Terrasse stehen. Nackt. Was zum Teufel war denn das? Kann er es nicht einmal ertragen, ihren Namen zu hören? Ich finde, ich habe jedes Recht zu erfahren, ob er sich vorstellt, dass ich sie bin. Aber andererseits hat er keine Ahnung, dass ich mir die Briefe angesehen habe. Und ihr Foto. Er hat keine Ahnung, wie viel ich über sie weiß. Während ich diesen Gedanken nachhänge, wird mir bewusst, dass ich in Wahrheit gar nicht so viel weiß. Aber eines ist klar. Wenn wir beide das fortsetzen wollen, was auch immer wir da miteinander haben, dann muss ich mehr erfahren. Ich muss mehr über Emma erfahren. Und wie sie Dominik das Herz gebrochen hat. Ich liege nackt und allein im Dunkeln und versuche, mich zusammenzureißen. Benimm dich nicht wie ein Waschlappen. Aber es war ein Schock für mich, Emmas Namen aus Jaceys Mund zu hören. Jacey hat ja keine Ahnung, was für eine große Mühe ich mir gebe, nicht so zu tun, als sei sie Emma. Sie hat keine Ahnung, wie sehr mich dieser Name trifft. Und das wird sie auch nie erfahren, denn ich habe nicht vor, darüber zu reden. Oh Mann, ich kann einfach nicht glauben, dass ich so nah dran gewesen bin. So nah dran, heute Abend einfach so zu tun, als ob ich jemand anderes wäre. Und Jacey in meinem Pool zu vögeln. Beinahe hätte ich alle Vorsicht außer Acht gelassen. Das wird nicht nochmal passieren. Ich rolle mich auf den Rücken und ziehe mir ein Kissen über die Augen, um einschlafen zu können. Auf dem Rückflug herrscht eine unbehagliche Stille. Jacey schaut aus dem Fenster und spricht kaum ein Wort. Ich würde gerne etwas sagen, weiß aber nicht was. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es überhaupt etwas zu sagen gibt. Sie will mehr von mir, als ich ihr geben kann. Sie will mich besser kennenlernen, will mich verstehen. Das glaubt sie zumindest. Denn sobald sie mich besser kennenlernen würde, würde sie diesen Wunsch wieder zurücknehmen, das kann ich ihr garantieren. Ich setze sie am Haus ab und sie gönnt mir kaum einen Blick, als sie mir einen Kuss auf die Wange gibt und aus dem Wagen steigt. Zwei Tage lang spricht sie kein Wort mit mir. Es sind zwei verdammt lange Tage. Sie ignoriert mich bei der Arbeit und als der erste Abend gekommen ist, bin ich begierig, darauf sie anzurufen. Ich gehe so weit, mein Handy aus der Tasche zu ziehen und damit zu beginnen, ihre Nummer zu wählen. Aber was soll ich ihr sagen? Es gibt nichts zu sagen. Die Sache ist total festgefahren. Sie braucht mehr, als ich ihr zu geben vermag. Komischerweise wünsche ich mir, es sei anders. Zum ersten Mal überhaupt wünsche ich mir, ich wäre ein Mann, der mit Beziehungen klarkommt. Ein Mann, der dieses ganze Geben- und Nehmen-Ding beherrscht. Aber ich kenne mich. Und ich weiß, dass ich ein Mann bin, der immer nur nimmt. Ich bin gar nicht imstande zu geben. Also stecke ich mein Handy wieder weg. Als ich am Nachmittag des zweiten Tages um die Ecke des Umkleideraumes biege, höre ich Jaceys Stimme und erstarre, denn ich will nicht, dass sie mich sieht. Ich weiß, Matt, erwidert sie seufzend und das sagt mir, dass sie mit ihrer besten Freundin telefoniert. Ich weiß, aber er ist nicht wie Jared. Das schwöre ich dir. Er ist wirklich nicht so. Für einen Moment herrscht Stille, während sie zuhört und ich hätte eine von meinen Eiern gegeben, wenn ich hätte hören können, was Maddie sagt. Er will nicht darüber reden, fährt Jacey fort. Glaub mir, ich habe es versucht, aber Maddie muss sie wohl unterbrochen haben, denn Jacey verstummt und hört zu. Ja, das weiß ich. Es ist mir schon klar, dass ich nicht kontrollieren kann, was andere Leute tun. Ich kann nur dafür sorgen, dass ich mich selbst im Griff habe. Sie seufzt. Ich bin dabei, mich in ihn zu verlieben, Matt. Ich habe versucht, mich dagegen zu wehren, aber es geht einfach nicht. Bei ihm steckt mehr dahinter. Irgendetwas hat ihn tief verletzt, aber im Grunde ist er ein guter Kerl. Pause. Und dann begehrt sie auf. Nein, so ist das nicht, Matt. Es ist so wie bei dir, als du Gabe begegnet bist. Du hast auch gewusst, dass er vermutlich nicht gut für dich ist, aber dein Bauchgefühl hat dir gesagt, dass etwas Gutes in ihm steckt. Und so war es auch, Matt. Ich glaube, dass es bei Dominik genauso ist. Wieder eine Pause, in der sich meine Zunge wie Blei anfühlt. Sie ist dabei, sich in mich zu verlieben. Mein Herz hämmert in meiner Brust und ich stehe wie Angewurzelter. Ich kann nicht der Mann sein, den sie in mir zu sehen glaubt. Ich bin kein guter Kerl. Egal, wie sehr ich sie auch mag und wie gern ich mit ihr zusammen bin, ich sehe keinen Sinn mehr darin, die Sache fortzusetzen, da ich ohnehin weiß, wie sie ausgehen wird. Das bin ich ihr schuldig. Wenn sie nicht in der Lage ist, sich selbst vor mir zu schützen, dann muss ich das für sie übernehmen. Ich gehe um die Ecke und Jaycee, die in der Umkleide auf einer Bank sitzt, blickt auf. Als sie mich sieht, werden ihre Augen größer. Ich muss Schluss machen, Matt. Ich ruf dich später nochmal an. Hab dich lieb. Sie steht auf und lässt ihr Handy in die Tasche gleiten. Als sie sich mir zuwendet, liegt ein verdammt weicher und sanfter Ausdruck in ihren Augen, der mich nur noch in meiner Absicht bestärkt, das zwischen uns zu beenden. Und zwar auf jeden Fall und in einer Weise, dass sie nicht einmal versuchen wird, es mir auszureden. Aber dann öffnet sie den Mund und mit den Worten, die sie sagt, habe ich nicht gerechnet. Das mit neulich nachts tut mir leid, Dominik, erklärt sie und sieht mir dabei in die Augen. Ich hätte das mit einer Ex-Freundin nicht ansprechen sollen. Was auch immer zwischen euch beiden geschehen sein mag, es geht mich nichts an. Wir zwei haben einfach nur Spaß miteinander und das war einfach nur blöd von mir, es tut mir leid. Ich bin total überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass sie sich bei mir entschuldigt. Aber womit sie mich wirklich überrumpelt hat, das ist ihre Behauptung, wir hätten nur Spaß miteinander. Obwohl ich gerade mit eigenen Ohren gehört habe, wie sie zu Maddie sagte, dass sie dabei sei, sich in mich zu verlieben. Damit geht unsere Unterhaltung in eine andere Richtung, als ich es eigentlich beabsichtigt hatte. Und ich kann nur nicken. Ich nicke, denn wenn sie unbedingt so tun möchte, als ob das zwischen uns nur was Lockeres ist und nicht zugeben will, dass da Gefühle im Spiel sind, die alles verändern könnten, dann werde ich sie nicht aufhalten. Zumindest noch nicht. Dafür bin ich zu sehr egoist. Also antworte ich. Ja, mir tut's auch leid. Ich habe vermutlich überreagiert. J.C. starrt mich mit offensichtlich gespielter Überraschung an und da ist ein Funkeln in ihren Augen. Hast du dich etwa gerade bei mir entschuldigt? War das dein erstes Mal? Hat das wehgetan? Ich verdrehe die Augen. Das gleiche habe ich von dir gedacht. Aber was soll ich sagen? Ich werde doch nicht an einem Mädchen zweifeln, das sich mit Pumas anlegt. Wie auch immer. Sie stößt mit ihrer Schulter gegen meinen Arm. Aber das war nur ein einziger Puma und ich habe lediglich einen Stein nach ihm geworfen. Kommt das gleiche raus, erwidere ich mit einem schiefen Lächeln und damit lösen sich die Spannungen zwischen uns in Luft auf. Einfach so. Und wir tun mal wieder so, als hätten wir alles unter Kontrolle und seien nichts weiter als Freunde mit gewissen Vorzügen. Damit komme ich klar. Ich bin Schauspieler. So was bekomme ich hin. Das Problem ist nur, dass es sich hierbei nicht um einen Film handelt. J.C. und ich balancieren gerade auf einem sehr schmalen Grad. Bewegen uns auf sehr dünnem Eis. Wenn sich Leute im wahren Leben zu lange auf dünnem Eis bewegen, brechen sie irgendwann ein. Und wenn das passiert, dann stirbt jemand. Da wir nun mal beide gute Schauspieler sind, geben J.C. und ich vor, alles sei wunderbar. Wir unterhalten uns den Rest des Tages immer mal wieder über irgendwelchen Blödsinn, Klatsch und Tratsch, Dinge, die absolut ohne Bedeutung sind. Als es an der Zeit ist, nach Hause zu gehen, will ich sie gerade fragen, ob sie Lust hat, mit mir zu essen, als Jake, Tick und zwei andere Jungs mit mindestens hundert pinkfarbenen Ballons durch die Halle marschiert kommen. Und auf allen steht Happy Birthday. Ich schaue J.C. überrascht an und sie grinst über das ganze Gesicht. Woher wisst ihr das denn? quietscht sie und eilt auf sie zu, um sie zu umarmen. Ich hab's vielleicht nebenbei erwähnt, ertönt eine tiefe Stimme. Die Ballons teilen sich und ein Kerl tritt dazwischen hervor. Er ist groß, hat dunkle Haare und dunkle Augen, die denen von J.C. gleichen. Und seinen Bizeps schmückt ein Tattoo. Lieber tot als ehrlos. Gabe! kreischt sie, rennt auf ihn zu und springt in seine Arme. Wie bist du? Warum bist du? Sie verstummt und er lacht, hält sie mit Leichtigkeit in seinen muskelbepackten Armen. Brand und er sind offensichtlich aus dem gleichen Holz geschnitzt. Habe ich's endlich mal geschafft, dich sprachlos zu machen? fragt er grinsend. Tja, hat ja bloß 24 Jahre gedauert. Hast du wirklich geglaubt, ich würde deinen Geburtstag vergessen? Ich habe deinen Boss angerufen und gefragt, ob ich dich hier überraschen darf. Die Jungs hab ich gleich mit eingespannt. J.C. weicht zurück und sieht ihn an. Aber bei Maddie ist es doch bald mit dem Baby so weit. Du hättest sie nicht allein lassen dürfen. Gabe schmunzelt und stellt seine Schwester auf den Boden ab. Deshalb bin ich ja vorsichtshalber auch nur für einen Abend hergekommen. Ich fliege morgen wieder nach Hause. Aber Maddie lässt dir ihre Glückwünsche ausrichten. Sie wird dich nachher noch anrufen. Das hat sie eben schon getan. Sie wollte nicht mehr länger warten, aber sie hat keinen Pieps verlauten lassen, dass du herkommst. Oh Mann, ich vermisse euch beide so, ruft J.C. und ihr schießen tatsächlich die Tränen in die Augen. Ich dachte, du freust dich, wenn ich zum Gratulieren vorbeikomme, sagt Gabe. Und jetzt holst du mir was vor. Ich werde doch mal ein Tränchen verdrücken dürfen. Immerhin habe ich dich seit Monaten nicht gesehen, erwidert sie. Jetzt bin ich ja hier, beruhigt er sie. Ich werde dich zum Essen ausführen und ich will alles erfahren, was so passiert ist. Brand holt uns ab. Sie machen Anstalten an mir vorbeizuhasten, doch J.C. bleibt stehen und sieht mich an. Gabe? Das hier ist Dominic Kincaid. Der Schauspieler, sagt Gabe und schaut mich, die Augenbraue hochgezogen, an. Ich kann förmlich sehen, was hinter seiner Stirn vor sich geht. Der Beschützerinstinkt des großen Bruders regt sich und er will wissen, in welcher Beziehung ich zu seiner Schwester stehe. Schuldig, erwidere ich und strecke ihm die Hand hin. Eigentlich gehe ich damit nur auf das ein, was er laut ausgesprochen hat. Doch gleichzeitig bekenne ich mich schuldig, was die Frage angeht, die ich in seinen Augen sehe. Ja, ich habe unanständige Sachen mit deiner Schwester gemacht und nein, ich bereue es nicht. Und ich habe auch keine Angst vor dir. Vermutlich sieht er das alles in meinen Augen, so wie ich all die Fragen in seinen sehe. Gabe Vincent, sagt er höflich und schüttelt mir die Hand. Freut mich, Sie kennen zu lernen. Brand hat mir viel von Ihnen erzählt und davon, wie Jaycee und Sie hier gelandet sind. Shit. Meine Miene bleibt gelassen. Das war eine ziemlich verkorkste Nacht und es tut mir leid, dass Jaycee in die Sache verwickelt wurde. Gott sei Dank haben wir unsere Sozialstunden bald abgeleistet und können vergessen, dass es jemals passiert ist. Jaycee starrt mich an. Und da ist ein gekränkter Ausdruck in ihren Augen, denn es klingt so, als würde ich damit sagen, ich wolle auch Sie vergessen. Ich verspüre Gewissensbisse, was noch zu der Tatsache hinzukommt, dass ich keine Ahnung hatte, dass heute Ihr Geburtstag ist. Aber ich sage nur, was Ihr Bruder hören will. Gabe nickt. Hat mich gefreut. Und damit verschwinden Sie durch die Tür. Ich folge Ihnen, um zu meinem eigenen Wagen zu gehen und trete genau in dem Moment nach draußen, als Jaycee ein weiteres Mal einen Schrei ausstößt. Was zum Henker ist denn jetzt schon wieder? Brand fährt in einem kleinen roten Honda Civic vor. Er sieht aus wie ein Gorilla in einer Seifenkiste, berührt mit dem Kopf die Decke, aber die Sache ist klar. Entweder er oder Gabe haben Jaycee zum Geburtstag ein Auto gekauft. Sie springt herum wie eine Verrückte, umarmt die beiden und kreischt wie ein Kind. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Sie weint und lacht gleichzeitig und Gabe grinst. Hast du etwa gedacht, ich würde dich weiter mit diesem gemeingefährlichen Schrotthaufen durch die Gegend fahren lassen? Herzlichen Glückwunsch, Schwester Herz. Sie umarmt erst ihn und dann Brand. Als ihr zu Brand aufblickt, die Arme um seinen Nacken gelegt und sie ihn ansieht, als wäre er ein verdammter Held oder sonst was, da spüre ich, wie sich mein Magen zusammenzieht. Oh Mann! Er drückt sie mit seinen großen Händen an sich und Gabe erwischt mich dabei, wie ich die beiden beobachte. Ich kann in seinen Augen erkennen, dass er sieht, was ich sehe. Brand ist in seine Schwester verliebt. Ob JC dies immer noch ableugnet, ist mir nicht klar. Komm schon, Jace. Gabe zieht sie von Brand weg. Lass uns was essen, du bekommst auch ein paar Cupcakes zum Nachtisch. Sie steigen in Jaces neuen Wagen und fahren davon. Joe steht hinter mir und gemeinsam blicken wir ihnen nach. Diese Jungs haben Orden für ihre Einsätze in Afghanistan bekommen, sagt er. Das sind gute Leute, zu denen JC da gehört, mein Junge. Ich mache mir nicht die Mühe, ihn daran zu erinnern, dass ich nicht sein Junge bin. Dieses Mal stört es mich weniger als gewöhnlich. Was vermutlich damit zu tun hat, dass Joe mich jetzt tatsächlich zu mögen scheint. Da haben Sie recht, stimme ich ihm zu und mache mich auf den Weg zu meinem Wagen. Bloß schade, dass einer von Ihnen in sie verliebt ist. Warten Sie, Kincaid, ruft Joe. Ich bleibe stehen und drehe mich zu ihm um. Ich weiß, was Sie getan haben. Wie bitte? Frage ich und sehe ihn verwirrt an. Im ersten Moment schießt mir der Gedanke durch den Kopf, dass er herausgefunden hat, dass ich mich mit JC treffe, aber so ist es nicht. Ich weiß, dass Sie meine Steuerschulden bezahlt haben, sagt Joe und durchbohrt mich mit seinem Blick. Versuchen Sie gar nicht erst, es zu leugnen. Das kann kein anderer gewesen sein. Sie haben zufällig mitbekommen, wie ich mit dem Finanzamt telefoniert habe. Das streite ich auch gar nicht ab, erwidere ich ebenso bestimmt meine Hand an der Türklinke des Wagens. Ich wollte nicht, dass der Laden hier geschlossen wird. Ich habe es nicht so mit dem ganzen Benefizkram. Deshalb war das ebenso etwas für Sie wie für mich. Aber ich bin kein Sozialfall, erklärt mir Joe stolz. Ich werde Ihnen alles bis auf den letzten Cent zurückzahlen. Das müssen Sie nicht, erwidere ich rasch. Es war ja mein Wunsch, es zu tun. Wie dem auch sei, sagt Joe, ich muss es tun und das werde ich auch und glauben Sie bloß nicht, dass Sie jetzt deshalb hier eine Sonderbehandlung kriegen. Sie müssen trotzdem pünktlich sein und dürfen keinen Tag verpassen. Ich werde Sie nämlich deshalb bestimmt nicht mit Samthandschuhen anfassen, kapiert? Kapiert, erwidere ich trocken. Wäre mir auch nicht im Traum eingefallen. Und das stimmt sogar. Joe bevorzugt niemanden und der Typ kann mich nicht mal jetzt richtig leiden. Ich steige in meinen Wagen. Doch bevor ich die Tür schließen kann, sagt Joe noch einmal meinen Namen. Ich blicke zu ihm auf. Er starrt mich mit seinen blassblauen Augen an. Danke, sagt er. Ich weiß, dass es ihm schwer gefallen sein muss, das zu sagen, daher nicke ich nur und fahre davon, ohne eine große Sache daraus zu machen. Ich bin allerdings überrascht, wie gut es sich anfühlt, ihm geholfen zu haben. Ich komme mir wahrhaftig edelmütig vor und das Gefühl ist neu für mich. Ich fahre eine Weile ziellos umher, bevor ich mir ein Sandwich kaufe. Eine innere Unruhe treibt mich an und ich weiß auch, warum. Ich will wissen, was zwischen Brandt und Jaycee los ist. Geht mich das überhaupt was an? Absolut nicht. Denn eigentlich sollte es mir egal sein, aber was zum Teufel mögen sie gerade treiben? Ich benehme mich lächerlich, ich weiß, wie ein eifersichtiger Teenager, aber zugleich komme ich mir auch wie ein Arschloch vor, weil ich das mit ihrem Geburtstag nicht gewusst habe. Das Mädchen hat ihr Leben für mich riskiert, verdammt nochmal. Da sollte ich doch wenigstens wissen, wann ihr Geburtstag ist. Aber besser spät als nie. Ich zücke mein Smartphone, scrolle mich zu dem nächsten Blumenladen durch und rufe dort an. Nach fünf Minuten lächle ich ins Telefon. Großartig, das ist genau das, was ich will, sage ich. Und auf den Einwand der Verkäuferin füge ich hinzu, ja, ich weiß, dass es sich um einen ungewöhnlichen Wunsch handelt und dass die meisten Leute auch die Stiele mögen. Dann mache ich mich auf zur nächsten Bar und trinke zwei Whisky, bevor ich zu Jaycees Haus fahre. Sie hat keine Ahnung, dass ich komme. Und ich habe keine Ahnung, wann sie wieder da sein wird, denn wir haben uns nichts gesimst. Ich weiß nur, dass ich auf sie warten werde, bis sie zurückkommt. Das heißt, ich und ein Garten voller Blütenblätter. Ich stehe an ihrem Tor und blicke lächelnd auf ihren winzigen Vorgarten. Er ist völlig mit einer mehreren Zentimeter dicken Schicht von rosa farbenen Rosenblättern bedeckt. Ich kann ihren Duft riechen. Der Wind verteilt einige Blätter auf den Gehweg und trägt ihren Duft mit sich fort. Es erinnert an ein abstraktes Gemälde oder an einen Traum. ihren Traum. Ich setze mich auf die Veranda und warte. Die Zeit vertreibe ich mir mit meinem Smartphone und es ist beinahe dunkel, als ich ihre Stimme höre. Ich hebe den Kopf und sehe sie mit Brand über den Gehweg auf das Haus zukommen. Du hättest mich nicht extra nach Hause begleiten müssen, sagt Jaycee und lächelt zu ihm auf. In mir zieht sich alles zusammen, als ich den Ausdruck auf ihrem Gesicht sehe. Ich habe mich von meinem Bruder schon oft genug verabschiedet, als ihr Jungs noch beim Militär gewesen seid. Mir geht's gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen, erwidert Brand ruhig. Ich weiß, dass es schwer ist, Jayce. Ich weiß, dass du dich hier allein fühlst, aber das bist du nicht. Ich bin immer noch da. Sie bleibt mitten auf dem Gehweg stehen und keiner von ihnen hat mich bislang bemerkt. Jaycee stellt sich auf die Zehenspitzen und küsst Brand auf die Wange. Ich weiß, sagt sie mit sanfter Stimme. Das bist du immer gewesen. Vielen Dank für einen wunderbaren Geburtstag, Brand. Gern geschehen. Der Blick, mit dem er auf sie hinabsieht, hat etwas gefährlich Intimes an sich und das verkrafte ich nicht. Ich räuspere mich und sie fahren beide zusammen und sehen mich überrascht an. Dominik, ruft Jaycee, tritt von Brand weg und spät durch die Dunkelheit zu mir herüber. Ich habe deinen Wagen gar nicht gesehen. Was machst du denn hier? Und dann bemerkt sie die Veränderung in ihrem Vorgarten. Oh mein Gott, haucht sie und ihre Augen werden groß. Warst du das? Ich nicke. Tut mir leid, dass ich nichts von deinem Geburtstag wusste. Sie richtet ihren staunenden Blick auf mich. Und da hast du mir meinen Traum erfüllt. Dir ist schon klar, dass du für den Tod unzähliger Rosen verantwortlich bist, oder? Aber mein Gott, das ist wunderschön. Ich versuche, den ehrfürchtigen Ausdruck in ihren Augen zu ignorieren. Ich bin vorbeigekommen, weil ich dich fragen wollte, ob du Lust hast, mit mir abzuhängen und deinen Geburtstag zu feiern. Ich hatte ja keine Ahnung, dass du immer noch beschäftigt sein würdest. Ich blicke zu Brand hinüber und wieder zurück zu Jaycee. Sie schüttelt den Kopf. Brand hat mich nur nach Hause gebracht. Er hat sich Sorgen gemacht, dass ich den Abschied von meinem Bruder schwernehmen könnte. Er vergisst ständig, dass ich inzwischen ein großes Mädchen bin. Sie lacht und Brand blickt gequält drein. Ich weiß, dass er sich nur allzu sehr bewusst ist, dass sie inzwischen ein großes Mädchen ist, behalte das aber für mich. Stattdessen versuche ich schnell, mir etwas einfallen zu lassen, was ich mit Jaycee unternehmen könnte, etwas, wohin ich sie einladen könnte, das nach einem Date aussieht. Ich möchte Brand klar machen, dass Jaycee nicht ihm gehört. Ich lächle, denn mir fällt etwas ein. Ich wollte eigentlich mit meinem Wagen ein paar Runden auf der Piste drehen, um Dampf abzulassen. Hättest du Lust, mitzukommen? Jaycee scheint fasziniert zu sein. Auf die Rennpiste? Warum nicht? Das macht bestimmt Spaß. Ich probiere alles mal aus, aber nur, wenn ich auch mal fahren darf. Ich verdrehe die Augen. Meinst du nicht, du wärst mit dem Wagen überfordert? Ich tue so, als sei Brand gar nicht da, aber Jaycee wendet sich ihm zu und küsst ihn erneut auf die Wange. Nochmals vielen Dank, großer Bruder, sagt sie zu ihm und ich schwöre bei Gott, dass er dabei zusammenzuckt. Ich muss mir ein Grinsen verkneifen. Wir sprechen uns später. Dann wendet sie sich wieder mir zu. Ich muss nur noch mal kurz aufs Klo, dann bin ich einsatzbereit. Sie flitzt ins Haus und lässt mich mit Brand allein. Er starrt mich mit durchdringendem Blick an und ich seufze. Ich wusste, dass das irgendwann mal passieren würde, also kann ich es auch jetzt gleich hinter mich bringen. Hast du ein Problem mit mir? Frage ich ihn. Brand sieht mich unverwandt an und ich muss zugeben, dass er mit seiner Größe ein ziemlich beeindruckender Kerl ist. Aber das schert mich ein Dreck. Ich lasse mich von niemandem einschüchtern. Wieso fragst du? erkundigt er sich und ich bemerke, dass seine Lippe vor Belustigung zuckt. Ich begreife allerdings nicht, was so lustig sein soll. Weil es offenkundig ist, erwidere ich gelassen. Mir ist nur nicht ganz klar, warum, da mir Jaycee erzählt hat, dass ihr beide nur Freunde seid und sie einen großen Bruder in dir sieht. Damit habe ich einen Nerv getroffen. Aber das war auch meine Absicht. Ein Schatten huscht über sein Gesicht, er gesteht den Grund dafür jedoch nicht ein. Ich kenne sie schon sehr lange, sagte er stattdessen, und ich gebe auf sie Acht, vergiss das nicht, mein Freund. Wir sind keine Freunde, halte ich ihm als das Arschloch, das ich nun mal bin, entgegen. Wir haben uns ja gerade erst kennengelernt. Brand nickt bedächtig. Stimmt. Aber wir sind auch keine Feinde, zumindest noch nicht. Und dabei würde ich es auch gern belassen. Wie sieht es mit dir aus? Da ist nichts Drohendes in seiner Stimme, eher so etwas wie ein Versprechen. Er will mir damit sagen, dass ich ihn mir zum Feind mache, wenn ich Spielchen mit Jaycee treibe. Was bestimmt keine angenehme Sache wäre, da bin ich mir sicher. Ist angekommen, bestätige ich. Belassen wir es dabei. Er starrt mich noch einen Moment länger an, bevor er davon geht. Er steigt in seinen Pickup, fährt aber nicht los. Offenbar will er warten, bis wir weg sind. Es scheint, als würde es ihm nicht gefallen, Jaycee allein mit mir zurückzulassen. Der Gedanke lässt mich erneut grinsen. Was ist? fragt Jaycee, als sie ihre Handtasche auf den Boden des Wagens wirft. Nichts, erwidere ich und lege den Gang ein. Bist du soweit? Sie nickt, und wir fahren los. Brand folgt uns für eine Weile in seinem Pickup. Ich kann spüren, wie sich sein Blick in meinen Nacken brennt. Aber als ich das nächste Mal in den Rückspiegel schaue, ist er weg. Bist du öfter auf Rennpisten unterwegs? fragt Jaycee neugierig. Mach ich schon seit Jahren, erwidere ich. Ich liebe die Geschwindigkeit. Wir halten an einer roten Ampel und ich lasse den Motor aufheulen. Als sie auf grün umschaltet, bringe ich die Reifen zum Quietschen und wir schießen wieder blitzlos. Als ich für einen Moment zu Jaycee hinübersehe, sitzt sie ganz entspannt da und schaut aus dem Fenster. Nichts? frage ich sie. Keine Reaktion, welcher Art auch immer? Sie kichert. Hast du etwa gedacht, ich würde mir vor Angst in die Hose machen? Da kannst du lange warten. Ich bin mit Gabe und Brand aufgewachsen und die beiden haben so einige idiotische Sachen mit ihren Wagen angestellt und ich war meistens dabei. Ich fürchte mich nie. Zumindest nicht, wenn ich dem Fahrer vertraue. Ich werfe ihr einen kurzen Blick zu, ehe ich die Augen wieder auf die Straße richte. Und du vertraust mir, du Dummerchen? Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe, erwidert sie. Offensichtlich, sage ich. Ein Song von Sin wird im Radio gespielt und ich drehe die Lautstärke auf. Für den Rest des Weges haben wir seine Stimme in den Ohren und fühlen den gleichmäßigen Rhythmus von Dunkons Schlagzeug. Es ist einer von Sins langsameren Songs, ein düsteres Liebeslied. Und als ich zu Jaycee hinübersehe, hat sie ihre Augen geschlossen und bewegt die Lippen zu den Worten. My soul is black, black as night, but you love it anyway. Your heart is cold, cold as ice, but it's mine to take. I'll take it and crush it because that's what I do. And you'll ask for more? Because that's you. Als ich sehe, wie diese düsteren Worte sie berühren, spüre ich, wie sich etwas in meiner Brust zusammenzieht. Es kommt mir so vor, als würde sie verstehen, was er da singt, weil sie es selbst schon erlebt hat, aber im Gegensatz zum Rest von uns unbeschadet davongekommen ist und sich ihre Unschuld bewahrt hat. Und deshalb beneide ich sie, ehrlich gesagt. Als wir aussteigen, erwähne ich den Song. Ich habe es hin schon einige Male gefragt, was dieser verdammte Text zu bedeuten hat, aber er schüttelt nur immer den Kopf und sagt, dass ich es wohl nie kapieren werde. Er hält sich für einen echten Künstler und die Musik für seine Leinwand. Eigentlich war das eine scherzhafte Stichelei gegen meinen Bruder, aber JC blickt auf und sieht mich erstaunt an. Du verstehst nicht, worum es in diesem Song geht? Das ist doch einfach. Es geht um einen kaltherzigen Typen, der die Leute benutzt, wie es ihm in den Kram passt. Vor allem Frauen. Einen Typen, der nichts fühlt. Ich dachte, Sin hätte diese Zeilen über dich geschrieben. Ich bleibe wie angewurzelt stehen und starre sie an. Hältst du mich denn für kaltherzig? Ich weiß nicht, warum mich das auch nur im Geringsten kümmert, aber irgendwie gefällt mir der Gedanke ganz und gar nicht. Doch JC schüttelt bereits den Kopf. Nein, das tue ich nicht, aber ich glaube, du schon. Und ich glaube auch, dass du dich jeden Tag anstrengst, deiner Vorstellung von dir selbst gerecht zu werden. Du solltest dir einfach mehr zutrauen. Mach dich nicht zu schlecht. Ich fühle, wie meine Augen groß werden, bekomme mich aber rasch wieder in den Griff, schüttle den Kopf und verberge meine Gedanken. Meinetwegen, Dr. Vincent, vielleicht solltest du das Kellnern an den Nagel hängen und Seelenklempnerin werden. Vielleicht werde ich das sogar, schnaubt sie. Ich bin ziemlich gut darin, andere Leute zu durchschauen, aber was soll's. Sie öffnet die Tür. Und was machen wir jetzt? Ich bin noch nie hier gewesen. Du warst noch nie auf dieser Piste? Bevor der Satz ganz gesagt ist, fällt mir JC auch schon ins Wort. Mein alter Wagen hat das nicht mal bis zur Arbeit geschafft, Dominik, von einer Rennpiste ganz zu schweigen. Da ist was dran, murmel ich. Aber du hast ja jetzt, Gott sei Dank, einen neuen. Wir müssen uns erst mal anmelden, dann kriegen wir einen Helm und einen Rennanzug und die Mechaniker werfen einen Blick auf den Wagen. Danach kann's losgehen. Es ist schon ziemlich spät, da wird es nicht mehr sehr voll sein. JC nickt. Und wir machen uns auf den Weg zum Clubhaus. Innerhalb von einer Viertelstunde stecken wir in unseren Anzügen, sind angeschnallt und warten auf die grüne Fahne. Machst du das oft? will JC von mir wissen, deren Stimme durch den Helm ein wenig gedämpft klingt. Ich nicke. Immer wenn ich in der Stadt bin, hilft mir dabei, Stress abzubauen. Wenn ich hier rauskomme und das erste Mal Gas gebe, bemerke ich, wie alles von mir abfällt. Die grüne Flagge senkt sich und ich gebe Vollgas. Der Motor heult auf, als ich mit Zwischengas hochschalte und mein Fuß zu vibrieren beginnt. JC hält sich an der Tür fest, ihre Augen funkeln vor Begeisterung. Wie schnell können wir fahren, ruft sie. Wie schnell willst du denn, erwidere ich und schalte in den dritten Gang. Wir schießen davon, schlängeln uns durch die Kurven. Der Wagen liegt satt auf der Straße. JC lacht. Ihr Kopf wird durch die Geschwindigkeit gegen die Kopfstütze gedrückt. Schneller, fordert sie. Ich gehorche. Die Strecke ist wie leergefegt und das macht es leichter, Gas zu geben und einfach loszubrettern. JC ist völlig unbeeindruckt von dem Tempo, der Gefahr, die damit verbunden ist und das gefällt mir. Ehrlich gesagt sogar höllisch gut. Keine Ahnung warum. Ich finde es einfach toll, dass sie in der Lage ist, all ihre Sorgen zu vergessen und die Freiheit zu genießen, die die Geschwindigkeit bringt und dabei darauf vertraut, dass ich nicht die Kontrolle verliere. Dies ist zumindest ein Bereich, wo ihr Vertrauen in mich angebracht ist, denn ich verliere sehr, sehr selten die Kontrolle, egal worum es auch geht. Sie sieht lachend zu mir herüber. Ich möchte auch mal ans Steuer, darf ich? Ich denke nicht eine Sekunde lang darüber nach, dass dieser Wagen mehr kostet, als JC vermutlich in mehreren Jahren als Kellnerin verdienen kann. Und ich denke auch nicht darüber nach, dass sie noch nie einen Wagen mit so viel PS gefahren hat. Das Einzige, woran ich denke, ist, dass sie es gern tun würde. Ich fahre auf der nächsten geraden rechts ran. Du hast zu wenig Erfahrung mit einem solchen Wagen, um eine Kurve zu nehmen, aber du kannst diese gerade fahren. Gib Vollgas, wenn du möchtest, aber fang an dem gelben Schild da hinten an abzubremsen, okay? Sie nickt und wir wechseln die Plätze. Mein Sicherheitsgurt ist kaum eingerastet, da quietschen auch schon die Reifen. Ich grinse, als wir die gerade entlang fahren. Dieses Mädchen kennt keine Angst. JC schaltet fehlerfrei hoch, der Schalthebel gleitet flüssig von einem Gang in den nächsten, so als fahre sie schon ihr ganzes Leben lang Autorennen. Als wir an dem gelben Schild vorbeikommen, leuchtet der Tacho auf. »290«, gräht sie, bevor sie vom Gas geht. Wir halten an und sie zieht sich den Helm vom Kopf und zerrt an meinem. Dann beugt sie sich zu mir herüber und gibt mir einen stürmischen, ungestümen Kuss. Der Rausch der Geschwindigkeit törnt sie an. Ich erwidere den Kuss, denn ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich spüre es jedes Mal, wenn ich mich hier hinter das Steuer setze. Als sie schließlich zurückweicht, glänzen ihre Augen. Das war geil, einfach nur geil, verkündet sie. Jetzt verstehe ich, warum dir das gefällt. Lass es uns noch mal machen. Ich schmunzle, öffne aber meine Tür. Das geht nicht. Der Club schließt bald und wir müssen wieder zurück. Lass mich fahren, Andretti. Jayce gibt nur unter Protest nach. Auf dem Weg zum Clubeingang werfe ich ihr einen Blick zu. Das mit Brandt und dir, was ist da eigentlich los? Jayce starrt mich an und ihr Gesicht nimmt einen verschlossenen Ausdruck an. Was soll da los sein? Ich steuere den Wagen konzentriert durch eine Kurve, bevor ich antworte. Du hast behauptet, er sei wie ein Bruder für dich, aber für jeden, der euch beobachtet, ist es sonnenklar, dass er mehr für dich empfindet. Es mag sein, dass er einmal brüderliche Gefühle für dich hatte, aber du bist inzwischen erwachsen geworden und er hat sich in dich verliebt. Jayce schluckt und blickt zu Boden. Offensichtlich ist dies keine Neuigkeit für sie. Du hast es gewusst, sage ich und spüre, wie mein Herz zu Eis wird. Ich hatte gehofft, dass sie nicht so kaltherzig sein könnte. Du hast es gewusst und hast ihn ausgenutzt. Ihr Blick schnellt in die Höhe und sie sieht mich mit funkelnden Augen an. Nein, so ist das nicht. Ich habe einfach nicht glauben wollen, dass es stimmt. Aber in letzter Zeit habe ich es nicht mehr ignorieren können. Mir ist klar, dass du recht hast, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich liebe ihn wie einen Bruder und er ist immer für mich da gewesen. Ich möchte einfach nicht, dass sich irgendetwas ändert, aber ich nutze ihn nicht aus. Ich bin erleichtert, versuche aber, dies zu ignorieren. Also, erwiderst du seine Gefühle nicht? Frage ich vorsichtig, als ich den Wagen vor das Clubhaus fahre. JC seufzt und blickt in den Nachthimmel hinauf. Ich wünschte, ich würde es. Das würde die Sache so viel leichter machen. Brand könnte mir nie wehtun. Niemals. Eher würde er sterben. Und das ist die Art von Mann, die ich brauche. Manchmal kommt es mir so vor, als sollte ich mich einfach auf ihn einlassen. Vielleicht würde ich ihn ja mit der Zeit lieben lernen. Er hat es auf jeden Fall verdient, dass man ihn liebt. Aber eben weil das so ist, verdient er mehr, als ich ihm zu geben vermag. Das Gefühl kenne ich. Gestehe ich ihr zu meiner eigenen Verwunderung. JC starrt mich an und ihre Stimme klingt zögerlich. Was willst du damit sagen? Dass ich dich mag. Jeden Tag ein bisschen mehr. Das war nie meine Absicht, denn ich weiß, was passiert, wenn man sich einem anderen Menschen öffnet. Man wird verletzt. Oder man verletzt den anderen. Die Welt ist voller Menschen, die einander wehtun, JC. Und das will ich nicht. Nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, wieso ich unsere Unterhaltung in eine so düstere, ernste Richtung gelenkt habe. Wollte ich mich nicht ganz locker und normal verhalten? Aber tief drinnen muss ich mir eingestehen, dass ich die Vorstellung von der Unvermeidlichkeit des Ganzen einfach nicht mehr aushalte. Ich halte es nicht mehr aus, so zu tun, als sei alles in Ordnung, da ich weiß, dass eines Tages in nicht allzu ferner Zukunft alles zusammenbrechen wird. Gerade jetzt kann sogar ich die Leere in meiner Stimme hören und JC hört sie auch. Ihr Blick ist immer noch auf mich gerichtet. Wer hat dir wehgetan, Dominik? fragt sie sanft. War es Emma? Wie immer legt sich bei der Erwähnung ihres Namens ein Schraubstock um mein Herz. Ich schließe die Augen und weigere mich zu antworten. Ich weiß, dass Emma dir wehgetan hat, fährt JC fort, nicht bereit nachzugeben. Ich habe keine Ahnung, auf welche Weise, aber ich weiß, dass sie es getan hat. Du darfst dich aber deshalb nicht so verschließen, Dominik, sonst wird es dich irgendwann innerlich auffressen. Ich öffne die Augen und schaue sie düster an. Das tut es ohnehin. Also willst du einfach so weitermachen wie bisher, weil du dich dadurch sicher fühlst? fragt JC und klingt traurig und distanziert. Ich weiß, dass das, was auch immer mit Emma geschehen ist, bestimmend für dich gewesen ist, bestimmend für dein Liebesleben, deine Karriere und auch für alles andere. Es ist der Grund, warum du die Gesellschaft anderer meidest und so unnahbar bist. Du versuchst, dich zu schützen, indem du dich verschließt. Aber das solltest du nicht tun. Das ist ungesund. Das weiß ich nur zu gut. Willst du wissen, wieso ich das weiß? Sie sieht mich abwartend an, also nicke ich schließlich. Obwohl ich heute Geburtstag habe, hat sich weder meine Mutter noch mein Vater die Mühe gemacht, mich anzurufen. Ich habe auch keine Karte bekommen. Kein Geschenk. Nicht mal ein »Hey, wir haben dich heute vor 24 Jahren auf die Welt gebracht, also viel Spaß beim Feiern«. Ich habe nichts von ihnen gehört. Deshalb war Gabe hier. Er wusste, dass sie sich nicht melden würden. Und er wollte mich wie immer davor schützen. Aber das kann er nicht. Denn auch wenn er hier gewesen ist und ich mich tierisch darüber gefreut habe, macht es nicht ungeschehen, dass sie nicht einmal angerufen haben. Und obwohl sie schreckliche Eltern sind und mir andauernd wehtun, weiß ich, dass ich mich deshalb nicht verschließen darf. Denn dadurch würde ich mir am Ende nur selbst schaden, Dominik. Es tut mir wirklich leid für Jaycee. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es sein muss, Eltern zu haben, die sich einen Scheißdreck um einen scheren. Und auch wenn mich Gabe ganz offensichtlich nicht besonders gut leiden kann, bin ich doch froh, dass er für seine Schwester ein Fels in der Brandung ist. Aber ich frage mich dennoch, welche Parallelen Jaycee hier zu ziehen versucht. »Was hat das Ganze mit mir zu tun?« erkundige ich mich steif. »Was willst du damit beweisen?« »Dass du, obwohl deine Eltern bei dir Mist gebaut haben, trotzdem versuchst, das Ganze zu überwinden? Denn wenn das so ist, dann ist das schön für dich.« Jaycee schüttelt den Kopf. »Ich möchte, dass du verstehst, was ich gelernt habe. Denn genau das musst du auch lernen. Ich habe eine Weile dafür gebraucht und, ehrlich gesagt, versuche ich immer noch mit der ganzen Sache fertig zu werden. Aber auch wenn wir nicht in der gleichen Lage sind und auf verschiedene Arten auf die jeweiligen Umstände reagiert haben, so versuchen wir doch mit der gleichen Art von Schmerz umzugehen.« Sie hält inne und ich starre sie zweifelnd an. »Es stimmt, Dom. Menschen haben uns wehgetan. Aber wir müssen begreifen, dass das im Leben nun einmal passiert und darüber hinwegkommen. Wir müssen weitermachen und versuchen, uns den Menschen zu öffnen. Vielleicht werden wir dabei wieder verletzt. vielleicht aber auch nicht und wir finden zu einer echten Beziehung.« Da ich nichts darauf sage, fährt J.C. fort. »Wenn sich nichts ändert, dann wirst du traurig und allein enden. Und ich möchte nicht, dass dir das passiert. Das muss nicht sein. Da ist etwas zwischen uns und ich weiß, dass du es auch fühlst. Wir haben hier die Chance auf etwas, das mehr ist als nur eine lockere Beziehung, auch wenn wir beide so tun, als ob es anders wäre. Ein kräftiges Klopfen an der Scheibe unterbricht sie und damit ist der Moment zerstört. Ein Angestellter der Rennstrecke reicht mir das Klemmbrett, auf dem ich mich mit meiner Unterschrift austrage. Dann lasse ich den Motor wieder aufheulen und fahre mit klopfendem Herzen, was ich zu ignorieren versuche, zu J.C.'s Haus zurück. Jetzt ist es damit vorbei, sich etwas vorzumachen. J.C. hat die Dinge offen angesprochen. Es herrscht ein peinliches, angespanntes Schweigen. Ich spüre, dass sie mich von Zeit zu Zeit ansieht. Sie wartet auf eine Reaktion von mir, aber ich sage nichts und sie hält sich nun auch zurück. Als ich vor ihrem Haus halte, mache ich keine Anstalten, auszusteigen. Tut mir leid, sage ich kurz angebunden. Ich kann das jetzt gerade nicht. Ich bin müde. Gute Nacht, J.C. Ich versuche wieder einmal, das Unabänderliche hinaus zu zögern. Sie will aussteigen, hält dann jedoch inne und sieht mich an. Mit einer kühlen Hand streicht sie mir über die Wange und ich verspüre den Drang, mein Gesicht in ihre Handfläche zu schmiegen. Doch das tue ich nicht. Ich bleibe steif sitzen. Wenn du jemals darüber reden willst, Dom, dann bin ich für dich da, sagt sie leise. Ich verspreche dir auch, niemandem davon zu erzählen. Ich werde einfach nur zuhören. Sie sagt es mit einer Aufrichtigkeit, die tief aus ihrem Herzen zu kommen scheint, so dass ich Mühe habe zu atmen. Sie verlangt nichts von mir, ist nur besorgt um mich. Danke für das Angebot, sage ich, aber ich weiß, unterbricht sie mich. Warum kommst du nicht rein? Wir müssen ja nicht reden. Wir könnten uns zum Beispiel einen Film ansehen. Ich möchte nicht, dass du allein bist. Ich mache mir erst gar nicht die Mühe, ihr zu antworten, dass ich immer allein bin, selbst wenn ich mich in der Gesellschaft anderer Menschen befinde. Stattdessen schüttle ich den Kopf. Nicht heute Nacht. Ich glaube, ich sollte besser gehen. Alles Gute zu deinem Geburtstag, Jesse. Ich freue mich, dass du deinen Bruder gesehen hast. J.C. zögert, steigt dann aber aus, schließt die Wagentür und rührt sich nicht von der Stelle. Als ich sie ansehe, wie sie so wunderschön und still dasteht, wird mir klar, was ich zu tun habe. Meine Kehle ist mit einem Mal wie zugeschnürt. Aber wenn ich es jetzt nicht tue, wird es zu spät sein, und ich werde sie zerstören. Ausnahmsweise werde ich mal das Richtige tun. Mich anständig verhalten. J.C., ich werde dir niemals das geben können, wonach du dich sehns. Du willst einen Mann, der offen ist, der über seine Gefühle spricht, der an deinem Leben teilnimmt. So ein Mann bin ich aber nicht und werde es auch niemals sein. Wir müssen Schluss machen, denn du bist wieder mal dabei, auf den Falschen reinzufallen. J.C. keucht leise auf und steht für einen Moment, wie er starrt da. Aber dann beugt sie sich vor und sieht mich an, einen gequälten Ausdruck in ihren Augen. Wovor hast du Angst, Dominik? Ernsthaft, sag es mir! Ich starre sie an. Vor allem, sage ich. Und dann fahre ich davon. Wie kommt es nur, dass ich schon wieder Mist gebaut habe? Ich habe mich jemandem geöffnet, der Angst vor Gefühlen und wahrer Intimität hat und so viel emotionalen Ballast mit sich herumträgt, dass er die Übersicht verloren hat. Er ist unnahbar, distanziert und unfähig, mir zu geben, was ich brauche. Und was noch viel schlimmer ist, er hat nie versucht, es zu verbergen und er hat es mir von vornherein gesagt. Und trotzdem habe ich mich in ihn verliebt. Und es bricht mir das Herz, dass er gegangen ist. Denn ich dachte wirklich, dass er anders ist. Dass er tief drinnen ein guter Kerl ist und ich ihn retten könnte. Aber wieder einmal habe ich geglaubt, jemanden retten zu können, der offensichtlich nicht zu retten ist. Das habe ich mir selbst eingebrockt. Ich greife mir ein paar Boxhandschuhe und beginne, auf einen Sack einzuschlagen. Das weckt die Aufmerksamkeit von Jake und Tick, die herüberkommen, um zuzuschauen. Während Tick nur zusieht, hält Jake den Sack fest. Mein Fuß tut immer noch weh, daher kann ich nicht treten, aber ich lasse meine Aggressionen an den Schlägen heraus, bis ich völlig verschwitzt bin. Als ich schließlich nicht mehr kann, starb Jake mich an. Stimmt was nicht, Jaycee? fragt er zögernd, was mir ein Lächeln entlockt. Ist das so offensichtlich? Naja, erwidert er, ich dachte schon, du haust den Sack vom Haken. Ich bin nur froh, dass er es abgekriegt hat und nicht ich. Ich kichere, sage aber nichts darauf, ziehe mir nur die Handschuhe aus. Da es keinen Umkleideraum für Frauen gibt, muss ich mit dem Duschen und Umziehen warten, bis ich zu Hause bin. Nachdem ich mir meine Tasche geschnappt habe, gehe ich im Korridor an Dominic und Joe vorbei. Sind sie am Wochenende wieder in Kalifornien, erkundigt sich Joe gerade bei Dom. Dominic nickt, und das bricht mir das Herz, und es macht mir nur noch mehr bewusst, dass wir jetzt wirklich getrennte Wege gehen. Ja, sagt er, und ehe sie mich noch mal darauf hinweisen, ich weiß, dass ich am Montag nicht zu spät sein darf, weil ich mir sonst gar nicht mehr die Mühe machen muss, herzukommen. Joe lacht in sich hinein, und ein Teil von mir freut sich, dass er sich endlich für Dominic zu erwärmen scheint. Aber der andere Teil ist niedergeschmettert, weil mich Dom kaum eines Blickes würdigt. Zwei Tage sind seit meinem Geburtstag vergangen. Zwei Tage seit Dominic mit mir Schluss gemacht und so gut wie kein Wort mit mir gesprochen hat. Keine SMS, kein Anruf, praktisch keine Unterhaltung bei der Arbeit. Er ist wie eine große, schweigende Wand. Joe macht sich auf den Weg in sein Büro, und Dom kehrt mir ostentativ den Rücken zu, um nicht mit mir reden zu müssen. Überraschenderweise beschließe ich, loszulassen. Wenn ich eines in diesem Leben kapiert habe, dann, dass man niemanden dazu bringen kann, einen zu lieben oder zu mögen oder mit einem zusammen sein zu wollen. Das ist eine Lektion, die ich gründlich und auf die harte Tour gelernt habe. Doch das nimmt dieser Zurückweisung noch lange nicht den Stachel. Als Dominic beinahe an seinem Wagen angekommen ist, rufe ich seinen Namen. Er dreht sich um, sagt keinen Ton, sieht mich aber fragend an. Fick dich, sage ich mit Nachdruck. Ein Mundwinkel zuckt, doch er sagt kein Wort, lässt sich in seinen Porsche fallen und fährt davon, sodass ich allein zurückbleibe. Wie passend. Aber ich kann ihm nicht einmal böse sein, und das macht mich nur noch wütender. Dominic hatte mich von Anfang an vor der Gefahr einer emotionalen Bindung gewarnt und mir geraten, Gefühle außen vor zu lassen. Ich werde dich, ohne es zu wollen, zerstören, hatte er gesagt. Wie kann er da nicht erkennen, dass Sinn diesen Song über ihn geschrieben hat? Er scheint wirklich überhaupt keine Peilung zu haben. Ich seufze und mache mich auf den Heimweg, um mich für Safran umzuziehen. Als ich unterwegs an einer kleinen Bar vorbeifahre, bin ich für einen Moment versucht, anzuhalten. Nicht etwa, um etwas zu trinken, sondern um mich in der Aufmerksamkeit zu sonnen, von der ich weiß, dass sie mir dort zuteil werden würde. Die Blicke der Typen zu spüren, die versuchen würden, mich anzubaggern. Das stärkt immer mein Selbstbewusstsein und sorgt dafür, dass es mir besser geht. Aber nicht dieses Mal. Meine Hände umklammern das Lenkrad und ich zwinge mich, vorbeizufahren. Ich will die alten Muster durchbrechen. Ich brauche keinen anderen Typen, um Dominic zu vergessen. Wirklich nicht. Der Kopf tut mir weh, aber ich muss einfach weitermachen, einen Fuß vor den anderen setzen, anstatt mit dem nächsten Kerl ins Bett zu steigen. Ich werde es schaffen. Ich werde allein klarkommen. Und schnell wird all dies der Vergangenheit angehören. Kaylee hat mir den Rücken zugewandt und zieht sich vor meinem Spiegel die Lippen nach. Dabei hängen ihre Pobacken aus ihrem winzigen Saffron-Höschen heraus. Etwas in mir stirbt bei diesem Anblick und mir wird klar, dass Gabe und Brand und Dominic Recht haben. Das ist nicht die richtige Art und Weise, um Geld zu verdienen. Ich muss mir eingestehen, dass einer der Gründe, warum ich bei Saffron arbeite, der ist, dass dieser Job mein Selbstbewusstsein aufpoliert. Aber im Grunde lüge ich mir dabei in die eigene Tasche. Diese Typen begehren mich, aber eigentlich wollen sie mich gar nicht. Sie wollen mich bloß vögeln. Und das ist ein Unterschied. Ich muss meine Selbstachtung wiederfinden. Was bedeutet, dass ich mir schleunigst einen anderen Job suchen sollte. Kaylee zieht die Nase kraus. Also, damit ich das richtig verstehe, du warst jetzt also seit Wochen mit Dominic Kincaid zusammen und ihr habt nicht miteinander geschlafen, obwohl er dich für ein ganzes Wochenende in sein Haus und in Hollywood Hills mitgenommen hat. Und jetzt ist Schluss und ihr seht euch nicht mehr. Ich nicke schweigend. Wünschte, ich hätte meine Klappe gehalten. Ich mag Kaylee, aber sie hat leider immer nur eins im Kopf und das ist Sex. Du spinnst, sagt sie und reicht mir ihren roten Lippenstift. Kannst auch eine kleine Auffrischung gebrauchen, bevor wir uns auf den Weg machen. Aber beeil dich, sonst sind wir wieder zu spät dran. Kaylee beobachtet mich dabei, wie ich den Lippenstift auftrage. Wenn er im Bett auch nur annähernd so gut ist wie sein Bruder, dann hast du was verpasst. Was ganz Großes, fügt sie mit einem anzüglichen Grinsen hinzu. Nein, ernsthaft, ich glaube, ich lasse mir ein Tattoo auf den Hintern stechen. Ich habe Sin Kincade gefügelt. Das hat Klasse, murmele ich in mich hinein. Laut sage ich, hab's kapiert, tut mir leid, dass ich's erwähnt habe. Wozu sind Freunde da? Kaylee wendet sich mir mit einem breiten Grinsen zu und mit einem Mal vermisse ich Maddie ganz fürchterlich. Kaylee ist okay, aber sie ist keine echte Freundin, nur jemand, mit dem man Spaß haben kann. Maddie ist klug und vernünftig und sie kennt mich besser als irgendjemand sonst. Ich nehme mir vor, daran zu denken, sie heute Abend in einer meiner Pausen anzurufen. Kaylee und ich steigen in meinen neuen Wagen und fahren zum Büro von Saffron. Unser Boss, Big Jim, begrüßt uns von der anderen Seite des Tresens aus, wo er an seinem Schreibtisch sitzt. Hallo Mädchen, bei der Jobanteilung heute Abend hat sich was geändert. Bei dir ist alles gleich geblieben, Kaylee. Du bedienst nach wie vor bei dieser Junggesellenparty, wie wir's vereinbart hatten. JC, deine Anwesenheit wird mal wieder im Hause von Sinclair Kincaid gewünscht, und er zahlt mir das Doppelte deines normalen Lohnes, um sicherzugehen, dass du kommst. Ich habe keine Ahnung, was du da treibst, aber ich hoffe, dass es nichts Illegales ist. Big Jim starrt mich an, schmunzelt dann aber. Ich schüttle den Kopf. Ich will da nicht mehr hin. Tut mir leid. Schick jemand anderes. Kaylee kann das doch übernehmen. Big Jim macht ein finsteres Gesicht und seine Wangen schlackern, als er den Kopf schüttelt. Nein, er hat ausdrücklich nach dir verlangt, und wenn dir dein Job lieb ist, dann solltest du hingehen. Mein Wort gilt und ich habe bereits versprochen, dass du kommen wirst. Kannst du ihn nicht zurückrufen und ihm sagen, dass ich krank bin, frage ich panisch. Ich kann da nicht wieder hin, Big Jim. Ich kann es einfach nicht. Und ob du das kannst, versichert er mir. Was ist mit mir, will Kaylee wissen. Hat Sinn irgendwas von mir gesagt? Big Jim schüttelt den Kopf. Nein, kein Wort, Schätzchen. Mir ist Spei übel, als ich zu Kaylee sage, ich würde an deiner Stelle mit dem Tattoo noch warten. Sie sieht mich böse an, aber ich ignoriere sie und lasse mich auf den Stuhl neben der Kasse sinken. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ich will Dominic nicht gegenübertreten. Nicht, nachdem er mich abserviert hat. Und ich habe ihm auch noch zu verstehen gegeben, dass ich mich in ihn verliebt habe. Was zum Henke habe ich mir bloß dabei gedacht? Habe ich denn kein bisschen Selbstachtung mehr? Oh Gott. Nun, wenn dem so ist, dann gibt es nur einen Weg, das in Ordnung zu bringen. Ich muss meine Selbstachtung wiederfinden, und zwar schnell. Okay, sage ich laut zu niemand Bestimmtem. Ich werde hingehen. Kaylee und Big Jim schenken mir nicht mal einen Blick, denn für sie war die Sache bereits entschieden. Ich eile, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, nach draußen und lenke meinen kleinen Wagen in Richtung von Sins Villa. Je näher ich komme, desto schwerer wird mir ums Herz, aber ich schenke dem keine Beachtung. Ich kriege das hin. Ich werde mit hoch erhobenem Kopf da reingehen, und die Anwesenheit von Dominic wird mir nichts ausmachen. Ich kriege das hin. Ich spreche es wie ein Mantra vor mich hin, als ich um das Haus herum zur Hintertür gehe und mich in die Küche begebe. Ich kenne die ganze Prozedur inzwischen auswendig, schließlich habe ich es schon oft genug mitgemacht. Doch als ich die Küche betrete, begrüßt mich Henrietta, die heute die Aufsicht hat, gleich mit den Worten »Du sollst dich als erstes bei Mr. Kincaid melden. Warum, weiß ich nicht.« Die Neugierde ist ihr anzusehen. Offenbar erwartet sie eine Erklärung von mir, doch die kann ich ihr auch nicht liefern. Ich zucke mit den Schultern. Ich habe auch keine Ahnung, versichere ich ihr. Sie glaubt mir nicht, aber das ist mir egal. Ist nicht mein Problem. Ich mache mich auf den Weg in den Wohnbereich des Hauses, fest entschlossen, Sin zu finden und Dominik zu meiden. Das ist nicht schwierig. Es ist nirgendwo eine Spur von ihm zu entdecken und Sin liegt in Jeans und nacktem Oberkörper im großen Wohnzimmer auf dem Sofa. Im ersten Moment muss ich lächeln, da mir einfällt, wie oft sich Dominik darüber beschwert hat, dass sein Bruder immer halbnackt durch die Gegend läuft. Doch dieses Lächeln erstirbt bei dem Gedanken an ihn. Sie wollten mich sprechen? Frage ich Sin leise. Er sieht gerade einen Haufen von Papieren durch. Oh, hallo. Jaycee, richtig? Er kennt meinen Namen. Wahnsinn. Sein Grinsen erinnert mich an Dominik. Es ist großspurig, charmant und sexy zugleich. Lassen wir den Quatsch mit der Siezerei. Ich bin Sin, okay? Ich nicke. Ich habe darum gebeten, dass du heute Abend bei meiner Party kellnerst. Ich weiß, erwidere ich, aber warum? Weil mein Bruder in diesen letzten Wochen seit langer Zeit endlich wieder einmal glücklich gewesen ist, antwortet Sin mit ernster Stimme. Beim Sprechen dreht er eine Bierflasche in seine Hand und jedes Mal, wenn sich seine Hand bewegt, schlägt der Silberring mit dem Widderkopf, den er trägt, gegen das Glas. Ich muss wohl skeptisch reinblicken, denn er lacht. Es stimmt, versichert er mir. Ich weiß, dass es ihm nicht so leicht anzumerken ist, ob er glücklich ist oder nicht, aber vertrau mir. Er ist glücklicher gewesen, als ich ihn seit langem erlebt habe, was auch mein Leben glücklicher macht, da er schließlich gerade bei mir wohnt. Aber gestern Abend war er sowas von übel drauf, als er nach Hause kam, und er hat mir beinahe den Kopf abgerissen, als ich ihn nach dem Grund gefragt habe. Aber logischerweise kann es nur einen Grund geben. Er hat die Sache mit dir vermasselt, Ich beginne zu protestieren, doch Sinn hält eine Hand in die Höhe. Hat er oder hat er nicht? Ich schlucke. Du verstehst das nicht. Es gab nichts zu vermasseln. Es war nur was Lockeres. Wir wollten beide nur unseren Spaß haben. Es sollte nie was Ernstes daraus werden. Daher gibt es wirklich keinen Grund, mich herzuholen. Wenn Dominik schlecht drauf war, dann bestimmt nicht wegen mir. Das kannst du mir glauben. Denn es war seine Idee, Schluss zu machen. Und das ist gestern gelaufen? Sinn zieht eine Augenbraue hoch. Ich erkenne, worauf er hinaus will. Ja, aber das war nur ein Zufall. Glaub mir. Er schüttelt den Kopf. Im Leben nicht. Ich kenne meinen Bruder. Aber das bringt mich zu dem Grund, warum du hier bist. Ich möchte, dass du dich heute Abend ausschließlich um ihn kümmerst. Folge ihm auf Schritt und Tritt. Wenn er in sein Zimmer verschwindet, begleitest du ihn. Lass dich nicht abwimmeln. Das nervt mich jetzt tierisch. Wofür hältst du mich eigentlich? Ich bin doch nicht seine persönliche Dienerin oder seine Sex-Sklavin. Sinn fixiert mich mit seinem Blick. Das ist mir klar. Aber ich glaube, dass du meinen Bruder gern hast. Das musst du wohl, denn sonst hättest du es nicht so lange mit ihm ausgehalten. Hör zu. Dom hat sich viel zu lange verkrochen. Es geht schon seit Jahren so. Aber seit du auf der Bildfläche aufgetaucht bist, hat sich das geändert. Und das ist gut so. Es wäre schön, wenn es so bliebe. Und du bist der Schlüssel dazu. Vertrau mir. Wieso sollte ich dir vertrauen, obwohl ich dich gar nicht kenne, wende ich ein. Klar kennst du mich, erwidert er. Jeder kennt mich. Ich verdrehe die Augen. Sein arroganter Ton erinnert mich an Dominik. Die Leute kennen vielleicht deinen Namen und dein Gesicht, aber sie haben keine Ahnung, wer du wirklich bist, erkläre ich ihm. So geht's mir auch. Okay, den Einwand lass ich gelten, sagt er lächelnd. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Einen Song für dich singen? Damit bringt er mich zum Lachen. Doch dann fällt mir etwas ein. Erzähl mir von Emma und warum Dominik Chris verantwortlich macht. Sin reagiert ernüchtert und sieht mich nachdenklich an. Du gehst gleich aufs Ganze, was? Also hat dir Dom nichts darüber erzählt? Ich schüttle den Kopf. Nein, ich weiß nur, dass sie seine Freundin gewesen ist und er Chris für irgendetwas Schlimmes verantwortlich macht. Das ist alles. Sin stößt einen Seufzer aus und nimmt einen Schluck aus der Bierflasche, während er sich zurücklehnt. Ich habe keine Ahnung, warum er Chris die Schuld gibt, gesteht er. Wir haben alle einen Verdacht, aber keiner weiß es genau. Er will nicht darüber reden und aus Chris ist auch nichts herauszubekommen. Aber seit damals ist er total daneben. Was auch immer passiert ist, Emma ist gestorben und Dominik gibt sich die Schuld dafür. Mehr kann ich dir nicht sagen. Es ist seine Geschichte und er sollte derjenige sein, der sie erzählt. Vielleicht bekommt er heute Abend noch die Chance dazu, denn du wirst sein Schatten sein. Ich glaube nicht, dass er schon zurück ist, aber er wird bald kommen. Er bleibt für eine Weile auf der Party, ehe er nach L.A. fliegt. Was ist, wenn ich nicht sein Schatten sein will? frage ich und ich spüre, wie sich die kalten Finger der Furcht um meinen Magen legen. Sin lächelt. Du glaubst vielleicht, dass du es nicht willst, aber ich bin der Meinung, dass das sehr wohl der Fall ist und aus dem, was ich bisher von dir gesehen habe, schließe ich, dass du nur das tust, was du wirklich willst. Ich starre ihn an, will ihm nicht antworten, denn tief in meinem Inneren weiß ich, dass er recht hat. In beiden Fällen. Ich wende mich ab, zögere aber. Glaubst du wirklich, dass er glücklicher ist, seit er mich kennt? frage ich gedehnt. Sinn nickt. Davon bin ich überzeugt. Ich verlasse das Zimmer, in Gedanken versunken. Dominik gibt sich, also die Schuld, an Emmas Tod. Das ist etwas ganz anderes, als nur, um eine tote Freundin zu trauern. Die unterschiedlichsten Szenarien schießen mir durch den Kopf, aber ich werde die Wahrheit erst kennen, wenn er sie mir erzählt. Und die Chancen dafür stehen ganz und gar nicht gut. Mit einem Seufzer kehre ich zur Party zurück und nehme ein Tablett mit Gläsern voll Champagner. Bis Dominik auftaucht, kann ich mich auch nützlich machen und Getränke anbieten. Es dauert nicht lange. Zwanzig Minuten später spüre ich, wie er den Raum betritt. Ich spüre seinen starrenden Blick zwischen meinen Schulterblättern. Und tatsächlich begegne ich seinen grünen Augen, als ich mich umsehe, und ich erblicke ein eigenartiges Feuer daran. Ich setze das Tablett ab und gehe geradewegs auf ihn zu. Er rührt sich nicht, lehnt am Türrahmen und wartet ab. »Jacey?« begrüßt er mich mit einem Nicken. »Wie komme ich zu diesem Vergnügen?« So höflich, so distanziert. Ich spüre, wie es mir die Kehle zuschnürt. Vielleicht hat sich Sinn doch geirrt. Sinn wollte, dass ich herkomme, erkläre ich, und kämpfe gegen den Drang an, mit meinen Fingern durch sein Haar zu fahren, um die Fransen aus der Stirn zu streichen. Ich soll mich heute Abend nur um dich kümmern. Damit habe ich sein Interesse geweckt. Ich sehe, wie das eigenartige Feuer in seinen Augen heller scheint. »Wirklich?« fragt er, den Blick auf meine Lippen gerichtet. Ich lecke sie verlegen ab. »Wirklich? Nur um mich?« fragt er mit einem anzüglichen Grinsen, und ich schlucke. »Ja, mein Boss hat darauf bestanden, dass ich herkomme, und im Moment brauche ich diesen Job noch. Also bin ich hier.« »Und du bist nur gekommen, weil dein Boss darauf bestanden hat,« sagt Dominik gedehnt. »Nicht etwa, weil du mich sehen wolltest?« »Wieso spielt es plötzlich eine Rolle, was ich will?« erwidere ich. »Das schien dir doch neulich nachts auch total egal zu sein, als du mit mir Schluss gemacht hast. Aber jetzt bin ich hier, und ich werde dafür bezahlt, dir die Drinks zu servieren.« »Und dich um mich zu kümmern,« fügt Dominik hinzu. »Denn das machst du doch auch mit all den anderen Männern. Du hältst ihnen die Titten ins Gesicht und lachst über ihre Witze. Genau das will ich auch. Ich will auf meine Kosten kommen.« Sein Gesicht hat sich verdüstert. Es trägt einen gefährlichen Ausdruck, der mich darüber nachdenken lässt, einfach rauszuspazieren und die ganze Sache zu vergessen. Aber das kann ich nicht. Solange ich noch keinen neuen Job habe, brauche ich diesen hier, um meine Miete bezahlen zu können, die zufällig nächste Woche fällig ist. Doch im Stillen gelobe ich mir, die Stellenanzeigen zu durchforsten, wenn ich heute Nacht nach Hause komme. »Okay«, sage ich mit schneidender Stimme. »Ich schätze, dass ich es hinkriege, an deinem Arm zu hängen, wenn du es unbedingt willst. Und wenn ich dir wirklich meine Titten ins Gesicht halten soll, dann schaffe ich das auch.« Ich vermag keine Reaktion in Dominics Gesicht zu erkennen. Vermag nicht zu entscheiden, ob er enttäuscht ist, dass ich so schnell nachgegeben habe, oder ob er sich auf den Abend freut. So oder so, ich bin bereit. Er will sich amüsieren. Nicht mehr und nicht weniger. Ich werde diesen Abend hinter mich bringen und diesen verdammten Job so bald wie möglich an den Nagel hängen. Dominic hält mir seinen Arm hin. Ich zögere, starre ihn an. »Komm schon, Prinzessin«, drängt er mich. »Ich werde dir nicht wehtun. Das solltest du doch inzwischen wissen.« »Zumindest nicht so, dass man es sieht«, murmele ich, während ich meine Finger leicht auf seinen Arm lege. Dominic zieht eine Augenbraue hoch, sagt aber nichts. Er führt mich aus dem Raum und aus dem Haus hinaus den gepflasterten Weg zum Pool hinunter. Dort angekommen, nimmt er auf einer der Bänke Platz und bedeutet mir, mich neben ihn zu setzen. »Wieso hast du dich in mich verliebt?« fragt er offen und mustert mich. Diese Unverblümtheit ist wie eine Ohrfeige für mich. Ich bin es bei ihm einfach nicht gewohnt. Für gewöhnlich bevorzugt er Vermeidungsstrategien. Ich nehme mir eine Sekunde Zeit, hole Luft und schüttle dann den Kopf. Hab ich ja gar nicht. Das ist eine Lüge und wie ich mich in ihn verliebt habe. Dominics Augenbraue wandert wieder in die Höhe. »Nein?« »Lügst du etwa, Prinzessin?« Mir stockt der Atem. Ich sehe ihn an und gelange zu der Entscheidung, dass ich die Wahrheit sagen will. »Ja«, antworte ich. Meine Ehrlichkeit lässt Dominic stutzen und er fixiert mich mit seinem Blick. Ich rede rasch weiter. »Ich habe mich in dich verliebt, weil ich dachte, dass mehr in dir steckt, dass tief in dir drin etwas nicht in Ordnung ist, das ich aber wieder hinkriegen würde.« »Ich dachte, dass du auch etwas für mich empfinden würdest. Aber ich habe mich geirrt. Zwischen uns ist nichts. Ich habe wieder einmal bewiesen, dass ich meiner eigenen Meinung nicht trauen kann. Ich wäre dir dankbar, wenn du Sinn bitten würdest, mich nach dem heutigen Abend nicht noch einmal anzufordern, um hier zu arbeiten. So, wie er mich ansieht, weiß ich gar nicht, wie es mir gelungen ist, die Worte herauszubringen. Doch ich habe es geschafft. Und nun stehen sie in all ihrer Hässlichkeit zwischen uns.« Dominic nickt langsam und ich vermag wieder einmal nichts in seinem Gesicht zu lesen. »Jacey, du versuchst stets, das Gute in jedem zu sehen. Das ist dein Fehler. Du glaubst, dass du es finden wirst, wenn du nur genau hinschaust. Aber nicht jeder trägt etwas in sich, das deine Aufmerksamkeit verdient. Es gibt überhaupt nur sehr wenige Menschen, die dich verdient haben. Es bricht mir das Herz, zu hören, wie er versucht, anzuerkennen, was ich tue und sogar meinen schlimmsten Charakterzug in einem guten Licht darzustellen. Es bricht mir das Herz, weil ich weiß, dass Dominic nicht nur glaubt, er hätte mich nicht verdient, sondern der Überzeugung ist, niemanden verdient zu haben. Wir sind so verkorkst, flüstere ich schließlich. Dominic nickt ernst. Ich mehr als du. Darauf antworte ich nichts. Dominic sieht mich mit seinen grünen Augen an, und es dauert einen Moment, ehe er widerspricht. Nach dem heutigen Abend möchte ich dich nicht mehr in meiner Nähe haben, JC. Ich will dich nicht noch mehr verletzen, als ich es ohnehin schon getan habe. Der heutige Abend ist alles, was uns bleibt. Das ist eindeutig. Ich nicke kurz. Dominics Lächeln wirkt ein wenig aufgesetzt, aber seine Augen funkeln. Dann sollte es ein besonderer Abend werden. Aber du solltest eines wissen. Du musst nichts gegen deinen Willen tun. Du kennst mich ja. Wenn du Nein sagst, dann ist es vorbei. Kapiert? Ich nicke, aber Dominic schüttelt den Kopf. Hast du es verstanden? Ja oder nein? Ja, murmel ich. Wenn du Nein sagst, kannst du jederzeit rausspazieren, und ich verspreche dir, dass Zinn sich nicht mit einem Boss bei Saffron in Verbindung setzen wird, oder du irgendwelche Konsequenzen zu befürchten hast. Der heutige Abend wird ein Abschied sein. Ja oder nein? Ich muss wohl eine verdammte Masochistin sein, denn ich sehe diesen Schimmer in Dominics Augen, diesen düsteren Schimmer, der düstere Dinge verheißt. Und er ist mir willkommen, denn ich will Dominic, wenn es auch nur für diese eine Nacht ist. Ich liebe ihn. Dieses Wissen ist von einer schmerzhaften Grausamkeit. Ja, flüstere ich. Dominic lächelt wieder. Gut. Du wolltest neulich Nacht etwas von mir wissen. Du wolltest, dass ich etwas mit dir teile, dir erkläre, warum ich so bin, wie ich bin. Du wolltest wissen, ob Amy Ashby recht hatte und ich pervers bin. Diese Frage möchte ich dir jetzt beantworten. Ich könnte dir den ganzen Tag etwas darüber erzählen, aber das würde für dich erst einen Sinn ergeben, wenn du es wirklich sehen könntest, wer ich bin und worauf ich stehe. Heute Abend möchte ich es dir zeigen. Was hältst du davon? Ich sehe ihn verwirrt an. Es mir zeigen? Mein Bruder führt ein ziemlich wildes Leben, erklärt Dom. Du hast es ja selbst miterlebt. Und dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass bei jeder Party immer auch eine Privatparty im Keller stattfindet, von der die meisten nichts wissen und zu der nur die wenigsten eingeladen sind. Heute Abend bist du mein Gast. Willst du mit mir dort hingehen? Mein Herz beginnt zu hämmern, was im gleichen Maße meiner Furcht und meiner Aufregung zuzuschreiben ist. Natürlich weiß ich, dass im Keller eine Privatparty stattfindet. Das war immer Teil der Verschwiegenheitserklärung, die ich unterschreiben musste, um in Sins Haus arbeiten zu dürfen. Es war mir verboten, in den Keller zu gehen. Doch das sollte sich heute ändern. Endlich würde ich vielleicht einen Blick darauf erhaschen, wer Dominik wirklich ist. Endlich Antworten erhalten. Und? Hakt Dominik nach. Okay, sage ich. Doch als ich seinen Blick sehe, berichtige ich mich rasch. Ja. Er lächelt. Dann komm mal mit. Er bietet mir seinen Arm an und ich hake mich bei ihm unter. Als ich ihn berühre, blickt er auf mich herab und für einen Moment beginnt mein Herz zu flattern. Ich finde alles an ihm so anziehend. Seinen Geruch, seine Berührung, seinen Blick und seine unglaublich erotische Ausstrahlung. Ich muss definitiv eine Masochistin sein, denn ich weiß, ohne den geringsten Zweifel, dass mich der heutige Abend an meine Grenzen bringen wird. Und dennoch folge ich ihm bereitwillig ins Haus, in die Hölle oder ins Paradies. Dominik führt mich durch einen Flur auf der Rückseite des Hauses in den großzügigen und noblen Kellerbereich, wo wir zwei weitere Flure entlang gehen, bevor wir vor einer schweren, hölzernen Flügeltür stehen bleiben. Er dreht sich um und sieht mich an. Bildst du das hier auch wirklich? Ja? Oder nein? Ich bin mir nicht sicher. Ich höre dröhnende Musik hinter der Tür, aber auch Stöhnen, Sexgeräusche, Schläge, Peitschengeräusche. Immer wieder Stöhnen, Schreie, manchmal gellend. Ich sehe Dominik an und das Herz klopft mir bis zum Hals. Ja. Er lächelt und öffnet die Tür. In dem Raum vor mir erblicke ich eine Unzahl von keuchenden, vögelnden Menschen. Das erste, worauf ich mich konzentriere, sind die Frauen in den Käfigen. In jeder der vier Ecken des großen, spärlich beleuchteten Raumes befinden sich runde Gitterkäfige. Und in jedem Käfig steht eine Frau, die ein Halsband trägt. Die Halsbänder sind an den Ketten in den Käfigen befestigt. Die Frauen sind bis auf eigenartige Lederriemen, die über Kreuz zwischen ihren Brüsten und über ihre Hüften verlaufen, nackt. Im ersten Moment bin ich verwirrt, bis ein Mann, den mir am nächsten stehenden Käfig, öffnet und hineintritt. Erst da sehe ich, dass die Lederriemen mit der Decke des Käfigs verbunden sind. Die Frau kann sich daran in die Höhe ziehen. Als sie dies tut, straffen sich die Riemen um ihre Brüste und ihre Genitalien so stark, dass ihre Haut weiß wird. Doch es scheint ihr zu gefallen. Sie stöhnt, als der Mann sich vorbeugt und an ihren Nippeln der gespannten Haut saugt. Mein Blick huscht zu Dominik, der mich aufmerksam mustert. Die mögen das, versichert er mir. Die sind aus freien Stücken hier, das kannst du mir glauben. Die mögen es, gefesselt oder ausgepeitscht oder abgelutscht zu werden. Die stehen auf den Schmerz und ich stehe darauf, zuzusehen. Mein Herz hämmert und ich spüre, wie mir die Wärme in den Unterleib schießt und mein Slip feucht wird. Ich kann es kaum glauben, aber das Zusehen törnt mich an. Alles hier törnt mich an. Die Gerüche, die Geräusche, die Vorstellung, dass diese Praktiken eigentlich in der Ungestörtheit des Schlafzimmers stattfinden sollten, doch stattdessen hier stattfinden, damit andere Erwachsene dabei zusehen können. Ich stehe im Türrahmen und lasse meinen Blick durch den Raum schweifen. Die Wände sind mit Steinfliesen bedeckt und hier und da entdecke ich runde Säulen und Brunnen. Das Ganze wurde offenbar in Anlehnung an das antike Griechenland geschaffen. Die Deckenbemalung mit ihren Wolkenwirbeln und den funkelnden Sternen erinnert an den Nachthimmel und oben an der Decke starren von einem umlaufenden Sims griechische Götter wohlwollend auf uns herab. Natürlich heißen sie all das hier gut. Sie waren ja selbst beschissene Freaks. Überall liegen riesige, runde Sitzkissen aus Seide auf dem Boden, die groß genug sind für mehrere Gäste, die sich alle an irgendwelchen Orgien beteiligen. Das Ganze ist eine einzige, riesige Orgie. Als ich zu dieser Erkenntnis gelange, spüre ich, wie mir die Knie weich werden, weil auch ich hier bin. Überall um mich herum sind die Leute mit Ficken, Saugen, Lecken, Auspeitschen beschäftigt. Ich vermag das alles noch gar nicht vollständig zu erfassen. Ich hatte ja keinen Schimmer, bis etwas wie dies überhaupt existiert. Verstößt das nicht gegen irgendein Gesetz? frage ich Dominik blöderweise. Er zuckt mit den Schultern, führt mich in den Raum und schließt die Türen hinter uns. Keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall alle freiwillig hier. Und das Ganze ist geheim. Außerhalb dieser vier Wände wird darüber nicht gesprochen. Ich nicke. Ich werde ganz bestimmt nicht zugeben, dass ich hier gewesen bin. Mein Bruder würde mich umbringen. Ich hole Tiefluft, atme die sexgeschwängerte Luft ein und wende mich Dominik zu. Was tun wir hier? Seine Lippen verziehen sich zu einem kleinen Lächeln. Zuschauen. Das mache ich am liebsten. Er nimmt meinen Arm und wir gehen auf ein großes Sofa zu, das im Dunkeln verborgen ist. Er nimmt darauf Platz und zieht mich auf seinen Schoß, ehe er seine Aufmerksamkeit auf den Raum vor uns richtet. Kommst du öfter hierher? frage ich ihn. Auch wenn ich enttäuscht von ihm bin, macht es mich doch aus irgendeinem Grund traurig, wenn ich mir vorstelle, dass er während unserer gemeinsamen Zeit hier gewesen sein könnte. Er schüttelt den Kopf. Nur gelegentlich, sagt er. Wieso? Stört dich das? Ist dein Leben, erwidere ich flapsig. Er sieht mich zweifelnd an, doch ich wende den Blick ab und beobachte ein Paar, das an der Wand miteinander vögelt. Die beiden sind völlig nackt und ihre Körper glänzen vor Schweiß. Der Mann presst die Frau gegen die Wand und stößt mit seinem roten, geschwollenen Schwanz in sie hinein, während sie die Beine um seine Taille geschlungen hat. Sein Schwanz ist rot, weil sie ihm jedes Mal, wenn er ihn aus ihr herauszieht, einen Schlag versetzt, was er offenbar toll findet, denn er stöhnt ekstatisch, sobald sie es tut. Wieso gefällt dir das hier? frage ich leise. Bin dabei aber wie gebannt von dem Geschehen um mich herum. Dom antwortet süffisant lächelnd. Ich bin mir nicht sicher. Vermutlich, weil ich im Dunkeln bleiben kann, mich mit niemandem einlassen muss, nur zusehen kann. Und falls ich doch mal mitmische, dann ist das nur eine oberflächliche Sache. Zwei Menschen, die einander befriedigen, mehr nicht. Also bedeutungslos, sage ich, und hebe den Blick, um ihn anzusehen. Er zuckt mit den Schultern. Wenn du meinst, schaue mir die Leute um mich herum an, all das Peitschen und Schlagen und die roten Flecken. Stehst du auch auf den Schmerz? Er zuckt wieder mit den Schultern. Vielleicht. Mit einem Mal wird mir etwas klar. Weil du das Gefühl hast, es zu verdienen, sage ich. Das ist jetzt keine Frage. Ich spüre in meinem Herzen, dass es so ist, und er leugnet es auch nicht. Sind hier auch berühmte Leute, frage ich, und wechsle damit das Thema. Dom lächelt. Andauernd. Sinn hat einen gewissen Ruf, was seine Partys angeht. Die Leute fliegen aus der ganzen Welt hierher. Das hier ist keine Party. Das hier ist eine Orgie. Dom verstummt, beobachtet die Frau und den Mann im Käfig, zu denen sich inzwischen noch ein weiterer Mann gesellt hat. Während der Erste heftig an den Brüsten der Frau saugt, schlägt der Zweite mit einer Samtpeitsche von hinten auf sie ein. Sie stöhnt. Vögel mich! Vögel mich, bitte! Die Peitsche hat Spuren auf ihrem Rücken hinterlassen, aber sie stöhnt dennoch, findet Gefallen daran, bäumt sich auf und kommt immer wieder. Und während sie kommt, betritt eine zweite Frau den Käfig und saugt an ihrer anderen Brust. Die Frau schreit vor Lust, weil sie darauf steht. Ich spüre, wie mein Slip feucht wird und komme mir vor wie ein Freak. Wieso finde ich es toll, hier zu sein, spreche ich meine Gedanken laut aus. Ich habe doch sowas vorher noch nie zu Gesicht bekommen. Das ist vermutlich der Grund, warum es dir gefällt, flüstert er, seine Lippen nah an meinem Ohr. Es ist unanständig und verboten. Verboten ist, ist für jeden aufregend, egal wer man ist. Er legt seine Hand auf meinen Schenkel und drückt die weiche Haut zusammen, knetet sie, zieht daran, quetscht sie leicht, sodass ich einen leichten Schmerz verspüre. Und ich will mehr. Ganz plötzlich will ich mehr. Ich will, dass er mir wehtut, auf eine gute Art und Weise. Er hat seinen Blick auf mich gerichtet. Dieser Raum törnt dich an. Ja oder nein? So peinlich es mir auch ist, so muss ich doch eingestehen, dass es stimmt. Ja, gebe ich mit matter Stimme zu. Bist du feucht? fragt Dominik Heiser. Ja, flüstere ich. Darf ich mich selbst davon überzeugen? Ich bin überrascht, dass er mich darum bittet. Mit einem Mal wünsche ich mir nichts sehnlicher. Ja, sage ich. Seine kühlen, schlanken Finger schieben sich zwischen meine Beine und dann sind sie in mir, gleiten hinein und wieder heraus, erst langsam, dann schneller. Mir stockt der Atem und ich drehe mich ihm zu, presse mein Gesicht keuchend gegen seine Brust. Nein, sagt er mit rauer Stimme, sieh weiter zu. Und das tue ich. Ich sehe den Paaren zu, die Sex haben, den Paaren, die einander auspeitschen, betrachte die Striemen, die Blutergüsse, die Kratzer, schaue zu, wie Finger in Körper hineingleiten, starre glänzende Haut, dicke Penisse, glitschige Muschis an, lasse mir nichts entgehen. Und dann sehe ich mit einem Mal, wie Kira den Raum betritt. Sie trägt ein schulterfreies Kleid und macht den Eindruck, als gehöre ihr das Ganze hier. Sie schaut sich um, sieht in jede Ecke und ich weiß, wen sie sucht. Als ihr Blick auf Dominic fällt, setzt sie sich so gleichen Bewegungen, um auf ihn zuzugehen. Doch dann sieht sie mich auf seinem Schoß sitzen. Sie kneift die Augen zusammen und bleibt wie angewurzelt stehen. Dominics Finger haben nicht aufgehört, sich in mir zu bewegen, obwohl Kira uns beobachtet. Wofür ich mich schäme, aber worüber ich mich auch gleichzeitig freue. Dominic sieht zu Kira, die sich zu einer Stelle an der Wand zurückzieht, wo sie für ein paar Minuten allein dasteht, bis Duncan hereinkommt. Dominics jüngere Bruder blickt sich im Raum um und erkennt sogleich, was vor sich geht, nachdem sein Blick erst zu Dominic und mir und dann zu Kira gewandert ist. Und dann marschiert er zu Kira hinüber und zieht sie zu einem der großen Kissen. Anfangs schüttelt sie den Kopf, doch dann folgt sie ihm und sie lassen sich beide darauf nieder. Sie blickt zu Dominic hinüber, um zu sehen, wie er reagiert, und es ist offensichtlich, dass sie auf einen Protest seinerseits hofft, weil sie mit seinem Bruder zusammen ist. Doch nichts dergleichen geschieht. Dominic streichelt mich weiter. Er atmet schwer. Seine Finger fühlen sich gut an. Unglaublich gut. Aber es ist alles noch erstaunlicher, weil ich an diesem Ort bin, wo Sex in allen möglichen Varianten praktiziert wird. Eine nackte Frau mit glasser Haut und rotem Haar, das sich bis zu ihrer Taille ergießt, bleibt vor uns stehen und nimmt mir die Sicht auf Kira. Soll ich dir einen blasen? fragt sie Dominic. Er blickt auf mich herab. Willst du, dass sie das tut? Ich denke für einen Moment darüber nach, um dann darüber zu staunen, dass ich es überhaupt in Erwägung ziehe. Die Vorstellung, dass eine andere Frau außer mir Dominic auf diese Weise berührt, macht mir schwer zu schaffen und ich schüttle rasch den Kopf. Nein. Die Frau zieht weiter zum nächsten Paar, was ich erstaunt zur Kenntnis nehme. Dieser Ort hier, murmele ich und verstumme, als ich meinen Blick erneut durch den Raum schweifen lasse. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Dominic lacht in sich hinein. Es ist ein tiefes, finsteres Lachen. Sinn wollte, dass es so ist, wie es angeblich bei den Orgien der Antike gewesen sein soll. Im nächsten Raum befindet sich ein römisches Bad. Möchtest du es dir einmal ansehen? Ich werfe einen Blick zu Kira und Duncan hinüber. Duncan küsst ihren Hals, aber Kiras Blick ist auf Dominic und mich gerichtet. Ich glaube, das würde Kira nicht gefallen, gebe ich zu bedenken, und versuche, die Tatsache zu ignorieren, dass Doms Finger immer noch in mir sind. Sie beobachtet uns. Sie sieht mir gern zu, antwortet er leicht hin. Sie ist schon lange eine gute Freundin von mir. Hoffenbar ist sie auch eine gute Freundin deines Bruders, entgegne ich trocken. Dominic beißt mir leicht in den Hals und ich wölbe mich ihm, ohne es zu wollen, entgegen. Wieso bin ich hier, frage ich ihn unvermittelt. Wieso hast du mich hergebracht, um mir einen weiteren Beweis zu liefern, dass ich so bin wie alle anderen? Dominic verharrt und blickt mich mit einem alarmierenden Ausdruck in seinen grünen Augen an. Du bist nicht wie alle anderen, antwortet er. Das weiß ich. Aber du sollst erkennen, was für ein Mensch ich bin. Bevor wir getrennter Wege gehen und ich dich nicht wiedersehen werde, sollst du mit eigenen Augen sehen, wie verkorkst ich bin. Auf diese Weise wirst du dich nicht immer fragen, ob es wirklich richtig war, dass wir uns getrennt haben und kannst beruhigt schlafen. Denn ich verdiene jemanden wie dich nicht. Seine Offenheit überrascht mich und ich starre ihn an. Er zuckt mit den Schultern. Es ist nun einmal so und das solltest du wissen. Wieso glaubst du denn, dass du verkorkst bist, frage ich, mit einem Blick auf Kira. Sie beobachtet mich und kneift die Augen zusammen, während sie ihre Beine um Dunkans nackte Hüften schlingt. Ist das nicht offensichtlich, erwidert Dominic gereizt. Normaler Kram törnt mich nicht an. Es ist das Dunkle, das Verbotene, das mich anmacht. Ich bin verkorkst, JC. Lassen wir es einfach dabei. Aber wieso bist du das, frage ich frei heraus. Sag mir wenigstens so viel. Der Dominic, den ich kenne, ist witzig und gebildet und klug. Und tief drinnen ist er ein guter Mensch, auch wenn er es zu verbergen versucht. Der Dominic, den ich kenne, ist nicht verkorkst. Nicht wirklich. Er starrt mich an. Sein Gesicht ist eine perfekte Maske. Das liegt daran, dass du den echten Dominic nicht kennst. Auch wenn du ihn die ganze Zeit gespürt hast, ich hab's in deinen Augen gesehen. Und heute Abend zeige ich ihn dir. Das glaube ich nicht, flüstere ich, und die Worte schlüpfen zischend über meine Lippen. Das hier bist nicht du. Das hier ist jemand, der du aus irgendeinem Grund sein willst. Du glaubst, du würdest die echten Dinge, die guten Dinge nicht verdienen. Und deshalb redest du dir selbst ein, dass das hier dein Leben ist. Dabei könnte es so viel mehr sein. Wenn du es nur zulassen würdest, Dominic. das weiß ich. Ich rücke ein wenig von ihm ab. Sieh dich doch nur um. Das ist erbärmlich. Natürlich macht es einen an, zuzusehen, aber nur, weil es etwas Unanständiges und Verbotenes ist. Diese Menschen müssen ein jämmerliches Leben haben, besonders diese Frauen in den Käfigen. Sie haben nichts, das gesund und echt ist, also kommen sie hierher, um sich erniedrigen zu lassen. Sieh dir doch nur Kira an. Sie ist in dich verliebt, und trotzdem hat sie gerade Sex mit deinem Bruder. Was zum Henker soll das? Dominic packt mich unsanft am Arm. Mit diesen Leuten hier ist alles in Ordnung, sagt er leise. Das hier ist nun mal das, was ihnen gefällt. Die meisten von ihnen sind wie ich. Sie sind übersättigt und haben schon alles gesehen. Deshalb törnt sie der normale Kram nicht mehr an. Und Kira ist nicht in mich verliebt. Ihr gefällt das hier. Das ist ihr Ding. Sie ist genauso verkorkst wie ich. Ich schaue erneut zu ihr hinüber und sehe gerade noch, wie ihr eine Träne über die Wange läuft, ehe sie ihre Augen schließt. Sie weint, fahre ich Dominic vorwurfsvoll an. Sieht nicht so aus, als würde es ihr hier gefallen. In diesem Moment springt Kira auf und läuft aus dem Raum, vermutlich, um zu den Toiletten zu gelangen. Bevor ich richtig darüber nachdenken kann, gleite ich von Dominics Schoß und folge ihr. Als ich sie finde, sitzt sie wie ein Häufchen Elend auf einer Bank in einem prunkvoll gestalteten Toilettenbereich. Tränen strömen ihr übers Gesicht und sie hat die Arme um sich geschlungen. Ich gehe vorsichtig auf sie zu. Alles in Ordnung bei dir? Sie antwortet nicht, weint weiter und starrt die Wand an. Tut mir leid, sage ich leise. Sie blickt zu mir auf. Tut's das wirklich? In den Worten liegt keine Schärfe und keine Gemeinheit. Es ist nur eine unverblümte Frage. Ich nicke. Ich sehe doch, wie sehr dich das mitnimmt. Und das ist meine Schuld. Es tut mir wirklich leid. Kira wendet den Blick ab und wischt sich über die Augen. Eigentlich ist es nicht deine Schuld. Ich bin sauer, weil ich das mit Duncan nicht hätte machen sollen. Ihre Augen werden wieder feucht. Ich habe Dominic schon immer haben wollen, weißt du? Schon immer. Schon bevor Emma gestorben ist. Und nach ihrem Tod habe ich zu ihm gehalten. All die Jahre war ich immer für ihn da. Doch das hat nie gezählt. Ich war ihm nie genug. Aber mach dir nur nichts vor. Dir wird's genauso ergehen. Die Frau, die er will, ist tot. Und sie wird nie zurückkommen. Hör auf, Kira, erklingt Dominics kalte Stimme. Und als ich herumfahre, sehe ich ihn im Türrahmen stehen. Er macht zwei Schritte auf uns zu und bleibt wieder stehen. Er wirkt seltsam ruhig, doch seine Stimme klingt hart wie Eis. Du musst aufhören! Ich starre ihn an. Liebst du Emma immer noch? Ist es das, was mit dir nicht stimmt? Denn ich kann unmöglich mit einer Toten konkurrieren. So einfach ist das nicht, sagt er, an mich gewandt. Aber Kira stößt nur ein kaltes, leeres Lachen aus. Doch, so einfach ist das. Er liebt sie. Das muss er wohl. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm nicht stimmt oder was er braucht. Ich weiß auch nicht, ob er es selbst weiß. Verschwende deine Zeit nicht mit ihm. Vertrau mir, ich habe Jahre vergeudet. Er zieht dich runter und du gehst mit ihm drauf. Ich sehe erst sie, dann ihn an und bei dem Gedanken daran, dass sie recht haben könnte, füllen sich meine Augen mit Tränen. Mir war gar nicht bewusst gewesen, dass ich ihn retten wollte, aber es stimmt. Ich möchte ihn vor all dem hier retten. Aber vielleicht ist Dominik gar nicht mehr zu retten, weil er nicht gerettet werden will. Oder vielleicht weiß er auch gar nicht, was ihn retten könnte. So oder so scheint das Ganze hoffnungslos zu sein. Dominik schaut Kira an und sein Blick wird weicher. Kira, es tut mir leid. Ich hatte wirklich keine Ahnung, dass du mehr von mir wolltest. Du hast es mir nie gesagt und ich habe es einfach nicht bemerkt. Du bist mir schon so lange eine gute Freundin, genau wie du es für sie gewesen bist. Ich wollte dir nicht wehtun. Ach nein, Kira blickt zu ihm auf und eine weitere Träne kullert über ihre Wange. Nein, erwidert Dominik mit fester Stimme. Das schwöre ich dir. Ich würde dir nie mit Absicht wehtun. Aber du hast es trotzdem getan, sagt Kira leise, wie du es vorher auch bei Emma getan hast. Sie wendet sich mir zu und genau so, wie er es bei dir tun wird. Eine Träne stiehlt sich aus meinem Auge. Ich weine aus vielerlei Gründen. Wegen des Schmerzes in ihrer Stimme, der Hoffnungslosigkeit der Situation, wegen des Schmerzes, den ich in Doms Augen sehe und wegen meines Herzens, das gebrochen ist. Verstehst du es jetzt? fragt Kira leise. Sie reicht mir ein Papiertaschentuch und ich wische mir damit über die Augen. Ja, ich verstehe es jetzt. Ich sehe mit eigenen Augen, was mit mir passieren könnte, was Dominik mir die ganze Zeit übersagen wollte. Ich habe mich in ihn verliebt und er vermag nichts anderes zu tun, als mich zugrunde zu richten. Aber nur, wenn ich es zulasse. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Und in diesem Moment wird mir etwas klar. Der Unterschied zwischen mir und normalen Leuten ist, dass ich keine klugen Entscheidungen für mich selbst treffen kann. Ich verpasse immer den richtigen Zeitpunkt. Ich weiß nie, wann ich aufhören sollte, um um etwas zu kämpfen, wann ich, um mein Herz zu schützen, Schluss machen sollte. Das wird sich ab heute ändern. Zum ersten Mal in meinem Leben werde ich eine kluge Entscheidung treffen, egal wie schwer es mir auch fällt. Ich klopfe Kira auf die Schulter und gehe zur Tür hinaus. J.C. schlüpft aus der Toilette, bevor ich sie davon abhalten kann. Ich folge ihr rasch, schlängle mich durch den überfüllten Raum, kann aber keine Spur mehr von ihr entdecken. Ich renne fast durch das Haus, zwischen den Leuten hindurch, bis ich inmitten einer großen Anzahl von geparkten Wagen stehen bleibe. Gerade noch rechtzeitig, um J.C. davon fahren zu sehen. Ich weiß, dass ich sie gehen lassen sollte. Aber dazu bin ich zu egoistisch. Ich steuere auf meinen Porsche zu und bin innerhalb von einer Minute auf der Straße hinter ihr. Und ich hole sie in weniger als einer weiteren Minute ein. Als ich ihr bedeute, an den Rand zu fahren, reagiert sie nicht. Ich kann sehen, dass sie weint. Schwarze Mascarastreifen laufen über ihre Wangen. Ich gebe ihr erneut ein Zeichen, aber sie weigert sich, will mich nicht einmal ansehen. Ich drücke einmal kurz aufs Gaspedal, schere vor ihr ein und bringe sie in einem abgeschiedenen Teil von Zins Nachbarschaft am Straßenrand zum Stehen. Sie stellt den Motor ab, steigt aus dem Wagen und funkelt mich wütend an. Was zum Henker soll das, Dominik? Ich dachte, du hättest nach meinem Abgang kapiert, dass ich mit dir fertig bin. Aber vorsichtshalber sage ich es dir nochmal. Das ist meine Art, Nein zu sagen. Nein zu dir, nein zu deinem kaputten Leben, nein zu allem, was dir heute Abend noch einfallen könnte. Kapiert? Ihre Worte versetzen mich in Panik. Und ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nur, dass ich den Gedanken, dass sie wegfährt und mich verlässt, nicht ertragen kann. Mit einem Mal ist das für mich eine schreckliche Vorstellung. Ich packe sie am Arm. Nein, ich nehme das nicht einfach so hin. Wieso denn nicht? fragt sie. Es hat zu regnen begonnen und ihr Gesicht wird nass und glänzt im Licht der Straßenlaterne. Du hast immer gesagt, dass Nein, Nein bedeutet. Du kennst nicht viele Regeln, außer dieser einen. Du wolltest mich nie, Dominik. Du willst eine Tote und da du die nicht haben kannst, wolltest du spielen. Ich habe mitgespielt, aber jetzt ist das Spiel für mich vorbei. Sie weicht zurück und stapft auf ihren Wagen zu, aber ich packe sie erneut, wirble sie herum und ziehe sie an mich. Das ist kein Spiel. Es war mir ernst damit, als ich sagte, dass ich eigentlich gar nicht möchte, dass es vorbei ist. Was auch immer das mit uns ist. Was auch immer wir da tun. Ich möchte nicht, dass es vorbei ist. Ich bin auch nicht bereit dazu. Sie starrt mich verwundert an, ihr wunderschönes Gesicht fassungslos. Also willst du, dass ich so lange mit dir zusammenbleibe, bis du endgültig entschieden hast, dass es vorbei ist? Bis du die Nase voll von mir hast? Willst du, dass ich wie Kira ende, ein heulendes Häufchen Elend auf einer Toilette? Nein, danke, Dom. Das bin ich nicht. Nicht mehr. Ich habe endlich erkannt, dass ich mehr als das verdiene, dass ich mehr wert bin als das. Ich schlucke schwer. Das mit Kira ist nicht meine Schuld, fahre ich fort. Ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt und ihr gesagt, was ich ihr bieten kann. Und sie hat sich trotzdem darauf eingelassen. Sie hat das immer gewusst. Sie kennt mich, Jaycee. Sie hat mich immer schon gekannt. So wie ich dich kenne, Dom, erwidert Jaycee resigniert. Aber hier geht es nicht um Kira. Hier geht es um mich und darum, dass ich weiß, dass du mir wehtun wirst. Ich weiß, dass ich mich bereits in dich verliebt habe, obwohl ich es gar nicht will. Ich kann es jetzt nicht noch schlimmer machen. Ich kann es einfach nicht. Ich muss stark genug sein, um dies alles hinter mir zu lassen. Du hast mir immer schon gesagt, dass du nicht gut für mich bist. Und weißt du was? Das stimmt. Als ich ihre Worte höre, zieht sich mir der Magen zusammen. Ich weiß, dass ich nicht gut für sie bin. Ich bin für niemanden gut, aber für Jaycee möchte ich es sein. Wenn ich sie verlieren sollte, weiß ich nicht, was ich tun werde. Jaycee, fahre ich fort und versuche meiner Stimme einen festen Klang zu verleihen. Ich weiß nicht, was ich dir geben kann, aber ich werde versuchen, dass es mehr ist als das hier. Ich weiß, dass du mehr verdienst. Glaub mir, das weiß ich wirklich. Du bist anders als jeder andere Mensch, den ich kenne. Du bist wie ein frischer Wind und ich kann gar nicht aufhören, dich einzuatmen. Du hast ja keine Ahnung, was für eine große Sache das für mich ist. Du weißt also nicht, was du mir geben kannst? fragt sie leise, einen schmerzerfüllten Ausdruck in ihren braunen Augen. Wie wäre es? Mit dir selbst? Wenn du dazu bereit bist, dann werde ich bleiben. Aber ich möchte den ganzen, Dominik. Ich möchte eine richtige Beziehung. Ich möchte dich und deine Probleme und die Wahrheit und auch all das Hässliche. Ich möchte über all das Bescheid wissen. Schaffst du das? Schaffe ich das? Die Vorstellung, Jaycee alles zu erzählen, bringt mein Herz zum Hämmern und ich sehe entsetzliche Bilder vor mir, die ineinander verschwimmen. Emmas kalte Hände, ihr bleiches Gesicht, das Blut, die Lichter des Krankenwagens, das Blut, ihr Grabstein, meine Schuld, das Blut. Ich schließe für einen Moment die Augen und erneut Tränen über das Gesicht laufen, die schwarze Streifen hinterlassen und sich mit dem Regen vermischen. Anscheinend nicht, sagt sie leise, als ich stumm bleibe. Aber bitte beantworte mir eine Frage, Dominik und sei ausnahmsweise einmal wirklich ehrlich, egal wie weh die Antwort auch tun könnte. Sie schluckt schwer, ihre Hände ballen sich zu Fäusten und sie sieht mir geradewegs in die Augen. Liebst du Emma immer noch? Ja? Oder nein? Ich habe das Gefühl, als ob mich ein Lastwagen überrollt. Ich starre sie schweigend an, versuche mir darüber klar zu werden, wie ich es ihr begreiflich machen soll. Das ist nicht so einfach, sage ich ratlos, aber sie schüttelt den Kopf. Doch, das ist es, Dom. Du hast mir dieses Spiel beigebracht. Liebst du Emma immer noch? Ja oder nein? Sie sieht mich an, während sie auf meine Antwort wartet. Der Ausdruck in ihren Augen sagt mir, dass sie zwischen dem Bedürfnis ist zu erfahren und der Angst davor hin und her schwankt. Ja oder nein? Flüstert sie. Ich hole zittrig Luft. Ja. Ihr Atem entweicht mit einem leisen Zischen aus ihrem Mund und sie streicht sich mit zitternden Fingern das Haar aus den Augen. Mir hat noch niemals ein Ja so sehr wehgetan. Ihre Stimme ist so leise, dass ich sie kaum zu verstehen vermag. Ich strecke meine Hand nach ihr aus, aber sie schüttelt sie ab und dreht sich um. Dann geht sie mit hängenden Schultern zu ihrem Wagen und fährt davon. Ich bleibe im Regen stehen und schaue zu, wie ihre Rücklichter verschwinden und die Nacht ihren Wagen verschluckt. Ich stehe da und lasse den Regen in meine Augen laufen, bis ich nichts mehr sehe, bis ich nicht mehr sehe, dass sie mich verlassen hat. Als ich in meinen Wagen steige, bin ich innerlich leer, fühle mich taub und leerer, als ich es seit Jahren gewesen bin, leerer, als ich mich jemals zuvor gefühlt habe. Mir fällt nur ein Ort ein, wohin ich gehen könnte, ein Ort, der meinen Schmerz zu dämpfen vermag. Als ich durch das Tor des Mount Olivet Catholic Cemetery trete, umgibt mich die Dunkelheit und ich verspüre so etwas wie Trost, ein Gefühl der Vertrautheit. Ich bin schon seit Jahren nicht mehr hier gewesen, aber es fällt mir nicht schwer, Emmas Grabstein zu finden. Ihre Eltern haben damals einen riesigen Stein aus weißem Marmor gekauft, der von den Flügeln eines Engels umschlossen ist. Ich knie davor und zeichne ihre Namen mit meinen Fingern nach. Emma Brand Sie war kein Engel, aber ich habe sie trotzdem geliebt. Ihr Stein fühlt sich kalt an, kalt wie Eis, kalt wie mein Herz. Sins Song kommt mir wieder in den Sinn. Your heart is cold, cold as ice, but it's mine to take. Mein Herz ist wirklich kalt, und das wird so bleiben. Wegen Emma. Ich kauere mich vor ihrem Namen zusammen, drücke meine Wange an den Stein und starre in die Nacht hinaus. Sie hat mein Leben zerstört. Sie ist der Grund dafür, dass ich zu keiner neuen Beziehung fähig bin. Also kann ich auch gleich hier bleiben. Nach einer Weile beginnt es wieder zu regnen. Es ist ein kalter Regen, der mich bis auf die Haut durchnässt. Aber das ist mir egal, und ehrlich gesagt, bemerke ich es kaum. Er vermag nicht wegzuwaschen, wer ich bin oder war oder was ich getan habe. Während ich dem Regen lausche, der auf Emmas Grabstein fällt, schlafe ich ein. Und als ich meine Augen wieder öffne, ist es früher Morgen. Meine Klamotten sind durchnässt und ich friere. Ich setze mich auf und blicke mich um, ignoriere dabei die fragenden Blicke, die mir ein Friedhofsarbeiter zuwirft. Er macht sich wieder daran, ein Blumenbeet vom Unkraut zu befreien, wirft mir aber hin und wieder einen Blick zu und fragt sich wahrscheinlich, ob ich verrückt bin. Ich sollte ihm die Mühe ersparen und ihm sagen, dass es so ist. Ich schaue auf mein Handy und stelle fest, dass ich zehn Nachrichten von Tally habe. Scheiße. Ich habe meinen Flug nach L.A. verpasst. Ich sollte eigentlich jetzt am Set sein. Ich stoße einen Seufzer aus und steige in meinen Wagen. Irgendwie scheint alles in die Brüche zu gehen und ich habe keine Ahnung, wie ich es aufhalten kann. Das ist der Grund, warum ich immer so distanziert bin. immer so cool und ruhig und gefasst und die Dinge tue, die ich tun muss. Ich mache das, um nicht zusammenzubrechen. Aber jetzt gibt es Jaycee und nichts ist mehr so, wie es einmal war. Es fällt mir schwer, etwas durch den Tränenschleier zu sehen. Es sind heiße, salzige Tränen und sie tropfen auf meine Klamotten herab. Ich greife nach meinem Handy und rufe Maddy an, sehne mich danach, mich an ihrer Schulter auszuweinen, ihren klugen Rat zu hören. Doch die Mailbox schaltet sich ein. Ich warte eine Weile und versuche es erneut, aber es ist wieder das gleiche Spiel. Ich fahre ziellos durch die Gegend, bis mir klar wird, welche Richtung ich eingeschlagen habe. Brand Ich schüttle den Kopf. Aber natürlich bin ich unterwegs zu Brand. Das ist doch immer so, wenn ich Hilfe benötige oder Trost brauche. Mir ist klar, dass ich nicht mehr zu ihm laufen sollte, weil er mich inzwischen auf eine Weise trösten will, die mir ganz und gar nicht willkommen ist. Aber ich kann an nichts anderes denken als an Dominik. Mir tut das Herz so weh, dass ich nicht in der Lage bin, etwas anderes zu spüren. Ich halte vor dem Apartmenthaus, in dem Brand wohnt, und sprinte zu seiner Tür. Als ich dort ankomme, bin ich völlig atemlos. Mein Make-up ist verschmiert und ich bin ein schluchzendes Wrack. Er öffnet die Tür, trägt eine kurze Trainingshose und ein Muscle-Shirt und starrt mich an. Was ist denn los, Jaycee? fragte Rasch und zieht mich in die Wohnung. Was ist passiert? Ist alles in Ordnung bei dir? Ich nicke, schüttle dann den Kopf, lasse mich auf sein Sofa senken und breche wieder in Tränen aus. Er setzt sich unbeholfen neben mich und tätschelt mir mit seiner großen Hand den Rücken. Sag mir, was ich machen soll, und ich mach's, versichert er mir in seiner Hilflosigkeit. Hat er dir wehgetan? Ich werde ihm seine verdammten Zähne einschlagen, wenn das so ist. Ich schüttle den Kopf. Nicke dann. Aber nicht so, wie du denkst, sage ich rasch, als er sofort Anstalten macht, aufzustehen. Bei seinem militärischen Hintergrund vermutet er bei dem Wort wehtun immer gleich irgendwelche körperlichen Verletzungen. Er hat mir kein Haar gekrümmt. Brent hält inne und sieht mich verwirrt an. Was hat er denn dann getan? Erkundigt er sich stockend. Ich nehme mir einen Moment, um durchzuatmen. Er hat es geschafft, dass ich total am Boden bin, sage ich mit matter Stimme. Ich lege mich auf die Seite, rolle mich zusammen, vergrabe mein Gesicht in den Sofakissen und breche in Schluchzen aus. Ich weine um all die Dinge, die ich nicht auszusprechen vermag, nicht in Worten auszudrücken vermag. Dass Dominic ein gequälter, kaputter Mensch ist und ich geglaubt hatte, ihm helfen zu können, indem ich ihm beweise, dass Menschen auch gut sein können. Dass ihn nicht jeder verletzen will. Ich es ihm aber nicht begreiflich machen kann. Und dass er mir das Gefühl gibt, lebendig und sexy zu sein. Er aber zur selben Zeit Gift für mich ist. Denn im Augenblick fühle ich mich total leer. Und das ist seine Schuld. Und deshalb weine ich. Wegen all dieser Dinge, die Brent nicht weiß. Und trotzdem bleibt er neben mir sitzen, tätschelt mir den Rücken und versucht, mich zu trösten. Und er lässt mich so lange weinen, bis ich keine Tränen mehr habe. Und nach einer Weile hat er es geschafft, dass ich mich besser fühle, nur weil er für mich da ist. Als ich mich endlich wieder aufsetze, brennen meine Augen und ich bin erschöpft. Was hat er getan? fragt Brent ruhig und schaut mich mit festem Blick an. Sag's mir. Er hat mir von Anfang an geraten, dass ich keine Gefühle in ihn investieren soll, gestehe ich ein. Aber ich habe es trotzdem getan. Er hat es mir wirklich gesagt, Brent. Es war nicht seine Schuld. Ich glaube, tief in mir drinnen habe ich gedacht, ich könnte ihm helfen, könnte ihm von dem befreien, was ihn quält. Er hat ziemlich mit sich selbst zu tun, weißt du. Seine Freundin ist gestorben und er liebt sie immer noch. Und es ist alles einfach nur eine einzige große Scheiße. Brent mustert mich mit einem mitfühlenden Blick. Jace, du solltest doch inzwischen wissen, dass du nicht jeden wieder hinkriegen kannst. Und wenn seine Freundin gestorben ist, na ja, ist schwer zu sagen, welche Auswirkungen das auf einen Menschen hat. Trauer stellt die komischsten Sachen mit Leuten an. Aber das war vor sechs Jahren, sage ich. Dominic gibt sich aus irgendeinem Grund die Schuld daran. Ich habe keine Ahnung, warum, weil er es mir nicht erzählen will. Brent starrt mich an und etwas blitzt in seinen Augen auf. Ich habe diesen gequälten, traurigen Ausdruck schon einmal gesehen. Doch dann ist es auch schon wieder verschwunden und er zuckt mit den Schultern. Wenn er nicht mit dir darüber reden will, dann hat er vielleicht auch Gründe, sich selbst dafür die Schuld zu geben. Vielleicht trug er ja die Verantwortung dafür, sagt er leise. Das bezweifle ich, brumme ich. Doch als ich Brands Gesicht und seinen gefühlvollen Blick sehe, fällt mir die Wahrheit wieder ein. Für ihn bin ich nicht länger seine kleine Schwester. Seine Gefühle für mich sind gewachsen. Ich kann ihm nicht länger etwas über meine Probleme mit Männern vorheulen. Nicht, wenn er in mich verliebt ist. Oh Gott, warum bin ich nur hergekommen? Mir wird es ganz eng ums Herz und ich greife nach Brands Hand. Brand, tut mir leid, dass ich das alles mal wieder bei dir ablade. Das ist nicht fair, da ich jetzt weiß, was du für mich empfindest. Ich verstumme. Denn mir wird klar, wie bescheuert das von mir ist. Brand fixiert mich mit seinem Blick. Was ich für dich empfinde? fragte er leise. Die Worte kommen zögernd und er wirkt erschrocken und nervös. Wenn ich nun versuchen würde, ihn zu belügen, dann wäre das eine Kränkung für ihn. Ich sehe doch, was los ist, erwidere ich mit matter Stimme. Und es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte deine Gefühle erwidern. Du bist der tollste Mensch, den ich kenne. Und deshalb komme ich auch immer zu dir, weil du einfach umwerfend bist. Ich wünschte wirklich, ich würde dich so lieben, wie du es dir vorstellst. Er errötet. Das habe ich vorher noch nie bei ihm gesehen. Schon gut, sagt er ruhig. Das ist mein Problem, nicht deines. Ist ja nicht deine Schuld, dass sich etwas bei mir geändert hat und bei dir nicht. Ich werde das schon in den Griff bekommen. Zwischen uns ändert sich nichts, Jace. Ich blicke ihn an, sehe die Güte in seinen Augen und in seinem Herzen. Brand ist einfach so gut. Durch und durch gut. Und die ganze Zeit über bin ich demjenigen hinterhergejagt, der schlecht ist für mich, während ich das Beste immer direkt vor meiner Nase hatte. Ich beuge mich spontan vor und küsse ihn. Auf den Mund. Er erwidert den Kuss. Für den Bruchteil einer Sekunde. Dann weicht er zurück. Ich versuche, mich an ihn zu klammern, doch er schiebt mich weg. Bitte, bitte mach, dass es mir wieder gut geht, Brand, murmle ich flehentlich. Bitte. Brand holt tief Luft und starrt mich an. Verdammt, Jace, gib mir eine Sekunde. Es dauert eine kleine Weile, bis er sich wieder in der Gewalt hat, während ich heftig atmend am anderen Ende des Sofas warte. Als er sich mir endlich wieder zuwendet, ist ein schmerzvoller Ausdruck in seinen Augen. Eigentlich willst du mich gar nicht, sagt er mit eindringlicher Stimme. Nicht wirklich. Ich weiß es und du weißt es auch. Du willst Dominic Kinkade, aber da du ihn nicht haben kannst, willst du dich mit mir über diese Zurückweisung hinwegtrösten. Das ist nicht fair, Jace. Weder dir noch mir gegenüber. Er atmet schwer, während er mich beobachtet, auf meine Reaktion wartet. Ich schließe die Augen und er fährt fort. Das hier ist genau das, was du immer machst, Jace. Seit du ein Teenager bist, ich habe es oft genug erlebt. Dein Dad war nie zu Hause, hat sich an Scheißdreck um dich gekümmert und du hast dir jahrelang deine Bestätigung und deine Anerkennung bei irgendwelchen Typen geholt. Und bei jeder Zurückweisung rennst du gleich weiter zum nächsten Kerl. Aber so geht das nicht mehr. Ich verschlucke mich an meinen Tränen, denn ich weiß, dass er recht hat. Im Grunde weiß ich es nur zu gut und genau das hat mir auch mein Therapeut gesagt. Das ist so demütigend und grässlich und leider wahr. Ich weiß auch nicht, was mit mir los ist, murmele ich, bevor ich wieder anfange zu heulen. Ich bin ein schrecklicher Mensch und ich hasse mich für meine Schwäche. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir falsche Hoffnungen gemacht habe, Brent. Das war nicht meine Absicht. Ich hab dich lieb. Du bist wie ein Bruder für mich und ich kann mir einfach nicht vorstellen, ohne dich zu sein. Brent zieht mich wieder in seine Arme und presst mich an seine Brust, wo ich mein Gesicht verstecke. Ich versuche, die Tatsache zu ignorieren, dass ich dabei meine Brüste gegen ihn drücke. Darüber habe ich mir bislang noch niemals Gedanken machen müssen und ich finde es furchtbar, dass ich es jetzt tue. Also erstens. Ich werde immer für dich da sein. Immer. Kapiert? Brent schaut mit strengem Blick auf mich herab und ich nicke. Und zweitens. Du bist kein schrecklicher Mensch. Du bist wunderschön. Und stark. Und außerdem hast du diesen ganzen Scheiß doch schon so ziemlich durchschaut. Du hast dich von Dominic abgewandt, weil er dir nicht das geben kann, was du brauchst. Das ist schon die halbe Miete, Jaycee. Jetzt musst du nur noch damit aufhören, direkt zum nächsten Kerl zu rennen, um dich besser zu fühlen. Du brauchst ihre Anerkennung nicht, Jaycee. Du bist stark genug, um allein mit den Dingen fertig zu werden. Ich schniefe in sein Shirt, atme den vertrauten Duft seines Rasierwassers ein. Da bin ich mir nicht so sicher, sage ich seufzend. Ich fühle mich gar nicht so stark. Seit Jared, also seitdem, was er getan hat, habe ich versucht, nicht schwach zu sein und mich zu ändern. Aber ich beginne allmählich zu glauben, dass das unmöglich ist. Zumindest für mich. Denn obwohl ich es eigentlich besser wusste, habe ich mich in Dominic verknallt, Brand. Und er ist wirklich der schlimmste Mann, in den ich mich verlieben konnte. Aber du hast dich von ihm abgewandt, Jaycee. Das ist gigantisch. Ja, murmel ich. Und dann bin ich hergekommen und habe versucht, mich dir aufzudrängen. Es rumpelt in Brands Brust, als er mit dieser Stimme, die immer schon die Macht hatte, mich zu beruhigen, zu mir spricht. Und das, obwohl er in mich verliebt ist und ich ihm wegen eines anderen Typen etwas vorheule. Weißt du, was deine Großmutter mal zu mir gesagt hat? fragt er. Und ich hebe den Kopf. Meine Gran? Brand nickt. Ja. Es war in einem Sommer, als Gabe und du und ich im Haus deiner Großeltern am See zu Besuch waren. Ich war mit deiner Grandma unten am See und ich war total durcheinander wegen irgendeines Mädchens, das gerade mit mir Schluss gemacht hatte. Ich dachte, die Welt würde untergehen. Und ich habe ihr gesagt, dass ich mich nie wieder verlieben würde, da das doch wohl das Dämlichste überhaupt ist, weil es so wehtut. Ich muss lächeln, denn ich kann praktisch vor mir sehen, wie der Teenager Brand es gesagt hat. Brand ist und war immer schon jemand, der keine halben Sachen macht. Ganz oder gar nicht. Das ist dein Motto. Was hat Gran dazu gesagt? Deine Großmutter war eine weise Frau, erwidert er. Sie hat mich angesehen und gesagt, Brandon, die besten Dinge im Leben sind es wert, dass man für sie die größten Risiken auf sich nimmt. Und sich zu verlieben gehört dazu. Natürlich kann es sein, dass es dir das Herz bricht. Aber meist ist es so, dass wir fliegen, statt abzustürzen. Was zum Teufel soll das denn bedeuten, frage ich verwirrt. Das habe ich sie auch gefragt, erwidert Brand. Das ergab für mich keinen Sinn. Aber dann hat sie es mir erklärt und es war perfekt. Sie sagte, wir sind alle wie Vögel, die zum ersten Mal die Bäume verlassen und schreckliche Angst haben, zu Boden zu stürzen. Aber die Chancen, dass ein Vogel fliegt, statt abzustürzen, sind unendlich größer. Und daher sollten wir keine Angst haben, die Dinge zu tun, die uns den größten Gewinn bringen. Wie uns zu verlieben. Aber was ist, wenn wir uns in die falschen Leute verlieben, stammel ich. Denn das habe ich schon x Mal gemacht und jedes Mal habe ich mir selbst oder jemand anderem wehgetan. Und das will ich nicht mehr. Wie oft müssen wir dann abstürzen, bevor wir endlich fliegen können? Brand schüttelt den Kopf und grinst über das ganze Gesicht. Das habe ich deine Großmutter nicht gefragt. Ich schüttle den Kopf, aber Brand legt mir den Finger unters Kinn und hebt es an. Vielleicht benötigen wir einige Versuche, aber irgendwann wird es klappen. Ich habe keine Ahnung, mit welchem Typen es funktionieren wird. Aber du wirst auf jeden Fall aus jedem fehlgeschlagenen Versuch lernen. Das ist ja auch schon mal was. Na, ich bin mir nicht so sicher, ob das so tröstlich ist, erwidere ich. Brand lacht in sich hinein. Stimmt. Und genau das habe ich damals, als deine Grandma mit mir gesprochen hat, auch gedacht. Aber du solltest mal darüber nachdenken. Dann wirst du bestimmt erkennen, dass sie recht hatte. Du wirst fliegen, JC. Ob jetzt oder später, irgendwann wird es passieren. Das verspreche ich dir. Ich hoffe nur, es passiert, bevor ich mir die Flügel breche, brumme ich und kuschele mich an seine Brust. Er kichert leise und tätschelt mir den Rücken. Ich bleibe noch für eine kleine Weile so liegen, wie er ich mich aufsetze und meine Klamotten zurechtziehe. Tut mir leid, Brand, sage ich zu ihm und blicke ihm dabei in die Augen. Tut mir leid, dass ich immer angerannt komme, wenn es mir schlecht geht. Dass du mich immer wieder aufrichten musst, wenn ich down bin. Und dass es so aussieht, als würde ich dich ausnutzen. Das war nie meine Absicht. Es ist nur so, dass ich tief in mir drin das Gefühl habe, nicht gut genug zu sein. Und du schaffst es immer wieder, mich davon zu überzeugen, dass ich es doch bin. Aber ich werde damit aufhören, mich in dieser Hinsicht auf dich zu verlassen. Ich werde es schaffen, mich selbst davon zu überzeugen. Brand beugt sich vor und drückt mir einen Kuss auf die Stirn. Sei einfach du selbst, Jaycee. Du bist immer mehr als nur gut genug. Du hast es seit der Sache mit Jared weit gebracht. Mach weiter so. Das heute war nur ein kleiner Ausrutscher. Du bist zu mir gekommen, weil ich dir vertraut bin. Das ist alles. Du machst das ganz toll. Ich kann nicht anders. Ich muss lächeln, als ich aufstehe und hinausgehe. In der Türöffnung bleibe ich noch einmal stehen und drehe mich um. Ich danke dir. Du hast keine Ahnung, wie lieb ich dich habe. Brand lächelt. Aber ich kann seine Traurigkeit erkennen. Mach dir keine Gedanken, sagt er in seiner typisch unbeschwerten Art. Das weiß ich doch. Und ich hab dich auch lieb. Aber ich brauche jetzt mal für eine Weile ein bisschen Abstand, Jayce. Ich werde meine Gefühle für dich schon irgendwie in den Griff kriegen, denn ich will nicht, dass irgendetwas zwischen uns steht. Ich will auch weiterhin für dich da sein können. Aber versuch mal, mich für eine Weile nicht zu brauchen, okay? Ich nicke. Es tut mir von Herzen weh, dass ich versehentlich einen der Menschen verletzt habe, die ich am meisten auf der Welt liebe. Okay, stimme ich ihm zu. Ich lass dir deinen Freiraum. Tut mir echt leid, Brand. Ich fühle mich todtraurig, als ich zu meinem Wagen gehe, aber auch irgendwie stärker. Wenn ich mit Brand zusammen bin, fühle ich mich immer stärker. Er kennt mich in- und auswendig. Eine solche Vertrautheit hat etwas Tröstliches. Ich finde es furchtbar, dass ich seine Gefühle nicht erwidern kann, ihm nicht das geben kann, was er braucht. Komischerweise fühle ich mich dadurch Dominic viel näher, denn ich weiß, was er empfindet. Er kann mir auch nicht das geben, was ich brauche. Ich blinzele seufzend meine Tränen fort und fahre in die Nacht davon. Die Welt gerät aus den Fugen. Nachdem ich mit ein paar Stunden Verspätung am Set eintreffe und mir einige scharfe Worte vom Regisseur angehört habe, erledige ich während des Wochenendes mechanisch meine Arbeit, fliege wieder nach Hause und gehe montags zur Arbeit im Jugendzentrum. Die ganze Zeit über empfinde ich rein gar nichts, bin wie betäubt. Doch als ich die Boxhalle betrete, stockt mir der Atem, denn zum ersten Mal seit Tagen fühle ich wieder etwas, das Verlangen, Jaycee zu sehen. Und als ich ihr dann zufällig begegne, da wendet sie sich ab, als sei ich gar nicht da, existierte überhaupt nicht, genauso wie ich sie schon x Male in der Vergangenheit behandelt habe. Und das ist der Moment, in dem mir klar wird, dass die Welt am Arsch ist. Ich brauche Jaycee. Ich brauche sie in meinem Leben. Ich weiß, dass mein Verlangen nach ihr schon vorher da war, aber sicher zu sein, dass ich sie brauche, ist etwas ganz anderes, ist so furchteinflößend für mich, dass mein Herz zu hämmern beginnt. Das Problem ist nur, dass sie mich nicht braucht. Sie nimmt meine Anwesenheit kaum zur Kenntnis, würdigt mich keines Blickes. Sie hat die Kunst der Distanziertheit vom Meister selbst gelernt. Von mir. Derjenige zu sein, dem eine solche Kälte entgegengebracht wird, ist einfach ätzend. Zum ersten Mal seit vielen Jahren tut mir mein verdammtes Herz weh. Weil ich es geöffnet habe. Und nun ist es mir eine schmerzhafte Mahnung. Während ich die Arbeitsplatten in der Küche abwische, blicke ich mich um und grüble darüber nach, wie viel sich in den letzten Wochen verändert hat. Ich bin gerade damit fertig geworden, 20 Erdnussbutter-Sandwiches zuzubereiten und sie in Folie zu wickeln. Und warum? Weil Joe darauf besteht, den Jungs, von denen viele nicht genug zu essen haben, Sandwiches nach Hause mitzugeben. Wieso lässt dies eine Veränderung erkennen? Weil ich mir vornehme, ein paar aufgeladene Debitkarten zu kaufen, um sie einigen von ihnen mitzugeben, damit sie sich Lebensmittel besorgen können. Sie sollten sich keine Sorgen machen müssen, ob sie genug zu essen haben. Dies ist etwas, worüber ich mir vor einem Monat noch keine Gedanken gemacht hätte. Genauso wenig, wie mir vor einem Monat das Herz wehgetan hatte. Es hat gesund und munter in seinem eisigen Käfig geschlagen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was besser ist. Jayce steckt den Kopf zur Küchentür herein und unterbricht damit meine Gedanken. Zum ersten Mal an diesem Tag spricht sie mit mir. Hast du die Leiter gesehen? fragt sie mit leiser, zögernder Stimme. Sie blickt sich in der Küche um. Nein, erwidere ich und füge überflüssigerweise hinzu, hier ist sie nicht. Sie will sich gleich wieder abwenden, aber ich sage ihre Namen und sie blickt sich zu mir um, bleibt zögernd im Türrahmen stehen. Und ihre Augen sagen mir, was ihr nicht über die Lippen kommt. Ich habe dir vertraut, das war ein Fehler und den werde ich nicht nochmal begehen. Das gibt mir zu denken und ich schließe den Mund, schlucke die Worte hinunter, die ich sagen wollte. Ich bin hin und her gerissen. Vielleicht brauche ich sie, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich ihr nicht das geben kann, was sie braucht. Sie wirkt ungeduldig. Doch ich bringe nicht mehr zustande, als den Kopf zu schütteln. Schon gut, sage ich. Sie dreht sich um und geht davon, doch ich erhasche noch einen Blick auf ihr enttäuschtes Gesicht. Um mich von den Grübeleien über sie und der Tatsache, dass ich vermutlich den einzigen guten Menschen, den ich auf dieser Welt kenne, vergrault habe, abzulenken, schichte ich die Brote in ordentliche Stapel und beginne Servietten zu falten, um sie dazu zu legen. Als ich gerade die letzte Serviette zusammenlege, höre ich von draußen in der Halle plötzlich aufgeregte Stimmen. Neugierig schaue ich nach, was vor sich geht und sehe, dass sich einige der Jungs um die Leiter versammelt haben, die mitten in der Halle steht. Einige knien, andere stehen da, aber gemeinsam bilden sie einen Kreis um etwas. Mein Herz beginnt zu hämmern, als ich Jaces pinkfarbenen Tennisschuh zwischen den Beinen hervorlugen sehe. Ich drängle mich im selben Moment durch die Gruppe, als auch Joe eintrifft. Jace liegt auf dem Boden und mir bleibt das Herz stehen, als ich ihre regungslose Gestalter blicke. Sie rührt sich nicht. Jegliche Farbe ist aus ihrem Gesicht gewichen und ihre Augen sind geschlossen. Oh, Scheiße! Ich kriege mit einem Mal keine Luft mehr. Ich darf sie nicht verlieren, sowas hat sie nicht verdient. Nochmal überstehe ich das nicht. Was zum Teufel ist hier passiert, blafft Joe, der sich neben sie kniet. Ich bin wie erstarrt, kann nur auf ihren leblosen Körper blicken. Sie wollte die Birne von der Hängelampe da auswechseln, wie sie es ihr gesagt haben, erklärt Tick rasch. Aber als sie runterstieg, ist sie irgendwie von der Leiter abgerutscht und wohl mit dem Kopf auf den Zementboden geknallt. Oh Gott, murmelt Joe, der ihren Kopf abtastet. Da ist eine dicke Beule. Ruf den Krankenwagen! Da sich keiner rührt, schreit er. Macht schon! Jake stürzt Richtung Büro davon und ich bin endlich wieder imstande, mich zu bewegen. Ich trete auf sie zu und lasse mich neben mir auf die Knie sinken, greife nach ihrer Hand. Ihre Finger sind kalt. Diese Kälte versetzt mich in Panik und ich rüttle sie an der Schulter. Fest! J.C., wach auf! sage ich mit energischer Stimme, obwohl ich innerlich zittere. Wach auf! Sie zuckt nicht einmal. Das kann doch unmöglich schon wieder passieren. J.C., ich schüttle sie! J.C., ich bin kurz vor dem Durchdrehen, bin von Gefühlen überwältigt, sodass ich nicht klar denken kann. Es kommt mir so vor, als hätte ich das alles schon einmal gesehen. Und beim letzten Mal ging es nicht gut aus. Das darf nicht wieder passieren. Das Einzige, woran ich denken kann, ist, dass ich J.C. unbedingt dazu bringen muss, aufzuwachen. Ich drücke ihre Hand, rüttle an ihrer Schulter, wiederhole immer wieder ihren Namen. Vorsicht, mein Junge, warnt mich Joe, nicht das Genick bewegen. Ich bin nicht ihr Junge, sage ich ohne aufzublicken. Sie muss wieder zu sich kommen. Ja, stimmt mir Joe mit ruhiger Stimme zu. Das ist richtig. Aber bewegen Sie sie nicht. Ich ignoriere ihn und schüttle sie noch einmal leicht. Wir sind beide überrascht, als sie die Augen öffnet. Ich habe das Gefühl, als ob mich ein elektrischer Schlag durchfährt. Dominik, sagt sie fragend mit matter Stimme und versucht ihren Blick auf mich zu fokussieren. Was ist passiert? Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen. Danke, lieber Gott. Du bist von der Leiter gefallen, sage ich leise und auf den Kopf gestürzt, aber es wird alles wieder gut. Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ein Krankenwagen ist unterwegs, ruft Jake, der vom Büro herübergelaufen kommt. Bist du mit deinem verletzten Fuß abgerutscht, Jace? fragt er, kniet sich neben mich und blickt auf sie hinab. Sie schüttelt verwirrt den Kopf. Keine Ahnung. Schuldgefühle nagen an mir, weil ich nicht einmal wusste, dass ihr der Fuß immer noch Probleme bereitet. Aber eines weiß ich, dass sie sich den Fuß verletzt hat, um mich zu beschützen. Ich sage nichts mehr. Halte nur ihre Hand und bleibe bei ihr, bis die Sanitäter eintreffen. Sie legen sie auf eine fahrbare Krankentrage und schieben sie in den Krankenwagen. Sie ist immer noch desorientiert und ich kann den Gedanken nicht ertragen, sie so allein fahren zu lassen. Daher bestehe ich darauf, sie zu begleiten. Sind Sie ein Familienmitglied? fragt die eine Sanitäterin mich neugierig. Ich sehe es ihr an, dass ihr dämmert, wer ich bin. Sind Sie nicht Dominic Kincaid? Ja, erwidere ich, ich bin ihr Bruder. Jaces Lieder haben sich inzwischen wieder flatternd geschlossen und die Sanitäterin entscheidet sich, meine Worte nicht in Frage zu stellen, obwohl sie weiß, dass ich lüge. Halten Sie Ihre Schwester wach, weist sie mich an. Ich werde eine Infusion legen. Ich drücke Jaces Hand. Jace, du musst wach bleiben. Lass uns über das Riesenrad am Navy Pier reden. Oder über Autorennen. Hast du Lust, nochmal mit auf die Piste zu kommen? Nicht mit dir, sagt sie leise. Mit dir gehe ich nirgendwo mehr hin, Dom. Du bist Gift für mich. Die Sanitäterin wirft mir einen Blick zu, als sie eine Spritze in einen Infusionsschlauch drückt. Sie ist vermutlich verwirrt, kommt bei Kopfverletzungen häufig vor. Jace ist nicht verwirrt. Im Gegenteil. Es hat Hand und Fuß, was sie sagt. Aber ihre Worte tun mir verdammt weh. Ist schon gut, Jace, sage ich. Wir reden später darüber, wenn du dich besser fühlst. Aber jetzt musst du wach bleiben. Du bist auf den Kopf gestürzt und du hast dir dafür ausgerechnet eine der wenigen Stellen ausgesucht, die nicht mit Matten bedeckt sind. Du hättest das ein bisschen besser planen sollen. Sie lächelt nicht. Ihre Augen bleiben geschlossen, aber ich weiß, dass sie wach ist, weil sie von Zeit zu Zeit meine Hand drückt. Ich spreche auf der ganzen Fahrt zum Krankenhaus mit ihr, aber als wir dort eintreffen, rollen sie sie auf der quietschenden Trage weg und ich werde ins Wartezimmer verbannt. Im Wartebereich der Notaufnahme scheinen sämtliche verlorenen Seelen der Stadt gestrandet zu sein. Die Leute sitzen vorn übergebeugt und erschöpft da, sind krank, haben sich zusammengerollt, sind traurig und verzweifelt. Das raubt mir meine Energie und ich kauere mich auf einen Stuhl in der Hoffnung, dass mich niemand erkennt. Denn dazu wäre ich jetzt definitiv nicht in der Stimmung. Ich verstecke mein Gesicht hinter einer zerfledderten Zeitschrift, bis man mich eine Stunde später mit dem Arzt reden lässt. Sie sind der Bruder? fragt der. Ich nicke. Eine Lüge mehr oder weniger spielt keine Rolle. Ihre Schwester hat eine leichte Gehirnerschütterung. Sie hat wirklich Glück gehabt, wenn man bedenkt, dass sie offenbar aus einer ziemlichen Höhe abgestürzt ist. Wir könnten sie über Nacht hier behalten, aber sie hätte es in ihrem eigenen Bett bequemer. Die Sache ist nur die, sie sollte nicht allein bleiben. Könnten sie oder jemand anders bei ihr bleiben? Sie muss alle zwei Stunden geweckt werden, um sicherzustellen, dass sie bei klarem Verstand ist. Sollte sie sich ungewöhnlich benehmen oder nicht aufwachen, dann rufen sie einen Krankenwagen. Kommen sie damit klar? Ich sage, natürlich. Ich werde selbst bei ihr bleiben. Der Arzt nickt erschöpft. Gut, ich werde den Papierkram erledigen, dann können sie sie gleich mitnehmen. Wieder muss ich warten. Die Uhr tickt langsam weiter und ich stoße einen Säufzer aus. Offenbar geht sie nicht schneller, wenn man sie anstarrt. Ich hole mir einen Becher Kaffee, der grausam schmeckt, veranlasse, dass Jaycees Rechnung an mich geschickt wird und sitze wieder im Wartebereich, als eine Schwester Jaycee in einem Rollstuhl hereinfährt. Jaycee blickt missmutig drein. Dabei hat sie mich noch nicht einmal gesehen. Ich brauche keinen Babysitter, knurrt sie die Krankenschwester an. Das entlockt mir ein Lächeln. Die Schwester sieht mich erleichtert an, als ich auf sie zukomme. Sie ist wahrscheinlich froh, Jaycee loszuwerden. Ihr Bruder ist hier, um sie nach Hause zu bringen. Er wird heute Nacht nach Ihnen sehen. Jaycee hebt den Kopf und blickt sich um. Gabe ist hier? fragt sie, und die freudige Erregung in ihrer Stimme tut mir weh. Ich hasse es, sie enttäuschen zu müssen. Nein, ich bin's nur, sage ich. Ich werde heute Nacht auf dich aufpassen. Sie starrt mich frustriert an, aber sie entlarvt mich nicht als Lügner. Sie wartet genau fünf Minuten, bis wir beide allein in meinem Wagen sitzen, ehe sie auf mich losgeht. Was zum Teufel soll das? schnauzt sie mich an, als ich aus dem Parkhaus fahre und den Weg zu ihrem kleinen Haus einschlage. Glaubst du, du kannst es ausnutzen, dass es mir nicht gut geht? Vielen Dank, aber so läuft das nicht. Ich will nicht, dass du bei mir bleibst, Dominik. Ich will doch nur helfen, versichere ich ihr und beobachte aus dem Augenwinkel, wie sie sich den Kopf reibt. Es tut mir wirklich leid, dass du gestürzt bist, Jaycee. Ich fühle mich dafür verantwortlich, weil ich der Grund bin, dass du dir den Fuß verletzt hast. Lass mich doch bitte heute Nacht auf dich aufpassen. Dann werde ich dich in Ruhe lassen, versprochen. Nein, erwidert sie schnippisch und starrt mich mit ihren braunen Augen wütend an. Kommt nicht in Frage. Halte den Wagen an. Ich werde jemand anderen anrufen. Etwa Brand? Frage ich mit schneidender Stimme. Soll er dir schon wieder zur Hilfe kommen, als wüsstest du nicht, was er für dich empfindet? Jaycee starrt mich an, senkt dann den Blick und für einen Moment fühle ich mich schlecht. Aber scheiße noch mal, sie kann nicht jedes Mal, wenn sie ein Problem hat, zu diesem Typen rennen. Ich bin zu müde, um zu streiten, sagt sie schließlich erschöpft und lehnt ihren Kopf gegen das Fenster. Brand und ich haben uns ausgesprochen und du hattest recht, okay? Ist es das, was du hören wolltest? Du hattest recht, er ist in mich verliebt. Ich empfinde nicht das Gleiche für ihn und das treibt einen Keil zwischen uns. Also kann ich ihn nicht anrufen. Ich bin auf mich allein gestellt. Setz mich einfach zu Hause ab, wenn du mir helfen willst. Ich bin so müde. Ich kann kaum die Augen offen halten. Das mit Brand und ihr hätte ich nicht gedacht. Und dass sie eingestehen würde, dass ich recht hatte, noch weniger. Und dass sie ihn nicht anrufen wird, obwohl sie sich sonst immer bei allem auf ihn verlässt, das macht mich wirklich sprachlos. Aber ein Teil von mir verspürt auch eine große Befriedigung, dass sie sich heute Abend ausnahmsweise einmal nicht auf ihn verlassen wird. Dafür bin ich ja da. Das mit Brand tut mir leid, sage ich schließlich. Ich weiß, wie sehr du ihn magst. Reden wir nicht mehr über ihn, erwidert sie mit Nachdruck. Das ist zu... Lassen wir es einfach. Okay, entgegne ich und ignoriere ihren eisigen Ton. Dann werde ich dir einfach nur sagen, dass du nicht allein bist. Ich bin hier. Und es ist normal, dass du müde bist. Du kannst schlafen, wenn wir bei dir zu Hause sind, aber ich muss da bleiben und dich alle zwei Stunden wecken. Sorry. Anweisung des Arztes. Na super, brummt sie und schließt die Augen. Ich kann's kaum erwarten. Als wir bei ihr zu Hause ankommen, zieht sie sich ein Nachthemd an und legt sich ins Bett. Du kannst auf dem Sofa schlafen, erklärt sie, als ich ihr die Decke bis zum Kinn hochziehe. Ich nicke. Wir machen das, was dir am liebsten ist. Mir wäre es am liebsten, wenn du verschwindest, knurrt sie und rollt sich auf die Seite, womit das Gespräch offenbar beendet ist. Ich lasse mich auf dem Sofa nieder. Aber anstatt zu schlafen, lese ich ein Buch, bis es Zeit ist, sie das erste Mal aufzuwecken. Als ich auf sie herab schaue, kann ich nicht umhin zu bemerken, wie unschuldig und schön sie im Schlaf aussieht. So vertrauensvoll. Ich rüttle sie sanft an der Schulter und sie öffnet die Augen. Geht es dir gut, Jaycee? Sie nickt. Ja oder nein, beharre ich. Ja, sagt sie seufzend. Wie lautet dein voller Name? Jacelyn Elizabeth Vincent. Das wusste ich gar nicht, erwidere ich. Wie hübsch. Er passt zu ihr. Aber das spreche ich nicht laut aus. Ich wurde nach meiner Großmutter benannt, erklärt sie gähnend. Als ich geboren wurde, konnte Gabe den Namen auch nicht gut aussprechen. Er hat mich Jaycee genannt und irgendwann haben das alle getan. Kann ich jetzt weiter schlafen? Ich weiß nicht so recht, antworte ich unsicher. Ich muss erst noch sicherstellen, dass wirklich alles in Ordnung ist. Sie fixiert mich mit ihrem Blick und ich kann sehen, wie die Schlaftrunkenheit weicht und sich ihre Miene versteinert. Wieso bist du hier, Dominik? fragt sie unvermittelt. Du hättest im Krankenhaus die Wahrheit sagen können. Dann hätten sie jemand anderes für mich angerufen. Du musstest nicht dort bleiben und du musst auch jetzt nicht hier bleiben. Was für ein Spielchen treibst du eigentlich? Ein winziger Muskel an meinem Kiefer zuckt. Keine Ahnung, erwidere ich ganz offen. Aber es ist ausnahmsweise mal kein Spiel. Ich will hier sein. Sie seufzt leise. Aber warum? Du machst die Sache doch nur noch schlimmer. Zögerst das Unvermeidliche hinaus. Lass uns lieber jetzt Schluss machen. Ein sauberer Schnitt ist weniger schmerzhaft. Glaub mir. Ich kenne mich mit sowas aus. Aber ich will gar nicht Schluss machen, stoße ich hervor. Ich weiß, dass mich ihre Reaktion niederschmettern wird. Aber nun kann ich die Worte nicht mehr zurücknehmen. Ich will ja gar nicht Schluss machen, wiederhole ich. Es laut auszusprechen, das bestätigt mir nur noch einmal, was ich empfinde. Ich will wirklich nicht Schluss machen. Ich habe keine Ahnung, was ich stattdessen will, aber das ist es nicht. Trotz all meiner Bemühungen habe ich sie an mich herangelassen und nun, da dies geschehen ist, kann ich sie nicht mehr loslassen. Einen solchen Verlust würde ich nicht noch einmal verkraften. Sie schließt die Augen. Du kannst mir nicht das geben, was ich brauche, Dominik. Erwidert sie in aller Deutlichkeit. Also was soll das bringen? Ich bin nicht mehr bereit, mich mit weniger abzugeben. Die Zeiten sind vorbei. Panik steigt in mir auf und hinterlässt einen bitteren Geschmack auf meiner Zunge, denn sie könnte recht haben. Nicht etwa, dass ich nicht bereit wäre, ihr das zu geben, was sie braucht, sondern weil ich möglicherweise gar nicht dazu fähig bin. Aber ich kann es doch wenigstens versuchen, verdammt noch mal. Was brauchst du denn, frage ich, und die Worte kratzen schmerzhaft in meiner Kehle. Dich, antwortet sie schlicht, mit allem, was dich ausmacht. Aber du bist nicht imstande, mir das zu geben. Mein Atem geht jetzt schneller, ist beinahe ein Keuchen. Ich weiß nicht, wie sich eine Panikattacke anfühlte, aber ich glaube, ich stehe kurz davor, eine zu bekommen. Meine Rippen gleichen Bändern aus Stahl, die meine Lungen wie einen Schraubstock zusammenpressen. Ich atme hastig tief ein und lasse die Luft dann langsam wieder entweichen. Woher willst du das wissen, frage ich schließlich. Ich habe es ja noch nicht einmal versucht. Weil ich dich kenne, erwidert sie, und ihre Augen sind dabei geschlossen, ihre Wimpern dunkel auf den bleichen Wangen. Weil ich dich kenne. Tust du das? Entgegne ich mit hohler Stimme. Tust du das wirklich? Jayce öffnet ihre Augen wieder und ich erkenne darin den Schmerz und die Verwirrung, aber auch Hoffnung. Also gut, vielleicht tue ich das nicht. Dann erzähl mir doch, wer du bist. Erzähl mir von Emma. Das wäre ein Anfang. Gott, ich kann nicht atmen. Der Schraubstock um meine Lungen bewegt sich zu meinem Herz, presst es zusammen, zerquetscht es, während ich versuche zu atmen. Es gelingt mir, einen Atemzug zu tun und ich starre in die dunkle Zimmerecke. Wieso ausgerechnet das? Frage ich mühsam. Wieso müssen wir über Emma reden? Sie hat doch gar nichts mit uns beiden zu tun. Jayce starrt mich mit düsterem Blick an. Wirklich nicht, sagt sie leise. Du liebst sie, Dominik, und sie ist immer da. Bei allem, was du tust, sei es auch noch so unbedeutend. Ich presse meine Lieder zusammen und versuche, die Wahrheit zu verdrängen. Aber ich weiß, dass sie recht hat. Alles, was ich tue, alles, was so verkorkst an mir ist, hat seinen Anfang bei Emma. Und wenn ich jemals darüber hinwegkommen will, wenn ich jemals eine gute, eine echte Beziehung führen möchte, dann muss ich mich dem stellen. Siehst du, sagt Jayce leise, ich wusste, dass du es nicht schaffst. Geh einfach, Dom. Ich werde Kaylee anrufen, damit sie sich zu mir setzt. Nein, sage ich mit Nachdruck von Verzweiflung getrieben, lass es mich versuchen. Jayce sieht mich skeptisch an, getraut sich offenbar nicht mehr noch einmal zu hoffen. Ich liebe Emma nicht wie einen lebendigen, atmenden Menschen, denn das ist sie nicht mehr, das ist mir klar. Aber ich liebe sie immer noch für all das, was sie für mich gewesen ist. Mein erster Kuss, meine erste Liebe, mein erstes Mal, dafür werde ich sie immer lieben. Und wegen all dem, was mit ihr geschehen ist, werde ich niemals von ihr loskommen. Ich halte für einen Moment inne, gebe Jayce die Gelegenheit, die Worte in sich aufzunehmen. Emma ist tot. Sie ist auf schreckliche Weise ums Leben gekommen und das war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Ich glaube nicht, dass ich diese Nacht beschreiben kann, sie überhaupt in Worte fassen kann. Ich habe es nie geschafft, mit irgendjemandem darüber zu reden. Nicht einmal mit meiner Familie. Ich denke an ihr Gesicht, an diese letzte Nacht und dann bin ich einfach nur noch wie erstarrt, bringe kein Wort mehr heraus. Aber wenn es so wichtig für dich ist, wenn du es unbedingt willst, dann werde ich es versuchen. Es herrscht eine emotionsgeladene, bedrückende Atmosphäre, doch das spielt keine Rolle mehr, denn das, was ich gerade wirklich brauche, geschieht. Jaycees Gesicht nimmt einen weicheren Ausdruck an und sie nickt. Es tut mir leid, flüstert sie. Ich weiß, dass es schwer sein muss, aber es ist mir wirklich wichtig. Ich muss einfach verstehen, was da passiert ist, denn ich glaube, dass es alles erklären wird und ich muss einfach den ganzen Dominik kennen. Ich fühle mich vor Erleichterung ganz schwach, bin aber zugleich auch total angespannt. Ich weiß, dass ich nur eine einzige Chance habe, ihr alles zu erklären, ihr alles begreiflich zu machen und deshalb muss ich es unbedingt richtig hinbekommen, auch wenn das eigentlich unmöglich ist. Denn es lief damals einfach alles falsch, in jeder Hinsicht. Ich schaue beim Sprechen aus dem Fenster zum Nachthimmel hinauf. J.C. dabei anzublicken, das ist mir unmöglich, denn es würde mich umbringen, ihre Reaktion zu sehen. Ich will auf gar keinen Fall in ihr Gesicht schauen, wenn sie hört, was ich getan habe, was für ein Mensch ich gewesen bin, wie ich mich benommen habe. Emma und ich sind zusammen aufgewachsen, beginne ich. Sie war genau wie Kira immer bei uns zu Hause, hat mit Duncan, Sin, Fiona und mir gespielt. Wir waren wie eine Familie. Bis ihr angefangen habt, miteinander zu gehen, unterbricht J.C. mich. Ein kleines Lächeln stiehlt sich bei der Erinnerung an unser erstes Date auf meine Lippen. Stimmt. Dabei war unser erstes Date reiner Zufall. Wir waren im zweiten Jahr auf der Highschool. Ihr Wagen war auf unserer Straße liegen geblieben. Ich wollte selbst gerade los, also habe ich sie aufgegabelt und mitgenommen. Ich fuhr den alten Chevy Nova meines Vaters, in dessen Kassettendeck eine Kassette verklemmt war. Wenn wir uns Musik anhören wollten, blieb uns nur Brown Eyed Girl. Ich glaube, wir haben uns den Song in jener Nacht mindestens 50 Mal angehört. Aber das war okay, denn am Ende bekam ich einen Gute-Nacht-Kuss. Und mit einem Mal wurde uns klar, dass wir nicht mehr wie Bruder und Schwester füreinander empfinden. JC sieht mich mit einem vielsagenden Blick an. Deshalb wusstest du das mit Brand. Du hast es erkannt, weil es dir und Emma genauso ergangen ist. Ich nicke. Von da an waren wir unzertrennlich. Wir wurden immer in einem Atemzug genannt. Dom und Emma. Aber dann im letzten Schuljahr ... Ich verstumme, als mich der Schmerz wieder überwältigt. Die Erinnerungen sind so verdammt lebendig und ich schließe meine Augen, um ihnen zu entkommen. Das Blut, der Schmerz in Emmas Augen, die Schuld, oh Gott, die Schuld. Bei den bloßen Gedanken daran kommt es mir so vor, als würde mir jemand das Rückgrat aus dem Körper reißen. Ich schlucke schwer. JC wartet geduldig, aber ich spüre, wie sie mich beobachtet, sich fragt, ob ich es schaffen werde. Emma hat sich wegen mir umgebracht, sage ich schließlich mit stockender Stimme und meine Zunge fühlt sich völlig taub an. All das Blut, ihr Blut, schwimmt vor meinen Augen und für einen Moment sehe ich nur noch rot. Ich frage mich, ob ich jemals wieder in der Lage sein werde, eine andere Farbe zu sehen. JC stößt ein Keuchen aus und ihre Augen werden groß. Oh nein, oh Gott, Dominik! Sie holt tief Luft. Was ist passiert? Ich versuche, jegliche Empfindung auszuschalten, bis ich innerlich taub bin, so wie ich es immer mache, wenn ich über all das, über Emma nachdenke. Ich greife in meine Tasche, drehe den Aquamarinenanhänger immer und immer wieder in meinen Fingern. Und wie gewöhnlich beruhigt mich der Gedanke, dass sie ihn um den Hals getragen hat, als sie noch lebendig und gesund gewesen ist. Spielt das eine Rolle? Frage ich schließlich. Das Einzige, was zählt, ist doch, dass sie es getan hat und dass es meine Schuld gewesen ist. JC starrt mich an. In ihren Augen ist immer noch das Entsetzen zu erkennen, doch nun ist da noch etwas anderes. Neugierde. Das Bedürfnis, mehr zu erfahren, das Bedürfnis zu verstehen. Und darunter versteckt auch die Hoffnung, dass ich mich irre, dass ich gar nicht dafür verantwortlich bin. Ich bin, aber das bin ich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das deine Schuld gewesen sein soll, sagt sie leise. Es ist eine persönliche Entscheidung, das eigene Leben zu beenden. Du hättest sie nicht dazu bringen können, es zu tun. Aber wenn du glaubst, dass es so gewesen ist, dann sollten wir darüber reden, denn es hatte eindeutig Auswirkungen auf dich. Ich blinzle heftig und versuche, das Rot loszuwerden, hole dann wieder Luft. Emma hat mich mit Chris betrogen. Sie hat mir davon erzählt und dabei geweint. Es hat ihr unheimlich leid getan. Offenbar haben sich die beiden betrunken, als ich mal einen Abend mit anderen Freunden zusammen war. Eins führte zum anderen und sie hatten Sex. Emma hat es zwar bereut, aber ich war am Boden zerstört. Jayce starrt mich an, lässt mich nicht aus den Augen. Das ist also der Grund, warum du Chris so hast. Ich nicke wortlos. Okay, sagt sie zögernd. Ich kann verstehen, warum du stinksauer auf ihn bist, aber in einem solchen Ausmaß? Ihr seid doch noch Teenager gewesen, Dom, und selbst Erwachsene machen mal so einen Fehler. Das ist mir klar. Ich seufze. Aber Emma wurde schwanger, Jayce. Und da wir immer ein Kondom benutzt hatten, ließ sich leicht erraten, von wem das Baby war. Ich wende den Blick ab. Ich weiß noch, wie ich in Emmas Badezimmer über einen Haufen von Schwangerschaftstests gebeugt stand, die alle ein verschwommenes, rosafarbenes Pluszeichen zeigten. Wenn ich noch einmal in der Zeit zurückgehen könnte, dann in diesem Moment. Ich würde alles anders machen. Ich würde sie nicht zugrunde richten. Jayce atmet tief ein und knetet ihre Hände. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte, um was ist passiert. Ich habe sie im Stich gelassen. Ich war so wütend auf sie, gebe ich zu. Ich habe sie angeschrien und sie hat geweint, aber letzten Endes lief es auf eines hinaus. Ich liebte sie, mehr als alles andere auf der Welt, trotz der Schwangerschaft und obwohl sie mich betrogen hatte. Du bist also bei ihr geblieben? fragt Jayce zögernd. Ich sehe ihr an, dass sich das nicht mit ihrer Vorstellung von mir in Übereinstimmung bringen lässt. Was daran liegt, dass der Mensch, der ich damals gewesen bin, mit Emma gestorben ist. Sie hat mir geschworen, dass es eine einmalige Sache gewesen ist, ein Ausrutscher. Dass sie sich einsam gefühlt hat, weil ich so oft weg gewesen bin und mir verschiedene Colleges angesehen habe. Ich hatte meinen Platz an ihrer Seite nur kurz verlassen und schon hatte sich Chris dort breitgemacht. Er hatte mitbekommen, was los war und hing immer öfter mit ihr herum. Hätte eigentlich erkennen müssen, was er tat, habe es aber nicht begriffen. Er war mein bester Freund und ich war blind. Du glaubst also, dass es deine Schuld gewesen ist, dass Emma dich betrogen hat? Erkundigt sich J.C. zweifelt. Ich ignoriere ihre Frage und trinke hastig einen Schluck Wasser. Ich habe ihr vergeben, weil ich eingesehen habe, dass sie recht hatte. Chris konnte sich nur an sie heranmachen, weil ich sie vernachlässigt hatte. Er hat sie ausgenutzt und sie waren beide betrunken, aber im Austausch für meine Vergebung habe ich etwas von ihr verlangt. Ich halte für einen Moment inne, starre erneut aus dem Fenster, während ich mich daran erinnere, wie Emma ihren Kopf hängen ließ, als ich es ihr sagte. Wie ich mich vor ihr aufbaute und es nicht im Geringsten bedauerte, was ich von ihr verlangte. Es war mir egal, dass ich ihr damit das Leben zur Hölle machte. Ich interessierte mich nur für mich selbst und meinen eigenen Schmerz. Dabei wusste ich damals noch gar nicht, wie sich echter Schmerz anfühlt. Ich möchte nicht, dass J.C. all diese hässlichen Worte hört, möchte nicht, dass sie Bescheid weiß, aber sie ermuntert, mich weiterzumachen. Was hast du von ihr verlangt? fragt sie leise. Ich nehme einen gewissen Tonfall wahr, ein schmerzhaft brüchiges Timbre. Sie weiß es. Dass sie abtreibt. Ich habe von ihr verlangt, dass sie abtreibt. Ich war nicht manns genug, sein Baby groß zu ziehen. Ich habe ihr zwar vergeben, aber das Baby akzeptieren konnte ich einfach nicht. J.C. schweigt. Sie beobachtet mich, wartet darauf, dass ich fortfahre. Ich will eigentlich nicht, weiß aber, dass ich es tun muss, denn nun gibt es kein Zurück mehr. Wir waren erst 18, sage ich leise und starre dabei die Wand an. Hatten vorgehabt, am selben College zu studieren. Wollten weg von zu Hause und nochmal neu anfangen, fern von Chris. Ich machte meine Vergebung nur von dieser einzigen Sache abhängig, dass sie das Baby abtreiben lässt. Falls nicht, wäre das für mich das Ende von uns beiden gewesen. Das habe ich ihr in aller Deutlichkeit klar gemacht. Ich sehe wieder Emmas junges, unschuldiges Gesicht vor mir und wie sie mich eindringlich bittet. Dominik, ich kann das nicht, hatte sie unter Tränen gesagt. Meine Eltern würden mich umbringen und es ist falsch, Dom. Es ist falsch. Ich habe sie ziemlich unter Druck gesetzt. Fahre ich schließlich fort, obwohl dies mehr als untertrieben ist. Habe jeden Tag, jede Stunde auf sie eingeredet. Sie hat geweint und ich habe getobt und mich geweigert nachzugeben. Es war mir egal, dass ihre Familie erzkatholisch war. Es war mir egal, dass ihre Seele in Gefahr war und ihre Eltern ihr das niemals vergeben würden. Aber für mich war dieses Baby nur ein S-Chris-Fehler. Ich habe es nicht als menschliches Wesen gesehen. Meine Wut und mein Schmerz und mein Hass hatten mich zu blind gemacht, mich für irgendetwas anderes zu interessieren als für mich selbst. Ich lege eine Pause ein und sehe Jaycee an. Begreifst du, wie egoistisch ich gewesen bin? Jaycee ist leichenblass und ich sehe ihren Augen an, dass sie eine Menge Dinge durch den Kopf schießen. Da wäre doch jeder erst mal durch den Wind gewesen, Dominik, erwidert sie schließlich mit stockender Stimme. Offenbar weiß sie nicht so recht, was sie sagen soll. Ich kann ihr das nicht verübeln, wer wüsste das schon. Ich wende mich ab, starre in die Dunkelheit hinaus und versuche mich auf die Nacht zu konzentrieren und nicht auf die Erinnerungen in meinem Kopf. Ich habe sie zu der Abtreibungsklinik gefahren, es war eine ruhige Fahrt. Sie haben mir nicht erlaubt, bei ihr zu bleiben, also musste sie es allein durchstehen. Auf dem Rückweg hat sie sich an die Autotür gelehnt und geweint, hat tagelang nicht mit mir gesprochen, aber mit Chris schon. Denn ein paar Tage später, am Tag unserer Schulabschlussfeier, bin ich zu ihr nach Hause gegangen und als ich dort eintraf, kam er gerade aus dem Haus. Da bin ich total ausgeflippt. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie nie wiedersehen will und dass Chris sie haben könne, wenn er wollte. Und ich habe mich, nachdem ich sie dazu gebracht hatte, abtreiben zu lassen, von ihr getrennt. Jaycee stößt einen seltsamen, kehligen Laut aus, den ich bisher noch nie von ihr gehört habe und presst sich die Faust auf ihren Mund. Emma hat die Abschlussfeier und die Partys sausen lassen, ist zu keiner erschienen und mir war das total egal. Ich habe mit Sinn und Danken an dem Abend gefeiert, wollte mich besaufen und sie vergessen. Und das habe ich auch getan. Als Emma mich anrief, hat Taylor McKay gerade einen Lapdance für mich getanzt. Es war schon spät und Emma hat vor sich hingefaselt. Ich konnte gar nicht richtig verstehen, was sie sagte, außer, dass sie sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte und dass sie mich brauchte. Bist du zu ihr gegangen? flüstert Jaycee und ihr Gesichtsausdruck sagt mir, dass sie sich vor der Antwort fürchtet. Natürlich, aber es war zu spät, um sie zu retten. Jaycee schüttelt ungläubig den Kopf, ganz so, als würde ich ihr nur etwas vorlügen oder eine Szene proben. Tom, ich... Ihr fehlen die Worte, denn die Antwort ist klar. Ich bin ein schrecklicher Mensch, ein Ungeheuer. Ich nicke knapp, entschlossen nicht, die Fassung zu verlieren. Emma hat von innen gestrahlt. Jeder, der ihr begegnete, konnte das sehen. Sie war zu gut für mich und ich habe sie im Stich gelassen. Sie hat dem Falschen vertraut, denn ich habe mich von ihr abgewandt, als sie mich am nötigsten brauchte. Und das Schlimme daran ist, dass sie mich trotzdem geliebt hat. Das hat sie wirklich. Ich werde niemals den Ausdruck auf ihrem Gesicht vergessen, als sie mich hereinkommen sah. Es war so, als wäre die Welt für sie wieder in Ordnung, obwohl sie sterbend in ihrem Blut lag. Was ist passiert, als du bei ihr ankamst? flüstert Jaycee. Nun muss ich die Worte über meine Lippen zwingen. Ich starre wieder aus dem Fenster weg von dem Entsetzen, das sich auf Jaycees Gesicht widerspiegelt, während die Bilder aus der Vergangenheit vor meinem inneren Auge ablaufen. Das Bett war voller Blut und Emma war bleich und kalt und zitterte. Sie hatte sich die Arme vom Handgelenk bis zum Ellenbogen aufgeschlitzt und da war mir klar, dass das kein Hilfeschrei war. Sie wollte sterben. Sie wollte nicht gerettet werden. Sie war umgeben von Gedichten, die sie geschrieben hatte und die alle vom Tod handelten. Ich habe keine Ahnung, wie mir entgehen konnte, dass sie an mir zerbrochen war. Ich verstumme und versuche, die Erinnerungen aus meinem Kopf zu vertreiben, damit ich ruhig bleibe. Ich bin Schauspieler, verdammt nochmal! Das werde ich doch wohl schaffen! Es gelingt mir irgendwie, die Worte, wenn auch mit monotoner Stimme, herauszubringen. Da war so viel Blut. Überall blutige Abdrücke auf Boden und Wänden. Ich hatte noch nie so viel Blut gesehen. Sie packte mich an meinem T-Shirt und krallte sich an mich und ihre Hände waren eisig kalt, ihre Lippen blau. Sie war bleich und überall das Blut. Das Blut. Ich verstumme wieder für einen Moment. Da war so viel Blut. Ich habe ihr Handtücher um die Arme gewickelt, aber sie waren innerhalb von Minuten durchtränkt. Als die Rettungssanitäter kamen, hat sie so getan, als wären sie gar nicht da. Sie hat sich immer nur bei mir entschuldigt, hat mir gesagt, wie leid es ihr tut, dass sie unser Baby umgebracht hat. Ein Baby, das ich überhaupt nicht haben wollte. Ich habe sie angefleht, durchzuhalten, bis sie sie ins Krankenhaus gebracht hatten, habe sie angefleht, es zu versuchen. Aber sie hat es nicht einmal bis in den Krankenwagen geschafft. All mein Flehen hat nichts genützt. Sie ist trotzdem gestorben. Im Zimmer ist es still. Nur J.C.'s leiser Atem ist zu hören. Ich schließe die Augen und hinter meinen Liedern läuft ein Film ab. Der Film über die Nacht, die mein Leben zerstört hat. Da war so viel Blut. Murmele ich und sehe es vor mir, als wäre es gestern gewesen. Meine Stimme ist nicht mehr ganz so emotionslos, aber ich habe mich immer noch im Griff. Zumindest für den Moment. Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Emmas Bett war voll davon, die Handtücher waren damit durchtränkt, genauso wie meine Klamotten. Und es war auf meinen Händen und in meinem Gesicht. Ihre Mom sprach mit der Notrufannahme und schrie ins Telefon. Ihr Dad weinte. Emma und ich waren auf ihrem Bett und sie wurde schnell schwächer und schwächer und dann versuchte sie mir etwas zu sagen, doch sie bekam die Worte einfach nicht richtig heraus, aber ich habe es mir schließlich zusammengereimt. Ich drehe mich Jaycee zu und sehe sie an. Sie hat seinen Namen gesagt. Chris. Jaycee öffnet den Mund, schließt ihn dann aber wieder. Es gibt nichts zu sagen. Ich habe sie ignoriert. Habe so getan, als würde ich es nicht hören. Stattdessen habe ich ihr gesagt, dass es mir leid tut, sie so unter Druck gesetzt zu haben und ich habe ihr versichert, dass ich sie liebe und dass ich sie immer lieben werde, egal was mit Chris passiert ist. In dem Moment spielte alles andere keine Rolle, denn ich wusste, dass sie sterben würde. Und ich wollte in diesen letzten Minuten nicht gemein zu ihr sein. Am Ende zählt nur das Leben. Du vergisst für einen Moment alles Hässliche, du vergisst den Schmerz. Meine Augen brennen und ich schaue aus dem Fenster und sehe Emmas Gesicht. Sie war so wunderschön, sogar mit blauen Lippen und weit aufgerissenen, verängstigt und traurig blickenden Augen. Ihr Körper war so zart, so schmächtig und so kalt, als ich ihn gehalten habe. Sie ist in meinen Armen gestorben. JC sagt kein Wort. Das Entsetzen steht ihr ins Gesicht geschrieben. Ich weiß nicht, was ich anderes tun soll, also rede ich weiter. Ich war betrunken, aber ich werde niemals vergessen, wie still sie war. Ich habe zuerst gar nicht bemerkt, dass sie tot war. Ich habe sie an mich gedrückt, habe auf sie eingeredet und dann ist mir plötzlich bewusst geworden, dass sie nicht mehr antwortet. Und wie eine Stoffpuppe in meinen Armen lag. Und als ich in ihr Gesicht geblickt habe, da waren ihre Augen leer. Ich halte für einen Moment inne, hole tief Luft, fülle meine Lungen, die den Sauerstoff gar nicht verdient haben. Sie ist gestorben, während ich sie in den Armen hielt und ich habe es nicht einmal gemerkt. Ich weiß nicht, wann sie ihren letzten Atemzug getan hat. Selbst am Ende noch hatte sie so viel mehr verdient als mich. Oh Gott, haucht Jaycee und ich erkenne das Entsetzen in ihren Augen. Nun sieht sie endlich das Ungeheuer in mir, dass ich wirklich bin, aber das verschafft mir keine Befriedigung. Dominik, was sie da getan hat, das war nicht deine Schuld. Du warst jung und verängstigt und wolltest, dass sie abtreibt. Du hast ja nicht von ihr verlangt, sich umzubringen. Das hat sie ganz allein so entschieden. Doch, es war meine Schuld, erwidere ich mit Nachdruck. Ich habe ihr zugesetzt und sie gedrängt. Sie hat mich so sehr geliebt und wollte nur mit mir zusammen sein. Ich habe sie durch meine Vernachlässigung praktisch in Chris' Arme getrieben. Es war meine Schuld und dann hat sie sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass ich ihr verzeihe und ich habe darauf bestanden, dass sie etwas Unvorstellbares tut. Das hat sie nicht verkraftet. Sie konnte nicht mit der Schuld leben. Jay-Z greift erneut nach meiner Hand. Ihre Finger sind schmal und kalt. Sie hält sie fest und ich lasse es zu, aber mein Herz ist leer. Zum ersten Mal, seit es geschehen ist, habe ich es jemandem erzählt. Und es fühlt sich ganz und gar nicht gut an. Niemand weiß davon, füge ich mit matter Stimme hinzu. Nicht einmal ihre Eltern. Sie hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen. Nur diese verdammten Gedichte über den Tod. Ich sah keinen Sinn darin, ihnen all das Hässliche zu erzählen. Das hätte ihnen vielleicht dabei geholfen, damit abschließen zu können, bemerkt Jay-Z stockend. Sie haben sich wahrscheinlich mit der Frage nach dem Grund gequält. Der Gedanke ist mir nicht gekommen, gestehe ich mit zittriger Stimme. Ich war so sehr mit meinem eigenen Schmerz beschäftigt. Nach der Beerdigung sind sie weggezogen. Mr. Brandt hat einen Job in New York angenommen und sie sind nach New Jersey gezogen. Sie haben es in dem Haus, in dem Emma gestorben ist, nicht mehr ausgehalten. Das Haus, in dem ein Zimmer voll mit dem Blut ihrer Tochter war. Das kann ich Ihnen nicht verdenken, sagt Jay-Z leise. Ich auch nicht, stimme ich ihr zu. Das ist einer der Gründe, warum ich nach Kalifornien gezogen bin und so selten nach Hause komme. Glaub mir, ich kann das total verstehen. Und Chris? sagt Jay-Z zögernd. Hast du mal mit Chris darüber geredet? Scheiße, nein, stoße ich wütend hervor. Ich habe Emma für das, was passiert ist, verziehen, aber Chris werde ich niemals verzeihen. Du trägst immer noch so viel Wut und Hass mit dir herum, sagt Jay-Z. Du gibst Chris die Schuld, du gibst dir die Schuld, du bist sauer auf Emma, du liebst Emma. Das sind eine Menge nicht aufgearbeiteter Gefühle, die du mit dir herumschleppst, Dom. Du bist nicht fair zu dir selbst. Wenn wir jemanden so sehr hassen, dann glauben wir ihm damit wehzutun. Aber das stimmt nicht. Wir tun nur uns selbst damit weh, weil wir so viel Hässliches mit uns herumtragen, dass es das reine Gift für uns ist. Ich spüre einen Kloß in meiner Kehle. Ich kann nicht schlucken und meine Augen brennen. Ich schaue zur Decke hinauf. Ich schaue aus dem Fenster, ich schaue zu Boden. Alles, um zu vermeiden, Jay-Z anzusehen. Dominik, sagt sie mit sanfter Stimme, sieh mich an. Widerwillig blicke ich sie an. Es war nicht deine Schuld, dass Emma sich das Leben genommen hat. Sie ist an etwas gestorben, das sie nicht hätte tun sollen. Wenn du es gewusst hättest, hättest du doch versucht, sie aufzuhalten. Ich nicke steif. Das zumindest stimmt. Du kannst dir nicht ewig Vorwürfe wegen dieses schrecklichen Unglücks machen. Denn es war ein Unglück, Dominik. Emma war nicht bei Verstand. Sie war ja selbst noch ein Kind. Ich hole im Dunkeln zittrig Luft. Sie konnte nicht mit der Schuld leben. Bevor sie anfing, nach Chris zu fragen, rief sie ständig irgendein wirres Zeug über ihre Schuld. Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr vergeben habe, doch sie hat immer nur den Kopf geschüttelt. Sie konnte sich selbst nicht vergeben und hat auch mir nicht zugetraut, dass ich ihr vergeben konnte. Also hat sie sich umgebracht. Ich habe ihr vielleicht nicht die Pulsadern aufgeschnitten, aber ich habe sie trotzdem umgebracht. Mir tut im wahrsten Sinne des Wortes das Herz weh, als ich den Ausdruck auf Dominiks Gesicht sehe. Er ist auch nach all dieser Zeit immer noch am Boden zerstört. Du hast das alles so lange mit dir herumgetragen, sage ich schließlich. Das war eine zu große Last, Dominik. Er sitzt zusammengesunken im Sessel neben meinem Bett, die Hände im Schoß. Ich halte eine seiner Hände, aber seine Finger sind schlaff. Er glaubt nicht einmal, dass er Trost verdient hat. Es bricht mir das Herz und ich spüre, wie es in tausend winzige Teilchen zersplittert. Dom, flüstere ich. Du hast sie nicht in Chris' Arme getrieben. Das war nicht deine Schuld. Sie hat die Wahl getroffen. Nicht du. Er antwortet nicht, schließt nur seine Augen. Ich kann fühlen, dass seine Hände zittern, und das macht alles nur noch schlimmer für mich. So ein junges Mädchen, ein solcher Verlust. Und Dominik. Oh Gott, er war auch noch so jung, viel zu jung, um eine solche Last zu tragen. Mir dröhnt der Kopf, aber das ignoriere ich, als ich mich aus dem Bett wälze und mich vor Dom hinknie. Sieh mich an, fordere ich ihn leise auf. Seine Augen bleiben geschlossen, daher wiederhole ich meine Worte mit größerem Nachdruck. Sieh mich an, Dom! Als er die Augen öffnet, sind sie dunkel, voller Schmerz und Schuldgefühle und unvorstellbarer Dinge. Dinge, die er mit eigenen Augen erlebt hat. Ist das der Grund, warum du niemanden an dich heranlassen willst, flüstere ich und drücke seine Hand? Weil du glaubst, Emma getötet zu haben und deshalb nicht dazu taugst, mit jemandem zusammen zu sein. Ist das so? Glaubst du das? Er starrt mich nur an. Ja oder nein, frage ich. Es dauert einen Moment, dann nickt er. Ich spüre, wie mir eine Träne über die Wange läuft. Und du vertraust niemanden, weil du Angst hast, diesen Schmerz noch einmal zu erleben, stimmt's? Sie hat dich zugrunde gerichtet. Sie ist gestorben und hat dich mit all diesen Schuldgefühlen zurückgelassen und deshalb hattest du eine Stinkwut auf sie, stimmt's? Er schließt wieder die Augen. Ja oder nein, Dominik? Mir ist bewusst, dass ich hart mit ihm umspringe, aber er muss sich dem stellen, sonst wird er nie darüber hinwegkommen. Ich bin keine Expertin, aber so viel weiß ich. Er nickt erneut. Wut ist eine völlig normale Reaktion, wenn jemand stirbt, sage ich mit sanfter Stimme. Glaub mir, ich weiß das. Erinnerst du dich noch daran, wie ich dir erzählt habe, dass mein letzter Freund etwas ganz Furchtbares getan hat? Nun ja, er war ein Psychopath und ich hätte nicht zu ihm zurückkehren sollen. Aber ich war schwach und habe es getan. Und als Folge davon ist ein guter Freund von mir getötet worden. Er starb, weil er mich retten wollte. Und als er tot war, da war ich sowas von wütend. Wütend auf ihn, weil er versucht hat, mir zu helfen, aber auch stinksauer auf mich. Denn wenn ich nicht so schwach gewesen wäre, dann hätte er mich auch gar nicht erst retten müssen. Das ist ja wohl kaum deine Schuld gewesen, sagt Dominik und bricht damit endlich sein Schweigen. Ich starre ihn an. Ach nein, das versuche ich auch ständig mir einzureden. Aber das funktioniert nicht, denn tief in meinem Inneren vermag ich es nicht zu glauben. Und darüber weißt du ja selbst eine ganze Menge, nicht wahr? Dominik nickt. Aber deine Situation ist eine ganz andere. Ich schüttle den Kopf. Wieso? Jemand, den ich liebe, ist gestorben, weil ich eine falsche Entscheidung getroffen habe. Du glaubst, jemand ist wegen dir gestorben. Der Unterschied bei uns beiden ist, dass mein Freund wirklich wegen mir gestorben ist, während Emma tot ist, weil sie selbst eine Wahl getroffen hat. Etwas anderes hat dein Freund ja auch nicht gemacht, erklärt mir Dominik. Und seine Stimme ist dabei so dunkel wie seine Augen. Er hat sich entschieden, zu versuchen, dir zu helfen. Ich weiß, sage ich leise. Und das ist etwas, das mich jeden Tag beschäftigt. Denn er stand mir nah und hat mich geliebt. Diese Schuld ist schwer zu tragen. Aber mir ist auch klar, dass ich loslassen muss. Und daran arbeite ich. Seit diesem schrecklichen Tag. Du musst auch loslassen, Dominik. Du musst es versuchen. Emma ist fort, egal aus welchen Gründen. Du kannst sie nicht wieder zurückholen. Und es hilft kein bisschen, diese Schuld immer weiter mit dir herumzuschleppen. Ich weiß, sagt er leise. Und ich würde wirklich alles dafür tun, um loslassen zu können. Ich fühle mich durch das, was passiert ist, ansiegekettet und gefangen. Es ist ständig präsent. Ich kann ihm nicht entfliehen. Jeden Tag wird mir aufs Neue bewusst, was ich hier angetan habe. Ich liebe und hasse sie zugleich. Es kommt mir so vor, als sei da eine Mauer vor mir, die verhindert, dass ich mich vorwärts bewege. Ich würde alles dafür geben, wenn ich sie durchbrechen und endlich weiterkommen könnte. Das wirst du, Dominik, versichere ich ihm mit eindringlicher Stimme und drücke dabei seine Hand. Das wirst du. Wenn erst einmal der erste Schritt getan ist, wird es irgendwann leichter. Aber ich weiß doch noch nicht einmal, wie ich es anfangen soll, erwidert er mutlos. Als ich dich kennengelernt habe, da spürte ich zum ersten Mal, seit Emmas Tod, wieder das Verlangen, einem anderen Menschen nah zu sein. Dir nah zu sein. Aber nicht einmal du kannst mir helfen. Niemand kann das. Und falls du es versuchen solltest, wirst du mit mir untergehen. Damit hat Kira recht gehabt. Du willst mir nah sein, frage ich ungläubig. Denn sein Verhalten in letzter Zeit widerspricht dieser Aussage. Das wollte ich, bekennt Dominik und schaut zur Seite. Aber dann ist mir klar geworden, dass es nicht fair wäre, dich in mein Leben zu zerren, denn es wäre Gift für dich. Und deshalb habe ich mit dir Schluss gemacht. Nicht etwa, weil ich es gewollt hätte. Sondern weil du einen sehr viel besseren Mann verdient hast, als ich es bin. Solltest du diese Entscheidung nicht mir überlassen, erwidere ich mit sanfter Stimme. Aber Dom wendet den Blick ab. Seine angespannte Kieferpartie spricht Bände. Ich sehe ihm an, dass er an Emma denkt, die er an sich herangelassen hat und die ihn beinahe zugrunde gerichtet hätte. Von der er glaubt, er habe sie umgebracht, es nicht geschafft, sie zu retten, als ob das jemals in seiner Macht gelegen hätte. Der Ausdruck auf seinem Gesicht, der eine tiefe Traurigkeit und Verletzlichkeit und Hoffnungslosigkeit verrät, macht mich fertig. Und deshalb tue ich das Einzige, was mir einfällt. Ich küsse ihn. Und ich lege meine eigene Verzweiflung, all meine Qualen, die ich um seinetwillen empfinde, in diesen Kuss hinein. Denn das ist das Einzige, was ich zu tun vermag. Ich möchte ihm so gern seine Traurigkeit nehmen und dies ist die einzige Art und Weise, die mir zur Verfügung steht. Anfangs ist Dominik völlig passiv, sitzt still da, als meine Arme ihn umschließen. Aber nach einer kleinen Weile gleiten seine Hände an meinem Rücken in die Höhe und ich spüre die Wärme seiner Finger, die sich in meine Haut pressen. Er atmet stoßweise. Du solltest nicht mit mir zusammen sein, sagt er verzweifelt. Aber ich ignoriere ihn. Wir küssen uns immer und immer wieder. Unsere Hände sind überall, bewegen sich wie in einem plötzlichen, fiebrigen Rausch. Ich will ihn. Ich möchte ihm den Schmerz nehmen und durch etwas Gutes ersetzen. Das hat er verdient. Wenn ich ihm das doch begreiflich machen könnte. Sein Herz schlägt laut und stark an meinem, als ich meine Hände über seine Brust nach unten gleiten lasse bis zu seiner Gürtelschnalle. Ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, sagt er mit rauer Stimme an meinem Ohr. Ich will es, aber ich glaube nicht, dass ich es kann. Ich habe es seit Emmas Tod nicht mehr geschafft, mit einer anderen Frau zusammen zu sein. Da ist diese lähmende Angst, noch einmal einem anderen Menschen zu vertrauen. Nach ihrem Tod habe ich meine Trauer nicht gut bewältigt. Ich habe sie unterdrückt und mich so sehr auf die Angst und die Schuld konzentriert, dass ich zu einem Ungeheuer geworden bin, dass ich nicht mehr abzuschütteln vermag. Ich blicke in seine Augen, sehe all den Kummer und ich schmelze dahin. Dann lass es uns wieder zusammenfügen. Ich bringe seine Proteste mit meinen Lippen zum Verstummen, klettere auf seinen Schoß und küsse seinen Schmerz weg. Ich atme ihn ein, während meine Hände ihn überall streicheln, im Gesicht, auf der Brust, auf den Armen. Ich nehme seine Schuld, seine Traurigkeit, seine Angst in mich auf. Meine Brust presst sich gegen die Seine, unsere Herzen schlagen im Takt und beide rasen, hämmern, drohen zu brechen. Mache mich heil, Jaycee, flüstert er und seine Hände ziehen an meinem Nachthemd, schieben es in die Höhe und über meinen Kopf. Wenn du es schaffst. Oh ja, das schaffe ich. Ich zerre an seinen Klamotten, bis nichts mehr zwischen uns ist als Haut und Hitze, Hitze und Haut. Da ist sein wunderbarer Geruch, da sind seine Finger und ich spüre seine Zunge und so viele Emotionen zwischen uns, dass mein Körper unglaublich sensibel ist, wie elektrisiert, auf jede seiner Berührungen reagiert. Ich ziehe ihn an mich, denn ich will mehr von ihm. Endlich werde ich ihn ganz bekommen. Wir taumeln zusammen auf mein Bett, seine Hand liegt schützend hinter meinem Kopf. Er küsst mich immer und immer wieder und der Feuersturm der Emotionen lässt unsere Körper brennen. Ich bin mir nicht sicher, wie lange ich das noch ertragen kann. Es ist einfach zu viel. Alles scheint ineinander zu verschwimmen. Emotionen, Verlangen, Hitze. Da sind seine Hände, sein Gesicht, seine Augen, sein Schmerz, seine Schuldgefühle. All das umgibt mich und ich atme es ein, möchte ihn davon befreien. In diesem Moment ist er bereit, sich zu ändern und ich will ihm dabei helfen. Ich will dich in mir spüren, dann flüstere ich. Sein Körper verharrt im Dunkeln über mir. Sein Atem streicht warm über mein Gesicht. Ich weiß nicht, ob ich das kann, sagt er mit unsicherer Stimme. Ich, das kannst du, versichere ich mit Nachdruck. Wir schaffen das. Ich schaffe das. Ich schlüpfe unter ihm zur Seite. Als er sich auf den Rücken fallen lässt, setze ich mich rittlings auf ihn. Sein Gesicht ist so wunderschön im Halbdunkel, auch wenn es einen gequälten Ausdruck trägt. Willst du mich, flüstere ich leise, beuge mich vor und lasse meine Finger an seiner Wange herabgleiten. Ich kann seine mächtige Erektion spüren. Ich weiß, dass du mich willst. Er nickt und ich ziehe eine Augenbraue in die Höhe. Ja oder nein? Er lächelt kaum merklich, doch ich erkenne den Schmerz daran. Ja, murmelt er und umfasst meine Hüften. Mit einer Bewegung hebe ich sie an und lasse mich auf ihn herabsinken, nehme seinen Penis tief in mich auf. Die Zeit scheint still zu stehen. Die Welt hört auf, sich zu drehen, als wäre sich das Universum bewusst, wie bedeutsam dieser Moment ist. Wir stoßen beide zur selben Zeit ein Keuchen aus. Dann stöhnt Dominik und schließt die Augen, als meine Wärme seinen Schwanz umschließt und er zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder dieses Gefühl empfindet. Oh Gott, murmelt er und seine Finger graben sich in meine Haut, während ich mich auf ihm bewege. Ich fange langsam an, doch mit meiner Kontrolle ist es rasch vorbei und ich werde schneller, wilder. Ich möchte ihn befriedigen, aber da ist noch viel mehr, denn ich versuche auch, ihn zu retten. Dies hier ist mehr als nur ein einfacher Fick und das wissen wir beide. Er ist auf so vielfache Art von Bedeutung. Mir fehlen die Worte, als ich sein Gesicht beobachte. Dieser Ausdruck des Erstaunens, der Verwunderung und der blanken Lust. In diesem Moment wird mir klar, dass er tatsächlich geglaubt hat, dass er es nicht hinkriegen würde. Er hatte wirklich so etwas wie eine Ladehemmung und dachte, dass er sie nie überwinden würde. Da musste er erst ich kommen und ihn drängen, die Dinge in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass es klappt. Oh Gott, du fühlst dich so gut an, murmelt er, öffnet die Augen und sieht mich an. Ich beuge mich zu ihm herab und küsse ihn. Meine Zunge umschlingt die Seine, meine Hitze strömt in ihn hinein. Siehst du, erwidere ich, und meine Bewegungen werden für den Moment wieder sanfter. Er umfängt meine Brüste mit seinen Händen, knetet meine Haut, reibt mit seinem Daumen über meine Brustwarzen, erst sanft, dann immer fester. Du hast geglaubt, dass dir nur das bleibt, was tabu ist und sich im Verborgenen abspielt. Du hast geglaubt, du hättest es nicht anders verdient. Du hast geglaubt, für dich kämen nur dunkle Ecken und versteckte Hinterzimmer in Frage. Aber du hast auch das hier verdient, Dom. Du verdienst es, geliebt zu werden. Er hält inne und sieht mich mit großen Augen an. Soll das heißen, dass du mich liebst? fragt er leise und schockiert. Doch er kann kaum wohl schockierter sein als ich, die ich die Worte laut ausgesprochen habe. Ich verhaare auf ihm, streiche mir das Haar aus dem Gesicht und fixiere ihn mit meinem Blick. Die Vorstellung, mich in eine solche Lage zu begeben, ist furchteinflößend. Doch ich muss es tun. Er muss es erfahren. Ja, das tue ich, sage ich zögernd. Ich liebe dich. Dominik schließt die Augen, presst seine Lider aufeinander, während seine Hände leicht über meinem Rücken herabgleiten. Seine Fingernägel meiner Haut streifen. Tu's nicht, flüstert er. Liebe mich nicht. Ich beuge mich vor, umfasse sein Gesicht mit den Händen und küsse ihn auf den Mund. Zu spät, flüstere ich an seine Lippen. Mit einem Mal schlüpft eine kleine Träne zwischen Dominiks geschlossenen Lidern hervor und rinnt über seine Wange. Ich wische sie in dem Moment weg, als er die Augen öffnet. Dann möge Gott dir beistehen, sagte er nur. Er stöhnt, dreht sich mit mir, sodass ich auf dem Rücken zu liegen komme und dringt heftig und tief in mich ein, so tief es eben geht. Er wirft den Kopf zurück und knurrt fast. Ich umfasse seinen Rücken, bohre meine Nägel in ihn hinein, während ich seinen Arm küsse. Mehr, sage ich mit drängender Stimme, gib mir mehr. Er stößt heftiger und schneller in mich hinein, stöhnt an meinem Hals, beißt mich. Ich spüre seinen Herzschlag, seine Hitze, die Feuchtigkeit seiner Haut. Sein Geruch, der so einzigartig ist, umgibt mich und ich atme ihn tief ein. Mehr, fordere ich wieder und er stößt erneut in mich hinein. Dabei weicht sein glühender Blick kein Moment von mir. Seine grünen Augen sind beinahe schwarz und all die verborgenen Dinge, die ich für gewöhnlich daran sehe, sind verschwunden. Ich klammere mich kraftlos an seinen Rücken, bis schließlich ein Beben durch seinen Körper geht und er den Kopf in den Nacken wirft, bevor er auf mich sinkt und mich ganz nah an sich zieht. Er atmet in meinen Hals und seine Hände streicheln meinen Rücken. Es dauert eine ganze Weile, bevor er wieder spricht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, gesteht er schließlich mit leiser Stimme und lässt sich neben mich sinken. Dann sag gar nichts, entgegne ich sanft. Das musst du doch auch nicht. Und es ist mir ernst damit. Worte sind im Augenblick nicht notwendig. Ich weiß, wovor er Angst hat. Ich weiß, wofür er sich hält. Nun liegt es an mir, ihm zu zeigen, dass er nichts zu befürchten hat. Dominics Augen öffnen sich. Oh, verdammt. Ich habe kein Gummi benutzt, sagt er mit zitteriger Stimme. Scheiße. Hab einfach nicht daran gedacht. Ich musste mir lange keine Gedanken darüber machen. Und das musste auch jetzt nicht, erwidere ich ruhig. Ich nehme die Pille und hatte schon sehr lange keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr mehr. Ich bin gesund. Ich bin gesund. Du musst dir keine Sorgen machen, dass ich schwanger werden könnte. Du musst das nicht noch einmal durchmachen. Das verspreche ich dir. Er schließt die Augen und ich spüre, wie er sich neben mir im Bett entspannt. Okay. Dann mache ich mir nur Sorgen darüber, dass ich dich mit meiner Verkorkstheit verkorkse, brummt er und zieht mich an sich. Darüber musst du dir auch keine Gedanken machen, sage ich leise und drücke ihm einen Kuss auf die feuchte Stirn. Ich bin selbst schon verkorkst genug. Er lächelt, hat die Augen wieder geschlossen und ich frage mich, ob ich mir Gedanken machen sollte. Doch auch ich schließe die Augen, denn ich habe mich entschieden, es nicht zu tun. Nicht heute Nacht. Ich kann ja morgen damit anfangen. Jetzt schlafe ich erst einmal in den Armen des Mannes ein, den ich liebe. Den ich liebe. Den ich liebe. Den ich liebe. Er hat mich zurückgewiesen. Es sich dann aber anders überlegt und ich habe mich nicht unterkriegen lassen. Und nun ist er bereit, es zu versuchen. Vielleicht besteht ja doch noch Hoffnung für uns beide. Ich liebe ihn. Er ist traurig und gebrochen und unglaublich und sexy und wird von Geistern aus der Vergangenheit verfolgt. Er ist all das und ich liebe ihn. Denn er ist einfach nur wunderbar. Und das ist das Letzte, woran ich denke, bevor ich in den Schlaf gleite. Ich stütze mich auf meinen Ellenbogen und sehe Jaycee beim Schlafen zu. Das Sonnenlicht ergießt sich über ihr Gesicht und verleiht ihr beinahe ein engelhaftes Aussehen. Ich muss unwillkürlich lächeln, als ich daran denke, wie entrüstet sie wäre, wenn ich ihr dies sagen würde. Ich werfe einen Blick auf die Uhr, greife dann zu meinem Handy, um Joe anzurufen. Jaycee wird heute auf keinen Fall arbeiten. Nicht, nachdem ich sie heute Nacht alle zwei Stunden wecken musste. Sie wird total erschöpft sein. Glücklicherweise hat Joe dafür Verständnis. Ich beende das Gespräch und als ich wieder zu ihr hinüberschaue, da sieht sie mich an. Guten Morgen, sagt sie leicht hin, doch ihr Blick ist bedeutungsschwer. Also, das letzte Nacht, das war schon ziemlich heftig. Ich lächle. Wenn du damit meinst, dass es ein denkwürdiger Durchbruch für mich gewesen ist, dann hast du recht. Jaycee lächelt, greift nach mir und zieht mich zu sich herab. Ich finde, weltbewegend trifft es eher. Mein Herz fühlt sich seltsam taub an. Aber unter all diesen tauben Schichten empfinde ich zum ersten Mal seit Jahren so etwas wie Glück. Ich spüre, wie sich Jaycees Lippen an meiner Haut zu einem Lächeln verziehen. Und wie geht es jetzt mit uns weiter? fragt sie leise, das Gesicht immer noch an mich gedrückt. Keine Ahnung, erwidere ich ehrlich. Das ist Neuland für mich. Das werden wir schon noch herausfinden, sagt sie zuversichtlich. Mach dir da mal keine Sorgen. Tu ich nicht, erkläre ich. Und das ist wirklich so, und es ist ein verdammt gutes Gefühl. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Geschehene aufarbeiten soll, aber ich konnte gestern Nacht zum ersten Mal darüber reden. Du und ich. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Das muss doch was bedeuten. Das tut es auch. Wir werden das schon noch rauskriegen. Und du musst heute nicht bei mir bleiben, sagt sie, ihre Lippen an meinem Hals. Ich fühle mich gut. Nur ein bisschen Kopfschmerzen, das ist alles. Ach wirklich? Frage ich, lasse meine Hand ihren Rücken hinaufgleiten und versuche, die Situation aufzulockern. Da versuchst du dich seit einem Monat, mich in dein Bett zu kriegen, und jetzt, wo ich hier bin, willst du mich wieder loswerden? J.C. weicht zurück und sieht mich ernst an. Ich will dich schon in meinem Bett, bestätigt sie mir. Aber ich will noch viel mehr. Darüber werden wir reden müssen, Dominik. Die letzte Nacht war wundervoll, aber das ist erst der Anfang. Ich will dich, Dom. Und wir werden uns darüber unterhalten müssen, wie viel von dir selbst du zu geben bereit bist. Ich sehe sie an, nehme ihre großen braunen Augen, ihre schmalen Schultern, ihre vollen Lippen in mich auf. Du kannst alles von mir haben, sage ich. Keine Ahnung, warum du es willst, aber du kannst es haben. Sie starrt mich an, ihre Unterlippe zittert, und dann kehrt sie zurück in meine Arme und vergräbt ihren Kopf an meiner Brust. Dann werde ich es annehmen, verkündet sie. Aber wir werden daran arbeiten müssen, Dom. Du mehr als ich. Es wird ein Prozess sein. Dein Schmerz sitzt tief in deinem Inneren. Und er wird nicht von heute auf morgen verschwinden, das ist dir bewusst, oder? Ich stoße einen Säufzer aus und nicke, schon klar. Aber im Moment bin ich damit zufrieden, einfach nur mit dir zusammen zu sein. Ist das okay für dich? Sie nickt, zögert dann. Ja, aber da ist noch was. Chris hat gesagt, dass es etwas gibt, was du nicht weißt. Ich bin der Ansicht, dass du unbedingt alles wissen solltest, damit es bei dir wirklich vorwärts gehen kann. Meinst du nicht auch? Ich verdrehe die Augen, vermag meine Abscheu nicht zu unterdrücken. Ich will mit Chris nichts mehr zu tun haben, sage ich. Ich übertrage meine Schuld nicht auf ihn, das kannst du mir glauben. Ich mache mir immer noch selbst genug Vorwürfe, aber er ist genauso schuldig. Bloß, dass er es nicht zugeben will. Ich habe keinen Bock, mit ihm zu reden. Aber er weiß etwas, das du wissen musst, beharrt Jaycee. Und das ist wichtig für deinen Heilungsprozess. Bitte, Dom, ich möchte mit dir zusammen sein, das möchte ich wirklich, aber mir ist wichtig, dass du offen für Dinge bist, bereit, dich auf eine Beziehung mit mir einzulassen. Und dazu gehört, dass du ein für alle Mal einen Schlussstrich unter deine Beziehung mit Emma ziehen kannst. Ihre Worte schweben um uns herum durch den Raum, getragen von den Sonnenstrahlen und der Luft, und ich weiß, dass sie recht hat. Aber das bedeutet nicht, dass ich es auch schaffen werde. Denn das werde ich nicht. Ich schlage die Bettdecke zurück, stehe auf und ziehe meine Klamotten an. Das bringe ich nicht fertig, sage ich nur. Ich bin bereit, es mit dir zu versuchen, aber das kann ich einfach nicht. Zumindest jetzt noch nicht. Ich spaziere aus dem Haus, lasse sie allein im Schlafzimmer zurück und steige in meinen Wagen. Als ich wegfahre, fühle ich mich leer. Der Situation eigenartig entrückt. Aber ich bin schon immer gut darin gewesen, mich innerlich von etwas zu distanzieren, wenn es sein musste. Dadurch habe ich es geschafft zu überleben. Ich habe noch nicht einmal das Ende der Straße erreicht, als ich eine SMS von JC bekomme. Wirf das nicht weg, Dom. Du verdienst es, glücklich zu sein. Lauf nicht vor mir weg. Die Worte lassen mich abrupt bremsen, und ich bleibe mitten auf der Straße stehen. Es ist mir egal, dass hinter mir jemand hupt. Lauf nicht weg. Das tue ich schon seit Jahren. Ich laufe vor dem, was passiert ist, weg, hoffe, mich davor verstecken zu können, mich niemals damit auseinandersetzen zu müssen, aber weglaufen ist was für Feiglinge. Ich wende den Wagen, fahre zurück, gehe mit weit ausholenden Schritten den Weg hinauf und mache mir gar nicht erst die Mühe, anzuklopfen. Ich marschiere einfach direkt in Jaces Haus. Sie erstarrt im Türrahmen des Schlafzimmers, steht in ihrem Nachthemd da, scheint aber nicht überrascht, mich zu sehen. Also gut, sage ich. Ich werde mir anhören, was Chris zu sagen hat, aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich ihm keine verpassen werde. Jace schenkt mir ein Lächeln. Ich kann nicht alles von dir verlangen, das ist mir klar, sagt sie seufzend. Aber das ist gut, Dom, ehrlich. Sollen wir ihn anrufen und herbitten oder das Ganze lieber bei deinen Eltern über die Bühne bringen? Wo sollen wir uns mit ihm treffen? Bei Sin, sage ich automatisch. Ich will meinen Eltern das ganze Drama ersparen und ich will nicht, dass er einen Fuß in dein Haus setzt. Wir machen das bei Sin. Er wird nichts dagegen haben. Okay, sagt Jace leise. Vielen Dank, dass du das für mich tust, Dominik. Ich hoffe, dass du einsiehst, dass wir es auch für dich tun. Ich nicke und als ich den Ausdruck auf ihrem Gesicht erblicke, zieht sich alles in mir zusammen. Er ist so aufrichtig und unverfälscht und... Sie liebt mich. Sie liebt mich. Als wir bei Sin eintreffen, ist es ruhig im Haus und Jace wendet sich mir überrascht zu. Ich habe es hier noch nie so leer erlebt, sagt sie. Ist jemand unten? Ich weiß, was sie mit unten meint und schüttle den Kopf. Nein, hier ist nicht ständig Party, auch wenn es einem so vorkommen mag. Da unten ist tagsüber für gewöhnlich keiner. Außerdem weiß Sin, dass wir uns hier mit Chris treffen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er bei dem Gespräch dabei sein will. Er ist schon seit Jahren neugierig, was damals passiert ist. Jace schiebt ihre Hand in meine und zum ersten Mal seit langer Zeit fühle ich mich wohl dabei, sie zu spüren. Ich weiß nur, dass ich sie berühren will und dass das zum ersten Mal in Ordnung zu sein scheint. Wir gehen ins Wohnzimmer, wo Sin bereits auf uns wartet. Er trägt sogar ein T-Shirt. Na, du bist ja früh wach, bemerke ich. Sin grinst. Seit wann ist vier Uhr nachmittags denn früh, fragt er. Für dich schon, erwidere ich. Was ist los? Sin sieht mich neugierig an. Wieso dieser Sinneswandel in Bezug auf Chris? Ich schüttle den Kopf. Das ist kein Sinneswandel. Ich will mich nur mit ihm unterhalten. Jace hat mich dazu überredet. Es wäre gut, wenn ich alles erfahren könnte, um mit dieser Sache mit Emma endlich abzuschließen. Sin nickt anerkennend, wenn auch überrascht. Es ist an der Zeit, Dom, es ist wirklich an der Zeit. Ich weiß, entgegne ich nur. Und Sin, wenn du dabei sein willst, wirst du auch was zu hören kriegen, was du bisher noch nicht wusstest. Ich sollte es dir wohl besser einfach sagen. Emma ist damals in der Highschool schwanger geworden, aber nicht von mir. Was? Ruft Sin entgeistert und wird kreidebleich. Aber mir bleibt keine Zeit mehr darauf zu reagieren, denn ich höre, wie sich jemand hinter mir räuspert. Chris steht im Türrahmen. Hier bin ich, verkündet er. Jace drückt meine Hand, um mich zu ermutigen und zu beruhigen und davon abzuhalten, Chris sofort eine zu verpassen. Ich blicke auf sie hinab und sie schaut zu mir auf. Du schaffst das, sagt sie leise. Ich nicke, das weiß ich. Ich habe einen kurzen Moment der Klarheit. Chris war der Auslöser für diesen ganzen Schlamassel, wegen dem, was er mit meiner Freundin getrieben hat. Der Druck sollte eigentlich auf ihm lasten, nicht auf mir. Ich bedeute ihm hereinzukommen, und Sin gießt ihm natürlich einen Drink ein und drückt ihn ihm in die Hand. Ich schätze, den wirst du brauchen, sagt er zu ihm. Such dir einen Platz aus. Chris lässt sich in einem Sessel gegenüber von mir nieder. Er wippt nervös mit dem Fuß, und als er sieht, wie ich darauf starre, hört er damit auf. Ist Fiona nicht mitgekommen? frage ich neugierig. Das sieht ihr gar nicht ähnlich. Chris zuckt mit den Schultern. Sie findet, dass das eine Sache zwischen die und mir ist. Sie wollte für keine Seite Partei ergreifen. Echt? Auf einmal. Das sah aber ganz anders aus, als sie hier bei Sin war und mich angeschrien und als Irren bezeichnet hatte. Interessant. Okay. Ich atme tief ein. Danke, dass du gekommen bist. Ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit ist, mit dir über das zu reden, was mit Emma passiert ist. Über das, was du weißt, und ich nicht. Chris nickt zögernd und sieht mir dabei in die Augen. Für einen Moment erblicke ich darin den Jungen, der er einmal gewesen ist. Damals, als wir noch beste Freunde waren. Er ist nervös. Und deshalb ist mir klar, dass er mir etwas Schlimmes sagen wird. Da ist ein unheilverheißender Ausdruck in seinen Augen. Sag's mir einfach, dränge ich ihn. Lass uns offen reden. Ich seh's dir an, dass es nichts Angenehmes ist. Chris wendet den Blick ab. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist alles schon so lange her. Ich habe so oft darüber nachgedacht und versucht, mir die Worte für den Fall zurechtzulegen, dass du mir jemals die Chance geben solltest, mit dir darüber zu reden. War mir nicht sicher, ob ich überhaupt mit dir darüber reden sollte. Aber lass mich eines vorweg sagen. Das Ganze tut mir leid. Weil darüber unsere Freundschaft zerbrochen ist und weil es dich so kaputt gemacht hat. Ich starre ihn wortlos an. Er erwidert meinen Blick. Ich wollte dich immer nur beschützen, Dominik, vor etwas wirklich Üblem. Ich reagiere nicht, sitze nur da, mache mich auf das gefasst, was kommen wird. Chris sieht mich fragend an. Willst du die ungeschminkte Wahrheit oder lieber eine beschönigte Version? Sag's einfach, fordere ich ihn genervt auf. Chris schaut zur Seite. Ich beobachte dich seit Jahren, gesteht er. Habe dich nie aus den Augen verloren. Ich weiß, dass du die Uni geschmissen hast, um deinen ersten Film zu drehen. Ich habe mir deine Interviews angeschaut, als der Erfolg kam. Ich habe mitbekommen, wie du dich so weit wie nur eben möglich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hast. Ich habe gesehen, wie dein Gesicht immer müder und gequälter wurde. Und ich wusste, dass dich die Erinnerungen an Emma genauso verfolgen wie mich. Er verstummt für einen Moment und Jaycee drückt meine Hand. Ich schaffe das. Ich kann sie praktisch die Worte sagen hören und ich erwidere ihre Geste. Ich quäle mich natürlich aus einem ganz anderen Grund als du, fährt Chris fort. Mich quält, dass ich versagt habe. Emma hat mir ein Geheimnis anvertraut, das ich für mich behalten habe, so wie sie es wollte. Denn wir waren beide der Ansicht, dass es so das Beste wäre. Aber als Jugendlicher ist dir nicht klar, dass es Geheimnisse gibt, die man preisgeben sollte, Versprechen, die man brechen muss. Also habe ich dieses Geheimnis für sie bewahrt. Ich hätte mich viel mehr bemühen sollen, es dir zu sagen, denn am Ende hat sie ihre Meinung geändert. Sie wollte, dass du es erfährst. Und ich habe versagt, weil ich dich nicht dazu bringen konnte, mir zuzuhören. Ich vermag meine Ungeduld nicht mehr länger zu zügeln. Jetzt höre ich dir ja zu, fahre ich ihn an. Also rück endlich damit heraus. Chris richtet seinen Blick auf mich. Erinnerst du dich noch an den Tag von Emmas Beerdigung? Als ich versucht habe, mit dir zu reden und du wolltest mir nicht zuhören? Ich habe nur ein paar Worte rausgebracht, bevor du mich zur Seite gestoßen hast. Weißt du noch, was ich damals gesagt habe? Ich denke zurück an jenen Tag, an dem das Schwarz dominierte, äußerlich in der Kleidung und innerlich in der Finsternis, die mich erfüllte und die es mir unmöglich machte, klarzudenken. Ich weiß noch, dass Chris versucht hat, mit mir zu reden. Doch ich habe es nicht ausgehalten. Konnte den Klang seiner Stimme nicht ertragen. Aber ich erinnere mich noch ganz genau an seine Worte. Du hast gesagt, dass es nicht deines gewesen ist, antworte ich. Was zum Teufel hast du damit gemeint? Chris seufzt und starrt zu Boden, während er sich an die Vergangenheit erinnert und der Film vermutlich ebenso horrormäßig in seinem Kopf abläuft wie in meinem. Emma hat dir erzählt, dass wir einmal miteinander geschlafen haben, stimmt's? fragt Chris mit bleischwerer Stimme. Ich nicke. Als wir uns eine Flasche aus der Bar deines Vaters im alten Baumhaus geteilt haben, während du mit Duncan in Chicago gewesen bist, richtig? Ich wapne mich für das, was kommt, und nicke. Du weißt doch, was sie mir erzählt hat. Chris nickt. Aber so ist es nicht passiert. Sie hat mich darum gebeten, dass sie dir diese Version erzählen darf. Naja, eigentlich ist es schon so passiert. Und es stimmte auch alles. Außer, dass sie nicht mit mir zusammen gewesen ist. Der Typ, mit dem sie an dem Abend geschlafen hat und von dem sie schwanger geworden ist, das war ich nicht. Seine Worte verschlagen mir für einen Augenblick den Atem, und ich schnappe nach Luft, während ich zu begreifen versuche, was mir Chris da gerade gesagt hat. Er ist es gar nicht gewesen? Du lügst, fauche ich ihn an. Wieso solltest du all die Jahre die Schuld dafür auf dich genommen haben? Das ist doch lächerlich. Wer um alles in der Welt sollte schon so wichtig für dich gewesen sein, dass du für ihn unsere Freundschaft geopfert hast? Du bist mein bester Freund gewesen, Mann. Du hast mir doch gesagt, dass du es gewesen bist. Nein, entgegnet er, habe ich nicht. Das ist Emma gewesen. Ich habe es nur zugelassen. Wer zum Henker ist es denn dann gewesen? Chris sitzt bewegungslos da, die Lippen aufeinander gepresst. Und da er nun mal ein Feigling ist, sagt er schließlich, ich bin mir doch nicht so sicher, ob das wirklich das Richtige ist. Vielleicht sollte man keine schlafenden Hunde wecken. Scheiß drauf! Knurre ich ihn an. Dafür ist es jetzt zu spät. Sag's mir! Sinn mischt sich ein. Warte mal, Dom, lass uns die Sache in Ruhe regeln. Hol mal Tiefluft und dann... Doch, ich blende meinen Bruder aus, nehme nichts anderes mehr wahr, als Chris, der seinen Kopf schüttelt. So als wollte er es mir nun doch nicht erzählen. Und da sehe ich rot. Ich stürze mich wie ein wilder Stier auf ihn. Er kann gerade noch aufspringen, da trifft ihn bereits meine Faust im Gesicht. Und ich lande einen Treffer auf seinem Wangenknochen. Wer war's? Will ich von ihm wissen und schlage erneut zu, als ich keine Antwort erhalte. Chris wehrt sich nicht, steckt einen Schlag nach dem anderen ein, und ich nehme in meiner Raserei alles nur noch verschwommen wahr, verstehe nicht einmal mehr, was man zu mir sagt, während ich weiter auf ihn eindresche. Bis auf eines. Die grausamen Worte vermögen meine Wut zu durchdringen. Durchschneiden den roten Nebel. Ich war's. Ertönt Sins Stimme. Die Worte lassen uns alle erstarren. Ich war's. Dann fährt Dom herum und sieht seinen Bruder mit einem herzzerreißenden Ausdruck auf dem Gesicht an, in dem sich das Gefühl des Verrats, das er empfinden muss, und der Schock widerspiegeln. Du, fragt er ungläubig, zutiefst erschüttert. Und mir geht es ebenso. Sins nickt. Aber ich hatte keine Ahnung, dass sie schwanger geworden ist, Dom. Dominic lässt sie nicht ausreden, fällt ihm mit einigen üblen Beschimpfungen ins Wort. Du verdammter Drecksack! Du mieses Stück Scheiße! Du hast schon immer das gemacht, wozu du gerade Lust hattest. Aber das, das ist einfach unverzeihlich! Sinn macht einen verwirrten, bestürzten Eindruck. Dom, ich, wir... Es war ein Versehen. Wir haben zusammen abgehangen, zu viel getrunken, und dann ist es einfach passiert. Wir haben dir nichts davon erzählt, weil wir dich nicht verletzen wollten. Ich wusste wirklich nicht, dass sie schwanger geworden ist. Das habe ich erst heute, gerade eben, erfahren. Das Ganze hat uns nichts bedeutet. Es war wirklich nur ein Versehen. Ich dachte, mehr würde nicht dahinter stecken. Ich hatte ja keinen Schimmer, dass... Dass daraus geworden ist. Wir waren doch noch Kinder, Dominic. Das ist keine Entschuldigung, entgegnet Dom, kühl, und geht auf ihn zu. Und du warst kein Kind mehr. Du warst neunzehn Jahre alt, als du die Freundin deines Bruders gefögelt hast, du blöder Wichser! Emma und ich hatten eine gemeinsame Zukunft geplant, und du hast alles kaputt gemacht! Sinn hält abwehrend die Hände in die Höhe. Jetzt beruhige dich mal wieder, Dom! Das ist schon lange her! Ich wollte dich nicht verletzen. Ich dachte, das Ganze würde sich von selbst erledigen, wenn du zum Studieren woanders hinziehst. Du hättest nie was davon erfahren müssen. Mir hat's leid getan. Ihr hat's leid getan. Sie hat hinterher geheult. Dom starrt ihn mit eiskaltem Blick an. Ach, und du glaubst, das würde die Sache jetzt besser machen. Was soll ich denn nun damit anfangen? Sinn sagt schuldbewusst. Ich schwöre dir, dass ich nicht wusste, dass ich was mit ihrem Tod zu tun hatte. Ich hatte wirklich geglaubt, dass sie mit Chris rumgemacht hat, und dass du keinem von beiden verzeihen konntest. Das Arschloch in mir war froh darüber, dass du dich darauf konzentriert hast, und dadurch nie rausgekommen ist, was ich verbockt hab. Ich hab's einfach verdrängt und so getan, als wär's nie passiert. Dominik macht ein finsteres Gesicht. Aber es ist passiert. Du hast Emma gefögelt. Ich dachte die ganze Zeit, dass mein bester Freund mit meiner Freundin geschlafen hat, sie geschwängert hat, und dass ich sie zu einer Abtreibung getrieben habe. Ich dachte, ich sei schuld an ihrem Selbstmord. Dabei warst du es, Sinn. Du! Für einen Moment halten alle inne, und die Zeit scheint still zu stehen. Und obwohl es eigentlich keine Rolle mehr spielt, was wirklich geschehen ist, weil Emma und das Baby tot sind, ist es dennoch von enormer Bedeutung. Dominik hat sich so lange Vorwürfe gemacht, eine Schuld mit sich herumgetragen, die eigentlich ein anderer hätte tragen müssen. Das macht diese ganze, ohnehin schon tragische Geschichte noch hundertmal schlimmer. Ich wende mich ihm zu. Daum flüstere ich. Es wird alles gut. Er sieht mich mit seinen schmerzerfüllten Augen an und blickt dann zu seinem Bruder hinüber. Wird es das? Da habe ich doch meine Zweifel. Mein verdammter Bruder war es, J.C. Ich setze zu einer Erwiderung an, aber Dom richtet seinen Blick wieder auf mich. Mir ist schon klar, dass ich derjenige bin, der darauf bestanden hat, dass sie abtreibt. Aber das war, als ich dachte, dass sie mich mit Chris betrogen hat, dass ich ihr noch irgendwie hätte verzeihen können. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es Sinn gewesen ist, dann wäre ich nie im Leben darüber hinweggekommen. Hätte ich das gewusst, wäre ich weg gewesen. Denn das hätte ich ja auf gar keinen Fall verzeihen können. Chris sieht ihn, das Gesicht bleich an. Du dachtest, dass Emma kurz vor ihrem Tod meinen Namen gesagt hat, weil da etwas zwischen uns gewesen ist. Aber sie hat ihn nur deshalb gesagt, weil sie wollte, dass ich dir die Wahrheit sage. Sie selbst konnte es nicht mehr, und sie wollte, dass du es erfährst. Ich habe dich und Sinn immer wie Brüder geliebt, Dom. Ich wollte nie einen Keil zwischen euch treiben. Du bist auch nicht derjenige, der das tut, faucht Dominic wütend und dreht Chris den Rücken zu. Das hat mein Bruder schon erledigt. Er macht einen Schritt nach vorn und versetzt Sinn einen Schlag auf den Mund. Der stolpert nach hinten und fällt zu Boden. Mit Blut in der Lippe blickt er zu seinem Bruder auf. Dominic, ich liebe dich. Ich wollte dir nie wehtun. Es hätte nie geschehen dürfen. Aber es ist nun mal passiert. Dom sieht auf seinen Bruder hinab. Du hast recht. Es hätte nie geschehen dürfen. Und dann marschiert er einfach davon und lässt uns zurück. Ich mache Anstalten, ihm nachzulaufen, doch Sinn, der sich rasch wieder aufgerappelt hat, packt mich am Arm. Lass ihm mal ein bisschen Freiraum. Das ist jetzt besser, glaub mir. Ich starre ihn an. Wieso sollte ich dir vertrauen? Dem Typen, der es nicht geschafft hat, seinen Schwanz in der Hose zu behalten? Sinn wird gekränkt und ich wende meinen Blick ab. Tut mir leid. Ich weiß, das ist alles so tragisch und furchtbar. Ich habe keine Ahnung, wie wir Dominic helfen sollen. Diese ganze Sache hat ihm ja schon heftig zugesetzt, bevor er die Wahrheit wusste. Jetzt weiß ich wirklich nicht, wie wir noch an ihn herankommen sollen. Sinn reicht mir eine Whiskyflasche und ich nehme einen großen Schluck. Genieße es, wie sich die Wärme in meinem Inneren ausbreitet. Sag mir eines, fordert er mich mit flehendlichem Blick auf. Glaubst du mir, dass ich es nicht wollte? Dass es nicht meine Absicht war, Dominic wehzutun? Ich mustere ihn, den harten Rocker, den die ganze Welt anbetet und der nun zitternd vor mir steht und auf mein Urteil wartet. Wenn ihn seine Fans jetzt sehen könnten. Ich glaube dir, dass du ihm nicht wehtun wolltest, sage ich ruhig. Du warst ja selbst noch sehr jung. Wie alt warst du? Neunzehn Jahre? Du hast Mist gebaut. Leider ist das Ganze durch Emmas Tod tragisch ausgegangen. Aber inzwischen ist alles so verdammt verfahren, dass ich wirklich nicht weiß, wie du das mit Dom wieder in Ordnung bringen willst. Ich reiche Sinn die Flasche zurück. Du brauchst das hier mehr als ich. Ich muss mich um Dom kümmern. Ich habe keine Ahnung, wie ich ihn wieder hinkriegen oder was ich sagen soll, damit es ihm besser geht. Aber ich weiß, dass ich es versuchen muss. Der ist schon weg, sagt Sinn resigniert. Gib ihm Zeit, sich zu beruhigen, und dann versuche es bei ihm zu Hause. Du kannst meinen Privatjet nehmen. Ich stehe ziemlich entnervt vor Dominiks Tür. Der Flug nach Kalifornien hat einige Stunden gedauert, und jede einzelne davon war qualvoll für mich gewesen, weil ich Dominik nicht erreichen konnte. Aber ich weiß, dass er hier ist. Mein Herz sagt mir, dass er sich in seine stille Zuflucht zurückgezogen hat. Aber Sinn hatte vorsichtshalber noch am Privathangar angerufen und nachgefragt, ob Dom in seinen Jet gestiegen und wohin er geflogen war. Und außerdem steht sein Porsche vor dem Haus, und die Motorhaube ist noch warm. Er ist also hier. Aber er macht nicht auf. Glücklicherweise ist die Tür nicht abgeschlossen, denn als ich am Griff drehe, schwingt sie auf. Dominik, rufe ich beim Hineingehen. Meine Absätze klacken auf den Fliesenböden. Keine Antwort. Ich gehe weiter, werfe einen Blick nach draußen, um zu sehen, ob er dort ist, finde aber keine Spur von ihm. Ich suche im Wohnzimmer, im Esszimmer und in den restlichen Zimmern im Erdgeschoss nach ihm. Als ich auf die Treppe zugehe, höre ich etwas von oben. Schritt für Schritt nähere ich mich der Stimme, die dort oben zu hören ist. Es ist die Stimme einer Frau. Mein Atem erstirbt auf meinen Lippen, als ich die Worte immer und immer wieder vernehme. Dom die Aufnahme zurückspult, um sie dann erneut abzuspielen. Ich liebe dich, Dom. Bitte hasse mich nicht. Ich betrete zögernd sein Schlafzimmer. Er liegt auf einer Chiselong und starrt auf einen Fernsehbildschirm. Der Umschlag von Emma ist geöffnet, liegt in Stücke gerissen neben ihm. Eine DVD steckt im Player. Dominik wirkt verschlossen, sieht müde aus, ist distanziert. Er blickt nicht auf, als ich eintrete, aber er weiß, dass ich da bin. Ich habe sie gehasst, weißt du. Jahrelang habe ich sie geliebt und gehasst. Aber seit ihrem Tod habe ich diesen Hass gegen Chris gerichtet. Ich wäre nie im Leben darauf gekommen, dass ich ihn eigentlich gegen Sinn richten müsste. Ich hasse sie, Jaycee. Sie wusste, dass sie sich umbringen würde. Sie hat es so geplant und diese bescheuerte DVD als Entschuldigung aufgenommen. Sie hat sie in meinen Wagen gelegt. Ich habe sie erst einen Tag nach ihrem Tod gefunden und habe den Umschlag nie geöffnet, weil ich nicht wissen wollte, was sie zu sagen hatte. Dom, sage ich, und eile zu ihm, lasse mich vor ihm auf die Knie fallen und greife nach seinen Händen, die eiskalt sind. Er lässt zu, dass ich sie halte, erwidert meinen Griff aber nicht. Dom ist es in Ordnung, sie zu hassen. Ich weiß, dass ein Teil von dir das tut, aber der andere Teil liebt sie, und auch das ist in Ordnung. Das ist eine total verfahrene Situation, und du hast all die Jahre die ganze Last mit dir herumgeschleppt. Er sieht mich an. Soll mir das jetzt helfen? Ich ignoriere den eisigen Ton. Ich glaube, der Grund, warum das alles so schrecklich war, liegt zum Teil daran, dass es ein Geheimnis bleiben musste. Du hattest das Gefühl, nicht darüber reden zu können. Aber jetzt ist es ans Licht gekommen, und jeder kann es sehen. Um eine Sache zu überwinden, muss man sich ihr stellen. Und jetzt, da du weißt, womit du es zu tun hast, wird es viel leichter sein. Ich will das nicht sehen, sagt Dominik mit matter Stimme und schaltet den Fernseher aus. Emmas Gesicht verschwindet, und zurück bleibt nur ein schwarzer Bildschirm. Ich will vergessen, dass das Ganze je passiert ist. Und ich will mich auch nicht mit Szenen auseinandersetzen. Es wird noch eine ganze Weile dauern, ehe ich wieder in der Lage sein werde, überhaupt ein Wort mit ihm zu wechseln. Es tut mir weh, ihn so zu sehen. Das verstehe ich, versichere ich ihm. Es ist eine natürliche Reaktion, es einfach begraben und nicht mehr darüber nachdenken zu wollen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gesund oder überhaupt möglich wäre. Und Sinn ist deswegen wirklich total am Boden zerstört, das kannst du mir glauben, Dom. Er war ja noch sehr jung, und er wusste bis heute nicht, welche Konsequenzen sein Handeln gehabt hat. Dominik schließt die Augen. Bitte kein Wort mehr über Sinn. Im Augenblick bin ich einfach nur auf die ganze Welt sauer, JC. Ich sollte vermutlich besser allein sein. Ich bin gerade keine gute Gesellschaft. Es würde mich überraschen, wenn es anders wäre, erwidere ich. Aber ich werde nirgendwo hingehen. Ich lasse dich nicht allein. Ich bin unten und vertreibe mir die Zeit. Und wenn du mit jemandem reden willst, selbst wenn du dich nur abreagieren und schreien willst, dann komm und hol mich. Dominik nickt langsam. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um dich zu verdienen. Mir reicht schon, dass es dich gibt, sage ich. Du bist da, und ich liebe dich. Alles an dir. Die Ungeheuer und alles Hässliche und all das Gute des Menschen, von dem ich weiß, dass er in dir steckt. Dominik schließt die Augen. Und ich schlüpfe aus dem Zimmer. Ich sitze eine ganze Weile still da, aber schließlich kommt es mir so vor, als würden mich die Wände des Zimmers erdrücken. Und ich schlage auf sie ein, boxe ein Loch in die Gipskartonwand. Aber das reicht mir nicht. Mein Blick fällt in den Spiegel, und es gefällt mir gar nicht, dass ich so fertig aussehe. Also hebe ich eine schwere Steinvase auf und werfe sie hinein. Es ist eine kleine Befriedigung, all die Scherben auf dem Boden liegen zu sehen. Innerhalb einer Minute taucht Jaycee im Türrahmen auf, wo sie zögernd stehen bleibt. Sie sieht so wunderschön aus. Alles okay? fragt sie mit einem Blick auf die Spuren, die ich im Zimmer hinterlassen habe. Ich mustere sie düster. Nein. Sie kommt einen Schritt auf mich zu, aber ich halte sie auf. Nein, sage ich. Komm besser nicht rein, hier geht's gerade ziemlich hässlich zu. Ich möchte dir helfen, sagt sie leise. Sag mir, wie ich dir helfen kann, Dom. Ich schüttle den Kopf, starre sie an. All die Gefühle, die ich so lange unterdrückt habe, vermischt mit den neuen, die ich wegen Sins Verrat empfinde, steigen mit einem Mal an die Oberfläche und erfüllen mich. Ich komme mir so vor, als wäre nur noch Hässliches in mir. Du willst mir helfen? Presse ich zwischen den Zähnen hervor und trete einen Schritt auf sie zu. Also schön, dann hilf mir, Jaycee. Ich sehe sie gar nicht. Nicht wirklich. Ich sehe ihr blondes Haar, ihre Unschuld und meinen Schmerz. Jede Menge Schmerz. Und dieser Schmerz heizt meine Wut an. Jaycee kommt bereitwillig ins Zimmer und bleibt vor mir stehen. Mach schon, fordert sie mich leise auf, als wüsste sie, was ich vorhabe. Als wüsste sie, was ich tun muss, um diesen ätzenden Schmerz loszuwerden. Ich packe sie brutal am Arm, schubse sie auf das Bett. Ich habe dir geraten, dich von mir fernzuhalten, knurre ich, über sie gebeugt. Ich habe dich gewarnt. Du hättest auf mich hören sollen. Jaycee starrt mich furchtlos an. Als ich in ihr Haar greife, es mir um die Hand wickele, sie an mich ziehe und küsse. Da ist nichts Zärtliches an diesem Kuss, nichts Schönes. Nur Härte, Hass und Schmerz. Sie erwidert den Kuss wütend, und ihre Zähne schramen an meinen entlang. Also gut, du willst dich abreagieren, dann reagiere dich an mir ab, Dom. Mach schon, tu es! Reagiere dich in mir ab, wenn's sein muss. Ich kann das schon verkraften. Da ist ein herausfordernder Ausdruck in ihren Augen. Plötzlich ist sie auch zornig. Du benutzt diese Härte wie eine Maske, Dom, sagt sie, und ihre braunen Augen funkeln mich an. Seit Jahren hast du dich in einer Tabuzone herumgetrieben und Dinge getan, die die meisten Leute nicht tun, weil du glaubst, nichts anderes als das zu verdienen. Aber du solltest es nicht mit dem verwechseln, was dir eigentlich gefällt. Oh, mir gefällt das schon, erwidere ich. Zieh sie grob an mich und beiße sie so fest in den Hals, dass meine Zähne rote Abdrücke hinterlassen. Gib dich da mal keiner Täuschung hin. Ich mag's gern etwas rauer. Ich mag den Schmerz, J.C. Ich ziehe sie hoch und schubse sie gegen die Wand, presse mich gegen sie, sodass meine Hüfte gegen die ihre drückt und schaue ihr dabei in die Augen. Glaub mir, ich tue das, weil ich es will, nicht etwa, weil ich durcheinander bin, was das angeht. Ich packe ihre Oberschenkel, lege mir ihre Beine um die Taille und rahme sie erneut gegen die Wand. Nicht zu fest, aber fest genug, um zu beweisen, dass ich Recht habe. Mein Schwanz ist jetzt steinhart, was ich nicht zuletzt meiner Wut und dem Gefühl ihrer Muschi zu verdanken habe, die gegen ihn drückt. Du magst den Schmerz, weil er dich von dem ablenkt, was wirklich wehtut, Dominik, sagt J.C. mit sanfter Stimme. Das ist es, was dir daran gefällt. Sie küsst mich, und ihr Mund ist so weich und süß. Und wieder besseres Wissen und trotz des Restes an Gutem, der noch in mir steckt, spüre ich ein Ziehen in meinem Unterleib. Du willst jetzt nicht mit mir zusammen sein, glaub mir, sage ich warnend zu ihr. J.C. sieht mir in die Augen. Sag mir nicht, was ich will oder nicht will, sagt sie in einem leisen Befehlston. Was du austeilst, kann ich schon einstecken, keine Sorge. Ich fummle an meiner Jeans herum, ziehe meinen Schwanz heraus, schiebe ihren Rock in die Höhe und dringe mit einem heftigen Stoß, ohne jedes Vorspiel, in sie ein. Ihre Augen weiten sich, aber sie nimmt es ohne ein Wimmern oder Seufzen hin. Ich drücke sie gegen die Wand, halte mit einer Hand ihre Handgelenke über ihrem Kopf fest und quetsche sie zusammen. Na, glaubst du immer noch, dass du damit klarkommst, knurre ich in ihren Mund. Sie nickt. Ihre Augen sind überraschenderweise glasig. Voll Lust. Fick mich, sagt sie atemlos, während ich immer und immer wieder in sie hineinstoße. Ich komme damit klar. Ich will es. Also folge ich ihrer Aufforderung. Ich ficke sie heftig, stampfe ihren Rücken förmlich in die Wand, ein Ventil für alles Hässliche, das in mir steckt. Aber als ich endlich die Augen öffne, starren mich ihre Augen an. Und sie sind braun, nicht blau. Sie ist Jaycee, nicht Emma. Und all die Wut, die ich verspüre, richtet sich nicht gegen sie. Der Schmerz, den ich empfinde, den hat nicht sie verursacht. Ich erstarre, als mir mit einem Mal klar wird, dass sie recht hat. Ich mag den Schmerz, weil er ein Ventil für das ist, was ich wirklich empfinde. Eine Möglichkeit, mich abzureagieren, aber ich werde mich nicht an Jaycee abreagieren. Ich lasse sie von der Wand hinuntergleiten und trage sie zum Bett. Tut mir leid, flüstere ich, während mein Knie ihre Beine auseinanderschiebt. Sie öffnet sie willig, und ich gleite behutsam in sie hinein. Tut mir wirklich leid, Jaycee. Sie schließt die Augen und zieht mich an sich, lässt meinen Kopf an ihrer Schulter ruhen. Und ich komme sanft, ohne einen Laut von mir zu geben. Presse mich in sie, halte sie fest. Ich vernichte jeden, der mit mir in Berührung kommt. Aber sie vermag ich nicht zu vernichten. Dominic mag es sich nicht eingestehen, aber ich habe gespürt, wie sein Herz bei jeder Bewegung ein bisschen mehr zerbrochen ist. Ich liege ganz ruhig da und schaue ihn an. Es dauert eine lange Zeit, bevor er die Augen öffnet. Und als er es tut, erkenne ich sein schlechtes Gewissen. Tut mir leid, sagt er bloß. Tut mir wirklich leid, Jaycee. Ich war so furchtbar wütend. Auf die ganze Welt. Und insbesondere auf Sin. Aber auch auf Emma. Und auf dich. Weil du recht hattest. Ja, du hattest recht. Es tönt mich an, andere Leute beim Sex zu beobachten, weil ich es tun kann, ohne mich dabei mit jemandem einlassen zu müssen. Und ich mag den Schmerz beim Sex, weil er mich von dem ablenkt, was mir wirklich Schmerz bereitet. Und das bist nicht du. Du verursachst mir keinen Schmerz. Ich habe kein Recht, dich für etwas verantwortlich zu machen, was du nicht getan hast. Tut mir leid. Es kommt mir so vor, als würde sich mein Herz zusammenziehen. Ich weiß, sage ich sanft. Ich weiß. Und das tue ich wirklich. Ich weiß, wie es ist, so von Emotionen überwältigt zu sein, dass man nicht klar denken kann. Ich habe mich selbst an dem Tag so gefühlt, als Jared meine ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Ich schmiege mich an Dominiks Seite und er drückt mich an sich. Was glaubst du, wo sie jetzt ist, grübelt er nach einer Weile laut vor sich hin und starrt dabei aus dem Fenster. Die Frage quält mich manchmal. Ich streichele seinen Arm. Mir ist klar, dass er über Emma spricht. Ich weiß es nicht. Ich habe mich das bei Menschen, die ich liebe, auch schon gefragt. Ich hoffe, dass sie an einem besseren Ort sind. Irgendwo, wo es keine Tränen und keine Schmerzen mehr gibt. Dann sind sie wirklich an einem besseren Ort als wir, erwidert Dominik erschöpft. Aber für uns besteht ja noch Hoffnung, entgegen ich. Auf uns alle wartet der Tod. Aber es hängt von uns ab, wie wir damit umgehen. Ich weiß, dass das nicht leicht ist. Er schweigt und ich greife nach seiner Hand. Er lässt es zu, aber es ist unschwer zu erkennen, dass er nicht mit seinem Herzen dabei ist. Seine Finger sind kalt. Seine Augen ausdruckslos. Nach einigen Minuten wende ich mich ihm zu, denn ich möchte ihm unbedingt begreiflich machen, dass es noch Hoffnung gibt. Ich dachte eigentlich, dass er sich nach dem Wutsex besser fühlen würde. Dass er ein Ventil für all seinen Zorn gewesen wäre. Und das war er ja auch. Aber Dominik macht den Eindruck, als erscheine ihm alles sinnlos. Ich weiß, dass du sauer bist auf die ganze Welt. Aber wir werden das schon gemeinsam schaffen. Du wirst sehen, dass du den Menschen vertrauen kannst, die du liebst. Manchmal treffen sie schlechte Entscheidungen. Aber das ist nur menschlich. Passiert uns allen. Wir werden das schon hinkriegen. Chris wusste es die ganze Zeit, verdammt nochmal, sagt Dom und wirft mir einen düsteren Blick zu. Er hätte es mir schon vor Jahren erzählen können. Auch wenn ich nicht mit ihm reden wollte, hätte er sich was einfallen lassen können. Ich nicke. Ich weiß, er hat das Ganze nicht so toll gehandhabt. Aber er fühlt sich ja deshalb auch ganz schrecklich. Er hatte keine Ahnung, was er tun soll und ist nicht gerade optimal damit umgegangen. Genau so wie du. Er hat euch beide, dich und Sin, so sehr geliebt, dass er seine Beziehung zu dir geopfert hat, um deine Beziehung zu Sin zu retten. Ich finde, das sagt eine Menge über ihn aus. Übrigens haben er und Fiona sich getrennt. Vielleicht fühlst du dich dadurch ja etwas besser. Sie war stocksauer, dass er es niemandem erzählt hat. Dominik nickt, wendet sich wieder von mir ab, um aus dem Fenster zu sehen. Ich habe das Gefühl, dass die Emotionen an diesem Tag einfach zu überwältigend für ihn gewesen sind, um damit fertig zu werden. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Mir geht es genauso. Ich schlinge meine Arme um ihn, presse mein Gesicht gegen seinen Rücken, schließe meine müden Augen, weil ich das Gefühl habe, dass das Gewicht der ganzen Welt auf meinen Lidern lastet. Die Stille wächst und wächst, bis Dominik schließlich einschläft. Ich bleibe für eine ganze Weile bei ihm und halte ihn fest. Wenn es jemand verdient hat, im Schlaf vergessen zu finden, dann er. Er wacht nur ein einziges Mal auf, als das chinesische Essen geliefert wird, das ich bestellt habe. Er bleibt lange genug wach, um mit mir zu essen, und schlägt mir dann vor, im Gästezimmer zu schlafen, damit auch ich etwas Ruhe finde. Ich werde mich hin- und herwälzen, fügt der Erklärend hinzu. Du hast heute schon genug Geduld mit mir gehabt. Du hast eine Pause verdient. Ich will keine Pause, habe aber keine Lust, mich mit ihm zu streiten. Dominik kehrt wieder in sein dunkles Schlafzimmer zurück, und ich schließe die Tür zum Gästezimmer. Wenn er allein sein will, dann werde ich ihn eben allein lassen. Wenn es ihm dabei hilft, das alles zu verarbeiten. Ich versuche, allein zu schlafen. Aber eigenartigerweise ist das nach all den Jahren, in denen ich die Einsamkeit gesucht habe, das Letzte, was ich will. Und ich sehne mich nicht nach irgendjemandem, sondern nach Jaycee. Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass wir 17 Minuten nach zwei haben, mitten in der Nacht. Ich schlage die Bettdecke zurück, stehe auf und tappe zu Jaycees Zimmer. Sie schläft friedlich, eine Hand unter dem Kinn. Ihre Lieder flattern, als ich neben sie ins Bett schlüpfe. Sie schmiegt sich an mich, und ich lege meine Arme um sie. Ihre Wärme umfängt mich, verdrängt die Kälte, die mich so lange eingehüllt hat. Danke, dass du so gut zu mir bist, flüstere ich ihr zu. Ich weiß beim besten Willen nicht, warum sie das alles für mich tut. Ich habe nichts getan, um es zu verdienen. Sie seufzt verschlafen, antwortet nicht. Ihre Hände flattern über meine Brust, zu meiner Talie hinunter. Das ist Antwort genug. Die leichte Berührung ihrer Fingerspitzen reicht schon aus, dass ich Lust auf sie verspüre. Sie hebt ihre Hüften, und ich ziehe ihr den Slip aus. Ihre Lippen legen sich verschlafen auf die meinen, ihr Atem ist heiß, und ich gleite in sie hinein. Ihre Wärme umgibt mich. Und ich stoße ein Stöhnen aus, werfe meinen Kopf zurück und verliere mich in all den Empfindungen. In ihr. Ich spüre ihre Hände, ihre Fingernägel auf meinem Rücken. Ich höre ihr Stöhnen, ihre immer schneller werdenden Atemzüge. Ich fühle, wie die Welt explodiert, und sacke auf sie, rolle mich zur Seite, um ihr nicht wehzutun. Und dann schlafen wir. Als ich aufwache, strömt Sonnenlicht ins Zimmer. Und ich blicke mich verschlafen um und versuche herauszufinden, was mich geweckt hat. Ich höre das Brummen meines Handys, greife danach, blicke darauf und stelle fest, dass ich eine SMS von Zinn erhalten habe. Du bist mein Bruder. Und es gibt nichts Wichtigeres auf der Welt als das. Ich liebe dich. Ich werde dich immer lieben. Tut mir leid, dass ich Mist gebaut habe. Ich lege das Handy wieder weg und schließe die Augen. Ich beende das Telefonat mit Joe und muss unwillkürlich lächeln, wenn ich daran denke, wie viel Mühe er sich immer gibt, so zu tun, als sei er ein harter Typ. Dabei hat er ein weiches Herz. Ich hatte ihm die Lage mit wenigen Worten geschildert, und er war sofort damit einverstanden, dass wir erst am Montag wieder zur Arbeit erscheinen. Es gab überhaupt keine Diskussion. Und wir werden auch keine Probleme deswegen bekommen. Das ist schon mal eine Erleichterung. Das ist schon mal eine Erleichterung, denn das wäre das Letzte, was wir jetzt gebrauchen könnten. Ich schleiche auf Zehenspitzen zurück ins Schlafzimmer und betrachte Dom. Im Schlaf sieht er so friedlich aus. Und das ist der Grund dafür, dass ich ihn seit zwei Tagen schlafen lasse. Anscheinend braucht er den Schlaf, um den emotionalen Schock der letzten Tage zu verarbeiten. Nachts lege ich mich zu ihm ins Bett, er schlingt seine Arme um mich, und wir liegen ganz eng beieinander. Tagsüber stehe ich auf, sehe aber ab und zu nach ihm. Bis auf die wenigen Male, die er aufgewacht ist, um etwas zu trinken, hat er nur geschlafen. Als ich mich über ihn beuge, verspüre ich den überwältigenden Drang, ihn vor allem zu beschützen. Genau aus diesem Grund zögere ich zwei Stunden später auch, Sin hereinzulassen, als dieser plötzlich an der Haustür auftaucht. Ich weiß, dass es dir leid tut, sage ich mit stockender Stimme. Das weiß ich wirklich. Aber er ist so fertig, Sin. Er schläft seit zwei Tagen. Ich glaube nicht, dass er schon so weit ist, mit dir zu reden. Sin betrachtet mich mit der Leichenbitamine eines Rockers. Da hatte ich wohl recht, als ich dir gesagt habe, dass du gut für Dominik bist, oder? Ich schlucke. Sieht ganz so aus. Und wenn es nach mir ginge, dann würde ich dich auch hereinbitten, damit du mit Dom sprechen kannst. Aber ist schon okay, ertönt Dominiks Stimme hinter mir. Lass ihn rein. Ich drehe mich um. Dom sitzt auf der untersten Treppenstufe und starrt seinen Bruder an. Sein Haar ist zerzaust. Aber ansonsten sieht man es ihm nicht an, dass er gerade zwei Tage geschlafen hat. Geht's dir gut? Frage ich leise. Er wirft mir einen Blick zu, und da ist etwas unglaublich Mächtiges in seinen Augen. Eine Eindringlichkeit, die sie leuchten lässt. Er liebt mich. Er hat es mir nicht gesagt, aber ich weiß, dass es so ist. Ich schlucke, als er mir zunickt. Ja, alles okay, Babe. Er sieht seinen Bruder an. Es gibt einen Grund, warum ich deine SMS ignoriert habe, Sin. Ich wollte nicht mit dir reden. Sin schluckt, nickt. Habe ich mir schon gedacht. Aber ich lasse mich ja nicht so leicht abwimmeln, wie du weißt. Dom, der ganze Mist ist vor sechs Jahren passiert. Denk doch mal darüber nach, was in den sechs Jahren alles geschehen ist. Und dann denk darüber nach, wer in all dieser Zeit für dich dagewesen ist. Ich. Ich schwöre dir bei meinem Leben, dass ich niemals wieder so einen Scheiß bauen werde. Dom seufzt, reibt sich über das Gesicht und blickt dann zu seinem Bruder auf. Ich weiß, Sin. Ich weiß. Ich stoße den Atem aus, den ich angehalten habe. Sin starrt Dominik an. Du weißt es? Dom nickt. Ja, tu ich. Ich bin immer noch stinksauer auf dich. Aber ich weiß es. Sin sieht ihn unschlüssig an. Wenn du sagst, dass du es weißt, was genau meinst du denn damit? Dominik stößt einen Seufzer aus. Ich weiß, dass es nur ein Abend gewesen ist. Dass ihr beide betrunken gewesen seid und sie nicht klar denken konnte. Du warst 19 und hast mit deinem Schwanz gedacht. Du wusstest nicht, dass sie schwanger geworden ist und dass ich sie zu einer Abtreibung gedrängt habe. Du hattest von all dem keine Ahnung. Es war ein einziges beschissenes Fiasko. Aber ich kann mich damit nicht länger befassen. Ich werde darüber hinwegkommen. Bin zwar noch nicht so weit, aber ich werde es schaffen. Tatsache? Sin klingt hoffnungsvoll, aber nervös. Dom nickt. Ja. Irgendwann. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du sowas gemacht hast. Aber ich werde versuchen, darüber hinwegzukommen. Wir sind Brüder und ich weiß, dass du es jetzt nicht mehr tun würdest. Richtig? Sin schüttelt sofort den Kopf. Scheiße, nein. Mann, ich bin erwachsen geworden, Dom. Ich würde dir nie was wegnehmen, das dir gehört. Das habe ich damals aber auch nicht getan. Ich war nur zu jung und zu dämlich, um meine Hormone unter Kontrolle zu halten. Den Fehler würde ich nicht nochmal machen. Zinn zieht Dom in die Höhe und legt seine Arme um ihn. Er klammert sich förmlich an ihn und murmelt in sein Haar. Ich hatte wirklich keine Ahnung, Mann. Ich schwöre dir, dass ich keinen Schimmer davon hatte, dass es meine Schuld gewesen ist, dass du dich so beschissen gefühlt hast. Ich schwöre zu Gott, dass ich es dir schon vor langer Zeit gesagt hätte, wenn ich es nur gewusst hätte. Dom reagiert erst nicht, aber dann legt er seine Arme um seinen Bruder und erwidert die Umarmung. Er tut es zwar widerstrebend, aber er tut es. Das ist ja schon mal was. Tut mir leid, Mann, sagt Zinn wieder, und ich kann die Traurigkeit in seiner Stimme hören. Du weißt, wie sehr ich immer geliebt habe. Aber nicht auf diese Weise. Der Abend damals war ein Fehler, den eigentlich keiner von uns beiden gewollt hat. Ich weiß, Dominik nickt. Ich weiß. Und sein Gesicht sagt mir, dass er es wirklich so meint. Er weiß es. Und damit ist er weit entfernt von dem Dominik, den ich zwei Tage zuvor erlebt habe. Als wir in Richtung Terrasse gehen, wende ich mich ihm zu. Das muss ja ein echter Zauberschlaf gewesen sein. Er verzieht den Mund zu einem kleinen Lächeln. Ich glaube, ich habe seit Emmas Tod keine Nacht mehr durchgeschlafen. Also ja, es hat mir gut getan. Ich kann jetzt klarer denken. Zinn bleibt stehen und sagt, einen unsicheren Ausdruck in seinen blauen Augen, an Dominik gewandt. Dom, ich bin nicht allein hier. Chris sitzt im Wagen. Er ist übel dran. Kannst du nicht mal mit ihm reden? Ich erstarre und sehe Dominik an. Er weiß, dass Chris nur verhindern wollte, dass Doms Beziehung zu seinem Bruder zerbrechen würde. Aber ihm ist auch klar, dass Chris eigentlich schon vor Jahren den Mund hätte aufmachen können. Also schön, sagt Dom seufzend. Ich werde es ja irgendwann sowieso mal tun müssen. Warum nicht heute? Ich atme erleichtert auf und sehe gemeinsam mit Zinn zu, wie er an der Seite des Hauses entlang zum Wagen geht. Und keine zwei Minuten später beobachten wir die beiden durch die Fenster des Hauses, wie sie in einer ernsthaften Unterhaltung vertieft am Küchentisch sitzen. Glaubst du, dass sie klarkommen werden? frage ich Zinn nervös. Er mustert sie kritisch, wie sie einander beim Reden gegenüber sitzen. Naja, bisher ist noch kein Blut geflossen. Das ist doch ein gutes Zeichen. Ich verdrehe die Augen. Danke, das ist wirklich hilfreich. Sie scheinen eine halbe Ewigkeit dort zu sitzen. Und als sie endlich auf die Terrasse herauskommen, schweigen beide. Wir müssen unbedingt was tun, sagt Dom ernst zu mir. Wir müssen alle was tun, um mit der Sache abschließen zu können. Aber dazu müssen wir zurück nach Hause. Innerhalb von einer Stunde sitzen wir im Jet. Auf den Gesichtern der Menschen, die sich um den Esstisch meiner Eltern versammelt haben, spiegeln sich eine Vielzahl von Emotionen. Traurigkeit, Wut, Bestürzung, Trauer, Schuld. Meine Eltern, Fiona, Duncan, Chris, Emmas Eltern und natürlich Zinn und Jaycee sind hier, damit wir über das reden können, was mit Emma passiert ist. Was ich getan habe, was Emma getan hat, was Emma und Zinn getan haben. Es ist keine einfache Unterhaltung, aber eine, die geführt werden muss. Was Jaycee einmal über Emmas Eltern gesagt hat, stimmt. Die beiden müssen damit abschließen können. Auch wenn es furchtbar für sie gewesen sein muss, zu erfahren, dass ihre Tochter abgetrieben hat und welche Rolle Zinn und ich dabei gespielt haben. So wissen sie es jetzt wenigstens. Sie kennen den Grund für den Selbstmord. Etwas, das einen Sinn ergibt. Also können sie mir die Schuld geben, sage ich schließlich leise. Emma und Zinn haben einen Fehler begangen. Aber sie waren noch Kinder. Ich bin derjenige, der Emma dazu gedrängt hat, abzutreiben. Die Schuld liegt allein bei mir. Mr. Brandt hat seine Finger so fest ineinander verschränkt, dass seine Knöchel weiß werden. Aber er sagt nichts, starrt nur auf den Tisch hinab. Mrs. Brandt sieht mich mit ihren strahlend blauen Augen an, die mit Tränen gefüllt sind. Ich muss gegen den Drang ankämpfen, wegzusehen, denn eigentlich hatte ich damit gerechnet, Hass in ihnen zu erblicken. Dominic, das war nicht deine Schuld. Es ist eine Tragödie gewesen und du solltest es einfach auf sich beruhen lassen. Ich spüre zum x-ten Mal in letzter Zeit einen Kloß im Hals und schlucke schwer. Wir dachten, dass sie das wissen sollten, erwidere ich leise. Ein kluger Mensch hat mir einmal gesagt, dass es immer wichtig ist, die Wahrheit zu wissen, um mit einer Sache abschließen zu können. Ich drücke Jaceys Hand. Alle reden mit gedämpften Stimmen miteinander und obwohl es unangenehm ist, bin ich dennoch erleichtert. Jacey hat recht gehabt. Die Dinge ans Licht zu bringen, macht es leichter, sich mit ihnen zu befassen. Ich ignoriere die leisen Stimmen um mich herum und starre aus dem Fenster. Unten am See befindet sich das alte, heruntergekommene Baumhaus immer noch an Ort und Stelle. Bei seinem Anblick schnürt es mir das Herz zusammen, denn ich muss an die Zeit denken, die Emma und ich darin verbracht haben. Und daran, was zwischen ihr und Zinn dort gelaufen ist. Ich schlucke wieder schwer. Und als ich aufblicke, sehe ich, dass mein Vater mich beobachtet. Dom, komm bitte mal kurz mit, sagt er. Ich will dir etwas zeigen. Ich folge ihm aus dem Haus zur Scheune hinüber und sehe ihn verwirrt an, als er mir einen großen Holzhammer reicht. Du willst mir einen Hammer zeigen, frage ich, die Augenbrauen hochgezogen. Hast du nicht gesagt, dass Zinn und Emma, dass sie in dem alten Baumhaus zusammen gewesen sind? Erkundigt sich mein Vater leise. Ich nicke. Es ist ja schön und gut, dass sich Zinn entschuldigt hat, und wir wissen beide, dass es nie seine Absicht gewesen ist, dich so zu verletzen, wie er es getan hat. Aber solange es dieses Haus gibt, wird es dich an das erinnern, was geschehen ist, und alles Hässliche wird wieder hochkommen. Reiß es runter, Junge, damit du nie wieder einen Blick darauf werfen musst. Ich starre ihn an und weiß, dass er recht hat. Das alte Ding niederzureißen, das wird mir guttun. Ich mache mich auf den Weg hinunter zum See und klettere die wackelige Leiter am Baumstamm hinauf. Mit dem ersten Hammerschlag hinterlasse ich ein Loch im Dach. Nach drei weiteren Schlägen stürzt das Dach komplett ein. Die Wände folgen, dann der Boden. Meine Schultern stehen mittlerweile in Flammen und meine Muskeln tun mir weh, aber ich hole immer und immer wieder aus. Denn mein Dad hat recht gehabt. Ich reiße nicht nur ein altes Baumhaus nieder, sondern auch eine Erinnerung. Ich höre erst auf, als das Haus in tausend Stücke zersplittert ist und ich sogar die Leiter zertrümmert habe. Als ich fertig bin, ist nichts mehr übrig. Jedes Brett, jede schlechte Erinnerung liegt zerstört auf dem Haufen vor mir. Ich werde mir nichts davon jemals wieder ansehen müssen. Ich habe keine Ahnung, wieso ich mich deshalb besser fühle, aber es ist so. Nun, da das Baumhaus verschwunden ist, kann auch die Erinnerung langsam verblassen. Ich werde nicht so tun, als sei es niemals geschehen. Aber es wird zumindest nicht mehr so lebendig für mich sein, nicht mehr diese Macht über mich haben. Als ich mich umdrehe und zum Haus zurückgehe, sehe ich Jaycee am Seeufer sitzen. Sie mustert mich besorgt. Alles okay? fragt sie, als ich mich ihr nähere. Ich nicke. Ja, zum ersten Mal seit langer Zeit kann ich das bejahen. Allerdings gibt es noch eine Sache, die ich erledigen muss. Ich ziehe sie in die Höhe und hinter mir her zur Scheune. Der alte Chevy Nova steht unter einer Plane in der hinteren Ecke. Ich schlage sie zurück und starre den Wagen an. Er hat einige zusätzliche Kratzer und einen Riss in der Windschutzscheibe bekommen, aber sein Anblick lässt unzählige Erinnerungen lebendig werden. Ich habe in der Karre meine Unschuld verloren, teile ich Jaycee mit. Und Emma darin zum ersten Mal geküsst. Ist das okay, wenn ich mit dir darüber spreche? Jaycee blickt ein wenig gequält drein, nickt aber. Wir sind damit zu zig Dates gefahren und in jener Nacht, In dieser letzten Nacht bin ich damit zu ihr gefahren. Mein Dad musste die Bodenmatten austauschen, weil ich so viel Blut an den Schuhen hatte. Ehrlich gesagt ertrage ich den Anblick nicht mehr. Komm mit. Jaycee fragt nicht, wohin. Sie nickt nur und steigt auf der Beifahrerseite ein, um auf dem staubigen Sitz Platz zu nehmen. Ich drehe den Schlüssel in der Zündung und wie durch ein Wunder hat die Batterie genug Saft, um den Motor zu starten. Aus dem Radio klingt Brown-Eyed Girl und ich lausche für einen Moment in vertrauten Worten. Ich muss diesen Song schon mindestens tausendmal gehört haben, sage ich zu Jaycee, als ich den Wagen aus der Scheune Richtung See steuere. Ehrlich gesagt hängt er mir zu den Ohren heraus. Als wir am Seeufer ankommen, ziehe ich Emmas Anhänger aus meiner Tasche. Der Stein fühlt sich kühl zwischen meinen Fingern an. Ich schließe die Augen, stelle mir vor, wie sie ihn getragen hat, wie sich die Farbe ihrer Augen in ihm wiederholte. Ich öffne meine Lider und hänge ihn über den Rückspiegel. Und dann schalte ich den Wagen in den Leerlauf. Hilfst du mir beim Schieben? Ich sehe Jaycee an und ihre Augen weiten sich überrascht, aber sie nickt. Gemeinsam schieben wir den alten Wagen mit all seinen Erinnerungen in den See. Wir stehen da und sehen zu, wie er versinkt, um ihn herum im Wasser Blasen aufsteigen und er schon bald nicht mehr zu sehen ist. Ich stelle mir vor, wie er bis auf den Grund sinkt und dort für alle Ewigkeit bleibt. Jaycee sieht mich an. Wird dein Vater nicht sauer sein? Das war immerhin ein Oldtimer. Ich verziehe die Lippen zu einem kleinen Lächeln. Zerbricht dir mal darüber nicht den Kopf. Ich werde ihm einen anderen kaufen, einen, bei dem der Kassettenspieler funktioniert. Obwohl der alte Wagen weg ist, im See versunken, könnte ich schwören, dass ich immer noch diesen Song höre. Als ich noch einmal über meine Schulter zurückblicke, kommt mir der See gespenstisch ruhig vor. Ein paar letzte Blasen steigen in der Mitte auf. Der einzige beweist, dass er das Wassergrab meiner Erinnerungen ist. »Leb wohl, Emma«, murmel ich. Jaycee drückt meine Hand und wir gehen auf dem alten Pfad auf das Haus zu. Unterwegs bleibe ich stehen und blicke in Jaycees braune Augen, in denen so viel Wärme und Güte liegt. »Ich liebe dich«, sage ich leise, »bin endlich imstande, die Worte auszusprechen.« »Ich glaube, das weiß ich schon eine ganze Weile. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich es dir sagen konnte. Ich liebe dich mehr, als ich ausdrücken kann.« Sie strahlt übers ganze Gesicht. »Das Einzige, was zählt, ist, dass du es jetzt sagst«, erwidert sie mit sanfter Stimme. »Ich liebe dich auch über alles, das weißt du hoffentlich.« »Ja, das tue ich.« »Eines musst du mir glauben. Emma mag ein großer Teil meiner Vergangenheit gewesen sein, aber du bist meine Zukunft, meine Gegenwart, mein Ein und Alles, Jaycee. Ich liebe dich mehr als alles andere. Ich würde mein Leben für dich geben.« »Ich weiß«, flüstert sie, und als ich den weichen Ausdruck auf ihrem Gesicht sehe, da weiß ich, dass es wirklich so ist. Ich ziehe sie an mich und küsse sie. Es ist ein zärtlicher, süßer Kuss mit einer Spur von Wildheit. Denn sie verdient es, so geküsst zu werden. Weil sie genau das ist, süß, mit einer Spur von Wildheit. Einen Monat später. Die aufgeregte Stimme meines Bruders heilt laut in meinem Ohr wieder, und ich muss das Handy ein Stück weghalten. »Elija Gabriel Vincent! Er ist 3714 Gramm schwer und wunderschön, Jaycee!« »So Wunder, wunderschön!« Ich lächle und gratuliere meinem großen Bruder, freue mich mit ihm. Es hat einmal eine Zeit gegeben, in der ich nicht gedacht hätte, dass so ein Tag kommen würde. Aber hier ist er, und er hat ihn verdammt noch mal verdient. Brand war zufällig gerade bei uns, weil wir etwas Geschäftliches zu besprechen hatten, als Maddies Fruchtblase geplatzt ist. »Du hättest mal sein Gesicht sehen sollen,« berichtet er hämisch grinsend. »Oh Mann, das war unbezahlbar! Ich dachte schon, er würde aus den Latschen kippen!« Ich lache. »Ich kann's mir vorstellen.« »Grüß ihn von mir.« »Ich vermisse ihn.« »Habe ihn schon seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen.« Gabe wird wieder ernst. »Das kannst du ihm selbst sagen.« »Er ist gerade hier.« Bevor ich etwas einwenden kann, reicht er das Handy an Brand weiter, und der meldet sich seufzend. »Hallo, Jaycee.« Ich spüre einen Kloß im Hals. Ich habe ihm wehgetan. Ich habe diesem knallharten Kerl mit dem weichen Herzen, den ich so lieb habe, wehgetan. »Hallo, Brand«, begrüße ich ihn und versuche meiner Stimme einen nicht allzu aufgesetzt wirkenden, fröhlichen Klang zu verleihen. »Wie geht's dir?« »Tja, nachdem ich nun Fruchtwasser auf dem Boden gesehen habe, kann ich das auch endlich von meiner Liste der Dinge streichen, die ich unbedingt erlebt haben muss, bevor ich den Löffel abgebe. Und nachdem ich gehört habe, wie Maddy geschrien hat, als sie in den Wehen lag, frage ich mich, wie ihr Frauen das nur hinkriegt. Ich kann förmlich vor mir sehen, wie er sich schüttelt, und muss unwillkürlich lächeln. Stelle mir vor, wie er draußen vor dem Kreißsaal gesessen und auf die Nachricht gewartet hat, dass alles gut gegangen ist.« »Ähm, Brand, also das Ganze mit uns tut mir wirklich leid«, sage ich zögernd. »Ich kann mich nur entschuldigen, denn das ist es, was ich empfinde. Ich habe keine Ahnung, wie ich es sonst zum Ausdruck bringen sollte.« Er seufzt erneut. »Ist schon gut. Denk nicht weiter darüber nach.« »Das ist mein Problem, nicht deines.« »Ich werde schon darüber hinwegkommen, und bald werden die Dinge wieder so sein, wie sie einmal waren.« »Okay?« »Er klingt müde und traurig, und das finde ich schrecklich. Aber ich kenne ihn gut genug, um zu wissen, dass er nicht weiter darauf herumreiten will.« »Okay. Du sollst nur wissen, dass ich dich sehr lieb habe, auch wenn ich dich nicht so lieben kann, wie du es gern hättest.« »Ich weiß. Bis demnächst mal, Jace.« »Erreicht das Telefon wieder an meinen Bruder zurück, und mir wird das Herz schwer.« »Brand wird schon wieder Jace,« sagt Gabe leise. »Also mach dir keine Sorgen um ihn.« »Ich glaube, er wusste schon immer, dass ihr nicht füreinander bestimmt seid.« Ich nicke. »Mag sein. Aber es tut mir einfach weh, dass ich ihn verletzt habe.« »Ihm geht's gut,« beharrt Gabe. »Maddy arbeitet daran, ihn mit einer ihrer Freundinnen zu verkuppeln.« »Glaub mir, er wird sich wieder fangen.« »Da bin ich mir sicher,« stimme ich ihm zu. »Er ist stark.« Er hat viel schlimmere Sachen überlebt. »Das kann man wohl sagen.« »Wann kommst du denn vorbei, um dir deinen Neffen anzusehen?« »Was macht dein neuer Job?« »Wie nennen sie ihre neue Restaurantkette denn nun?« Ich denke zurück an den Tag vor zwei Wochen, als Dom, Duncan und Sinn über einen Namen für ihre neue Restaurantkette diskutierten, die sie zusammen gegründet haben. Sie haben sich stundenlang gestritten, bis ich mich eingemischt habe. »Wie wär's mit »The Dirty Dog«? Ich finde, das passt zu euch. »Ihr könnt doch alle drei ziemlicher Schweinehunde sein.« Sie starrten mich entsetzt an, stießen dann aber auf den Namen an, weil sie wussten, dass er wirklich zu ihnen passt. Und dann hat es Sinn, mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mit ins Boot zu kommen und im Team für Geschäftsentwicklung mitzumischen, weil ich doch Restaurant-Erfahrung habe. Da ich in ein paar Wochen meinen Abschluss in Betriebswirtschaft in der Tasche haben werde, habe ich das augenzwinkernd vorgetragene Angebot angenommen. »Die Kette soll »The Dirty Dog« heißen. Wir werden Fischgerichte anbieten und Bier von Mikrobrauereien. Ich habe bei Saffron gekündigt und arbeite bereits auf Teilzeitbasis dort, werde aber, sobald ich mein Studium ganz offiziell abgeschlossen habe, ganztags einsteigen. »Ich bin so stolz auf dich, Jaycee«, sagt Gabe froh. »Du hast dein Leben wirklich auf die Reihe bekommen.« »Danke«, erwidere ich. »Es tut mir nur leid, dass ich in der Vergangenheit so viel Ärger gemacht habe.« »Ist schon okay«, erwidert er und lacht in sich hinein. »Genau wie Brandt habe auch ich schon Schlimmeres überlebt.« Ich lache. »Na schön, ich muss jetzt Schluss machen. Ich werde versuchen, in zwei Wochen bei euch vorbeizuschauen. Gebt dem Kleinen einen dicken Kuss von mir und meldet ein paar Fotos, okay?« Und richte Maddy aus, dass ich sie lieb habe. Gabriel verspricht, all das zu tun und wir beenden das Gespräch. »Bist du soweit, Babe?« Als ich mich umdrehe, sehe ich Dominic im Türrahmen stehen. Er sieht wie immer atemberaubend aus, umwerfend sexy. Er trägt heute eine dunkle Hose und ein dunkles Hemd, hat sich schick gemacht für die feierliche Einweihung des frisch renovierten Joe's Gladiators. Ja, bin ich. Wir gehen gemeinsam zum Wagen hinaus, wo er mir die Tür aufhält. Als ich einsteige, werfe ich einen Blick auf mein Haus. »Ich werde mein Häuschen vermissen, Dom.« »Bist du sicher, dass du eine schicke Eigentumswohnung für die Male kaufen möchtest, die wir hier in Chicago sein werden?« »Wir könnten auch hier wohnen. Das wäre doch kein Problem.« »Hier gibt's keine Garage für meinen Wagen,« erwidert Dom. Ich verdrehe die Augen. »Es ist schön, meinetwegen.« »Besorgen wir uns also eine schicke Eigentumswohnung.« »Aber du bist ganz schön verwöhnt, weißt du?« Er wirft den Kopf in den Nacken und lacht. »Findest du?« »Und das sagt ausgerechnet die Frau, die gerade völlig grundlos einen ganzen Stapel neuer Bettlaken gekauft hat.« »Ohne gute Laken kann ich nicht schlafen.« Ich recke meine Nase in die Luft, und er beugt sich zu mir herüber, um mich zu küssen. »Ist schon in Ordnung, Babe,« sagt er. »Ich verwöhne dich gern.« Einige Minuten später halten wir vor Joes. Ich erkenne den Laden kaum wieder. Das ganze Gebäude ist innen und außen komplett renoviert worden. Nun gibt es in der Halle supermoderne Fitnessgeräte und Büroräume und dahinter sogar eine Laufbahn. Und nach der Schule erhalten die Jungs hier eine kostenlose Mahlzeit. Sie haben schon auf uns gewartet, und als wir eintreffen, überreichen sie Dominic gleich die riesige Schere, mit der er das rote Samband vor der Eingangstür zerschneiden soll. »Wir freuen uns, Joes Gladiator im Namen der Emma-Brand-Stiftung wieder eröffnen zu können,« verkündet Dominic. Ein Blitzlichtgewitter geht los, und Dom ist ausnahmsweise einmal nicht genervt, weil er fotografiert wird. Er schüttelt Jo die Hand. Der freut sich wie ein Schneekönig über das große Interesse. »Mir ist klar, dass die Medien größtenteils wegen Dominic erschienen sind. Aber trotzdem. Sie sind hier, und wir sind für jede Aufmerksamkeit dankbar, die diesen benachteiligten Jugendlichen geschenkt wird.« »Wieso hat Ihre Stiftung gerade dieses Projekt ausgewählt?«, ruft einer der Reporter. Dominic lächelt. Jake winkt den Kameras an der Seite zu, und alle lachen. »Wir haben dieses Projekt ausgewählt, weil Handlungsbedarf bestand. Das hier sind gute Kinder, die eine Chance verdient haben. Manchmal geschehen schlimme Dinge. Ungerechte Dinge. Und uns bleibt nichts anderes übrig, als zu versuchen, sie so gut wie möglich zu bewältigen. Und mit ein bisschen Hilfe schaffen wir das meist auch. Und diese Hilfe wollen wir den Kindern geben.« Die Leute applaudieren, und ich bin unheimlich stolz auf Dominic. Anschließend findet ein kleiner Empfang statt, bei dem wir uns mit den Jungs unterhalten, eine Kleinigkeit essen und Punsch trinken. Ich bin total glücklich, als wir schließlich wieder zum Wagen gehen. »Macht es dir auch ganz bestimmt nichts aus, dass wir die Stiftung nach Emma benannt haben?«, fragt mich Dom beim Einsteigen. »Ich sehe ihn ein wenig verärgert an. Du solltest mich doch eigentlich besser kennen. Ich finde, das war genau die richtige Entscheidung. Sie hat nie die Chance gehabt, ihre Träume zu verwirklichen. Wir müssen anderen Jugendlichen und Kindern diese Chance geben.« Dominic lässt den Motor an und wendet sich mir dann zu. »Weißt du, was ich an dir so liebe?« »Dass du immer wir sagst.« »Nie ich oder du.« »Immer wir.« Ich zucke mit den Schultern. Ich denke auch immer im Plural. In meinem Kopf sind wir ein Team. Von jetzt an wird es immer wir heißen, Dom. Gewöhn dich schon mal dran.« Er gibt mir einen langen, atemberaubenden Kuss. »Ich habe eine Überraschung für dich,« verkündet er anschließend. »Das wird dir gefallen.« »Hoffe ich zumindest.« »Oh, ich liebe Überraschungen,« erwidere ich, »auch wenn er das schon weiß. Gib mir bloß keine Hinweise. Das verdirbt es nur.« Ich muss zugeben, dass ich völlig ratlos bin, als wir aus der Stadt hinausfahren und es um mich herum immer ländlicher wird. Doch dann nähern wir uns Palos Park, dem Zuhause seiner Kindheit. »Castle Kincaid? Da wollen wir hin?«, frage ich verwirrt. Er grinst, antwortet aber nicht. Als wir auf das Haus seiner Eltern zufahren, erblicke ich einen riesigen, rot-gelb-schwarzen Heißluftballon auf ihrem Rasen. »Euer Gefährt, M'Lady,« sagt Dom mit einer tiefen Verbeugung. Ich verdrehe die Augen. »Steht mir sowas jetzt etwa jedes Mal bevor, wenn du gerade einen Film drehst? Ich weiß, dass du dich gerne in die Figuren hineinversetzt, aber dir ist doch hoffentlich klar, dass du nicht wirklich ein Ritter bist, oder?« Dom probt für einen Kostümfilm, der im 16. Jahrhundert spielt, was das Leben, gelinde gesagt, sehr interessant macht. Ich rechne fest damit, ihn schon bald zu Hause in einer Rüstung zu sehen. Er schüttelt den Kopf. »Kannst du nicht einfach mitmachen?« Ich kichere. »Also schön. Habt Dank, Juncker. Euer Gefährt kommt mir gelegen.« »Junker?« Nun ist es Dom, der die Augen verdreht. »Also meinen Ritterschlag habe ich aber schon erhalten, Jace. Du darfst mich auch gern edler Herr nennen.« Er nimmt mich an der Hand, stellt mir den Ballonfahrer vor und hilft mir in den Korb. Innerhalb kurzer Zeit sind wir aufgestiegen und schweben über Palos Park und Chicago hinweg. Die Stadt sieht von hier oben im Licht der Abendsonne fantastisch aus. »Das ist wirklich atemberaubend,« flüstere ich. »Ich danke dir, Dom.« »Aber was ist der Anlass?« Dominik wendet sich mir mit ernstem Blick zu. Ein Blick, bei dem ich weiche Knie bekomme. »Jace, bevor ich dich kennengelernt habe, dachte ich, ich würde nur Finsternis in meinem Leben verdienen. Nur das, was Tabu ist, das Unaussprechliche, das im Verborgenen, in dunklen Ecken stattfindet. Aber du hast mir die Möglichkeit zu einem Neuanfang gegeben. Durch dich konnte ich ein neues Leben beginnen, hatte eine neue Perspektive. Ich habe keine Ahnung, womit ich dich verdient habe. Aber ich werde dir ewig dankbar sein, dass du etwas in mir gesehen hast, das niemand sonst gesehen hat. Du hast mehr als das Arschloch gesehen, mehr als den Schauspieler, mehr als den Namen. Du hast mich gesehen. Für all das liebe ich dich. Und ich liebe dich auch, weil du mich erdest und daran erinnerst, was wichtig ist. Du sorgst für frischen Wind. Durch dich stelle ich mich immer wieder aufs Neue in Frage. Er hält für einen Moment inne, und mir hämmert das Herz in der Brust. Hat er etwa vor? Und dann sinkt Dominik vor mir auf ein Knie. Oh ja, das hat er getan. Oh mein Gott! Milady, beginnt er, ich habe nur die eine Frage, die ich euch zu stellen wage. Den einen Wunsch, von dem ich mir erhoffe, dass ihr mir diese Gunst erweisen werdet. Ich sehe ihn lachend und mit der allergrößten Freude in meinem Herzen an. Nur zu, guter Ritter, so stellt eure Frage. Dominik sieht mich mit strahlenden Augen an und verzichtet bei seinen nächsten Worten auf das ganze Getue. Willst du mich heiraten, Jace? Er hält mir einen Ring hin, mit einem prächtigen Diamanten im Prinzessschliff, und ich befürchte schon, ohnmächtig zu werden. Ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen. Und das auch noch in der Hand des begehrenwertesten Mannes der Welt. Ich blicke ihn an, verliere mich in seinen grünen Augen. Ja, sage ich. Er atmet tief ein. Wirklich? Bist du dir auch ganz sicher? Du weißt von all meinen Ungeheuern, Jace, und du willst mich trotzdem? Ich nicke. Ich will dich gerade wegen deiner Ungeheuer, erkläre ich ihm. Die haben dich zu dem gemacht, der du bist, und ich kann mir nicht vorstellen, dich noch mehr zu lieben, als ich es ohnehin schon tue. Ich brauche dich und will nie mehr ohne dich sein. Dominik lächelt, als er mir den Ring über den Finger streift und sich wieder erhebt. Er gibt mir einen zärtlichen Kuss, bevor er mir den Arm um die Schultern legt und wir die Stadt betrachten, die unter uns liegt. Während ich mir das Schauspiel ansehe, denke ich über all das nach, was geschehen ist, mit uns beiden geschehen ist. Wir sind beide auf eine ganz eigene Art verkorkst, aber wir versuchen, damit klarzukommen. Das wird nicht von heute auf morgen geschehen, aber der Anfang ist gemacht. Alles, was uns widerfahren ist, hat uns als Einzelnen und auch gemeinsam stärker gemacht. Während ich zu Dominik aufblicke, streiche ich mit meinen Fingern über seine Wange. Bist du glücklich? Dominik blickt mich an, und ich sehe das Versprechen in seinen Augen. Sehe das, für immer, in ihn eingebrannt. Verdammt, ja. Ich lächle. Mehr muss ich gar nicht wissen. Epilog Ich laufe den von tropischen Pflanzen gesäumten, verschlungenen Pfad entlang, der zu unserer luxuriösen Hütte an einem der schönsten Strände von Hawaii führt. Es ist der perfekte Ort für Flitterwochen. Ein wahrer Garten Eden. Kommst du, rufe ich meinem Ehemann über die Schultern zu. Mein Ehemann. Das klingt fremd, aber es fühlt sich gar nicht so an. Dominik und J.C. Kincaid. Auf ewig verbunden. Durch die Liebe und die Lust und durch alles andere dazwischen. Das hatte Duncan vorhin bei der Zeremonie am Strand verkündet. Er hatte eigens für diesen Anlass eine Lizenz erworben, um Trauungen vornehmen zu dürfen. Dominik holt mich ein und hebt mich schwungvoll hoch. Hast du etwa gedacht, du könntest allein über die Schwelle treten? fragt er verschmitzt. Aber das hier ist doch gar nicht unser Haus, sage ich. Aber wenn der Mann mich tragen will, soll er das tun. Und das tut er. Bis zu dem mit hauchdünnem Stoff bedeckten Himmelbett. Er legt mich auf dem Bett ab und zieht mir langsam das Kleid aus. Küsst dabei jeden Zentimeter von mir. Als er damit fertig ist, liege ich nackt da und verzehre mich nach ihm. Ich brauche dich, sage ich bloß. Nimm mich, Dominik. Ich will dir gehören. Er lächelt. Es ist das Lächeln, das ich so liebe, das Private, das nur für mich bestimmt ist. Du hast immer schon mir gehört, flüstert er. Du hast es nur nicht gewusst. Er küsst mich wieder. Seine Zunge ist so heiß und feucht und perfekt an meiner. Und ich habe immer schon dir gehört, fügt er hinzu. Ich habe es nur nicht gewusst. Aber ich weiß es jetzt. Und das ist das Einzige, was zählt. Er weiß genau, was er tun muss, um mich auf die Gipfel der Lust zu bringen. Während er seine Finger an all die richtigen Stellen gleiten lässt, steigen Gefühle in mir auf, die mich zu überwältigen drohen. Liebe, Lust und alles dazwischen. Ich klammere mich an seine Schultern, lege mein Bein um seine Hüfte und ziehe ihn in mich hinein, um ihn tief in mir zu spüren. Er stöhnt, leckt über meine Nippel, saugt an ihnen, treibt mich an den Rand des Wahnsinns. Ich bäume mich auf, presse mich gegen seine starke Brust, und er stöhnt erneut, als er in mich hineinstößt und sich die Muskeln in seinem Rücken anspannen. Ich schreie auf, grabe meine Fingernägel in seine Haut, atme ihn ein, als ich mein Gesicht an seine Schulter presse. Ich liebe dich, Mrs. Kincaid, haucht er, während er langsamer und zärtlicher immer wieder in mich hinein gleitet. Ich werde dich immer lieben. Am liebsten würde ich die Augen verdrehen und ihm sagen, dass er nicht so dick auftragen soll, dass das hier kein Drehbuch ist. Aber das tue ich nicht, denn wie immer, ob nun als Drehbuch geschrieben oder nicht, sind seine Worte perfekt. Ich bäume mich auf, und dieses Mal komme ich, und die Wellen meines Orgasmus tragen mich davon, weit weg aus der Realität. Er wirft den Kopf in den Nacken und folgt mir. Es dauert einige Minuten, bis ich wieder in die Gegenwart zurückkehre und imstande bin, einen vernünftigen Gedanken zu fassen. Ich werde dich auch immer lieben, sage ich schließlich, als ich wieder zu Atem gekommen bin. Dann schlafe ich in seinen Armen ein. Ein Geräusch weckt mich, als die Welt draußen um die Hütte herum noch dunkel ist. Die dünnen Vorhänge flattern sanft in einer kleinen Brise. Ich setze mich auf, blicke mich um und stelle erstaunt fest, dass eine Frau im Sessel neben dem Bett sitzt. Sie summt leise, brown-eyed girl vor sich hin. Ihre aquamarinen blauen Augen sehen mich an, und ich weiß sofort, wer sie ist. Komischerweise habe ich keine Angst. Emma, flüstere ich. Sie nickt. Ihr Gesicht ist so jung und schön. Träume ich? Sie lächelt. Tust du das? Ich habe keine Ahnung, aber es muss wohl so sein. Du sollst etwas wissen, sagt sie leise, und ihre Stimme klingt dabei sanft und zart. Sie blickt voller Liebe zu Dominik. Ich habe dich für ihn ausgewählt, sagt sie. Ich sehe sie verwirrt an. Was? Erinnerst du dich denn nicht mehr an mich? Wir sind uns vor einigen Jahren schon mal begegnet, am Goose Beach. Ich war mit meiner Mutter dort und du mit deiner Großmutter. Dieses furchtbare Mädchen hat mir mein Eiscremegeld weggenommen, und du hast es mir zurückgeholt. Ich erinnere mich dunkel, habe aber Mühe, die Teile zusammenzufügen. Heather Edel, sie war das gemeinste Mädchen in der sechsten Klasse. Du hattest einen roten Badeanzug an. Emma nickt. Sie hat mir schreckliche Angst eingejagt, aber du hast ihr die Stirn geboten, als wenn es gar nichts wäre, und mir mein Geld zurückgegeben. Du hast mir eine Muschel geschenkt, sage ich, als mir wieder einfällt, wie das kleine Mädchen sie mir gereicht hatte und dann weggelaufen war. Eine weiße. Emma lächelt. Die habe ich früher gesammelt. Mit einem Mal erinnere ich mich an die winzigen Muscheln in Dominics schwarzer Samtschachtel und an die Muschel auf ihrem Anhänger. Ich starre sie an. Ich hatte großen Respekt vor dir, fährt sie fort, weil du so tapfer warst und für jemanden eingetreten bist, den du gar nicht kanntest. Es kam mir so vor, als hättest du vor nichts Angst. Du bist zigmal am Tag bis zur Bojenbegrenzung rausgeschwommen, während ich mich nicht weiter als bis zur Sandbank getraut habe. Nachdem ich nach Hause gegangen war, habe ich dich nie wieder gesehen. Aber als es darum ging, Dominic zu retten, da wusste ich, dass du die Richtige bist. Ich brauchte jemanden, der tapfer und stark ist, also habe ich euch beide zusammengebracht. Ich starre sie fasziniert an. Das ist ein seltsamer Traum. Emmas Lachen ist glockenhell. Ist schon in Ordnung, das zu denken, versichert sie mir. Es gibt Dinge, die man nicht zu erklären vermag. Daher solltest du es vielleicht auch gar nicht versuchen. Aber wie hast du Dominic und mich zusammengebracht, frage ich zweifelnd. Das lässt sich doch sicherlich erklären. Sie lächelt geduldig. Fandest du es nicht eigenartig, wie diese Drogen in Dominics Wagen gekommen sind, obwohl ihr beide geschworen habt, sie hätten euch nicht gehört? Fast so, als wären sie wie aus dem Nichts dort aufgetaucht. Meine Augen weiten sich. Das warst du, flüstere ich. Warum? Ihr Lächeln bringt den Raum zum Strahlen. Weil Liebe auch im Tod nicht endet. Sie ist für die Ewigkeit. Und weil ich ihn liebe, möchte ich, dass er glücklich ist. Ich wusste, dass du ihn glücklich machen würdest. Also habe ich euch beide auf diese Weise zusammengebracht. Ich habe jetzt meinen Frieden gefunden. Sag ihm das. Und auch, dass ich froh bin, dass er endlich sein Leben lebt und mich vergisst. Sag ihm, lebe wohl von mir. Aber er vergisst dich doch gar nicht, protestiere ich. Er wird dich niemals vergessen. Die Erinnerung an dich ist nun aber nicht mehr so schmerzhaft. Das ist alles. Und das ist gut so. Sie lächelt und nickt. Ich weiß. Das ist alles, was ich jemals wollte. Danke, JC. Danke, dass du ihn gerettet hast. Ich wusste, du würdest es schaffen. Auf dem Weg zur Tür streicht sie mit ihren Fingern an seinem Bein entlang und blickt dann noch einmal zurück. Ihr Gesicht leuchtet in der Nacht. Ach, JC, pass auf ihn auf. Ich nicke fasziniert und von Ehrfurcht ergriffen. Das werde ich. Und sie geht summend davon. Do you remember when we used to sing? Shalalalalalalalalala tada. You're my brown-eyed girl. Ich versuche aufzuwachen. Aber dann wird mir klar, dass ich gar nicht schlafe. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, aufgewacht zu sein, oder ob ich überhaupt geschlafen habe. Ich bin wie betäubt. Alles ist verschwommen. Nur die Erinnerung an Emmas unglaublich blaue Augen, die mich aus einem halben Meter Entfernung ansehen, ist klar und deutlich. Ich setze mich im Bett auf und versuche zu begreifen, was geschehen ist. Das kann doch unmöglich. Nein, ausgeschlossen. Oder? Ich wende mich Dominik zu, um ihn aufzuwecken, um diesen verrückten Traum mit ihm zu teilen, als mir etwas auf dem Nachttisch ins Auge fällt. Etwas, das perlweiß im Mondlicht glitzert. Eine Muschel. Während die Vorhänge in der Brise rascheln und die Wellen des Ozeans an den Strand schlagen, pocht mein Herz heftig. Und als der leichte Wind mir das Haar aus dem Gesicht weht, da höre ich es. Klingt leise die Melodie von Brown-Eyed-Girl vom Wasser herüber. Sie hörten? Before we fall. Vorher. Ich vær.